Das ist der Sklave von den Juden, Mann, Alter. Wenn du jetzt unbedingt mal angriffen sollst du da, als das Wirt schafft, hier irgendwelche Narrative zu verbreiten, die du auf TikTok hier aufgeschnappt hast. Nein, man sieht ja, dass euer Angriff die beste Verteidigung ist. Ja, deswegen wird euer Gaza jetzt platt gemacht, weil Angriff die beste Verteidigung ist. Dein Ernst, Junge? Ganz kurz was sagen, was einordnen. Er hat ja gesagt, die Hamas sind Freiheitskämpfer. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Das sind keine Freiheitskämpfer. Wer sagt, dass das eine Scheiß-Terrororganisation ist? Warum sind wir... ...der einzige, der fucking hinter dem Mond... ...bist du bei deiner Geburt irgendwie falsch rausgekommen oder so? Ah, deine Schnauze, Alter, ich schlöre... ...dass uns einmal nur vom Taktor gefangen... ...dass uns einmal nur vom Taktor gefangen... ...kick deine Mutter auf dieses Gerogen-Dom... ...und das ist der Ebenen, der sich in den Floran gelesen hat. Ja, sehr gut. Ich sage doch, mit solchen Leuten... ...und solchen Leuten kann man nur auf solcher Ebenen leben. Aber man muss immer, wie gesagt, was wir ja auf TikTok sehen, radikale Leute... Ich habe einen Kumpel der Politikwissenschaften studiert. Und radikale Leute, die versuchen, gegen Israel, vor allem halt aus dem islamistischen Sektor, eben zu hetzen. Und das schockiert mich. Und ich hoffe, damit nicht in Deutschland es gegen Gewalt gegen Juden umschlägt. Wie gesagt, bei uns nehmen ja die Sicherheitsbehörden die Bedrohung ernst. Und jede andere israelische oder jede antijüdische Organisation, die terroristisch veranlagt ist, kriegt ja jetzt ein Betätigungsverbot und da wird dann die Polizei dagegen vorgehen. Und Leute abschieben. Weil... Ja, sehr gut. Wer... ...israel oder die Palästinenser... ...also diese... ...die Palästinenser und die Hamas ist ja zu trennen. Aber wer die Hamas als Freiheitskämpfer zieht, so hat es zumindest unsere Innenministerin gesagt, der hat in diesem Land nichts mehr zu suchen. Moment, Lena, warum schreibst du im Chat, dass die Palästinenser dort nur friedlich leben wollen, wenn sie zehnmal, mindestens zehnmal, ein Friedensangebot von Israel abgelehnt haben? Weil es immer an der Frage... Von Bobby, Gaza, Gaza war unter ägyptischer Kontrolle sogar schon. Da hätten sie einen Vertrag für ihren Staat da haben können, wollten sie aber nicht. Wie gesagt, Gelegenheiten dazu gab es unendlich viele. Aber die haben... Es ist nicht gewollt gewesen von der dort herrschenden Regierung immer wieder. Richtig, Moritz. Die Araber waren es, die nicht die Füße stillhalten konnten und immer Raketen nach Israel schicken mussten. Aber darf ich noch was sagen? Wie gesagt, müssen wir auch deshalb Angst? Vor allem aus dem islamistischen Sektor. Und dagegen muss der Staat sehr hart vorgehen, um Terroranschläge oder Gewalttaten eben auch dementsprechend zu verhindern. Das ist einfach nur traurig, was hier teilweise für Aussagen auch getätigt werden auf TikTok. Wie gesagt, ich habe auch mal an Abgeordnete vom Europaparlament geschrieben und da sollen jetzt auch in den nächsten Tagen da Gesetze diesbezüglich verabschiedet werden. Um halt TikTok zu einer stärkeren Regulierung von hasserfüllten Hass-Boosting oder antisemitischen Kommentaren auszuführen. Ja. Würdest du ja 99% der Muslime wegmeddeln, wenn du mal bedenkst, dass die wirklich in der Überzeugung sind, weil es ja auch jetzt der Präsident Erdogan sagt, dass die Hamas wirklich für die Füße sind. Und das glauben die, ja. Die sehen nicht diese Videos, diese, wie die ganzen Kinder feiern, die sind ja auf Verteidigungsgefahr. Also in Gaza wird zurecht der Rasen gemäht. Ähm, die Todesdagen. Jetzt nur mal eine blöde Frage. Ganz ehrlich, ähm, diese ganze Israel-Palästina-Konflikte, die Israelis, die ja jetzt in Kanon ist, die letzten, also die stoßen davor. Die Hamas hat ja keinen hohen Kampfwert. Also die haben eher einen verzögerten Faktor, laut Militärexperten. Ähm, aber wie sieht dann danach aus? Habt ihr da schon irgendwas den Medien entnommen? Oder gibt es da schon irgendwelche Planungen von israelischer Seite? Es gibt aktuell noch keine Aussagen davon, wie es weitergeht, weil Israel sich noch mitten im Krieg befindet. Und Fakt ist, wenn die Hamas einmal weg ist, dann wird Israel alles dafür tun, dass sich sowas in diesem Ausmaß nie wieder bildet. Ähm, Gaza wird nie wieder militärisch bestärkt werden durch irgendwelche Länder. Ja, auf jeden Fall muss ich dazu beifügen, dass Natanjau, Natanjau hat sich selbst dazu geäußert und hat bezüglich der Verantwortungsfrage, hat die definitiv Israel zugesprochen, dass es in Israels Verantwortung liegt, die Palästinenser nach diesem Krieg, nach der Säuberung der Hamas, unter menschlichen und normalen Umständen weiterleben zu lassen. Und dafür Sorge zu tragen, dass sie unter normalen Umständen leben werden. Also von daher hat an der Stelle, Natanjau hat sich da positiv ausgesprochen zu, hat gesagt, dass wir nicht weggucken, dass es unsere Verantwortung ist, dafür zu sorgen, Sorge zu tragen, dass nach diesem Krieg die palästinensische Zivilbevölkerung wieder normal leben kann, beziehungsweise das zum ersten Mal normal leben kann. Und wir werden sehen, was passiert ist, wird die Zeit zeigen. Ja, also alle die ganzen Propagandatheorien von wegen Groß-Israel und sowas, die werden sich alle verflüchtigen in einer kurzen Zeit. Dann werden die Leute sehen, was Sache ist und was nicht. Es ist ja so, dass 2006 die Israelis dort abgezogen sind, die Siedler mitgenommen haben und eigentlich freie Wahlen usw. es gab. Die Vatah wurde ja dann von der Hamas gestürzt. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zum Vatah von Israel aus? Weil ich habe dazu nichts gefunden im Internet. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Einordnungen, etc. Also ich glaube, das mit der Verdacht, das wird auch noch ein Thema werden. Weil, wie gesagt, es gab ja nach dem 7. Oktober wurde von staatlicher Seite eine Predigt in den Moscheen verabschiedet, wo ganz klar auch sich darauf berufen worden ist, wieder die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Also mit der West Bank in Zukunft und es gibt sehr, sehr viele Stimmen auch von Leuten in hohen Positionen in der West Bank, die sagen, eigentlich man sollte sich sogar mit der Hamas verbünden da drüben. Also das, wie gesagt, da muss man sich das mal anschauen auf Memri TV, Pellwatch, die haben beide diese Übersetzungen rübergebracht von diesen Funktionären. Da gibt es ja auch diese, wie heißen diese, da gibt es ja noch diese, diese in Chablus oder wie, in, boah, wie heißt es in die Stadt? Chablus oder? Da gibt es diese komische Gruppe, die sich jetzt neu gegründet hat. Ne, Nablus oder? Das ist einer der Konfliktheiter im Westjordanland. Da gibt es jetzt auch eine neue Terrorgruppe, also halt ein Zusammenbrund von halt so, ja, radikalen Sachen. Und ich glaube halt, aber es gibt ja auch die Theokliter, die Vertrag gar nicht mehr so die Macht in der West Bank hat, also halt, weil viele Jugendliche halt der Hamas-Zugehörig zu fühlen. Habe ich zumindest gelesen. Aber ich finde es halt echt traurig, weil wie gesagt, unser Rechtsstaat geht ja auch, hart gegen solche Leute vor, die wohl dann wirklich irgendwie antisemitische Aussagen oder so tätigen. Naja, also sie haben es vor, also was gemacht wird und was gesagt wird, das sind, war schon immer, das sind schon immer zwei verschiedene Sachen bei dieser aktuellen Bundesregierung, die jetzt vorheuchelt, da großartig was zu unternehmen. Ich glaube schon, dass sie vereinzelt was tun werden, aber da sie ja auch sehen, dass die AfD reichlich an Zuwachs gewinnt, wird sie alles dafür tun, die Bevölkerung zu täuschen und zu sagen, ja, hey, guck mal, wir sind konservativ genug, wählt nicht die AfD, weil die Umfragen jetzt eben was anderes sagen. Man muss allerdings beachten, dass 77 Prozent im Gaza ihren eigenen Untergang selbst gewählt haben. Die Araber sind es, die zu 77 Prozent dort die Hamas gewählt haben und die Araber können einem eigentlich auch ein bisschen leid tun, wenn man bedenkt, dass die Hamas sich null für die Zivilbevölkerung einsetzt und dass sie rein strategisch von den anderen großarabischen Ländern zusammengekommelt wurde, um eben Terror und Widerstand gegen Israel, angeblichen Widerstand gegen Israel zu leisten. Die Zivilbevölkerung, die Zivilbevölkerung wurde komplett getäuscht und hätte mit Sicherheit, mit großer Sicherheit nicht die Hamas gewählt, wenn sie wüssten, was auf sie zukommt. Und das ist eben der Fehler der Hamas, aber auch der Fehler der palästinensischen arabischen Bevölkerung. Ja klar, weil mit Radikalismus wird man halt nie Frieden schaffen. Vor allem nicht mit solchen Taten, die die gemacht haben, die ja wirklich einfach nur, wirklich, also mir fehlen dafür die Worte. Und was ich halt auch schlimm finde, ist gerade die Position zum Beispiel von diesen Netzwerken wie Samidun und sowas, damit sowas überhaupt in Deutschland zugelassen war. Oder auch Hass-Prediger dagegen muss entschieden und mit aller Härte, die der Rechtsstaat hat, vorgegangen werden. Weil Hass führt am Ende zu Gewalt. Wenn die da richtig dagegen vorgehen würden, dann wäre hier der Teufel los. Ist es ja jetzt schon teilweise. Aber wir haben uns... Naja, wenn die vorliegenden bei der ISTK ankommt, was wollen da so ein paar Halbstarke machen? Naja gut, und du siehst die bürgerkriegsähnlichen Zustände auf unseren Straßen, wenn es um Pro-Palästina-Demos geht. Wir haben Tausende, Hunderttausende von Leuten, Millionen von Leuten hier reingeholt, die ein ganz anderes Weltbild haben, die wirklich denken, dass die Zionisten, die bösen Zionisten hinter allem stecken und die die Araber wirklich als unschuldig sind und diese typische Opferrolle förmlich übernehmen und weiter verbreiten. Und wir sehen auf den Straßen, dass der Feind der westlichen Gesellschaft auf die Straße geht. Und ich verurteile jede einzelne Pro-Palästina-Demo, weil sie nichts anderes ist als ein koordinierter Anschlag auf unsere westlichen Breiten. Gerade weil die alle finanziert und koordiniert werden vom Ausland, von den umliegenden arabischen Ländern. Wir wissen, dass ganz viele Milliarden, dass Milliarden an Geldern von Katar da reinfließt in diese Verbände, in diese Vereine, die die Pro-Palästina-Demos organisieren. Der Befehl geht direkt von dem Verband in die Moschee und von der Moschee geht es raus auf die Straße. Und der Fakt, dass wir förmlich einen Himmel an Pro-Palästina-Flaggen schon direkt am 11. 12. Oktober sehen konnten, deutet darauf hin, dass einige große Verbände in der arabischen Welt schon bereits wussten, was am 10. Oktober geschehen wird. Am 7. Oktober, Entschuldigung. Darf ich noch etwas dazu sagen? Das wurde ja auch, zwei US-Professoren haben zumindest ausgesagt, laut Tagesschau, damit man auch auf fallende israelische Börsen aus arabischen Staaten eben gesetzt hätte, oder von Seiten der Hamas, um damit Geld zu verdienen. Und was man halt auch sagen muss, es gibt halt gerade eine Debatte, auch innerhalb von Israel, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, halt wie die überhaupt es geschafft haben, so weit reinzukommen, weil das war ja wirklich schrecklich. Vor allem dieses Musikfest. Das ist jetzt noch die falsche Frage. Das gibt den Antisemiten nahezu Futter. Wenn wir uns jetzt diese Frage stellen, dann bietet das den Antisemiten Futter. Warum? Es ist völlig egal, wie sie dort reingekommen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Israelis das niemals zulassen würden, dass ein so großer Teil von der eigenen Bevölkerung stirbt, nur damit die da reinfallen können. Wir haben seit zwei Jahren eine Waffenruhe gehabt mit der Hamas. Es war immer nur der islamische Dschihad, der von Gaza aus Raketen auf Israel geschossen hat. Die Hamas hat komplett die Füße stillgehalten, um das eben vorzutäuschen. Israel wurde förmlich reingelegt. Über zwei Jahre lang hat die Hamas gesagt, sie wollen keinen, nicht wirklich mehr Krieg. Es war Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Und so ist es eben zustande gekommen. Zu sagen, dass der israelische Geheimdienst versagt hat, ist eine Sache. Aber zu sagen, dass das alles geplant war und dass eigene Soldaten da mit rumgeballert haben auf die eigenen Zivilisten. Bobby, warte mal kurz. Ich habe mal überlegt, ich glaube, ich gehe gerade mit dem anderen Account live, weil wie gesagt, hier geht das, funktioniert das irgendwie nicht so mit dem Zuschauen. Dann gehe ich mit dem anderen am besten rein, weil wie gesagt, ich kriege hier auch dauernd Beschränkungen und so reingehauen, dann gehe ich gerade mit dem anderen rein. Bobby, ich folge dir mal, kannst du mir dann auch den Livestream vielleicht schicken? Weil... ...online. Und ja, wie gesagt, wer hochkommen will, gerne diskutieren. Nee, nee, das hier, mein Hauptaccount ist ja nicht gesperrt. Ich, wie gesagt, ich will halt auf den anderen Kanal halt umsatteln. So. Warten wir noch, bis noch ein paar Gäste hochkommen und dann können wir gerne anfangen. Ja, Leute, bitte, bitte liken. Danke. Wie gesagt, dann fangen wir gerne an. Wenn ein paar Gäste hochgekommen sind, wie gesagt, Bobby oder so vom anderen Kanal eben, können wir auch gerne mit der Diskussion anfangen. Immer dasselbe, ohne Quatsch. Immer mit demselben Bild. Dann nehme ich mal gerade das andere. Dann sollte das klappen. erst mal hier das. So. Ja, Johnny, warte. Dann machen wir das kurz. So, das ist die Lyrics. Hallo. Schönen guten Abend. Alles gut bei dir? Ja, so weit. Und bei dir? Ja, auch. Ich habe dich schon lange nicht mehr bei den BPE-Kundgebungen gesehen oder Mahnwagen. Darf ich fragen, warum nicht? Also im neuen Jahr werde ich mit dabei sein. Wie gesagt, aktuell ein bisschen was persönlich zu klären. Aber im neuen Jahr bei der nächsten Saison werde ich auch wieder mit dabei sein. Ah, okay. Top. Ja, ich bin auch BPE-Mitglied aus Bayern. Wie du bestimmt schon gehört hast. Ja, was? Warst du schon mal da? Oder? Ja. Hi, Bobby. Ja, in Ingolstadt war ich dabei. Wo? Hallo? Hi, was passiert? Nichts. Wir sind jetzt hier auf dem anderen Account. Ja. Ja, muss du wirklich schieben lassen. Wie bitte? Ey, meldemaus, du bist doch einer der krassesten Unterstützer von Irfan, gell? Ja, genau. Ja, ich kenne dich. Ich war mal in Kartell am Tisch, aber ich habe einen neuen Account. Ich muss da mal wieder rein. Ich muss mal wieder schreiben. Weil Chris... Ich bin der der Top-Unterstützer von Wegerald. Wer? Du. Der Top-Unterstützer von Wegerald. Ist übergelaufen, ja? Stimmt das, was Irfan geht? Ja. Warum? Ich habe ihm so einen Drachen gesendet bei dem Big Match gegen Irfan. Dann war Irfan richtig grandig. Ich habe es mitbekommen. Ja, bitte überrede Chris, dass er sich TikTok holt. Schreib ihm bitte mal. Ich habe sein Telegram aktuell nicht, weil die Leute wünschen sich Chris. Die Leute wollen Chris. Wäre schon lustig, ja? Ja. Meinst du diese Kartell am Tisch, Gruppe, oder? Ja, wurscht. Jetzt ist er raus. Ja, aber merkt ihr ja eben, als ich direkt reingegangen bin, direkt 200 Leute. Müssen wir uns jetzt wieder aufbauen. Rosi, guten Abend. Hast du einen Shadowband drauf, oder wie? Keine Ahnung. Also eben, ich bin mit dem anderen Account live gegangen. Weiß man, ob man sowas hat? Wenn zum Beispiel die Leute, die dich abonniert haben und Benachrichtigungen eingeschaltet haben, keine Benachrichtigung mehr bekommen. Also man kann das nicht sehen? Du selbst nenne. Und geht das auch mal weg? Ja, normal schon. Ja, also zum Beispiel der Wegerald hat gesagt, besonders wenn man viele Matches macht mit so großen Content Creators und so, dann soll es schneller weggehen, aber keine Ahnung, ob das so ist. Okay. wir waren ja eben live und da hatten wir so einen Typen, der hat eben richtig hart beleidigt. Alle anderen außer der haben dann die Verwarnung bekommen, war auch schon. Da dachte ich mir, geht auch gar nicht. So ein Schmor, ne? Ja, richtig. Und er hat nichts bekommen. So Leute, wie gesagt, bitte liked den Stream, dann können wir heute Abend noch richtig gute Arbeit machen. Es hängt von euch ab, wie viel Aufmerksamkeit wir bekommen. Dann bekommen wir auch bessere Gäste und je bessere Gäste wir bekommen, desto schönere Diskussionen bekommen wir hier. Warst du eigentlich im April auch dabei bei der neuen Vorstandswahl? Meinst du in Wertheim? Ja, genau. Ja, ja. Da war ich dabei. Ja, top. Danke dir. Von mir ist es leider sehr weit weg und ich hab keine Zeit gehabt. Hallo. Guten Abend. Hallo. Solidarität in Israel. Tolle Flagge. Hallo. Ich meine ganz ehrlich, wer sich mal anschaut, was da passiert ist, da kann man, also aus meiner Sicht kann man da schwer eine andere Meinung haben bei dem, was die Hamas da gemacht hat. Wie gesagt, die ist da ja wirklich wie in einem Purge-Feeling ist die da reingegangen. Also wenn man sich die Videos anschaut, die von ihren eigenen Bodycams gemacht worden sind von der Hamas, da merkt man schon ganz klar, was da die Bestimmung von denen gewesen ist. Aber erstaunlicherweise haben wir in der letzten Zeit auch sehr viele Leute reinbekommen in den Streams, die das Ganze auch wirklich noch rechtfertigen, was die Hamas macht. Ja. Fakt ist doch mal eins, wenn ich das kurz sagen darf. Der einzige Grund, was die Hamas da gemacht hat, war Terror. Und sie haben das durchgesetzt, was der Grund der Hamas eigentlich ist, nämlich Terror zu machen und als islamistische Widerstandsbewegung ihre Ziele durchzusetzen. Sie haben Leute entführt und sie erpressen mit der Entführung dieser israelischen Staatsbürger die Freilassung ihrer Terroristen. Und wenn es heute heißt, wir machen einen Geiselaustausch, passiert Folgendes. Du lässt ein kleines unschuldiges Kind zurück zu seiner Mutter und dafür müssen zwei bis drei wirklich Hochkriminelle aus israelischer Haft entlassen werden, die vorher geschworen haben, gegen Israel zu kämpfen. Also das hat nichts mit Auszaus zu tun. Das ist tatsächlich ein Teufelsdeal, so würde ich das nennen. Aber natürlich muss auch Israel dafür sorgen, dass seine Bürger und die Entführten wieder nach Hause kommen. Da muss man einen harten Preis bezahlen. Aber ich sage es nochmal, die Hamas hat ein Ziel, die Zerstörung Israels. Und ich will eines hier aber ganz klipp und klar sagen. Setzt bitte die Hamas nicht mit palästinensischen Bürgerinnen und Bürgern und Bewohnern und Menschen gleich. Das hat nämlich damit überhaupt nichts zu tun. Muss ich auch sagen. Aber warum dulden? Wir pauschalisieren da nicht. Warte, wir pauschalisieren da nicht. Das Problem ist halt leider. Und das haben wir auch an Aufnahmen gesehen. Es sind auch leider Zivilisten aus Gaza an dem 7. Oktober mit rein und haben da auch Gräueltaten begangen. Also das war leider nicht nur die Hamas als solches und der islamische Dschihad da unten, sondern es sind auch leider Zivis rüber und haben da auch Gräueltaten begangen. Das muss man leider auch so sagen. Wie gesagt, aber keiner pauschalisierter. Wie gesagt, man muss leider sagen, dass wie gesagt auch leider Zivilisten mit da waren. Wir sagen damit nicht, dass alle da drüben so sind. Definitiv nicht. Es sind wie gesagt ein paar da auch noch mit rüber gekommen. Darf ich mein Mikro wieder anmachen? Ja klar, ich wollte da nur was reinhacken, Nelson. Alles gut, aber du kannst das machen, du musst mich nicht stummen. Ich weiß schon, wann ich ruhig sein soll. Nein, das Ding ist, wenn du dein Mikro an hast, dann summt das bei mir so ganz komisch bei der Audio. Wie gesagt, wenn das normal wäre, dann... Ich glaube, das kommt nicht von Nelson. Glaube ich auch nicht, weil hier ist eigentlich bei mir alles sehr ruhig. Ja doch, ich denke, du hast den Lautsprecher zu laut. Aber wie gesagt, ist kein Problem. Ich mache mal, pass auf, ich mache mal den Kopfhörer rein. Das bringt tatsächlich, was hatten wir mal in vielen Jahren TikTok. Ich bin ja auch blöd, warum habe ich das nicht gleich gemacht? Hörgerät einschalten wäre auch eine Option. So, jetzt sind wir mal bei Kopfhörer, vielleicht ist das jetzt besser. Also, was ich dann tatsächlich erschreckend finde, ist, ich bin ja tatsächlich jemand, der Palästina oder ich sage mal die Bevölkerin dahingehend ein bisschen verteidigt, dass ich sage, Palästina an sich ist nicht die Hamas. Aber die Frage ist, warum wird es toleriert? Also, natürlich ist klar, dass die mit ihren Wahlen damals gesagt haben, wir haben wir haben ihr Jehober Hand, sie haben alle die, die sie nicht gewählt haben, das ist bekannt, auch keine Hetze oder sonst irgendwas, entweder außer Landesgeschafft, vernichtet oder ähnliches, sie wollen dort herrschen. Und die Hamas hat nur ein einziges Ziel. Und das sagt ihre Charter 1988 gegründet, die Zerstörung Israels. Und wenn heute Demonstrationen stattfinden für diese Organisation, muss ich ehrlich sein, kann ich nicht verstehen. Ich stehe zu den Palästinensern, die sagen, wir wollen hier auch in Frieden leben, überhaupt kein Problem. Aber dann bitte löst euch von dieser Terrororganisation. Das sage ich ganz glück und klar. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht nur die Zerstörung Israels, sondern es geht weiter. Es ist das Ziel, dass alle Juden weltweit vernichtet werden. Das ist das Ziel auch der Hamas. Würde ich weitergehen, weil die Hamas selber sieht sich nicht nur als eine Organisation, die im Gabb-Streifen operiert, sondern als eine Welt Ja, das kann ich sogar zitieren. In der Charter der Hamas 1988, ich zitiere, der Dschihad ist die Persönlichkeit, Muslimen seit die Feinde Teile des muslimischen Landes geraubt haben. Angesicht des Raubes durch die Juden ist es unvermeidlich, dass ein Banner des Dschihad gehisst wird. Zitat Ende. Artikel 15 übrigens. Also ich habe die ganze Charter hier vorliegen, die kann man übrigens auch gerne im Internet nachlesen. Fakt ist, hier wird ein Hass gegen die jüdische Bevölkerung geschürt und auch ausgeführt, zum Beispiel die Präambel, das Vorwort der Charter der Hamas, ich zitiere, Israel existiert und wird weiter existieren, bis der Islam es ausgelöscht hat, so wie er schon andere Länder vorher ausgelöscht hat. Zitat Ende. Und hier geht es nicht um das Land Israel, hier geht es tatsächlich um das Auslöschen der Juden auf der Welt. Und solch eine Terrororganisation kann, darf und wird definitiv nicht geduldet werden. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Nelson, wir hatten gestern sogar einen drin, der hat seine Kamera angemacht, oder ich meine, es war vorgestern, der hat seine Kamera angemacht, hat mit einem Messer vor der Kamera gestanden und hat gesagt, ich werde einen Juden töten. Oh, wie schön. Na, das sind doch sympathische, nette Zeitgenossen. Ja, es tut mir leid, wenn ich das so ein bisschen verharmlose. Ich meine, wenn jemand tatsächlich so weit ist, dass nur aufgrund, gut, man muss natürlich jetzt einen kleinen Unterschied machen. Juden sehen sich nicht nur als Religion, Juden sind ein Volk. Muslime, sind eine Religionsgemeinschaft, das kannst du auf der ganzen Welt, egal wo du geboren bist, das ist im Judentum übrigens ähnlich, aber trotzdem sieht das Judentum sich ja als Volksgemeinschaft. Das heißt also, wenn der sich wirklich hier offiziell mit dem Messer und so weiter und sofort hinstellt, es wäre schön, wenn ich eine Aufnahme davon bekommen würde. Erstens mal ist das strafbar, das ist auch der Aufruf zu Gewalttaten, Mord oder ähnlichem, aber wird wahrscheinlich nicht in Deutschland gewesen sein. Ja, es gibt Leute, die hassen Juden dermaßen, dass sie sagen, ja, wir machen sie einfach hernieder, weg damit. Ja, hatten wir in Deutschland schon mal, obwohl das keine Menschen einer anderen Religion waren, sondern völlig fehlgeleitete, dämliche, ja, Deutsche, sag ich mal, zu denen selbst ich gehöre, aber man sieht doch, wo das mittlerweile alles hinläuft. Das macht mich traurig, bin nicht ehrlich. Ja, da hat man so lange nie wieder gesagt und jetzt kommt dieses wieder, aber von der anderen Seite, von der Seite des politischen Islams und das ist eigentlich etwas, das darf man nie zulassen hier in Deutschland, das generell, also an sich sollte jeder auf die Straße gehen können, ohne Angst zu haben, ob er in welcher Art und Weise jetzt rausgeht, dass er dafür in Gefahr spricht, zusammengeschlagen zu werden. Also natürlich alles im Rahmen unserer Gesetze. Also natürlich jetzt, man kann natürlich nicht in einem gewissen Aufzug auf die Straße gehen, ohne Klamotten oder so, aber ihr wisst ja, was ich meine, man sollte nicht auf die Straße gehen können und ein religiöses Zeichen tragen und dann in Gefahr geraten, dafür zusammengeschlagen oder Schlimmeres zu werden. Ja, aber genau das ist doch das, was momentan passiert. Und da heißt dann, ja, der Antisemitismus in Deutschland hat wieder zugehalten, zugenommen, aber ich sag's mal ganz ehrlich, wie kann eine Regierung, die mit dafür verantwortlich ist, Tausende, Zehntausende von antisemitisch denkenden Menschen ins Land zu lassen und dann zu sagen, unsere Staatsräson ist die Existenz des Staates Israel und jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Also Punkt eins frage ich mich, warum spielt man das so hoch? Ja, wenn jemand den und den Glauben hat, der und der Erfolgsangehörigkeit zugehört, dann ist das so. Es ist schlimm, dass man überhaupt darüber reden muss. Das ist meine ganz persönliche Meinung. So, der zweite Punkt ist, die haben Hunderttausende ins Land gelassen. Hier sitzen rein theoretisch ganz viele, die jetzt nur noch darauf warten zu sagen, jetzt schlagen wir los und dann gucken wir mal, was passiert. Also, Verzeihung, hier läuft alles momentan in die falsche Richtung und vor allen Dingen diese Heuchelei, auch seitens unserer Bundesregierung, finde ich ein Witz. Das sage ich ganz ehrlich. Sieht man ja im Chat, hier steht, wir sind mehr Palästinenser als Deutsche, was könnt ihr schon machen? Ja, danke und genau, ich danke für diese Aussage. Könnt ihr den mal wegschmeißen, den Psyk? Lass ihn drin, ich fotografiere das gerne, aber daran sehen die Leute doch, was hier tatsächlich momentan im Gange ist. Sie tun alle so, oh Brumbeer, übrigens Chanukka, Samer, Samer, verdammt, falsch ausgedrückt, mein Freund Harry. Gut, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand Hebräisch, außer Hob, könnte vielleicht Hebräisch lesen können. Nein, aber genau das ist dieses Ding, auch diese Heuchelei und wenn die irgendwann mal hier auch in unserem Land losschlagen, Entschuldigung bitte, wir hätten dem doch, egal wer, gar nichts entgegenzusetzen oder glaubt das irgendjemand anders. Ich komme gerade von einer Pro-Palästina-Demo, so viel Lügen habe ich noch nie gehört. Ja, ich habe mir auch zwei, drei Videos angeguckt, also ich muss eins sagen, das nennt man Geschichtsrevisionismus, also man verändert das irgendwie so ein bisschen, aber okay. Harry, ich hoffe es geht dir ja gut, ich habe gesehen, du hast mich angerufen, wir telefonieren morgen, weiß nicht, ob du noch im Krankenhaus bist, ich will das jetzt hier auch nicht groß erzählen. Naja, aber so ist das. Ganz ehrlich, also ich meine, auf TikTok sowas zu machen, das ist ja eine Sache, aber wenn man auf der Straße ist und da Islamkritik äußert, ich sage mal so, da sieht man jeden einzelnen Gesichtszug von denjenigen und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. also, ja, ich sage dir ganz ehrlich, du kannst das Christentum, das Judentum, den Islam, den Buddhismus kritisieren, aber du musst es machen dürfen, ohne zu fürchten, dass irgendeiner kommt und sich, Entschuldigung auf Deutsch gesagt, absticht. Und da müssen wir doch mal ganz ehrlich sein, die Einzigen, die das machen, kommen doch aus einem ganz gewissen Kulturkreis. Mir persönlich ist das fürchterlich egal, welche Hautfarbe jemand hat, welche Religion jemand hat, welche sexuelle Ausrichtung jemand hat. Mich interessiert, wie sich jemand mir gegenüber und anderen gegenüber verhält, wie er sich benimmt. So nach, so werde ich ihn behandeln in dem Moment. Ja, und der Rest ist mir relativ egal. Wenn ich aber dann merke, dass jemand den Anspruch erhebt, nur das Einzig Wahre zu haben, also Entschuldigung, da muss ich dann leider ein bisschen drüber lachen, aber dieses Lachen wird mir relativ schnell vergehen. Das wird er mir nämlich ganz schnell nehmen. Und das, Entschuldigung, ist in meinen Augen zumindestens mal auf deutschem Boden der absolut falsche Weg. So sehe ich das einfach. Ja, vor allem Nelson, du wirst, wie gesagt, man merkt auch, wann das anfängt. Also ich habe schon mit gefühlt, ich kann natürlich jetzt nicht das genaue Alter sagen, neun- bis zwölfjährigen teilweise schon gesprochen, von Kindern, die genau solche Ansichten leider auch teilen. Also, Sie kriegen es doch beigebracht. Und das Schlimme ist, es geht nicht nur, sage ich mal, in dem Moment um diese Ansicht. Bleiben wir mal bei Deutschland, gehen wir mal von der Religion weg. Bleiben wir doch einfach dabei, was kriegen denn unsere Kinder heute in der Schule, im Kindergarten, sogar schon in Kitas beigebracht. Sei links, sei moralisch, rette die Welt, sei für das Klima, sei dies und das, alles und alles andere denken ist falsch. Das kriegen die schon indoktriniert. Und da gehört natürlich auch dazu, ja, auch die Religion und dies und das. Wir sehen es doch jeden Tag. Und das Problem dabei ist ganz einfach nur, diese Institutionen, die eigentlich Kindergarten, Schule, mal die Aufgabe hatten, Wissen zu vermitteln, eine gewisse Erziehung, die auch irgendwo ein gewisser Standard sein sollte, die sind mittlerweile nicht mehr mit Erziehung und Wissen vermitteln beschäftigt, sondern damit beschäftigt, Leute ideologisch zu trimmen. Und ganz ehrlich, das machen die seit 10, 20 Jahren. Davor habe ich Angst. Wir sehen doch, das ist momentan, die PISA-Studien, wir versagen und diese Meinungsbildung, die wir hier teilweise haben, eine Katastrophe. Du musst teilweise Angst haben. Sorry. Nelson, guten Abend. Hallo. Hallo. Ich wollte nur ganz kurz, danke, dass ihr mich hochgelassen habt. Nelson, ich habe dir jetzt gerade zugehört, ich fühle da, oder es kommt drüber, dass du einfach nur unzufrieden bist mit vielen Dingen, aber nicht genau weißt, wo du deine Unzufriedenheit gezielt hinrichten sollst. Also du springst jetzt von einem Thema auf den Kindergarten rüber und dann kommt es wieder in eine andere Richtung. Das scheint einfach so eine Wutbürgermentalität zu sein. Deswegen... Nee, nicht böse sein. Ich weiß schon ziemlich gezielt, wo, sage ich mal, meine Unzufriedenheit hingeht, aber das Thema wurde gerade angesprochen, deshalb habe ich noch einen Satz dazu gesagt. Wo ist denn? Wie gesagt, ich will hier keine Themen. Nenn mir mal, was ist das Hauptproblem für dich? Was verstehst du allgemein für mich oder in Deutschland? Was ist so der wichtigste Punkt jetzt, der dich am meisten stört an der Situation in Deutschland? Dass ich sehe jeden Tag, dass das, was in Berlin passiert, tatsächlich ein Bruch von Recht und Gesetz ist, dass wir eine Zerstörung unseres Rechtsstaates haben und dass wir ein völlig verantwortungsloses politisches Handeln gegenüber jeglichen Prinzipien wirtschaftlicher Vernunft haben. Und dass wir momentan dieses Land fälschlicherweise mit Menschen fluten, die angeblich flüchten, die es aber nicht tun, wir sie dann als Fachkräfte angeboten kriegen und hier tatsächlich ihre Ideologie teilweise kriminell verhorten. Und da bin ich ganz ehrlich, mag ich, gefällt mir nicht. Naja, die Ukrainer machen, nein, pass auf, die Ukrainer interessieren mich doch überhaupt nicht. Jetzt fang du nicht an, das zu vermischen. Ich glaube, ich glaube, du weißt ziemlich genau, was ich gerade gemeint habe. Du musst es genau erklären. Flüchtling ist nicht gleich Flüchtling. Richtig. Und wir reden ja auch, wir reden ja auch tatsächlich, auch wenn wir vom Thema hier, von der Fahne ein bisschen abkommen, wir reden ja tatsächlich über Menschen, die nach Deutschland kommen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich unterscheide, ich hoffe, ich darf das kurz sagen, drei verschiedene Kategorien. Es gibt Menschen, die kommen nach Deutschland, weil sie hier mit uns leben und arbeiten möchten, unsere Kultur akzeptieren und sagen, ich habe das erkannt, ich mache mit. Wunderbar, herzlich willkommen, überhaupt kein Problem. Und genau das meine ich selbst. Genau definieren, ganz kurz, Nelson, bevor du dich wieder in den Schalt von Worten versteckst und die anderen nicht reden lässt. Du hast mich gefragt. Entschuldigung. Ja, genau, deswegen müssen wir auch definieren, wenn du Flüchtling sagst, müssen wir auch, und du hast jetzt kriminelle Machenschaften erzählt und dies und das, da müssen wir auch klar definieren, wen wir meinen. Nicht, dass jemand, der jetzt das Wort Flüchtling hört, auch denkt, ah, die Ukrainer von dem an, das sind ja auch Flüchtlinge. Oh, siehst du mir die Chance gegeben, meinen Satz? Nee, ich erkläre es, glaube ich, man mag die auch gar nicht zuhören, du laberst am Stück, das ist ja noch nicht. Ja, wunderbar, aber wenn du mir die Frage stellst, muss ich einfach selber nicht, was du willst, komm. Immer scheißen, Digga, geh mal richtig. Du repräsentierst gerade, du repräsentierst gerade so schön die Menschen. Du schmeißt die alle Leute, ich wollte es gerade erklären, du musst den Leuten auch die Chance geben. Ich hätte gerne was dazu gesagt. Also pass auf, ich mache es dann. Und es gibt dann tatsächlich, danke, Wiedersehen, du hast dich sehr gut gezeigt gerade, herzlichen Dank. Und es gibt in der Tat, das war das, was ich sagen wollte. Du lässt die Stimme sprichst, Nelson, du lässt die Menschen nicht ausreden, damit wir kein Gespräch führen. Siehst du, es stört dich jetzt auch, dass ich die Antwort oder irgendwas sagen kann. Nein, aber du lässt mich doch gar nicht erstmal meinen Satz beenden. Ja, mach das. Guck mal, du hast mir eine Frage gestellt. Ja, mach das mal. Und die Höflichkeit gebietet es, auch wenn es vielleicht zwei Minuten dauert, etwas dazu sagen zu dürfen. Ich wollte gerade unter anderem diese drei Kategorien sagen, natürlich gibt es Menschen, die flüchten, die tatsächlich einen Grund haben. Das heißt, in dem Land herrscht Krieg. Da ist jemand verfolgt. Der hat Amt um sein Leben. Natürlich sind die uns willkommen. Die bekommen doch auch unsere Unterstützung in Form, dass wir sagen, Dach über dem Kopf, Klamotten, was zu essen, was zu trinken. Ja, sogar ein gewisses Geld, das man am sozialen Leben teilnehmen kann. Wenn das bestätigt ist, haben wir doch überhaupt kein Problem damit. Da habe ich kein Problem damit. Das hättest du mich vielleicht sagen lassen dürfen. Dann hätten wir uns das Gespräch gerade erspart. Aber trotzdem gibt es auch, und jetzt komme ich zur anderen Kategorie, Menschen, die hierher kommen unter völlig falschen Voraussetzungen, weil sie glauben, einfach in unser Sozialsystem zu kommen, sich hier durchfüttern lassen, weil die das zu Hause erzählt bekommen haben und dann merken, nö, das ist gar nicht so, darüber hinaus auch noch kriminell werden, weil die gar nicht hier sein dürften. Dagegen habe ich was. Ganz einfach, siehst du, eine Minute länger und schon hätte ich es dir erklärt. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich habe gerade nicht gehört. Nein, Spaß, es gibt mir das zu. Es ist das erklärt und ich finde, du hast auch recht. Klar, jetzt verstehe ich dich. Natürlich. Weil ich hätte dich aussprechen lassen sollen, ja. Tadaraba. Und jetzt sagt keiner mehr was. Okay, wir sind aber auch ein bisschen vom Thema abgekommen. Ein Blitzchen, ich glaube ein bisschen zu viel. Danke für eure Zeit, ich gehe wieder raus. Ich habe keinen Bock auf dieses. Ja, ja. Schau mal, wenn du nicht hier sein willst, keiner zwingt dich hier zu sein. Ja, deswegen gehe ich ja auch wieder raus. Ich sage dir, dir noch einen schönen Abend. Danke euch auch beim Zuhören von Nelsons Monolog. Ja, ja. Danke trotzdem. Also ganz ehrlich, wenn du die Führung von meinem Stream kritisierst, mach das gerne ruhig in den Kommentaren, aber ganz ehrlich, dafür brauchst du nicht hochkommen. Nein, also für mich war das okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das gewöhnt, aber das ist okay. die, die mich kennen, wissen, ja, es dauert vielleicht mal eine Minute länger, aber ich versuche es dann immer ausreichend so zu erklären und witzigerweise glaube ich tatsächlich, dass er seine Frage jetzt selbst beantwortet bekommen hat. Aber ich will auch hier nicht länger nerven. Ja, ganz ehrlich, keinen bei der AfD, der ich kenne, pauschalisiert in diesem Bereich. Ganz ehrlich. Deswegen. Nee, tun wir nicht. Tun wir ja auch nicht. Und deshalb habe ich eben gesagt, ich habe da wirklich, und das haben wir auch, es ist zwar schlimm, Menschen einzukategorisieren, aber Fakt ist doch, wir haben Menschen, die kommen zu uns, die meinen es ehrlich, die wollen hier mit uns leben und arbeiten und ich sage es nochmal, herzlich willkommen, da hat keiner was dagegen. Ja, egal, welche Religion du hast, welche Hautfarbe, das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ein beidseitiger Nutzen da ist, und das muss ich auch ganz klipp und klar sagen, herzlich willkommen, finde ich doch toll. Aber, wenn jemand schon betrügt bei der Einreise, weil er seinen Pass wegschmeißt, ja, mir gar nicht sagen will, wer er ist, mit seinem Alter lügt und nur darauf aus ist, in unser Sozialsystem einzuwandern und jetzt dann feststellt, na all die Versprechungen, die er gemacht bekommen hat in seinem Herkunftsland, für das er vielleicht auch noch Geld bezahlt hat und dann darüber hinaus auch noch kriminell wird und ich rede jetzt nicht von einem Ladendiebstahl, dass er Kaugummi klaut oder so, mein Gott, aber hier wirklich übergriffig wird oder sonst was. Nein, da sagen wir klipp und klar, A, natürlich hätte der gar nicht hier sein dürfen, aber B, sagen wir, nein, tschüss, auf Wiedersehen, Gastrecht, Asylrecht verwirkt, klipp und klar. Und das ist auch nicht verhandelbar, sorry, ist unsere Position und die verteidige ich auch. Ja, ganz klar und man muss, wie gesagt, auch schauen, wollen hier Leute reinkommen, strukturell, um ein anderes politisches System hier zu etablieren und dagegen, weg, ganz ehrlich. Ja, ganz klar, man muss schauen, wenn jemand hier in unser Land einreist, man muss ganz klar schauen, okay, wer will hier überhaupt rein und wenn das alles genehmigt ist, nach den Richtlinien kein Thema. Wie gesagt, jeder, der wirklich hier auch was an diesem Land verbessern will, herzlich willkommen in unserem Rahmen. Aber wer hier ein anderes System, unter anderem die Scharia, dann etablieren will, der kann gern da bleiben. Gar keine Frage. Und das ist ja genau immer die Diskussion, die AfD ist grundprinzipiell gegen den Islam. Nö, das ist falsch. Ich habe kein Problem mit einem Menschen, der Muslim ist, der seinen Glauben so lebt, es für sich tut oder in seiner Gemeinschaft, auch in der Öffentlichkeit, solange es im Rahmen bleibt. Aber sobald es anfängt, hier unser politisches System, unser Zusammenleben, unser abendländlich, christlich geprägtes Leben zu beeinflussen oder zu verändern, da muss ich ganz klipp und klar sagen, nein. Und das muss man sagen dürfen. Es ist, Entschuldigung bitte, immer noch unser Land. Ich wollte mich jetzt auch verabschieden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, gesegnete Feiertage und man hört sich. Danke. Dir auch. Einen schönen Abend. Danke. Danke schön. Ciao. 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 Ich denke nicht, dass das falsch ist, was ich gesagt habe. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, überhaupt kein Thema. Die Frage ist, kann man darüber überhaupt diskutieren? Ist eine Diskussion, ein Austausch überhaupt mit Leuten, die zum Beispiel dann, da haben wir wieder das Problem, extremistisch denken, egal in welche Richtung, Befürworter oder dagegen, kann man mit solchen Leuten überhaupt vernünftig reden, weil die nur ihr eines Ziel im Kopf haben. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Aber ich will jetzt hier den Stream auch nicht mit meinen, wie sagt der andere, Monolog sprengen, weil man mir nicht zuhören kann. Ja. So, Hope. Show ist drin. Ihr könnt gerne gerade ruhig euch ein bisschen unterhalten und dann kommen wir wahrscheinlich auch bei dem Thema. Bleiben wir beim Thema. Ja, schau. Ich suche noch Schuko-Senk. Ich auch. Ich habe ihn auch gesucht. Ich habe bis jetzt immer noch keine Nummer bekommen. Ja. Nee, jetzt mal im Ernst. Kurze Frage an Nelson. Bist du für Waffenlieferung an Israel? Also, würdest du sagen, Deutschland sollte weiter Waffen liefern? Hola, hola. Hola. Shalom. Also, ich bin prinzipiell überhaupt gegen Waffenlieferung, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann. Das war's. Mehr wollte ich nicht wissen. Also, erst mal. Naja, du weißt ja schon, worauf ich hinaus will. Du hast ja, wenn du das ja schon beantwortet hast, ich finde schon, dass man anstatt man Waffen liefern tut. Wenn ich, wenn mein Bruder mich anruft und sagt, yo, ich habe Stress mit jemandem, sage ich nicht, komm, hier nimm ein Messer und wir gehen jetzt hin. Ja, aber da würde ich schon sagen, komm, wir gehen mal mit dem reden. Vielleicht klären wir das mit schönen Sätzen. So, vergleichen wir das mit. Es gibt tatsächlich Situationen, da bringt Reden nichts mehr und ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Falle bringt Reden auch tatsächlich nichts. Aber ich sage dann auch, also ich bin auf jeden Fall jemand, der dafür ist, dass, ja, so lächerlich blöd, wie es anhört, Frieden herrscht. Genau das Gleiche habe ich auch mit Russland und der Ukraine. Wir können der Ukraine noch tausend Millionen Waffen liefern, die werden Russland nicht besiegen. Das ist zwar nicht schön, aber es ist einfach nur mal ein Fakt und man hätte schon viel früher diplomatische und gescheite Beziehungen aufnehmen müssen. Ich persönlich und wir auch als Partei sind definitiv immer gegen Kriegshandlung. Und auch in dem Moment, wo ich sage, Israel, klar, die haben das Recht, sich zu verteidigen. Es war ein terroristischer Anschlag, aber hier sind die Ausgangssituationen. Ich will dich nicht unterbrechen. Tut mir leid, falls ich... Tust du, aber gut, bitte. Nein, nein, bitte. Nein, mach, mach, alles gut. Ich wollte nur, weil ich das vergesse immer, wenn jemand eine lange Rede hält, will ich immer sofort auf etwas einhaken. Alles gut. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Würdest du nicht sagen, dass das nichts mehr mit Selbstverteidigung zu tun hat, wenn man so viele Kinder umbringt und so viele Menschen? Ich meine, die Todeszahlen kennen wir ja von der UN auch bestätigt. Die gehen ja an die über 20.000. Ich meine, ich verstehe schon, was ihr meint. Selbstverteidigung bin ich auch für. Jeder darf sich selbst verteidigen, aber findest du nicht, dass es wirklich schon... Naja, Selbstverteidigung kann man es nicht mehr nennen. Nein, ist es auch. Nein, pass auf. Ich sage es dir gar nicht. Warte mal, Show, warte mal ganz kurz. Das Ding ist halt, wir wissen, was die Hamas gemacht hat. Die hat Gräueltaten begangen, das hat mit Selbstverteidigung nichts zu tun. Leichen geschändet. Die haben, also, sorry, dass ich das so sage, die haben Gruppenvergewaltigung an dem Tag auch begangen, an israelischen Frauen sich Sexlovin genommen und sowas, was sie gemacht haben, hat überhaupt nichts mit Selbstverteidigung oder so zu tun. Die Hamas selber will einfach nur Israel auslöschen, dass sie Zivilisten entführt haben, Kinder und Frauen, dass sie Zivilisten getötet haben, das verneint ja keiner. Aber, was man auch wissen muss als Außenstehender, dass jeder, jeder in Israel mal gedient hat. Jeder, der in Israel lebt, hat mal gedient. Niemand, der in Israel lebt, hat nicht gedient. Das ist nicht. Außer die Religiösen. Ja, und auch die Muslime, die Beduine, die Drusen, die müssen nicht, die können. Die wollen, Der Großteil der Bevölkerung, der Großteil der Bevölkerung in Israel, muss dienen. Das ist ein Fakt. Ja. Ähnlich, ähnlich, ähnlich wie in der Schweiz. Aber es gibt auch sehr viele, die nicht müssen. Da kannst du irgendwas machen, das du nicht musst. Die Muslimen müssen nicht, die Drusen müssen nicht. Man hat mir erzählt, dass man da irgendwie studieren muss oder so. Wenn man im Studium ist, dann hat man vielleicht eine Ausrede. Aber es gibt ein paar Freikarten, aber nicht immer. Aber es geht darum, dass die Muslime nicht müssen, aber die wollen. Und dann dürfen die. Es gibt aber, die Beduinen. Kannst du mir zustimmen, wenn ich sage, es gibt die Wehrpflicht in Israel und dass jeder mal gewährt hat, also gedient hat, meine ich? Sorry. Nicht jeder. Fast jeder. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber es gibt natürlich, ich rede nicht von Juden, von Muslimen. Ey, könnt ihr bitte diesen Haus Pörner hochnehmen? Ich habe schon mit ihm geredet, dass er seinen Namen ändert und er hat sich auch dafür entschuldigt. Würde mich auch, vielleicht können wir auch heute mal mit ihm etwas anders diskutieren. Wer denn? Der mir gerade die Rosen geschickt hat. Der mit dem... Internationale. Genau. Ja, Moritz, dein Part. Moritz, der hat doch gesagt, dass er seinen Namen ändern möchte, dass er das einsieht und ich finde, wenn jemand seine Fehler einsieht, den kann man eine Chance geben. Dann würde ich mal, wie gesagt, ich habe mich mit der Thematik bei ihm nicht so beschäftigt. Wie gesagt, wenn er jetzt nicht versucht, irgendwie den Stream hier zu leiten... Ich bin, oder was sagst du? Nee, nee, nicht leiten. Also, der soll jetzt nicht... Ich habe kein Problem damit, solange er bei Fakten bleibt und nicht wieder anfängt wie gestern. Genau, genau. Ich habe kein Problem. Ich will jetzt schon nicht, wenn Scho mit ihm reden möchte, wie gesagt, ich bin der Letzte, ich nehme mich dann auch ruhig zurück. Ich habe da gar kein Problem mit. Nee, ich finde auch, dass der wirklich Ahnung hat. Also wirklich, also auch, guck mal, jeder darf ja, was heißt jeder darf? Wenn er, wir haben ihn ja aufgeklärt, wir haben klar geäußert, dass wir dagegen sind und dass wir mit sowas nicht reden möchten. Er hat gesagt, er wäre bereit, uns zuzuhören, dass wir seine Fakten nicht kennen. Wie gesagt, wir reden irgendwann anders darüber, aber er hat mir gerade geschrieben, dass er seinen Namen ändern wird, dass er... Ja, er ist ja oben. Scho, er ist schon oben. Ach so, oh. Hi. Okay, also Scho, was willst du denn damit sagen, ob die Leute, also die in Aussicht hier gewinnt haben, hat mir erzählt, dass jeder, abgesehen von den Religiösen, so hat er das gesagt, abgesehen von, ähm, selbst die, die studieren müssen, die jetzt im Studium sind, es gibt eine Zeit, ähm, wo sie dann zwei Jahre Zeit hätten. Und da sollten sie, müssten sie dienen. Ähm, wenn sie es nicht täten, dann würden sie in den Knast kommen. Also, dass... Du hast eine Pflicht mit 18, ja. Aber stimmt es das auch, wenn man nicht dient, dass man... Ja, natürlich, wenn du auch ins Ausland flüchtest, vor deinem Dienst, äh, und innerhalb von zehn Jahren kommst, gehst du auch ins Gefängnis, ja. Okay, da, aber warte, warte, damit ich das nur ganz kurz verstehe, wie viele, ähm, wie viele in Israel hast du vielleicht, ungefähr eine Zahl, weil, ich glaube, also mein Kumpel hat mir jetzt keine Zahl genannt, die sich auf die Welt beruht, aber er hat mir gesagt, dass fast 80, 85 Prozent der israelischen Bevölkerung mal gedient hat. Ich kann dir keine Zahl sagen, ich kann dir nur sagen, dass, ähm, es Ausnahmen gibt, ich kann dir sagen, dass die Beduine, Drusi, Moslems nicht müssen, aber können, sehr viele von denen möchten es, auch freiwillig, und, äh, fertig, ja, du kriegst dann, äh, so eine Einladung, vor allem, wenn du da wohnst, ich hab das freiwillig gemacht, die haben mich nicht gezwungen, ich hätte sozusagen eine Erlaubnis bekommen, dass ich nicht dahin muss, äh, hab aber trotzdem gemacht, bin trotzdem hin, und fertig, und, ja, aber nicht alle, also 100 Prozent sind das auf jeden Fall nicht. Toda Rabah. Also ich kann das, ich hab das gerade rausgesucht, die Wehrpflicht, äh, in Israel, also das Gesetz über den Armeedienst, äh, 1986 und die Befugnis, es im Ausland durchzusitzen, Geld für jeden Bürger des Staates Israel, im Land und im Ausland, auch wenn sie andere Staatsbürgerschaften besitzen, und auch dann, wenn sie ständig im Ausland leben, kann man sie verhaften, ne? Ja, pass auf, also, äh, und auch dann, wenn sie ständig im Ausland leben, es gilt ebenso für ständige Einwohner, was, doch, äh, der Satz war richtig, hat sich ein bisschen komisch angehört gerade, also nochmal, es gilt ebenso für ständige Einwohner Israels, auch wenn sie nicht israelische Staatsbürger sind, die Pflicht zur Ableistung des Grundwehrdienstes gilt für jeden Mann, der für den Dienst tauglich befunden wird, und zwischen 18... Genau, genau, das wollte ich, darauf wollte ich gerade hinaus, also, das heißt, jeder, Freunde, damit wir das ganz kurz... Nein, das ist nicht jeder, Leute. Aber die Frage ist, Entschuldigung, über was... Die Moslima, die Drusen, und die Beduine müssen... Aber wie viele Staaten haben das denn auch, davon mal abgesehen? Nein, ganz kurz. Ihr bittet euch, in Deutschland, in der Schweiz als Mann hat ein Gewehr im Schrank. In Deutschland könnte es auch bald Krieg geben, heißt aber jetzt nicht, dass die Bundeswehr oder so... Ja, aber warte mal, weißt du, wir haben das abgeschafft. Wir haben es ja abgeschafft. Damit wir dich vorbereiten. Schau, Schau, weißt du, wie die Armee überhaupt in Israel aufgebaut ist? Weißt du, was da passiert? Weißt du, dass nicht alle Leute dort das machen, also nicht alle kriegen ein Gewehr, nicht alle machen das, was du denkst, dass die irgendwo stehen? Jeder könnte aber ein Gewehr haben, wenn er möchte. Nein, erst mal nein. Okay, der muss gedient haben, soweit ich weiß. Aber Schau, was ist schlimm daran? Nein, das funktioniert nicht so. Hör mir mal zu... Was daran schlimm ist, sage ich dir. Ich finde es falsch, seine eigenen Mitmenschen zu zwingen, die Wehrpflicht zu leisten. Sag ich auch, warum. Ich habe mir ein Interview heute gegeben, deswegen spreche ich das Thema auch gerade an, von israelischen Bürgern, also Zivilisten, die jetzt 17, 18 sind gerade mal und auch in israelischen Gefängnissen sind und sie haben gesagt, ja, wir wollen eindeutig nicht in die Armee gehen, wir wollen keinen Krieg unterstützen, wir wollen nicht kämpfen. Das hat nichts mit Krieg zu tun. Das hat mit Krieg nichts zu tun. Guck mal, schau, schau, du verstehst es falsch. Diese Menschen werden nicht angehört. Ich finde die Wehrpflicht allgemein falsch, auch in Deutschland sollte ich jetzt nicht. Die müssen zwei Jahre für Deutschland aus, das würde der Kriegszustand aussprechen. aber in Israel ist immer Kriegszustand. Ja, stopp, stopp, darf ich, darf ich, Wehrpflicht falsch. Also ich, darf ich zwei Sätze sagen? Nicht falsch, muss ich sagen. Zwei Sätze, zwei Sätze bitte. Wir haben in Deutschland immer noch Wehrpflicht. Sorry, die Wehrpflicht kann es geben, aber gezwungen ist falsch. Mit Knastdrohungen. Ja, was ist denn eine Wehrpflicht? Leute aus dem Ausland, die draußen leben wollen. Hallo? Wenn ein Jude, ein Israeli draußen leben will und nicht kämpfen will, dann wird er auch draußen leben wollen. Aber er kämpft doch, hallo, schau, warte mal, bevor jemand was sagt. Es geht gar nicht ums Kämpfen. Show, nicht jeder kämpft, ja? Eine Armee, gib das in Google ein, lass es dir erklären, aus was dir alles besteht, ja? Diese ganze Armee, diese ganzen Leute, wie das aufgebaut ist, das sind diese Menschen, die mit 18 Jahren sozusagen dahin gehen, ja? Da gibt es Leute in der Küche, dann gibt es Leute, die Papierkram machen, dann gibt es Frauen, die andere Sachen machen. Denkst du, jeder kriegt ein Gewehr in die Hand gedrückt und muss kämpfen? Nein, da gibt es Spezialarbeiter. Die machen das, die werden ausgebildet, nicht ein Monat, die werden ausgebildet, fix, ja? Die sind auch da drinnen, die sind auch nicht nur drei Jahre da drinnen, die gehen dann auch weiter und die machen das, ja? Nicht irgendeiner, der 18 ist. Und jetzt mag ich schnell erklären. Wir haben auch in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht, die ist nicht abgeschafft, sie ist nur ausgesetzt. Wie hat sich die Wehrpflicht in Deutschland denn dargestellt? Du kannst deinen Kriegsdienst, so nannte sich das damals, oder deinen Wehrdienst an der Waffe verweigern und du machst einen Sozialdienst. Ja, du gehst zum Roten Kreuz, Zivi, sonst irgendwas. In Israel gibt es da keinen Unterschied. Aber, was macht denn zum Beispiel ein 18-Jähriger in der israelischen Armee, der zum Beispiel als Sanitäter ausgebildet wird und tatsächlich auch im Land aushilft? Es gibt da einfach keinen Unterschied. Aber vom Grundgedanken ist das letztendlich dasselbe. Auch du machst dann in dem Moment einfach für eine gewisse Zeit einen Dienst an deinem Land. Aber das heißt nicht, dass du jetzt da vorne irgendwo an der Ecke sitzt und das Gewehr in der Hand hast. Das ist der Unterschied. das waren zwei Sätze. Also, Nelson. Nö, es waren vier, glaube ich. Ey, da oben. Hör mal zu. Lass ihn aussprechen. Wir fangen jetzt nicht damit an. Ich war fertig. Alles gut. Er war fertig. Ich habe es selbst gemerkt. Der ist gut. Alles gut. Der Brudi oben, der ist immer was Timing angeht. Perfekt. Alles gut. Nee, komm, lass ihn mal aussprechen. Hau bitte. Bitte. Also der, ich weiß nicht, wer gerade gesprochen hat. Bitte. Was ich einfach nur sagen wollte, Werpflicht ist schon seit Jahren ausgesetzt. Das ist ja, was völlig falsch ist in Deutschland. Was gleichzusetzen ist, damit, dass wir keine haben. Du kannst sie wieder einsetzen, aber du kannst auch ein Land haben, welches gar keine Wehrpflicht hat. Und wo ist der Unterschied zum Aussetzen und gar keine haben. Also außer, dass man das wieder einschöpft. Ja, also ich, okay, dann frage ich dich ganz konkret, aber ich will nicht zu weit vom Thema abschweifen jetzt. Du hast ein Land, da hast keine Wehrpflicht, du hast ein Land, da hast die Wehrpflicht ausgesetzt. Die Wehrpflicht kann wieder eingesetzt werden in einem Land, wo die Wehrpflicht ausgesetzt ist. Woanders gibt es sie nicht. Wo ist der Unterschied jetzt? Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen weiter ausholen, um zu verstehen, was ich sagen wollte. Deutschland hat die Wehrpflicht. Sie ist ausgesetzt. Das heißt, wir setzen sie derzeit nicht durch. Die Wehrpflicht in Deutschland heißt aber auch gar nicht mal prinzipiell Wehrpflicht, sondern sie heißt mehr oder weniger, so wie wir das zum Beispiel gerne hätten, einfach einen Dienst an deinem Land. Und zwar egal, ob du jetzt zur Bundeswehr gehst oder ob du zum Beispiel für ein paar Monate eine soziale Aufgabe übernimmst. Wir hatten zum Beispiel ja auch während der Wehrpflicht in Deutschland viele Kriegsdienstverweigerer, so nannte sich das. Das Wort ist heute ein bisschen hart, aber ich sage mal, Verweigerer, die nicht zur Bundeswehr wollen, die haben einen Sozialdienst gemacht. Die waren beim THW, die waren beim ASB, die waren in Krankenhäusern, die waren beim Rettungsdienst und ganz ehrlich, die fehlen uns heute und die fehlen uns ganz extrem. Was ich aber damit sagen wollte, ist, so wie das in Deutschland lief, dass zum Beispiel die Menschen sagen, nö, ich will nicht zur Bundeswehr, ich mache einen sogenannten Zivildienst, war dann ein sogenannter Zivi. Den Unterschied gibt es in Israel nicht. Da bist du halt in der Armee, aber auch da kannst du für ganz unterschiedliche Teile eingesetzt werden. Und nur weil du eine olivgrüne Uniform trägst, heißt das nicht, dass du mit der Waffe in der Hand in der Küche bist, sondern du kannst auch in der Küche sein, du kannst Sanitäter werden, du kannst sonst irgendwas machen. Es gibt diesen Unterschied einfach nicht. Du bist halt in der Armee, aber du kannst in ganz anderen Teilen eingesetzt sein. Vom Grundprinzip ist das der deutschen Wehrpflicht mit diesem Ersatzdienst sehr ähnlich, weil du kannst dir ja auch aussuchen, wo du hingehst. Aber der Grundgegen, dass man sagt, man tut halt mal für eine gewisse Zeit etwas für sein Land. Der ist exakt der gleiche, den ich auch absolut zu 100 Prozent verteidige. Nur in Israel gibt es keinen Ersatzdienst. Ich wiederhole es nochmal. Dann hast du halt die grünen Klamottenhand. Du bist halt in der Armee. Aber ich sage es nochmal, das heißt nicht, dass du unbedingt dann an der Grenze stehst und schießt. Nein, nein, du wirst getestet. Da passieren sehr viele Sachen. Eben. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Ja, ja, die gucken, ob du überhaupt das kannst, ja. Ob du überhaupt in dieser Lage bist, dass du das machen kannst. Die Frauen hauptsächlich machen Papierkram, ja, und machen andere Sachen, interne Sachen, dass überhaupt die Armee funktioniert, ja. Da gibt es ganz viele Punkte und, ja, und wer das nicht mitmachen will, ja, dann hat er ein Problem. Und ich kann sagen, ich würde es nochmal machen. Ich bereue es nicht. Nein. Oder sage, das war scheiße. Nein. Dann lernst du einfach sehr, sehr viel. Und ja, mein guter Kumpel, der ist jetzt weit über 50, er ist israelischer Staatsbürger, lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Er hat seinen Einberufungsbefehl gesagt und hat gesagt, gut, ich nutze die Zeit, ich bin mal wieder zu Hause. Und ja, er hat mal wieder vier Wochen die Uniform angezogen und ist dann wieder nach Hause gefahren. Und das ist aber in jedem Land letztendlich so. Guck dir mal, deshalb habe ich eben das Beispiel gesagt, guck dir mal die Schweiz an. In der Schweiz hat es so ziemlich, schade, dass Bigger gerade nicht da ist. Boritz, kannst du einen größeren Graster bitte machen? Danke. Da hat so ziemlich jeder männliche Bewohner der Schweiz ein Sturmgewehr im Schrank hängen, wenn es hart auf hart käme, sein Land zu verteidigen. Und das ist meiner Meinung nach absolut nicht falsch. Jetzt muss man natürlich die geografische Lage, gegen wen sollte sich Deutschland momentan verteidigen? Wir haben in Europa, in der Europäischen Union nur Freunde um uns rum. Also hier gäbe es eher nicht die Befürchtung, dass einer von denen, Frankreich, Holland oder so, auf die Idee käme, jetzt Deutschland zu überfallen. Also bei uns ist das wieder noch eine andere Geschichte, wobei ich es auch total falsch finde, sage ich nochmal, die Wehrpflicht auszusetzen, alleine, weil uns die Ersatzdienstleistenden total fehlen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Israel handhabt das anders. Israel sagt, ja, jeder, der dazu in der Lage ist, hat einen Dienst an seinem Land zu machen. Wir haben halt nur das Militär, aber wir setzen die Leute auch dementsprechend ein, wo die Befähigung da ist. Sei es im medizinischen, im bürokratischen, sonst irgendwas teilt. Aber du hast halt für eine gewisse Teil einfach deine Militäruniform an. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und ich kann mal ganz, ganz, ganz kurz was fragen. Und zwar, es geht ja um die Bundeswehr jetzt zum Beispiel, die Bundeswehrpflicht oder die Grundausbildung. Jetzt stellt euch doch mal folgendes vor. Wir haben ja schon mal jemanden gehabt, wie ein Urlaub Scholz oder eine Baerbock, die uns da, wüssten die Leute von außen nicht, dass die ein bisschen doof in den Kopf sind, relativ ins dunkle Licht gestellt. Jetzt überlegt euch mal folgendes Desaster. Jetzt brauchen wir die innere Sicherheit oder die Bundeswehr muss jetzt aktiv werden. Wir machen jetzt mal einfach so, so, alle ab 18 müssen jetzt zum Krieg zum Beispiel oder zur Verteidigung. Und passend kommt das Martinshorn. Zur Verteidigung ganz kurz, ganz kurz. Lass mich kurz reden. Nein, ich meine das Martinshorn im Hintergrund. Was? Ja, sorry, ist gleich vorbei. Was ist das Problem? Mit einer Grundausbildung, die man dann hat. Guck mal, ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten und vor allem auch Leute aus der Ukraine. Ja, ist ja egal. Diese Menschen teilweise keine Grundausbildung haben. Was wollt ihr sein? Wollt ihr Kanonenfutter werden oder was ist los? Was ist denn das Problem? So eine Grundausbildung, die ja nicht nur fürs Schlimmste da ist, sondern auch für, ja, dass es mal wieder ein bisschen Männer sind. Hier laufen alle gepumpte Männer rum mit Rasierklüge unter den Armen. Ja, aber sowas wollen sie dann alle nicht machen. Verstehe ich, ich verstehe es nicht. Was ist denn los? Was ist denn das Problem? Genau das ist das Problem. Also ich möchte auch kurz eine Sache sagen. Ganz kurz bitte, der Schuko-Sing geht gen Z und habe kein Interesse an der Schuko-Sing. Komm erst mal vorbei. Hast du gesehen, dass der da ist? Ja, der ist unten. Brudi, ich warte immer noch erst mal noch von Sala und dann wollte ich nur sagen. Super, ich habe hier gerade eine Frage gestellt. Hallo? Da antworte ich gerne tatsächlich in dem Moment sehr schnell drauf. Die Aussetzung der Wehrpflicht war ein totaler Fehler aus zwei Gründen. Du hast sie beide genannt. Punkt eins. Es hat auch was mit Charakterbildung, es hat auch was mit Teamwork, es hat auch was mit Wer bin ich später einmal zu tun, aber das kann die Generation Z, leider nenne ich sie so, mittlerweile nicht mehr nachvollziehen, weil die in ganz anderen Sphären schweben. Und ja, wir hätten tatsächlich momentan ein Problem, weil niemand da wäre. Aber ich sage ganz ehrlich, egal in welchem Bereich du irgendwann mal irgendwas gemacht hast, sei es in der Bundeswehr, sei es auch im Sozialdienst, Teamwork zu lernen, Charakterbildung zu haben, mal zu sehen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, etwas anzupacken und ich gebe dir zu 100% recht, genau das ist das, was unserer Generation, die jetzt momentan, die das nicht mehr erlebt hat, fehlt. Sorry, das ist meine eine hundertprozentige Meinung. Die Männer sind nicht da, die pumpen sich nur, die pumpen sich nur, die wollen von außen wie Männer aussehen, sind aber innen total verweichlich. Sorry, dass ich das sagen muss. Kann ich jetzt kurz was sagen? Also ich habe nur eine Sache und zwar, weil der Scho das angesprochen hat, dass das ja quasi dann alles Soldaten sind oder sowas. Letztendlich waren die vielleicht alle in der Armee in speziellen Bereichen und sowas. Das heißt aber nicht, dass die alle im Sinne schuldig sind, dass sie die Palästinenser so falsch behandelt haben. Nicht jeder hat das wahrscheinlich gemacht, weißt du. Das heißt, selbst das rechtfertigt nicht das, was die Hamas gemacht hat. Muss man einfach dazu sagen. Ja, und ich will gerade vielleicht, vielleicht, also A, die Frage von eben, hast du? Ja, habe ich. Punkt 2, du hast gerade das Wort Soldat benutzt. Definier mal Soldat. Was ist denn ein Soldat? Ein Soldat ist nichts anderes als ein bewaffneter Angehöriger, eine Armee oder einer Streitkraft oder einer Organisation. Das heißt, selbst, jetzt kommen wir wieder zum ursprünglichen Thema, ein religiös motivierter Mensch, der seine Sache verteidigt, ist in dem Moment tatsächlich bewaffnet, ein Soldat. Naja, er muss ja auch einen Sold dafür bekommen, normalerweise, also das zählt ja auch noch dazu. der Sold kommt bei anderen Menschen halt von oben in Dankbarkeit für die Belohnung, die dann irgendwann kommt, aber darauf will ich jetzt wirklich nicht eingehen. Also, ich wollte noch eine Sache sagen, ich wollte noch eine Sache sagen, ich wollte noch eine Sache sagen, Schur, was machst du da? Ich zeige nur, ich habe Schuppusen gefunden. Achso, ja, okay, ich wollte nur eine Sache sagen, Schuppusen. Oh, jetzt fährt noch mal kurz auf, lass ich aber ausreden. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil letztendlich, was da auch abgeht und so, auch wenn das unverhältnismäßig ist oder sonst was, die IDF, also die Soldaten, die diese Befehle ausführen, das sind Befehlsempfänger, das heißt, den kannst du nicht mal wirklich Schuld geben, weil das sind Soldaten, die führen den Befehl der Regierung aus und sonstiges, die kriegen Anweisungen und die führen diese Anweisungen durch, dass da manche, egal wie viele es sind, dass da Leute sind, die auch brutal sind und vielleicht auch menschenverachtend sind oder sonst was, da musst du die einzelnen Personen davon wirklich ankreiden, aber du kannst nicht die IDF doch viel schuldig machen, was da passiert letztendlich, sondern da musst du an die Befehlshaber gehen, die das befehlen. Und die kriegen das wahrscheinlich auch von der Regierung und das würde tatsächlich, wenn man es genau nimmt, jedes Land so machen, das heißt auch in Deutschland, wenn Deutschland sagt in Afghanistan, ihr geht ja jetzt hin, ihr räumt auf, ihr sichert da Ressourcen oder sonst was, egal welcher Kriegsgrund das ist oder sonst was, die machen das, die Soldaten machen das, das ist ein Befehlsempfänger, die Kader machen das auch, da ist ein Unterschied. Warte mal, wenn jemand, wenn ein Soldat merkt, das was er macht, ist gegen das geltende Recht beziehungsweise ist gegen Menschenrechtskonventionen etc., die diese Armee anhängt, dann muss er diesen Befehl verweigern, das ist Verpflichtung. Ja, ja, ist klar, aber du weißt, es gibt in jeder Armee, gibt es welche, die juckt das nicht, die nutzen das dann auch aus, diese Macht, die sie haben. Sagen wir jetzt mal, ein Offizier würde, den untergebenen Befehlen hier, dass man Zivilisten abschlachten soll, dann hat man, dann muss man, dem Befehl widersprechen. Genau. Darf ich das zitieren? Aber ich meinte, es gab ja auch diese Videos, weißt du ja selber, wo die IDF dann an einem Panzer diese Leute hinterhergezogen haben, gibt es ja ein Video, so als Beispiel, aber das ist nicht die ganze IDF. Weißt du, worauf ich hinaus will? Es sind dann wieder diese Einzelfälle in dieser Armee, damit kannst du nicht auf die ganze Armee ziehen. Aber wenn ich die Armee rausholen. Du darfst aber auch nicht vergessen, wie oft Soldaten gezwungen wurden zu schießen, weil man ihre Kinder vorgeschickt hat mit Sprengstoff um den Körper oder auch Frauen vorgeschickt hat mit Sprengstoff. Diese Soldaten, die stehen selber in Zweifel mit sich selbst und die sind traumatisiert. Es ist keine Behauptung, das ist Tatsache. Es ist Tatsache, das ist sowas gar nicht. Es gab es nicht mal schlau. Sie müssen nicht rausgeführt werden, wenn das von oben durchkommandiert wird. Ja, das ist ein bisschen viel Durcheinander hier. Ich zitiere nur gerade bezüglich Befehlsverweigerung. Also in Deutschland beispielsweise sagt das SG, also das Soldatengesetz, Paragraf 11, Gehorsam, Absatz 2. Nicht wundern, ich kenne die tatsächlich auswendig, hat mit der Sache meiner Tätigkeit zu tun. Egal. Ein Befehl darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. So, das heißt im Umkehrschluss, du musst aber auch erwarten, dass der Soldat erkennt, dass dieser Befehl nicht rechtens ist. Und jetzt ist wiederum die Frage, wen bilde ich hier in unteren Chargen, in unteren Rängen aus, um ihm vielleicht die Möglichkeit zu geben, zu erkennen, ist das jetzt rechtmäßig oder ist es nicht. Und selbst wenn du Zweifel hast, musst du diesen Befehl definitiv erst mal ausführen. Du kannst im Nachhinein gerne sagen, okay, der war nicht rechtswidrig, ich verklage meinen Vorgesetzten dafür. Aber letztendlich musst du es tatsächlich erst mal tun, wenn nicht zu 100% nach Paragraf 11, Absatz 2 für dich eindeutig erkennbar ist, dass dieser Befehl rechtswidrig ist. So läuft es in Deutsch. Ich weiß nicht, wie es in anderen läuft. Du meintest die Mannschaft, ne? Nein. Das sind ja die, die zum Ausführen der Befehle von oben gegeben sind. So ist das nun auch. Das ist ja die Mannschaft. Du warst doch beim Militär. Du kennst doch die Mannschaft. Du weißt doch, was die Mannschaft ist im Dienstgrad. Ja, selbstverständlich weiß ich das. Über die hast du ja gerade gesprochen. Und ich denke, sogar die sind so gut gebildet, dass sie das wissen. Weil das ist Grundwissen, das wird dir auch als Reservist beigebracht. Bist du Reservist oder warst du Berufssoldat, wenn ich das fragen darf? Möchte ich hier in diesem Chat jetzt nicht erörtern. Das lernst du ja direkt in der Agat. Das lernst am fünften Tag spätestens solche Grundsachen. Also ich sage mal so, nach knapp acht Jahren mit dem einen oder anderen Stern auf der Schulter, weiß ich schon, wovon ich rede. Also was ich eigentlich nur sagen wollte, damit will ich mich auch verabschieden, man sollte da nicht alle über einen Kampf scheren tatsächlich. Das sind halt Menschen, die auch Befehle ausüben, die auch das Geld verdienen, die quasi auch Familien haben, die die versorgen müssen, halt Berufssoldaten. Das macht uns die Armee nicht anders, tatsächlich. Dass da bei uns auch nicht alles in Ordnung abgelaufen ist, ist einfach ein Fakt, kannst du genauso sagen. Und ja, ansonsten dürfen wir auf der ganzen Welt keine Soldaten mehr haben. Aber ich glaube auch nicht, dass das eine Lösung ist aktuell. Leider ist das in der jetzigen Welt überhaupt nicht vorstellbar, so traurig das klingt. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass jedes Land sich verteidigen muss und darf, wenn es darauf ankommt. Es kann nicht sein, dass wir das Land wie in Deutschland, wenn es darauf ankommen würde, unser Land verteidigen zu müssen, die Möglichkeit nicht haben. Oder Menschen reinziehen, Müttern die Söhne wegnehmen, die nicht mal ansatzweise wissen, was sie da tun. Und dass man denen in zwei, drei Tagen dann beibringt. Leute, ganz ehrlich, wir leben nun mal leider Gottes in einer gefährlichen Welt. Und es kann jederzeit, wir wollen es alle nicht, aber wir müssen realistisch sein, es kann dazu kommen. Und dann bin ich lieber froh, so traurig das klingt, dass mein Kind etwas Ausbildung genossen hat, wie dass man mein Kind rauszieht, in einen drei, vier Tage Kurs steckt und dann losschickt an vorderster Stelle. Dann wisst ihr, was das ist. Das ist dann Kanonenfutter. Nicht mehr und nicht weniger. Und man muss ja das... Wo wird das denn gerade gemacht? Also wie kommst du darauf? Und man muss eine Sache... Weil immer darüber debattiert wird, wegen dieser Bundeswehrpflicht. Ja, aber eine Sache... Die Grundausbildung, das war eigentlich mein, das war mein Ziel. Das ist für mich eigentlich keine Diskussion. Denn das tut auch den Schutz des Kindes, des Sohnes geben. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn es aufgerufen wird, Reservisten und alle zwischen 18 und 60, dann haben die da anzutreten. Und dann machen sie die Grenzen dicht und du kannst nicht weg. Was machst du dann? Unterm Tisch dich verstecken. Ich finde, so eine Grundausbildung, es muss keiner Berufssoldat werden. Es muss sich keiner verpflichten in dem Sinne. Aber eine Grundausbildung... Perfekt gesagt bin ich dabei. Ich wollte nur sagen, ich bin mal kurz raus. Eine Grundausbildung braucht jeder. Ich wünsche, ich muss eine halbe Stunde mal raus. Würde, wenn ihr später noch da seid, mich freuen, wenn ich noch mal rein darf. Also Toda Rabah an alle, ein Ereftof und Shalom Aleichem. Ich bin mal weg. Ciao, ciao. Und eine Sache noch, man muss ja auch sagen, so ein 7. Oktober, jetzt abgesehen davon, dass das eventuell eine Falls Flag sein könnte, aber ich kann es nicht beweisen, deswegen kann ich auch nicht davon ausgehen, muss man einfach dazu sagen, wenn jemand sowas ausführt, dann ist da Hass dahinter, also wirklich Hass dahinter. Und wenn eine Seite so hasst, dann hat die andere Seite auch einen Grund zu hassen. Der Hass ist überall vertreten. Guck mal, das ist schon wieder einseitig. Der Hass ist überall. Das ist einseitig. Das ist nicht einseitig. Das bedeutet, das ist beidseitig. Sorry, dass Sie reinkrietschen, aber ich höre nichts, ich muss noch mal ganz raus. Das ist gar nicht schön. Du tust dich gerade in die Opferrolle begeben und du sagst, der Hass hat da, deswegen so. Das ist für mich die Opferrolle. Ich rede jetzt einfach nur vom logischen Denken her. Wenn der Hass von den Hamas besteht, auf die Israelis, dann besteht auch von den Soldaten der Israelis der Hass auch auf die Hamas. Das ist einfach ein Fakt. Ich sage dir nur, ich sage dir nur, kein Mensch lässt sich selbst. Warte mal bitte kurz. Der Unterschied da. Die israelischen Soldaten müssen sich an Regeln halten. Die müssen sich an Normen halten. Aber nicht. Tun sie aber nicht. Die Hamas muss sich nicht an Regeln halten. Im Gegenteil. Die Hamas selber konnte an diesem Tag machen, was sie wollte. Wie gesagt, Ja, und die Israelis können seit 75 Jahren machen, was sie wollen. Sie nehmen Wohnungen weg wie Monopoly. Ja, aber du kannst dich als israelischer, schau mal, du kannst als israelischer, da musst du dich an Regeln halten. Wohnungen wegnehmen und Menschen töten ist aber ein Unterschied, ne? Schau mal, du kannst als israelischer Soldaten nach Gaza gehen und da irgendwie random auf Deutsch schießen. Das funktioniert nicht. Das hat ein blöder Vergleich gewesen. Komm, ich nehme deine Wohnung weg, und dann ist es so. Das war jetzt ein schwacher Vergleich. Nani, ich komme jetzt vorbei. Wo wohnst du? Nein, nein, zu der Siedlungspolitik. Kann ich deine Wohnung haben, bitte? Das ist für Leute. Leute, die Siedlungspolitik kommt die Kommentare wieder an. Die Siedlungspolitik ist auf jeden Fall schlimm. Bevor ich Menschen töte, kannst du meine Wohnung haben, ja. Die Siedlungspolitik gebe ich dir komplett recht. Also bei der Siedlungspolitik ist auch Deutschland eigentlich genau auf derselben Seite. Die sagen das selber, dass die Siedlungspolitik nicht in Ordnung geht. Ist ja richtig, aber dieser Vergleich zwischen das, was gerade passiert, und Wohnungen wegnehmen, war mir jetzt seit ein bisschen flach. Also ich weiß persönlich nicht, wenn man mir bis zum Ende nicht zuhört, dann ist es auch flach. Ja, sorry. Also ich weiß auf jeden Fall, also wenn das jetzt, ich bin ja einer, der guckt das auf neutraler Sicht, auch mit false flag eventuell. Wenn das ein false flag Angriff war, dann ist das absolut zu verachten, und dann muss man das auch rausfinden. Wenn nicht, dann ist das halt schwierig zu beurteilen. Weil wie weit geht es Selbstverteidigungsrecht, wie weit geht es nicht, was muss man, wann ist genug, wann ist zu wenig. Okay, Freunde, könnte ich kurz das Gespräch vielleicht in eine andere Richtung lenken, wenn ihr mir erlaubt? Ja, mach mal bitte. Ja, los, leg los. Schaut mal. Ich bin der Letzte, der nicht Terror verurteilt. Ich bin auch der Letzte, der sich hinter Mörder stellt. Ich bin auch der Letzte, der jemals Terror gutheißen würde. Aber bitte lasst mich ausreden. Und dieser Spruch, den liebe ich, weil es einfach darauf passt, wo Recht zu Unrecht wird. Und ihr wisst, ich will den Spruch gar nicht zu Ende bringen. Wird Widerstand zur Pflicht. Dankeschön. Ja, aber willst du das als Widerstand bezeichnen? Warte doch ganz kurz bitte, sofort. Ich möchte wirklich, weil mir fällt es manchmal schwer zu reden, weil ich auch bei TikTok in letzter Zeit merke, dass ich mich benehmen muss. Ja, ich wurde bis jetzt die letzte Woche schon drei, vier Mal gesperrt. Heute allein zweimal bei Hope. Guck mal, ich möchte, also guck mal nicht, schau mal, würde jetzt Roy sagen, hört mal. Hör mal. Hör mal. Nee, schaut mal, Freunde. Schaut mal. Ey, das wird niemals weggehen. Das ist bei mir verankert. Alles gut, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall. Die Siedlungspolitik wird immer von uns aus, beziehungsweise auch von euch aus, von der westlichen Welt, falsch. Ja, sie wird runtergestuft. Man tut nicht darauf hinweisen, dass es nicht 1.000, 2.000 Siedler sind, sondern 1,4 Millionen. Die letzten 20 Jahre allein. Also, und die werden systematisch bewaffnet. Freunde, ich brauche nicht hier reinkommen und euch Lügen erzählen, aber diese Siedler nehmen unsere Wohnung nicht friedlich weg. Und ganz ehrlich, auch an Nanni Vieh, weil sie gesagt hat, Sie? Wohnung weggehen. Sie bitte. Ich bin kein Vieh. Weil sie gesagt hat, Wohnung wegnehmen ist noch lange nicht schlimmer wie jemanden zu töten. Ganz ehrlich, wenn meine Wohnung weggenommen wird, ja, und ich dann in einem Flüchtlingslager ende und so ich die nächsten 30, 40 Jahre leben muss, dann ist es wie jemanden umzubringen. Man bringt seine Zukunft um, man nimmt ihnen alle Träume weg, und Freunde, ganz ehrlich, diese Siedlungspolitik, ihr tut die so runterschrauben, die Westbank gehört uns, egal ob sie mal zur Jordanien gehört oder nicht. Die Aufteilung wurde, hat man gesagt, die Westbank gehört uns. Wieso tut man Westbank nicht wie Gaza in Ruhe lassen? Viele verstehen nicht, dass Gaza auch ein bisschen für die Westbank einsteht, weil kein Mensch weltweit überhaupt was für die, äh, sagt, was in der Westbank abgeht. Weder das mit der Al-Aqsa-Moschee. Ich meine, warum muss, darf ich nicht in der Al-Aqsa-Moschee beten? Darüber redet ihr nicht. Mir wird verboten, in dieser Moschee zu beten, aufgrund meiner Herkunft, weil ich in Gaza geboren wäre. Ich möchte jetzt mit meinem deutschen Pass nach Tel Aviv fliegen und dann zur Al-Aqsa-Moschee gehen. Darf ich nicht, weil ich in Gaza geboren wurde? Ich muss erst 40, 50 Jahre alt werden. Mir werden Sachen verwehrt, die für einen anderen selbstverständlich sind. Die Klagemauer können Juden besuchen, so oft sie wollen. Die Al-Aqsa-Moschee, ich träume nachts davon, dort zu schlafen und dort zu essen und dort aufzustehen, diese Sicht zu haben. Und nein, Freunde, ihr tut es so, als ob, wie gesagt, ihr tut euch immer in die Opferrolle begeben. Und das finde ich meiner Meinung nach falsch. Wir können beide Seiten ausdiskutieren, aber die eine Seite scharf zu verurteilen, was meiner Meinung nach richtig ist. Man muss unsere Seite 100% verurteilen. Das sind durchgeknallte Wichser. Aber TikTok sportlich natürlich. Aber dass die anderen, die die Waffen haben und die die Flugzeuge haben, auch durchgedreht sind, ihr braucht nicht herkommen und immer so tun, als ob es nur einzelne Leute sind. Das ist wirklich eine systematische Zerstörung. Ich meine, gestern ist auch eine Dame in den Stream reingekommen und hat gesagt, sie möchte wieder gerne Groß Israel. Und Hope hat sie, Hope, ich mag dich. Wir können auch gerne immer reden. Ist wirklich so. Ich mag dich wirklich. Wir konnten bis jetzt respektvoll reden. Aber wenn, stell dir mal vor, ein Araber würde in mein Stream kommen und sagen, ich möchte wieder Groß Palästina und alle Juden sollen weg. So, es ist ja der Gedanke dahinter. Groß Israel oder Groß Palästina. Beides ist für mich gerade nicht in Frage. Also kommt nicht in Frage. Weil wir auch da die Israelis haben. Und tut mir leid, dass ich gerade so im Redefluss bin. Aber Freunde, ich will wirklich versuchen, mal mit euch in diesen Streams auf einen Nenner zu kommen. Weil ich merke, wir streiten uns oft. Vielleicht wollt ihr auch nicht auf einen Nenner kommen, weil es so Spaß macht. Aber für mich, als Palästinenser von dort, möchte ich schon mit euch auf einen gemeinsamen... Und ich würde einmal ganz kurz gerne was dazu sagen, warum ich jetzt mehr auf der Seite von Palästina bin und nicht mehr auf der Seite von Israel. Weil wenn ich mir Israel anschaue, den Menschen dort geht es deutlich besser, als den Menschen in Palästina Streifen. Also das humanitäre Leid, was die Menschen in Palästina erfahren, ist absolut nicht damit zu vergleichen, mit dem... Auch natürlich haben die Israelis großes Leid erfahren, durch das Kidnapping, durch die Raketen, die da eingeschlagen sind. Aber das steht in keiner Relation zu dem Leid, was das palästinensische Volk da erfährt. Und deswegen bin ich mittlerweile, muss ich ganz ehrlich auch jetzt sagen, pro Palästina und nicht mehr neutral. Weil das für mich in keiner Relation mehr steht, was da passiert. Aber Internationale, woran liegt das, dass die in so einer schlechten Situation sind? Du musst dir vorstellen, Israel hatte selber für die Krankenhäuser, für die Versorgung, Benzin... Das ist eine Lüge. Das ist auch eine Lüge. Nein, die haben... Der Schild von Krankenhaus... Oh, lass mich doch mal ausgehen. Ich habe dich ausgehen lassen, jetzt lass mich mal ausgehen. Also... Die Israelis haben Benzintanks rübergeliefert, über das Rote Kreuz da. Die Hamas, und das ist nachweisbar, die haben die Benzintanks denen weggenommen. Die haben die Ressourcen für sich selber gebraucht. Und das ist auch insofern logisch, weil die Hamas selber, denen geht es nicht um den Schutz ihrer eigenen Bevölkerung. Da geht es nur darum, diesen Angriffskrieg gegen Israel so lange wie es geht zu führen. Und wie gesagt, sonst hätten die Zivilisten in den Tunnel reingelassen. Sonst würden die nicht die Infrastruktur, Schulen, Zivilhäuser als Raketenstellung benutzen. Also der Hamas selber arbeitet gegen ihre eigene Zivilbevölkerung. Ganz ehrlich, ich würde mich an der Stelle von Palästinensern nicht gegen Israel beschweren, ich würde mich gegen die Hamas beschweren. Aber wenn das stimmt, Moritz, dann würde ich auf die Straße gehen, den Kämpfer, diesen Kämpfer, den alle so nennen, oder Freiheitskämpfer oder Terrorist oder was auch immer. Wenn ich sehe, ich bin gerade geflüchtet in eine Schule und ich spreche auch gerade für meine ganze Familie, weil es ein Fakt ist, wenn ich gerade mich in einer Schule verstecke, so wie meine Mutter, meine Mutter hat sich auch in Schulen versteckt und an anderen Plätzen, an Essenszentren und, und, und. Da hat sie auch ein paar Tage verbracht in diesen Lagern und ich kann die versichern. Ich spreche jetzt nur für meine Mutter und für meine Familie. Natürlich kann ich nicht für alle sprechen. Wenn wir sehen, da werden Raketen beschossen und kurz daraufhin wird es bombardiert und da sind Kinder von uns und wir wissen, dass das gerade provoziert wurde von unserer Partei oder was auch immer wir das nennen mögen, dann bin ich der Erste, der zu diesem Typen rennt, der das da aufgestellt hat, ihn an seinen Kopf packt und gegen irgendeinen Stein haut, bis er stirbt. Ich persönlich, das ist halt das Ding, was nach außen falsch geprägt wird. Jungs, wenn das stimmen würde, wenn das stimmen würde, wenn das stimmen würde mit den Schulen, mit den Krankenhäusern und versteht mich nicht falsch, wieso, man hat behauptet, die meisten Raketen werden vom Schifferkrankenhaus abgeschossen. Wieso hat man bis jetzt kein Raketensystem dort gefunden? Man hat behauptet, Schulen, 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 werden als Schützpunkt genommen. Wieso haben sie keine Satellitbilder von diesen Ereignissen gestoppt? Weil sie nehmen ja Gaza 24 Stunden auf. Heißt, sie können so guten 4K-Bilder mal ranzoomen und zeigen, ah, da sind Kinder, sie rennen, sie spielen. Oh, schaut mal, das ist ein Beweis dafür, dass das passiert. Gibt's nicht. Fraglich oder nicht, Freunde? Moritz, ich habe auch eine Frage an den Weg. Genau, Moritz wollte eine Frage stellen, die stelle ich mir gerade auch, ist es denn möglich, in Palästina gegen die Hamas zu demonstrieren? Weil du kommst ja aus Palästina, so geht das? Nee, der Dings hat ja gesagt, du bist ja erschossen. Nein, auch nicht, dass du erschossen wirst. Du kannst natürlich deine politische Meinung haben, zum Beispiel haben wir die gelbe Flagge an unserem Haus, die, die gegenüber sind, haben die grüne Flagge. Ja, jeder weiß, was es ist. Wir sind vertagt, die sind Hamas. Und an unserem Haus steht groß gesprüht drauf, Ayasra Arafat, was auch immer, irgendwelche wichtigen Leute, die für unsere Geschichte eingestehen, wie man das auch sagen kann. Aber, wenn du jetzt rein auf die Straße gehst und demonstrieren willst gegen die Hamas, die werden nicht erschossen, aber das wird nicht erlaubt. Also, das kann ich sagen. Das wird nicht erlaubt, aber erschossen wird niemand. Freunde, man kann, Hamas kann uns nicht erschießen. Wenn die uns erschießen, die verlieren uns dann als Bürger. Das verstehen wir auch nicht. Wir verlieren die Menschen aus Gaza. Show, guck mal, was war das Erste, was die Hamas gemacht hat, als sie bei der letzten Wahl, bei der einzigen Wahl gewählt worden ist? Direkt danach. 2006 meinst du jetzt? Ja. Guck mal, was ich dir sagen kann, die haben die PLO rausgeschmissen. Die haben meinen Vater verjagt aus dem Land. Die haben nicht nur rausgeschmissen, die haben auch politische Gegner ermordet. Ja, und darf ich was dazu sagen? Ja, klar, gerne, aber das ist doch, warte mal schon. Wer hat denn den Auftrag gegeben, Brudi? Wie, wer hat denn den Auftrag gegeben? Nein, nein, von wo haben sie die Waffen? Jeder kennt ja das Black Row hier. Also, das ist so ein Vertrag. Da hat man gesagt, dass sozusagen man die Hamas selbst kreiert hat, weil man sie finanziell unterstützt hat, um die PLO zu stützen. schon, ganz kurz. Bitte, guck mal. Also, die Hamas wurde 1901 gegründet, 86, 87, 87, 87. Und da wurde sie unterstützt von Israel, finanziell, aber nicht mit Waffen oder sonst irgendetwas, weil man ausgegangen ist davon, dass der... Wer war das gerade? Falastin? Dankeschön. Danke auch an... Wie lange wurde sie denn unterstützt? Ganz kurz. Ich bin, wie lange? Ja, ganz kurz bitte. Ich bin ja noch nicht fertig. Also, ganz kurz. Also, 87 bei der Gründung wurden die finanziell unterstützt von Israel, weil man davon ausgegangen ist, dass es eine Wohltätigkeitsorganisation ist. Der Gründer, der Hamas, hat sich sehr, sehr verdient getan in dieser Region, im Gaza, durch Wohltätigkeit, wohltätige Zwecke. Er ist nie negativ aufgefallen und sonstiges. Und Israel hat das mit unterstützt als Gegenpol zur PLO. Ja, das ist die Lüge. Die Wahrheit ist... Ja, aber Echo. Warte, ich habe doch dort gelebt, Bro. Ich brauche dir keine Lüge erzählen. Ich habe dort gelebt. Ich habe das erlebt, wie sie meinen Vater verjagt haben. Ich habe aus dem Fenster geguckt und gesehen, wie mein Vater losläuft und sagt zu mir auf Arabisch, sag niemandem, dass ich weggehe. Es geht hier um mein Leben. Und denkst du nicht, dass ich nicht weiß, dass sie meinen Vater umbringen wollten? Bruder, mein Vater wurde von der Hamas festgenommen, gefoltert. Mein Bruder wurde von der Hamas festgenommen und gefoltert. Denkst du nicht, dass ich ein paar Sachen verurteilen? Denkst du nicht, dass ich die Eier habe? Doch, das denke ich. Hier zu sagen, dass sie uns auch schlecht tun, aber uns umbringen, tun sie niemals. Show, show. Die Hamas hat nachweislich sich Gegnern, also politische Gegner in Gaza, haben die sich entledigt. Okay? Nein, nein, nein. Die wollten, die dachten sich, wir haben jetzt Waffen, der Bürgermeister damals von Gaza, der in Israel war, also der hat gesagt, wir kriegen die PLO hier nicht raus, die sind hier verzweigt, da ist einer, da ist einer. Die einzigen, die sie rauskriegen würden, sind die Einheimischen, weil die wissen ja, wo wir sind. Show, guck mal, die Information. Das ist historischer Fakt, das sind Belege, es gibt Belege dafür, es ist historischer Fakt. Die Hamas hat sich direkt nach der Wahl politischen Gegnern entledigt. Und es war die einzige Wahl, seitdem her gab es keine einzige Wahl mehr im Gazastreifen. Und keiner hat mehr irgendetwas anderes gewählt. Ich bin auch der Meinung, dass viele Palästinenser nicht mehr für die Hamas sind, das auch gar nicht wollen. Und es gibt auch Umfragen, die das bestätigen, gerade jetzt auch nach diesem Elend, was da jetzt gerade ist. Es gibt sehr wohl viele Palästinenser, die wissen... Also ich sehe nicht, dass Hamas diesen Elend veranlasst hat. Ich sehe aus meiner Sicht, ich stelle mich zwar klar gegen die Hamas, aber andererseits stehe ich für die Hamas, weil sie mich beschützen. Das ist auch ein Fakt. Sie haben mich beschützt, meine Mutter beschützt. Warte mal ganz kurz. Wir haben am 6. Oktober eine Umfrage im Gazastreifen gehabt. Und da haben sich 25% für die Hamas entschieden, von den Leuten, die befragt worden sind. Das sind nicht viele. Jetzt ist aber die Frage, das war einen Tag vor dem Anschlag. Das heißt, diejenigen, die in den Anschlag mit verwickelt waren, konnten an diesem Tag schon für diese Umfrage gar nicht verfügbar sein. Weil die Anschlagsvorbereitungen mit verwickelt waren. Vielen Dank, Tessio. Und das ist ja, guck mal, die Frage. Das heißt, es waren ja diejenigen, die da nicht mit dran beteiligt waren. Und da war die Zustimmung bei 25%. Aber ich habe noch eine Frage. Wie lange hat denn Israel die Hamas finanziell unterstützt? Weiß das jemand? Ich kann mir ganz genau sagen, aber bis die sich tatsächlich, wie sagt man, also als sich herausgepuppt hat, dass es keine Wohltätigkeitsorganisation ist, dass man Israel fein ist. Ich mag nicht wirklich, aber ich finde, das zu erwähnen, weil, kennt ihr den Spruch von Yasser Arafat? Wisst ihr, ein berühmter Spruch von ihm? Denn Hamas ist eine Kreation von Israel. Aber guck mal rein, schau, bitte. Guck mal, wie steht das Yasser Arafat? Der Einzige war, der... Denkst du tatsächlich, dass Yasser Arafat... Yasser Arafat hat gesagt, Hamas hat nichts mit Palästina zu tun am Anfang. Und er hat gesagt, das ist eine Kreation von Israel. Ja, warum? Nein, nein, guck mal, eine Kreation ist falsch. Aber guck mal, eine Kreation ist falsch. Er hat im Kern eine Wahrheit ausgesprochen. Ja, Israel hat auch offenkundig, nicht verdeckt, offenkundig, die Hamas unterstützt, offenkundig. Es ist doch ganz klar, dass Yasser Arafat, die Hamas war ja ein Gegenpol, ja, die waren ja die Gegner der PLO. Und es ist doch ganz klar, dass Yasser Arafat sagt, da sind die Unterstützer, finanziell unterstützen die die, also haben sie die auch kreiert. Ja, also im Kern hat er ja irgendwo recht, aber die Kreation, also dass man sagt, die Hamas wurde geschaffen durch Israel, ist eine Lüge. Aber pass auf, ich gehe das mal mit, was du sagst. Ich gehe jetzt mal mit, was du sagst. Ich kann nicht lügen, ich kann nicht lügen. Darf ich ganz kurz was sagen? Aber damit, ich bin, damit implizierst du selber. Wirklich, guck mal, nein Leute, guck mal. Ich habe dir die ganze Zeit zugehört, du hast gerade sehr viel geredet. Ich bin glücklich, nein, 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 das recht, sorry Bruder. Ich werde ich heute auch kurz noch weiterreden, aber okay. Jeden Ansatz, den ich starte, der wird im Keim erstickt, dass es nicht wahr ist, dass es so ist, dass es so ist. Ich will dir deine Erfahrung gar nicht absprechen. Du hast da Familie, du hast da selber auch erlebt, du bist mit deinen Füßen auf diesem Boden gegangen. Okay, deswegen möchte ich dir deine Erfahrung nicht absprechen. Ich stelle auch überhaupt nicht in Frage, dass dein Vater geflohen ist, dass die Hamas hinter deinem Papa her war und sonstige Sachen. Das tut mir wirklich unendlich leid. Also so eine Erfahrung möchte ich selber nicht haben. Gefoltert wurde auch gefoltert. Guck mal, genau, und auch solche Dinge. Auf dem Land verwiesen. Genau, guck mal, solche Dinge. Ich möchte das gar nicht absprechen. Ich möchte das gar nicht runterreden. Das sind alles sehr, 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 sehr schlimme Sachen. Okay, aber nach wie vor, nichtsdestotrotz, es gibt Sachen, die sind einfach belegt und die sind historische Fakten. Und ich gehe jetzt mal mit, sagen wir mal, sagen wir tatsächlich, Hamas wurde von Israel als Gegenpol zur PLO gegründet. In einem guten Zweck, ja, anscheinend, weil die Hamas hat sich ja als Wohltätigkeitsorganisation ausgegeben. Okay, gehen wir das jetzt mal mit. Und selbst wenn Israel das gemacht hat, was ich nicht sage, ja, also ich gehe jetzt nur mal deinen Punkt mit. Ist es denn gerechtfertigt, dass man dann sich umdreht und denjenigen, der einen dann geschaffen hat und finanziell unterstützt hat, dann plötzlich angreift. Die Charter der Hamas kennen wir alle, ja, mit den judenfeindlichen Sprüchen da drin, mit dem Ziel der Hamas, jeden Juden zu vernichten, Israel den Staat zu vernichten und die Auslöschung des... Also wenn man die neue Charter anguckt, die ich mir durchgelesen habe, vielleicht davor habe ich... Die Charter wurde 2017 geändert, die wurde ein bisschen entschwächt, aber wenn du richtig zwischen den Zeilen liest, steht da immer noch, dass sie die Grenze fordern, von da bis da... Also ich habe, ich habe, ich habe, ich habe in meinem Stream, dieses Angebot gilt noch, ich habe in meinem Stream gesagt, bitte jemand, der in der neuen Charter findet, dass da drin steht, wortwörtlich, Hamas will alle Juden töten, der... Nein, 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 ich sage doch gerade... Ich bin, was ich einmal kurz sagen... Ich möchte den Punkt gerne bitte zu Ende bringen. Da steht nicht mehr wortwörtlich, das ist da drin, da steht aber, die Grenze, die die fordern, und die Grenze, die die fordern, beinhaltet kein Israel. Nein, 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 das stimmt nicht. Die Grenzen, die sie fordern, die ich gesehen habe, warte, ich habe mir sogar ein Interview von einem Amerikaner gegeben, von Piers Morgan und noch ein anderer, die verlangen laut der Charter die Grenzen sogar, obwohl das ein bisschen verwunderlich ist, dass sie es überhaupt jetzt nach so vielen Jahren mal ändern und sagen, okay, wir nehmen das sogar so hin, dass man auf den Grenzen von 67, falls ich mich nicht... Das sind die Grenzen von 67. Genau, dass man auf diese Grenzen... Es sind nicht die Grenzen von 67. Wie bitte? Es sind nicht die Grenzen von 67. Kannst du mir das privat schicken, wenn du was anderes... Also heute werde ich es nicht mehr schaffen, weil, wie gesagt, ich bin gleich weg. Ich bin heute ein bisschen unterwegs, ich werde dir das die Tage raussuchen. Ja, ey, ich bin, wir werden noch so viel reden, bin ich mir sicher. Ja, deswegen ist gar kein Problem, aber nichtsdestotrotz, guck mal nochmal, die Hamas hat dann immer noch nicht das Recht, sich gegen Israel zu wenden und diese Sachen da reinzuschreiben und dann auf einmal komplett Israel-feindlich zu sein. Und bis heute, und wie gesagt, guck mal, du kannst doch nicht leugnen, das Interview kannst du dir angucken vom Hamas-Chef, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist, wo er wortwörtlich fordert, Israel auszulöschen. Und das ist auch das... Warte mal, ich würde da gerne ergänzen. Aber ich würde einmal... Ich hatte mich eben schon gemeldet. Lass mal kurz noch kurz ergänzen zu. Ich bin, Artikel 14, das zionistische Projekt ist ein rassistisches, aggressives und separatistisches Projekt und der israelische Staat ist das Werkzeug dieses Projekt und sein Fundament. Ganz klar. In Artikel 20 steht weiter, in Hamas lehnt jede Alternative zu einer kompletten und vollständigen Befreiung von Palästina ab, vom Fluss bis zum Meer. Aber Moritz, was bedeutet denn... Warte, 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 wiederhol das bitte nochmal. Was bedeutet denn Befreiung? In Artikel 20, Hamas lehnt jede Alternative zu einer kompletten und vollständigen Befreiung von Palästina ab, vom Fluss bis zum Meer. Das ist ja dieses From the River to the Sea. Und das ist diese Grenze, die ich dir gesagt habe. Das heißt, im Faktum... Ihr missversteht es, ne? Ihr missversteht... Nein, 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 nein. Ich darf... Ey, guck mal, ganz kurz, bitte. Lass mich darauf eingehen. Ach, okay. Moritz, bitte, du hast gesagt, nochmal, kannst du das bitte vorlesen mit dem, mit From the River to the Sea, also was da steht? In Artikel 20 der neuen Charter. Hamas lehnt jede Alternative zu einer kompletten und vollständigen Befreiung von Palästina ab, vom Fluss bis zum Meer. Befreiung von Palästina. Verstehst du aber nicht darunter, dass sie damit vielleicht auch die Menschenrechte meinen und nicht unbedingt... Überhaupt nicht. Befreiung von Palästina ist das From the River to the Sea. Das ist ja dieser Slogan. Und dieser Slogan, das ist nervöslich. Warte mal ganz kurz. In Bayern ist dieser Slogan nicht umsonst verboten. Dieser Slogan bedeutet... Und das ist die Grenze, von der ich gerade geredet habe. Ja, dieser Slogan bedeutet die komplette Auslösung von Israel. Deswegen ist er in Bayern auch verboten. Und deswegen haben sie auch... Ich verstehe ihn so, dass... Du magst ihn gerne anders verstehen, aber guck mal, das ist das, was ich gerade sagte. Man hat die Charter umgeschrieben, weil man gemerkt hat, das ist einfach zu eindeutig und viel zu krass. Man hat aber diese Grenze von... Ich wusste jetzt nicht den Ausdruck mehr, aber guck mal, ich hab dir vorhin gesagt, die Grenze eingeteilt. Und From the River to the Sea bedeutet, es gibt keinen Staat Israel. Okay, Bruder, wenn du das gerade sagst... Ich hab eine Frage. Darf ich, darf ich, einmal ganz kurz... Nein, ich erst. Lass mich, bitte nur noch diesen Punkt zu Ende machen mit dem Hamas-Chef, mit dem Haniyeh, der vor vier Wochen genau das gesagt hat. Es wird keine Friedensverhandlungen geben. Es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung. Die Auslöschung des israelischen Staates ist das Ziel. Wir werden diese Angriffe noch drei, vier Mal von der Hamas erleben, wie die vom 7. und 8. Oktober. Und die Zivilbevölkerung ist nicht deren Problem, sondern da soll sich die westliche Welt rumkümmern. Und das ist ausgesprochen, aus seinem Mund, das ist der Chef der Hamas. Wieso diskutieren wir noch darüber? Aber ich habe eine Frage, ich bin nur eine einzige Frage. Ich habe auch gesagt, der Chef der Hamas, dass das komplette Volk der Ghazianer Märtyrer sind, die man auch bereit ist zu opfern. Jeder, was da stirbt, wird von der Hamas-Verkung. Der Allat euch versprochen, dass ihr alle ins Blei kommt. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Also ich bin da, ich habe nur eine Frage. Und zwar, ich habe gerade dachten lesen, Netanyahu, also jetzt der Premierminister, hat die Hamas in seiner Ministerpräsidentschaft keine Ahnung, 16 Jahre lang unterstützt. 16 Jahre lang hat er die unterstützt, um die Palästinenser zu entzweien, war seine Strategie. 16 Jahre lang und es war bekannt, also unterstützt finanziell, ne? Und diese Charter, die die Hamas hat, ist ein Jahr nach ihrer Entstehung entstanden. Und glaubst du wirklich, dass Israel nicht wusste, was da drin steht, 16 Jahre lang? Und er hat eine Organisation unterstützt, wo ein Artikel 7 steht, dass sie Israel auslöschen wollen? Boah, das war gerade sehr stark. Das war gerade sehr stark. Das wollte ich nämlich auch sagen. Ganz ehrlich, damit hast du sogar mir einen Knockout gegeben, weil ich das ganz kurz vergessen habe. Wie kann man, wenn man schon die Charter von 87, 88 kennt? Hä? Okay, jetzt hast du gerade sogar bei mir ein Loch in meinem Kopf gegraben. Ja, also letztendlich muss man einfach überlegen. Genau, und ich bin, lass mich auch ganz kurz was sagen, ich bin, das ist jetzt auch schon wieder fünf Minuten her, du hast ja gerade selber gesagt, dass, ich will das nicht jetzt irgendwie wortverzerrt wiederhergeben, aber du hast ja selber gesagt, dass es gut sein kann, dass Israel die Hamas mit aufgebaut hat, oder? Das hast du doch gesagt, so in etwa. Also ganz kurz, ich lese, warte, warte, ganz kurz. Guck mal, ich lese das hier gerade selber. Also, nicht finanziell unterstützt hat er sie 16 Jahre lang, sondern toleriert. Er hat nichts dagegen gemacht. Nein, 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 nein. Ich lese das gerade hier selber. Ich lese das gerade hier selber. Ich kann jetzt auch... Guck mal, nochmal, hier steht, dass er sie 16 Jahre in seiner Zeit als Ministerpräsident toleriert hat, aber nicht finanziell unterstützt hat, okay? Das ist ein ganz weiter Unterschied. Die haben die am Anfang bei der Gründung finanziert und danach nicht mehr und danach haben sie die toleriert, ja? Damit die sich selber unten in Palästina, damit das Volk gespaltet ist, hat er das als Strategie benutzt. Er hat sie toleriert und nicht versucht auszuschalten. Das heißt aber nicht, dass die mit Waffen beliefert worden sind. Das heißt aber nicht, dass sie finanziell hin weiter unterstützt worden sind. Man wusste um ihre Gesinnung, aber man hat nichts militärisch gegen sie unternommen. Das ist ein Unterschied. Nein, nein, ganz kurz, guck mal. Und das ist das... Nein, 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 warte kurz, warte kurz, warte kurz. Sacrifice, ich hab das hier vorne, okay? Ich weiß, was du meinst, ja, ich weiß, was du meinst. Aber hast du dir gelesen, was da in dem Satz steht? Also was er gesagt hat, wortwörtlich. Hast du das Zitat durchgelesen? Guck mal, nochmal. Hast du das Zitat durchgelesen? Nochmal. Ich weiß nicht, welches Zitat, ich weiß nicht, auf welcher Seite du bist und du weißt nicht, auf welcher Seite ich bin, okay? Okay, aber irgendwas zu behaupten, du drehst das jetzt gerade hier so, als ob Netanyahu finanziell 16 Jahre lang die Hamas unterstützt hat und das ist nicht der Fall. Tolerieren, tolerieren bedeutet, bedeutet sie in Ruhe zu lassen, da werkeln zu lassen, um die Palästinenser zu untergraben. Das ist fragwürdig, das ist keine schöne Taktik, darüber möchte ich jetzt nicht urteilen, aber mir geht es um diese finanzielle Unterstützung und dass man immer sagt, Israel hätte das gegründet und Israel, die Hamas ist ja eigentlich im Grunde genommen Israel. Und das hat dein Bericht überhaupt nicht... So, die Frage... Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Direkt, nee, ich hab mich dich verblassen. Jetzt darf ich auch einen kurzem Moment. Ich habe ganz kurz, was Netanyahu gesagt hat. Netanyahu hat gesagt, Netanyahu hat selbst gesagt. Warte mal ganz kurz. Also in Artikel 25, ich hab die Charter von 2017 hier gerade vorliegen, Artikel 25, der Widerstand gegen die Besatzung mit allen Mitteln und Methoden ist ein legitimes Recht, das durch göttliche Gesetze und internationale Gesetze garantiert wird. Im Mittelpunkt steht dabei, der bewaffnete Widerstand, der als strategische Entscheidung zum Schutz und Prinzipien und Rechte des palästinensischen Volkes angesehen wird. Weiterhin im Artikel 26, Hamas lehnt jeden Versuch ab, den Widerstand und seine Waffen zu untergraben. Es bekräftigt auch das Recht unseres Volkes, die Mittel und Mechanismen des Widerstandes zu entwickeln. Also die sagen hier, jegliche Mittel, auch das, was die jetzt am 7. Oktober gemacht haben, sind damit legitimiert. Die haben keine Regeln und Gesetze, wo die irgendwie sich kümmern müssen. Achso, eine Frage an dich, eine Frage an dich. Was eben gesagt wurde, also, dass die Hamas gegründet wurde, um das palästinensische Volk zu... Hast du es denn selber so wahrgenommen? Also kannst du das aus... Weil du hast ja persönliche Erfahrungen, du hast ja einen Erfahrung, Schatz, den haben wir alle nicht. Ich habe die Frage nicht verstanden, weil du gerade kurz auf stumm warst. Ja, also, was eben gesagt wurde... Nee, jetzt bist du wieder auf stumm. Weil ich rausgehe wahrscheinlich. Nee, weil ich gestummt wurde. Also, die Frage, die ja eben in den Raum gestellt wurde, die Hamas, die wurde gegründet, toleriert, um das palästinensische Volk zu spalten. Aus deinem Erfahrungsschatz heraus, stimmt das? Hat die Hamas das palästinensische Volk dort gespalten? Wie hast du die Hamas dort erlebt? Oder konnte man mit denen harmonisch, halbwegs harmonisch leben? Also, von meinen Erfahrungen, ich war zweimal in Gaza. Jedes Mal, bis ich in Ägypten runtergelandet bin, also in Kairo, und die Fahrt von dort aus bis Raffach, die war immer so schrecklich, die war so schlimm, von wie viele Waffen mir an den Kopf gehalten wurden von den Ägyptern, wie viele Panzer auf mich gerichtet waren. ihr wisst schon, wie ich das meine. Und ja, also, wie oft ich mich ausziehen musste. Also, was heißt ausziehen? Nicht in dem Sinne, sondern einfach alle Taschen runter, Kontrolle, das Auto, da drunter. Ab dem Moment, wo ich in Gaza angekommen bin, habe ich angefangen, und tut mir leid, auch wenn es euch nicht passt und ihr das ungern hört, habe ich Frieden gespürt. Ich habe Ruhe gespürt. Ich bin in das palästinensische Saar reingekommen. Das Erste, was passiert ist, ich wurde vom Geheimdienst der Hamas in einen Raum gesteckt, und man hat dann gefragt, was ich überhaupt hier mache, nach so vielen Jahren, weil das letzte Mal, wo ich da war, war dann 2012, dass ich Gaza besucht habe, und dann habe ich zehn Jahre das nicht getan und 2021 bin ich plötzlich dann runtergeflogen und da genau haben sie mich dann zur Seite gepackt, die haben mich nett befragt, obwohl sie trotz dessen einen Verdacht hatten, dass ich vielleicht, ich sage mal so, hartes klingt, ein Verräter bin, sei, vielleicht irgendwelche Informationen rausgeben möchte, ich bin rausgekommen und auch unter anderem bin ich sehr oft in Situationen geraten, wo plötzlich vor mir in einer Waldgegend, wenn ich das so nennen darf, wie sagt man das, also in einer Erntegegend, wo wirklich nur weit und breit nur Bäume standen, irgendwie ist dann, das kann ich nur, ey, das ist zu viel eigentlich, das zu sagen, das ist einfach, der Boden ist aufgegangen, 100 Kämpfer sind rausgekommen, bewaffnet, in Autos reingestiegen, die haben uns das Auto abgesperrt, wie gesagt, das habe ich zwar gesehen, aber mich persönlich haben sie nie... Also bestätigst du, bestätigst du gerade, dass es dort Tunnelsysteme gibt, aus denen auf einmal hunderte von Kämpfern, aus denen ich nicht... Boah, ich sage sogar, ich bestätige sogar, dass diese Tunnelsysteme viel weiter runter, weil guck mal, Freunde, ich habe mir sehr viele Interviews gegeben vom englischen Fernseher, die waren ja auch selbst zu Besuch in Hamas-Tunneln und haben sich da das angeguckt, ich sag euch, die haben da gezeigt, dass da ein, zwei Kämpfer in einem kleinen Tunnel, das, was ich vor meinen Augen gesehen habe, war eine strategisch geplante, das rauskommt von über 100 Kämpfer oder 100, lass es 100 sein, es sind auf jeden Fall vor mir so viele Jeeps stehen geblieben, dass ich irgendwann nicht mehr durchblicken konnte, wie viele es sind, aber was ich gesehen habe, hat mich auf jeden Fall sehr schockiert. Würdest du auch bestätigen, dass diese Tunnel, Eingriffe und alles direkt neben ziviler Infrastruktur sind? Schau mal, jetzt im Kriegsfalle, im Kriegsfall, wenn es jetzt mal Krieg ausbricht, genau wie jetzt, würde ich behaupten, ja, es gibt Gegende, zum Beispiel sagen, wir nehmen mal den Strand, der Rashidstraße am Strand als Beispiel. Israel hat gerade einen Drohnenangriff getätigt, plötzlich, es ist ja sowieso Ausgangssperre, plötzlich öffnet sich der Boden entlang irgendwo der Hauptstraße, sagen wir mal, der Strandstraße und ja, es ist jetzt nicht so, dass wir militärische Gebiete haben und jeder weiß, ah, von da werden sie abgeschossen. Also was mir viele von meinen Verwandten erzählt haben, auch wenn sie selber jetzt das nicht zu 100% wissen, sie sagen, dass das Raketensystem, was die Hamas da unten hat, wie eine Eisen, also ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, wie eine Eisenbahn, die sich bewegen kann, die nicht zerstört werden kann, ich habe es selbst nicht so ganz durchgecheckt, also ist schon sehr kompliziert, mit Freunden, aber ich wollte mich auf jeden Fall verabschieden. Ja, Sacrifice, bleib mal ganz kurz da, ich möchte was zu diesem Artikel sagen, siehst du, guck mal, genau das ist das Problem, wenn man schnell was in den Raum wirft und ich kannte diese Aussage nicht, ich kannte diese Aussage nicht, ich musste das gerade selber erstmal recherchieren und guck mal, direkt eine Minute später findet man, ich möchte das gerne vorlesen, ja, also zu diesem angeblichen Ausspruch, diesen ganzen Kontext, den man auch noch darunter beachten muss, also, während Israel seine Grenzen zum Gaza-Streifen schloss, hat die Hamas reichlich Unterstützung von Organisationen der Muslimbruderschaft auf der ganzen Welt in Klammern und während des arabischen Frühlings unter Obama übernahm die Muslimbruderschaft für rübergehen die Macht in den Ägypten und von Terrorstaatssponsoren wie Iran und Katar. Unter Obama endeten die Angriffe der Hamas und die israelischen Reaktionen in der Regel in einem von Ägypten ausgehandelten Waffenstillstand. Bei diesen Waffenstillständen tauschte Israel einige Zugeständnisse gegen ein Ende der Gewalt ein. Merkt euch das bitte. In den sozialen Medien wurde eine Behauptung aus einem Artikel der extrem linken Zeitung Haaretz über die Finanzierung der Hamas durch Netanyahu verbreitet. Hier ist der tatsächliche Kontext ebenfalls aus der Haaretz, vom 1. Oktober 2019 über diese Finanzierung. In den letzten Monaten das ist jetzt dieser Artikel also das ist jetzt dieser Ausspruch. In den letzten Monaten hat Israel im Rahmen eines inoffiziellen von Ägypten vermittelten Waffenstillstands mit der Hamas im Gegenzug für einen geringeren Raketenbeschuss aus dem Gebiet und einen Rückgang der wöchentlichen Proteste entlang der Grenze einige Erleichterungen gewährt. Es hat Katar erlaubt. Katar, also Israel, hat Katar erlaubt, Millionen von Dollar in Bar zu liefern, damit die Hamas ihre Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bezahlen kann und es hat den Vereinten Nationen erlaubt, ihre Hilfsbemühungen zu verstärken. Netanyahu erlaubte Katar im Austausch für ein Ende der Gewalt Bargeld an die Hamas zu liefern. In den sozialen Medien kursierendes Zitat über Netanyahu und die Hamas stand aus einem Haaretz-Artikel über Netanyahu. Und jetzt kommt dieser Satz, den du gerade ansprechen wolltest. Wer die Gründung eines palästinensischen Staates verhindern will, muss die Unterstützung der Hamas und den Geldtransfer an die Hamas unterstützen, sagte er bei einem Treffen der Knesset-Mitglieder seiner Likud-Partei im März 2019. Das ist Teil unserer Strategie, die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren. Die eigentliche Quelle ist angeblich die Biografie von Haim Ramon, der seit 2009 nicht mehr in der Regierung war und schon gar nicht im Likud tätig. Okay, und er geht so weiter und so fort. Also selbst dieses Zitat ist nicht tatsächlich ein Beweis gewesen, dass er das überhaupt gesagt hat. Es ist von einem Reporter. Nein, nein, warte, warte, ganz kurz, Show. Guck mal, man muss ja auch immer wirklich mal ein bisschen auch recherchieren und prüfen. Es ist ja total unlogisch, dass das sowas gemacht wird und das ist der einzige Artikel, warte mal ganz kurz, der einzige Artikel, warte, noch mal ganz kurz, Show. Show, guck mal, warum... Bitte Google, ich bin... Bitte Google. Blowback. Guck mal, Show, du willst, dass man dich ausreden lässt, ne? Die ganze Zeit. Nein, Mora... Aber du unterbrichst wirklich ständig und ich habe... Wenn du mich unterbrichst, sage ich auch nicht. Wann habe ich dich vorhin unterbrochen? Sei mal ehrlich. Hast du nicht, aber ich wollte dir nur sagen, bevor du es zu Ende... Kannst du nehmen bei Google ein Blowback und dann kannst du das auch vorlesen. Guck mal, noch mal, noch mal. Es ging mir um diesen, um diesen Zitat, um diesen Satz, der geradehin in den Raum geschmissen worden ist, dass Israel 16 Jahre lang die Hamas finanziell unterstützt hat. Ja, also so wie es dargestellt worden ist. Es ist einfach absoluter Schwachsinn. Nur die Haaretz hat in einem Artikel darüber geredet. Ja, denkst du denn nicht tatsächlich, also Israel hat doch mehr als eine Zeitung. Die ganze Welt hat doch mehr als nur eine Zeitung. Es ist doch nicht... Denkt du nicht tatsächlich, denkt ihr nicht tatsächlich, dass die ganze Welt über so einen unglaublichen Ausspruch geredet hätte? New York Times hat darüber berichtet. Und New York Times bezieht sich auf den Artikel von der Haaretz. Nein, nein. Auf, äh, das, äh, auf, äh, zu dir sagen. Times of Resil hat darüber berichtet, die haben gesagt, äh, über Jahre hast du die Hamas geprobt, äh, propped Hamas, äh, entnauer blown in your face. Also, dass ihr die quasi ganzen Jahre unterstützt hat, im Sinne von... Toleriert. Ja, ja, im Sinne von, da kommt Geld hin, ohne dass er es bezahlt, also das nicht soll, aber er lässt das Geld dahin fließen. Obwohl der, sowas in der Tat weiß, die Europäische Union und die ganze Welt schickt Millionen in den Gazastreifen. Ja, 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 ja. Millionen in den Gazastreifen. Worum es da geht, dass ihm das jetzt ins Gesicht plömmt ist, Nein, 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 die schickt er an den Gazastreifen. Die schickt er an den Gazastreifen. Er hat gesagt, man muss die Hamas, an die Hamas schicken, ne? Also, das tolerierte er, dass er es an die Hamas geht. Weil er weiß, dass das Geld im eigentlichen Sinne an die Hamas geht. Welcher Bescheuerte denkt denn, dass das Geld im Gazastreifen an die Bürger geht? Also, ich bitte dich. Ja, die EU tatsächlich. Und das war auch unheimatische Hilfe gedacht, aber bei Netanjahu... Sacrifice, willst du mir tatsächlich erzählen, dass die Millionen, warte mal ganz kurz, die Millionen im Jahr von 2020 bis 2022 2,1 Milliarden Euro sind an den Gazer gegangen. Und jetzt mal ganz ehrlich, sieht der Gazer aus, als ob er 2,1 Milliarden Dollar bekommen hat? Da war schon viel, tatsächlich. Und das ist nur von 2 Jahren? Das ist nur von 2 Jahren? Aber es ist auch egal, das war nur noch mal Tieter-Relt, aber es sind ganz viele Menschen, so 2 Millionen Menschen, was weiß du noch 2 Milliarden. Was die Menschen von Netanjahu gefordert haben, ist, dass man nicht mal das toleriert, okay? Aber selbst das wurde toleriert. Das Geld ist an den Staaten, das Geld ist an Gaza, aber nicht. Aber lies hier das doch mal durch, dass kein Verlustrader darüber berichtet. Glaub einem, glaub einem, ich glaube dem nicht. Ja, ich glaube dem nicht. Ich kann hier ein bisschen was sagen. Ja, ich habe was anderes. Aber guck mal ganz ehrlich, diese 2,1 Millionen... Aber es ist doch merkwürdig, dass du eine Terrororganisation hast, die sagt, wir wollen dein Leben auslösen. Diese 2,1 Milliarden Euro sehen wir an den Hochhäusern, an den Bauten, an den Krankenhäusern, an den Schulen, an den humanitären Einrichtungen, die das Gaza hat. Also wir sehen wirklich, dass das Geld angekommen ist. Oder ist das vielleicht in Raketen geflossen, Waffen geflossen, Sonstiges geflossen? Womit die dann... Also sorry, tut mir wirklich leid, das ist komplett... Und ihr seht, was die Realität ist und wollt uns verkaufen, als ob diese humanitäre Hilfe im Gaza angekommen ist. Das ist lächerlich. Weißt du, was 2,1 Milliarden Menschen bei... Wie viele Menschen sind 2 Millionen? Das sind 2.000 Euro pro Person. Hallo? Leute, pass auf, pass auf Leute, ich muss was sagen. Ich bin eine neutrale Person. Ich komme nicht aus Deutschland. Ich rede Deutsch, habe ich Deutsch studiert. Ich komme aus einmaliger Jugoslawien, wo der Krieg geherrscht war. Pass auf, was der jetzt, der Ich bin, oder wie der heißt, gesagt hat, der Millionen im Gaza geflossen hat, ja, aber das musst du so wissen. Da kann das Geld nicht reingehen bei Hamas oder bei Iman. Das musst du ein Projekt reinlegen, was wird gemacht. Und dann wird das geherrscht, wird gebaut. Pass auf, ich komme aus einem Land, wo das genauso gemacht wird. Also das Geld kommst du nicht in die Hand, sonst bekommst du nur mit den Sachen. Das ist auch nicht das Geld. Was darf ich jetzt? Was darf ich jetzt? Sag mir, sag mir bitte, äh, zum Beispiel, wenn dir irgendwas im, äh, im Gazastreif oder Westjordan gebaut wird, dann muss Genehmigung von Israel bekommen. Die dürfen nicht, die dürfen nicht Keller, die dürfen nicht Keller bauen, die dürfen nicht Bühnen bauen, die dürfen nicht Schulen bauen. in der Area E kannst du bauen, was du willst, oder ich sage, lass mir jetzt, lass mir bitte jetzt ausreden. Und dann, schau mal weiter. In Westjordan, wenn die eine, äh, Palästinenser oder eine, äh, Siegler, eine Antrag stellen zum Bau, Baugenehmigung, dann bekommen die, äh, Palästinenser, nicht einmal, äh, 0,3%, ob, äh, obwohl die, äh, Siegler bekommen, 26% zu bauen. was heißt das? Also, das ist komplett auf den Kontext gezogen. Ich bin eine, ich bin eine neutrale Person. Ich hab, äh, nicht Religion, ich hab mit, mit der, nicht was tun. Also, das ist einfach so. Die Wasser, Regenwasser, die Regenwasser, die Regenwasser gehört zum, zum Frieden. Jetzt, die Regenwasser gehört zum Frieden. Regenwasser ist gerade gar nicht das Thema. Du mal nicht auf neutral. Kommt nicht vom Thema, weich, wir waren gerade bei Thema Finanz, wie, was mit der, Darf ich kurz dazu was sagen? Das war das Thema Finanzielle, Finanzielle, äh, äh, also, das kann der keiner sagen, denn der Geld geht zum Hamas, sonst geht zum Projekt, die Projekt wird finanziert. Das ist fertig. Darf ich kurz genau dazu was sagen? Ja, bitte. Danke. Guck mal, erstens, es kommt auch Geld an die Hamas, aber es geht nicht nur um Geld. Ja, du hast ja gerade gesetzt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der Jugo hat recht. Du hast doch gerade, du hast doch, du hast doch gerade gesagt, das Geld muss in Projekte fließen und alle vom EU, äh, er hat so Ahnung, ganz ehrlich. Darf ich kurz einlenken? Schau mal, sagen wir im Gast. Tut mir leid, es ist einfach so, ich war zwei Jahre mit dem UN, also, du kannst mir nicht jetzt erzählen, dass das Geld geht zum Hamas. Das geht nicht. Die Schule wird gebaut. Pass auf, die bei UN, die Schule gebaut, wo die dann, wo die dann, wo die dann israelische Regierung, die dann alles kaputt gemacht hat. Alles kaputt gemacht hat. Aber ich möchte mich kurz verabschieden, Leute. Kann gleich wieder hochkommen. Warte ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, alle mal leise. Guck mal, ich habe ihn runtergekickt, weil eigentlich war Poli dran und, äh, er hat ihn jetzt nicht ausreden lassen, also komm mal bitte wieder runter. Er kann wieder hochkommen gleich, du kannst eine Anfrage stellen, aber lass jetzt mal Poli bitte seinen Punkt machen und ausreden. Ich will mich kurz, ich will mich überabschieden, ja, macht's gut, Leute. Ich wollte nur so, ich will mich über die Sicht auch irgendwie so, dass man auch ein bisschen über so Dinge nachdenkt. Macht's gut, ciao, ciao. Dürfte ich ganz kurz, ich bin darauf eingehen, was er gesagt hat, der Yugo. Befall hoch, du weiterhörst das Yugo. Ganz kurz, lass bitte Poli ausreden und, äh, alles mal, alles mal, tut mir leid, tut mir leid. Nee, nee, das war ich nicht. Ach so, sorry, dann Poli bitte, oder? Natürlich, natürlich gibt es trotzdem Wege, wie Geld da reinfließt, aber darum geht es nicht. Du hast recht, vieles kommt durch Projekte, aber jetzt musst du dir vorstellen, durch irgendein Projekt werden dann drei Tonnen Beton von der UN, das sind so riesige Säcke mit, mit, mit dieser Betonmischung, die dann in Gase ankommt und die sollen zum Beispiel in Infrastrukturprojekte fließen, den Aufbau von irgendwas und dieses Beton, diese drei Tonnen werden dann dafür genutzt, Tunnel zu bauen, anstatt irgendeine Infrastruktur im Gazastreifen zu bauen und diese drei Tonnen Rohmaterialien und Baumaterialien, die Hamas klaut, die ganzen Kraftstoffe, die Hamas klaut, die werden dazu verwendet, die Terra-Infrastruktur zu bauen, anstatt im Gazastreifen voranzutreiben. Kann ich antworten? Nein, der ist noch nicht fertig, warte. Und darum geht es, das ist ja die ganze Verarsche, es geht nicht nur darum, dass jemand einfach Geld dahin schickt und die Hamas das irgendwie abzweigt. Die Hamas hat internationale Kontensysteme, wo die ihre Spendengelder bekommen. Die brauchen diese EU-Gelder nicht direkt. Die EU investiert in Projekte und die Hamas missbraucht diese Projekte. Fertig aus. Kann ich ganz kurz, bevor Aiden darauf eingeht, was sagen, weil ich finde, ihr könnt immer gerne darüber reden, aber genauso wie ich eine Hauptfrage würde, wie das mit der Wehrpflicht abläuft, solltet ihr vielleicht mal mich fragen, wie es dort damit abläuft. Ich habe mich mit diesem Thema wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt, wie das Geld da ankommt, ob überhaupt Geld ankommt, wer das erhält, wer das rausgibt, an wen er das rausgibt, wie er das rausgibt. Und ich kann euch sagen, der Bruder Yugo hat nicht nur recht, der hat einfach, also ich würde eigentlich mich nur wiederholen, wenn ich jetzt, ja, den, die Situation beschreiben würde, weil ich würde einfach nur das, was Aiden gerade gesagt hat, nachplappern. Es ist wirklich so, die haben, wie strukturiert das Israel macht, dass die Hamas bewusst keine Gelder kriegt, ja, dass sie das Geld an die Menschen in Gaza verteilen. Das heißt, das Geld, wir sagen mal, es kommt eine Spende rein von 20, 30 Millionen und das soll an jeden Palästinenser gehen, dann nimmt Israel das Geld, die wissen ganz genau, wo, wer, wie viel wohnt. Die sagen dann, diese Bankkarte bekommt, diese 100 Euro, diese Bankkarte, also, wie sehr, wie systematisch das Land ist, wie, das, das, Hamas kann drehen und wenden, wie sie will, sie kommen nicht an das Geld ran, sie wollen auch nicht an das Geld ran, das ist Nummer eins. Nummer zwei, guck mal, du hast recht, ich stimme jetzt zu. Meine Cousine, warte, ich stimme jetzt zu. Wir haben aber das Problem, dass die Hamas selber gar nicht, meine Cousine arbeitet, warte, meine Cousine arbeitet in einer Organisation. Schau mal, das haben doch selber die Sprecher der Hamas gesagt, die haben überhaupt gar nicht das Interesse, die Zivilbevölkerung dort zu schützen. Schau mal, wir sind nur zum Angreifen da, wir sind nur dafür, dass die Zivilbevölkerung angeht, juckt uns einen Scheiß und das ist doch eben das Thema. Wenn du deine Zivilbevölkerung, aber wenn es so wäre, wenn es so wäre, wieso gibt es Spaniengelder von der Hamas selbst, abgesehen jetzt von den anderen, Hamas hat selbst Hilfszentren, wo jeder Palästinenser monatlich, wie mein Onkel, Mehl, eine ganze, so dass es ihm das für den ganzen Monat reicht, Gas und so weiter und so fort, die haben, die verteilen Hilfen, erstens, zweitens, meine Cousine arbeitet in einer Hilfsorganisation in Gaza, ich kann gerne die Hilfsorganisation nennen, aber nicht wie meine Cousine heißt, weil sie auch mit auf den Bildern drauf ist von der Hilfsorganisation. Brauchst du gar nicht von der Gäste? Ne, ich sag nur, da sind hunderte dabei, man wird jetzt nicht wissen, welche Frau mit Kopftuch das meine Cousine ist, was ich aber sagen kann, wenn das stimmen würde, dann hätte doch meine Cousine gar keinen Job, sie erzählt, sie macht die Buchhaltung von der Firma, wo sie arbeitet, und sie erzählt mir, wie jeder Cent überwacht wird. Das heißt, wenn Israel oder jemand von außerhalb mitbekommt, und man muss jeden Cent begründen, und es geht einfach nicht, dass man dazwischen kommen kann. Das Geld muss, das Geld muss existieren für uns, dann müssten doch alles, was da an Geld reingepumpt wird, und wie gesagt, die zwei Milliarden, dann müsste das doch, wie gesagt, in Infrastruktur reingepumpt werden, wenn alles so genau wird. Was für Infrastruktur, was sollen wir bauen? Wir können nichts bauen. Israel entscheidet, was rein und rauskommt. Guck mal, Ich habe doch gesagt, das meiste Geld wird kontrolliert, aber das meiste Geld wird kontrolliert. Was hast du gesagt nochmal, Moritz? Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Ich habe gesagt, die Hamas selber, und das hat die selber dokumentiert, haben Wasserrohre zur Versorgung ausgebuddelt, und die zu Raketen umfunktioniert. Willst du was Lustiges darüber hören, Moritz? Das Ding ist, so wird es bei euch erzählt. Weißt du, was bei uns erzählt wird? Und das ist auch ein Fakt. Hamas hat gegraben, gegraben, und beim Graben sind sie auf was Lustiges gestoßen. Sie haben gesehen, dass Leitungen Gaza blockieren, von denen sie, ich weiß nicht, ob das nur Regenwasser war, aber sehr viele Sachen durch diese Leitung auch entwenden. und Hamas hat Kilometer, also wie groß diese Rohre waren und wie viel man daraus bauen kann, stimmt, hast du recht, die haben sie entnommen, aber es ist ein Fakt, dass sie von Israel davor platziert worden sind und nicht von Hamas. Sie haben sie ausgegraben. Ja, natürlich, weil die Wasserinfrastruktur davor von Israel gebaut wurde und sie haben die Infrastruktur den Gazastreifen überlassen. Du weißt, aber das stimmt auch nicht. Israel kontrolliert unsere Wasserstoffe. Aber ganz kurz, ganz kurz, ich wollte kurz was sagen, show das mit dem Geld. Du hast ja recht, Bruder, jetzt ganz kurz, ich wollte mich nur verabschieden. Ich muss mich nämlich weiter fertig machen jetzt. Ich bin heute Abend unterwegs. ich habe mich wirklich gefreut, mit dir zu reden. Mich würde es freuen, wenn du, weil du gerne gerade Sachen vorgelesen hast, wenn du mal bei Google eingibst, ich weiß nicht, ob du Operation davor schreiben musst, aber Blowback mit B. Also Blowback Hamas. Schreib einfach Blowback Hamas, legst du das durch, Bruder. Da gibt es Dokumente, die das belegen von dem, was ich hier sage. Vielleicht können wir später einen anderen Stream darüber reden. Alles klar. Okay. Dann Gottes Segen an alle. Gottes Segen, Herr Ambro. So Gott Willen morgen und hören uns, sprechen uns, schlafen wir. Viel Spaß, wenn die Leute noch rausgehen ein bisschen. Ciao, ciao, Bro. Ciao, ciao. Ciao, Bro. Ganz kurz, was ich sage, ganz kurz nur, wir reden ja immer über die Hamas, aber es ist ja nicht nur die Hamas dort, was ist, ich höre eigentlich nie über die, über die, wie heißt denn die, die PLO und so, weil ihr redet über Korruption, Geld, Veruntreuung, kann es nicht sein, dass auch die, die Vata, PLO, die PLO sind, Ja, dazu können wir sowieso kommen, aber ich möchte nur ganz kurz noch auf Show eingehen, und zwar, Kain hat ja bestritten, dass das meiste Geld auch kontrolliert wird, aber es geht ja, nicht das meiste, das ganze Geld, Bro, also das jeder Cent, das ganze Geld wird kontrolliert, 100 Prozent, meine Cousine, Zitat, meine Cousine, Zitat, wenn ein Cent von den überwiesenen Geldern nicht eingesetzt wird, für die palästinensische Bevölkerung, und das, der Mossad, das Shein B, alle Sicherheitsgeheimdienstorganisationen, Guck mal, du hast ja recht, du hast ja recht, aber darf ich meinen Gedanken zu Ende bringen? Weißt du, was ein Nuss-Shekel ist? Nuss-Shekel, weißt du doch, oder nicht? Ein Shekel, ja. Nuss, Nuss, die Hälfte. Nuss-Shekel. Nuss-Shekel. Jeder Nuss-Shekel, bei uns auf Palästinensisch heißt es so, also der halbe Shekel, jeder Nuss-Shekel bei uns, ich verspreche dir, wenn das nicht auf unser Konto landet, dann ist es vorbei. Es geht ja auch nicht um die Spendengelder per se, die an die Palästinenser geschickt werden, aber es gibt Gelder, die kommen dann nicht bei deiner Cousine an, sondern die werden anders geschleust. Und das ist auch ein Fakt. Du hast recht, das meiste Geld kommt so an, aber auch das Geld, was dann in Infrastrukturprojekte investiert wird, das sind alles Scheininfrastrukturprojekte, die die Hamas dann missbraucht. Wie zum Beispiel mit den Tonnen von Beton, was ich davor genannt habe, oder andere Rohmaterialien, die statt für die Zivilbevölkerung dann der Hamas dienen. Zum Beispiel die Tunnelsysteme, die Menschen in Gaza haben keinen Kraftstoff mehr, wissen nicht, womit sie ihre Krankenhäuser betreiben sollen, obwohl irgendwie trotzdem... Israel ja alles abgestellt hat. Nein, Israel hat nur sechs Tage alles abgestellt. Das stimmt nicht. Das ist bis jetzt abgestellt, Bro. Ich habe Familie dort. Ich habe gestern mit meinem Cousin telefoniert. Okay, ganz kurz, Bro, ganz kurz. Ich hätte gerne eine Frage, Show the World. Du bist ja der Orte, der in Palästina war, oder? Aber ganz kurz, ich wollte nur noch mal sagen... Also, Palästina nicht in Gaza. In Gaza meine ich, sorry. Ich würde dich gerne was fragen. Gerne, du kannst alle Fragen der Welt stellen. Was du vielleicht... Könntest du wissen, wenn zum Beispiel morgen Israel da nicht mehr wäre und dann gäbe es ja dieses Palästina, das, was sich viele wünschen dort, die Unabhängigkeit und so, was halt viele wollen, was für ein Rechtssystem würden sich dort die meisten Menschen wünschen? Also, wollen die dort ein demokratisches Palästina haben oder denkst du, vielleicht wollen die einen Staat nach Scharia haben? Ich finde es halt, ja, also zu der Frage mit Scharia, Scharia gibt es bei uns nicht. es gibt keine Scharia-Polizei. Ich habe Frauen auch ohne Kopftuch gesehen, Frauen leicht bekleidet am Strand, Frauen auch Autos fahren sehen, die... Ich habe sogar Wettrennen gemacht in Gaza mit einer Frau ohne Kopftuch. Es war sehr, sehr lustig. Ich wollte danach ihre Nummer klären, aber das war dann wiederum ein bisschen zu viel. Meine Cousins meinten, wenn du fertig bist, Entschuldigung, wenn du fertig bist, kann ich dann auch antworten. Ja, aber es war halt eine lustige Geschichte. Ich habe Wettrennen gemacht mit so einer Frau und ich wollte ihre Nummer klären, weil sie so süß war. Und dann meinte ich auch zu meinem Cousin, ey, ich meine, ihr seid ja hier schon so locker. Ist das jetzt, darf ich sie ansprechen? Er meinte dann daraufhin so, nein, so locker sind wir nun auch nicht. Aber was ich halt damit sagen will, ist, bei uns Christen, mein Cousin hat, also hat... Wie bitte? Bist du Christ oder Muslim? Verstehe ich. Ich bin, ich bin Alhamdulillah Muslim. Okay. Also... Okay, aber nochmal auf die Frage, würdest du glauben, dass die meisten Palästinenser dort, ja, die dort leben, würden sie sich dann einen, einen demokratischen Staat wünschen oder einen, eher einen islamisch orientierten Staat? Also wenn ich... Ich kann dir nur sagen, was ich von meinen... Wie gesagt, Freunde, ich kann, ich erzähle wirklich immer nur, was ich mit meiner Familie besprochen habe, die Menschen, die da wohnen, wenn ich mal im Taxi saß, mit jemandem gesprochen habe, wenn ich hier mal in einem Café saß, mit jemandem gesprochen habe. Ganz ehrlich, voll viele wünschen sich sogar, dass jetzt endlich der Krieg aufhört und sie entweder gewinnen oder verlieren. Sie sagen, wir wollen langsam ein Ende. Es ist egal, wie es endet. Sie sagen sogar, sie würden sich mehr wünschen, manche in Israel zu leben, weil, guck mal, irgendwann, natürlich Palästina für Palästina, aber irgendwann geht uns auch dieses Free-Palästina auf den Sarg, wenn unsere Kinder die ganze Zeit sterben. Und ja, Israel benutzt leider diese Art und Weise, zivile Opfer zu berechnen und da keine Rücksicht zu nehmen. Und das ist der Grund, weshalb die Menschen jetzt langsam so den, also wirklich es satt haben. Und ja, Scharia-Staat hin oder her, ich glaube, sie könnten jetzt in Gaza die Scharia einführen, wenn sie wollten, also davor, vor dem 7. Oktober. Und wir hätten auch ruhig eine Scharia-Polizei haben können, gab es aber nicht, weil die Hamas keine Scharia will. Die Hamas hat keine Scharia in Gaza eingeführt. Die Hamas verurteilt in Gaza speziell. Guck mal, ich nenne euch mal einen krassen Fall. Es gab mal einen Siedler in Israel, der hat einen Palästinenser umgebracht und der ist am selben Tag noch rausgekommen. Kann ich euch gerne einen Bericht darüber schicken. Ein Christ, als ich in Gaza war, während ich unten war, hat ein Moslem einen Christ umgebracht. Ich traue mich auch, das hier auszusprechen. Guck mal, kannst du erst mal dieses Beispiel mit dem Siedler nennen, der jemanden umgebracht hat und dann rausgekommen ist nach einem Tag? Also der Siedler, das war so in... Kontext. Bitte erzähl den Kontext, weil sowas kann nicht sein, weil in Israel jemand, der einen Palästinenser tötet, auch ein Siedler in der Westbank, der bekommt seine gerechte Strafe dafür. Genauso wie die zwei Idioten, die den Jungen verbrannt haben 2014, die sitzen auch immer noch und werden auch im Gefängnis sitzen, jahrelang. Wie gesagt... Sowas stimmt halt nicht. Guck mal, wenn wir Frieden wollen... Okay, ich frage dich anders, ich frage dich anders. Ist schon mal ein Palästinenser zu Unrecht gestorben von der israelischen Seite? Bestimmt, hundertprozentig natürlich, aber das wurde geahnt. Aber das wurde geahnt. Sag mal, gib mir eine Prozentzahl. Ich habe keine Prozentzahl, das ist nicht die Norm. Ungefähr, sagst du alle, sagst du die meisten, sagst du es nicht so viel, was sagst du deine persönliche Meinung? Die wenigsten, zum Beispiel alle Häftlinge, die jetzt von Israel freigelassen wurden, das sind alles keine unschuldigen Menschen. Die meisten davon, die meisten davon haben entweder Menschen getötet oder versucht Menschen zu töten oder versucht sich irgendwo in die Luft zu sprengen und werden dann bei der Freilassung in den palästinensischen Medien so dargestellt, als ob sie für einen Steinewurf ins Gefängnis kamen, was halt überhaupt nicht stimmt. Also mein Vater saß wegen Steinewurf sieben Jahre, fünf bis sieben Jahre im Knast. Naja, guck mal, du hast doch schon mal gesagt. Irgendwas stimmt jetzt nicht, Poli. Irgendwas stimmt jetzt nicht, Poli. Also warum saß mein Vater so lange im Knast? Guck mal, du hast, guck mal, komm, komm, du meintest, dein Vater war Mitglied der alten PLO, ne? Das war noch in seinen jungen Altern. Der wurde erst danach mitgliedert. Okay, was hat er denn damals in seiner, was hat er damals so, ich will nicht respektlos sein, auf keinen Fall, und deswegen, wenn du nicht drüber reden willst, du sag stopp. Aber was hat dein Vater denn in der alten PLO, in der alten PLO von Adapur in seinen jungen Jahren gemacht? Mein Vater war da kein PLO-Mitglied. Du hast doch gesagt, er war bei der alten PLO. Er war, aber er ist ja nicht, er ist ja nicht mit 15 zur PLO rübergegangen. Mein Vater ist mit 17, 18, ich glaube, warte, ich muss ihn mal noch mal fragen, ich glaube, aber die Sache ist, was war die PLO dann damals? Mann, der war zu der Zeit noch nicht bei der PLO, das war zu der Zeit von der Intifada und so. Warte, was hat die PLO denn damals gemacht? Mein Vater ist ungefähr 72 geboren, 87, wenn ich mich nicht irrefreunde, war die erste Intifada, oder nicht? Ja, ja, genau, aber die erste Intifada. Wie alt war mein Vater dann? 21? 21? Ist ja auch okay, es geht ja nicht um das Alter, es geht darum, Nein, ich will auch wissen, mit wie vielen Jahren er reingekommen ist, 73, nee, 73 ist er geboren, sieben, er ist ungefähr, auf jeden Fall, er war unter 18, ja, er war unter 18, als er reingekommen ist und was, worauf ich hinaus will, er ist in Gaza verhaftet worden, in seiner Gegend, also in seiner Hut, nicht jetzt in Israel, oder. Ja, aber schau mal, guck mal, das mit den Steinen, wenn er Mitglied der PLO war, ja, wir wissen alle, was die PLO während der zweiten Intifada in Israel angestellt hat, ich will niemandem was unterstellen, ich kenne deinen Vater, nicht rasfacher Lila, ich will nichts sagen, ja, aber, Digga, guck mal, in Mexiko denken auch irgendwelche Leute, ihre Eltern sitzen unfair im Gefängnis, weil sie, weil sie einfach nur Mexikaner sind, obwohl es irgendwelche Drogenbosse sind, ich will nichts unterstellen, aber vielleicht musst du selbst kritisch denken und sagen, ein Steinewurf, sieben Jahre Gefängnis, ist schon kritisch, weil du was ich meine. willst du sagen, dass es vielleicht, dass mein Vater vielleicht schlimmere Sachen gemacht hat und er mir das einfach nicht erzählen will? Ich kenne deinen Vater nicht, aber ich glaube nicht, dass jemand in Israel für einen Steinewurf im Gefängnis sitzt. Aber Bruder, was muss ich dir jetzt für einen Beweis liefern, damit du verstehst, dass es deswegen war? Gehen wir mal davon aus, es war deswegen. Ich sage dir ehrlich, ich sage dir ehrlich, ich glaube, es ist einfach ein Thema, was hier nicht behandelt werden sollte, diese persönliche Geschichte, weil im Endeffekt kann man auch nicht spielen. Mein Vater war ja nicht der Einzige, sondern auch andere Menschen. Aber guck mal, wir haben ganz viele Meinungen. Moritz, kann ich eine Minute haben, um ein bisschen was zu erklären? Ja, also ich sage nur so, wir haben sehr viele Meinungsverschiedenheiten und irgendwo fehlt mir auch der Respekt. Was ist Folgendes? Ich möchte das Thema weghaben. Ich möchte nur eine Sache sagen. Die haben was selber. Ein Sprecher der Party haben. Guck mal, Show. Weißt du, du hast schon viele Sachen gesagt. Aber ich kann jetzt mal einen Adin sprechen. Der wartet auch lange. Der hat auch lange gesagt. Jetzt ganz kurz, lass mich nur einen Satz aussprechen. Ja, ja. Lass mich nur einen Satz sagen. Könnt ihr euch kurz stimmen? Die Show ist abgehackt. Die Show, warte mal kurz. Also, selber. Einer der Sprecher der Hamas, das politische Büro der Hamas, Fatih Hamad, in Al-Aqsa TV, die haben selber gesagt, dass die ein neues Kalifat vorbereiten, unter Gesetz der Scharia, mit Jerusalem als deren Hauptstadt. Das war eine Aussage vom 1. Dezember. Selber. So, und da wollt ihr mir sagen, dass die keine Scharia da einführen wollen. Wie gesagt, ihr könnt auf Memri TV schauen, das Video... Ich kann nur von der jetzigen Situation reden, Moritz. Ich rede nur von meinem Erlebnis in Gaza. Ich hab nicht gesagt, dass sie das nicht wollen. Darf ich jetzt nur auf die Situation antworten? Lass mich nur auf Moritz antworten. Dann kannst du sofort weiterreden, Poli. Moritz, ich hab nicht gesagt, dass sie es nicht wollen für immer, dass sie das in der Zukunft nicht planen, aber ich kann ja nur aus meinen Erzählungen, wie ich es erlebt habe, in Gaza. Ich meine, ich war ja auch nicht eine Woche dort. Ich war fast ein ganzes Jahr und dann war ich wieder ein paar Monate da. Ich hab schon ein bisschen was mitbekommen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich gar nichts mitbekommen habe, aber was sie jetzt planen in der Zukunft, ey, ganz ehrlich, das kann die keiner sagen. Bitte, Poli, sorry. Ja, aber ich sag, natürlich, ich möchte dir deine Erfahrung da auch nicht absprechen, darum geht es nicht. Es geht, wie gesagt, darum, was das Ziel der Hamas selber ist. Und wie gesagt, sie bekennen sich ja selber zum Koran als ihrer Gesetzgebung. Und das ist ja in dem Sinn die Scharia. Das heißt, mir fällt es insofern schwer zu glauben, dass wenn die Hamas sagt, hier, der Koran ist unsere Gesetzgebung, also die Scharia, dass sie das in der Art dann nicht anwenden würden. Also ganz ehrlich, wenn die Christ, also wenn, so wie ich es unten erlebt habe, der Christ, der da umgebracht wurde von einem Moslem, wenn, die Hamas hat dann diesen Moslem genommen, der den Christ umgebracht hat und hat ihn verurteilt zum Todesstrafe, also der hat die Todesstrafe bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ausgeführt wurde, der sitzt auf jeden Fall auf dem Knopf. Das ist anti-islamisch, weil das darfst du nicht. Kein Muslim darf dafür getötet werden, dass er einen Ungläubigen getötet hat. Das ist gegen die Scharfe. Ja, fertig, Moritz, Moritz, wenn das stimmt, dann verstehe ich nicht, warum Freunde auch, vielleicht ist es falsch, das hier zu erwähnen. Es war einer von meiner Familie, der das getan hat, deswegen kenne ich auch die Geschichte. Der ist ein bisschen behindert im Kopf, sagt man bei uns. Der hat einen Schaden im Kopf. Man sagt auch, dass er ihn nicht umgebracht hat, weil er Christ war, aber er hat ihn umgebracht. So, und daraufhin hat unsere Familie ihn, der wurde weggenommen von der Hamas. Die Hamas hat bei uns zu Hause geklingelt, haben gesagt, so, der kommt jetzt mit und dann hat man gesagt, warum? Der hat einen Menschen umgebracht und es hieß nicht, weil er Christ ist, kommt er jetzt davon oder wird nicht im Knast landen. Der hat lebenslang bekommen. Eine Woche später gab es wieder eine Gerichtsverhandlung und dann hieß es, so was wird, wenn so was jetzt geduldet wird, und wir ihn jetzt nur lebenslänglich geben, kann es wieder passieren. Daraufhin hat man ein neues Gerichtsurteil gemacht und gesagt, weil er einen Christen umgebracht hat und dazu noch dieser Typ, bei uns sagt man, Janischarif, er war ein guter Mensch, einfach, war wirklich ein sehr, sehr guter Mensch, muss er die Todesstrafe bekommen. Aber wo ist da die PLO eigentlich? Ich dachte, die PLO, die Plata ist ja nicht. Du redest von der Intifada-Zeit, das war noch, ach so, guck mal, Show, auf jeden Fall, ja. Du hast hier schon viele Sachen gesagt, so in vergangenen Gesprächen, die, so mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin, auch Sachen, die ich beleidigend angenommen habe und alles. Aber, sag mir, was es ist, Poli, und schrieb mir gerne darüber. Aber es ist egal, es ist egal, ich habe mich jetzt beruhigt, ich habe mir eine kleine Auszeit von TikTok genommen und jetzt kann ich wieder sachlich diskutieren. Ich auch allerdings, ne? Ich auch. Und deswegen kann ich jetzt, deswegen kann ich jetzt wieder sachlich diskutieren. Aber, ich, trotz der Meinungsverschiedenheit und trotz dessen, dass mir schon viel Respekt fehlt für eure Meinung, werde ich jetzt aus Respekt zu dir nicht rosäisch sitzen und irgendwie die Kriminalität oder nicht Kriminalität deines Vaters ausdiskutieren, weil mich das ein Scheißdreck angeht, weißt du? Ich weiß also Fact, dass niemand einfach so für einen Steinewurf im Gefängnis sitzt und ich möchte das auch nicht ausdiskutieren. Es kann sein, dass da irgendwas falsch gelaufen ist, ist mir auch wirklich gerade egal. Einfach, ich würde einfach nicht darüber diskutieren wollen, weil es halt in eine sehr persönliche Richtung geht. Aber, ich weiß aus erster Hand, dass Menschen für Steinewürfe in der Westmink zum Beispiel jedenfalls nicht ins Gefängnis kommen, weil da werden zu viele Steine geworfen und so viele Steine wieder geworfen werden, so viel Platz gibt es auch in israelischen Gefängnissen nicht. Du musst schon was sehr Krasses machen, um überhaupt mitgenommen zu werden. Würdest du sagen, aber ich würde auch das Thema wechseln und sagen, du hast über deine Zeit in Gaza geredet und erzählst so ein paar coole Geschichten. Glaub mir, wenn du jetzt zwei Jahre in Israel als Araber verbringen würdest, würdest du auch 99%... Ich habe Familie in Israel. Ich habe Familie in Israel, nur so nebenbei. Warst du auch in Israel? Also warst du so ein Heifer? Nein, ich darf nicht nach Israel. Ich habe keine Genehmigung. Du hast keine Genehmigung. Ich brauche so eine Sondergenehmigung. Warum werden wir jetzt auch nicht weiter ausdiskutieren, weil es gibt viele, die doch welche haben. Aber wenn du in Israel gewesen wärst, würdest du auch nur positive Erlebnisse haben, weil überall, in jeder Mall, du kannst in Tel Aviv zu Louis Vuitton gehen und da sind nur Araber... Über Israel kann ich auch nicht schlecht reden. Die Art und Weise, wie die Palästinenser vielleicht dort leben, kann ich nicht urteilen. Mein Onkel... Weißt du, dass einer meiner Onkel... Nee, sorry, nicht Onkel... Der Onkel... Weißt du, dass der Onkel... Nee, 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 die Frau... Sorry, nicht Onkel. Frau von meiner... Der Mann von meiner Tante, der arbeitet in Israel schon seit über 10 Jahren. Er fliegt ja täglich... Er fährt ja nicht. Fliegt täglich rein und raus, arbeitet da für ein Jahr, kommt wieder zurück. Da ist noch nie Probleme gewesen. Der wurde noch nie von der Hamas verhaftet, noch nie von der IDF verhaftet. Ich will nur sagen, es gibt gute Erfahrungen. Da gebe ich die Recht, da gebe ich die Recht, Poli. Und das hat sich die Hamas jetzt auch zerrissen. Diesen Status Quo, das hat die Friedensdaube vorhin gesagt. Israel hat die Hamas am Anfang vielleicht unterstützt, um da ein Traben... Aber Poli, Poli, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz... Neues Thema. Ja, ist doch jetzt ein neues Thema. Nein, 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 nein. Ich will ein ganz anderes Thema. Aber darf ich erst mal das sagen und dann können wir auf das neue Thema... Ja, aber seid ein bisschen etwas respektvoll. Der Adin hat, glaube ich, zweimal schon gesagt, er will unbedingt was reden, er lässt euch ausreden. Ja, lass mal Poli ausreden, dann redet ihr weiter. 10 Stunden. Ja, ich will nur Poli zu Ende zuhören, dann... Ja, er hat gesagt, er sagt vorher nur einen Satz und dann redet er weiter noch 10 Minuten. Adin, wenn du da hattest, dann redet er weiter. Bei mir ist das... Bei mir ist... Ich gucke auf neutrale Augen, weißt du, das ist das... Du guckst aber nicht auf neutrale Augen, dafür bist du zu unneutral. Du hast auch lange Geruch geredet, und jetzt soll er mal einfach in Ruhe mal sprechen können, am besten. Genau, genau. Pass auf. Erstmal, der hat gesagt, Scharia in Gaza, da kann nichts passieren, weil die in Gaza, ich war zwei Jahre bei UN, in Gaza gibt es Kirche, wo die nie kaputt gemacht werden. Wenn die Scharia da geführt werden, da wird die Kirche kaputt, da wird nicht andere Gott aus dem Allah geben, oder wie die damals die heißen. Also da gibt es keine Scharia. Da gibt es überall, da gibt es überall in der Welt, die Leute, wo die dann über Scharia berichtet, aber die wird nie ausgeführt. Das ist nur eine Geschichte. Erstmal. Zweites Mal, die Gaza ist ein offenes Gefängnis in der Welt. Die wird einfach mit der Mauer gemauert, da wird die Leute, die Recht ausgegeben, und die bekommen gar nichts. Das ist das Problem. Wenn wir gucken, auf die Zeit, 75 Jahre, wird das Recht von den Leuten in Gaza weggenommen. Das muss man so gucken. Nicht einfach so. Wenn du vom IFD berichtst, dass wegen eines Kommandos, oder eines Kommandos, oder Hamas, vom Kommando, das Ganze gebombt wurde, und über hunderte Menschen getötet wurde, also das ist kein Recht. Wo wurde mit einer Bombe über hunderte Menschen getötet? Drehst du vom Krankenhaus? In dem Krankenhaus, genau. In dem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus. Was hat, was hat, was hat, was hat, was hat, wegen einem Mann, wegen einem Mann, 200, oder in dir, hierher, Leute, lass mich bitte ausreden, ich hab die ganze Zeit gehört, oder? Du kannst weiterreden, Bruder, aber können wir eine Sache nicht sein lassen? Können wir eine Sache sein lassen? Wir müssen, wir müssen, wir müssen auf neutrale, wir müssen auf neutrale, wir müssen auf neutrale Augen gucken. Das Scheriat Krankenhaus hat gesagt, dass ein Kommando vom Hamas da gewesen ist. Was hat uns gezeigt? 3D mit der Fahne vom Hamas, und bla bla bla. Und dann auf Ende zeigt uns eine Schnuller. Die EFD-Kommando zeigt eine Schnuller. Im Kinderkrankenhaus eine Schnuller. Also Leute, bitte, in dem Kinderkrankenhaus eine Schnuller. Wenn du eine Kinder, wenn du eine Schnuller nicht findest, weißt du nicht mal selbst, worüber du redest. Aber tut mir leid. Das ist eine Schwache, das ist eine Schwache, lass mich bitte ausreden. Wenn du bei der UN das ist eine schwache Ausrede, das ist eine schwache Ausrede, wo die nur einfach Menschen umgebracht. Wenn die Israel oder die EFD wollen, die können sagen, okay, wir bauen erst mal einen Kampf für die Leute, wo die von Hamas flüchten wollen. Und dann die Leute aus den Gebieten rausholen. Nein, die haben einfach gesagt, dass die 2 Millionen irgendwo ins Süden reingehen und die da verstecken. Und was gucken wir daran, dass die durch Genehmigung keine Bunke gebaut werden. Keine Bunke. Das ist nicht erlaubt. In Gaza braucht man keine Genehmigung, um irgendwas durch Israel zu bauen. In Gaza bauen die, was sie wollen. Nein, 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 nein. Wir, Chalas, Chalas, er kommt hierher, ich möchte jetzt kommen und sagen, Leute, ich möchte euch eine neutrale, ich möchte euch eine neutrale Sicht. Warum hat der, warum hat der Israel nicht gesagt, warum hat der Israel nicht gesagt? So, warte mal, Poli, ich möchte jetzt gerne mal kurz das Wort an The Voice of Peace mal kurz geben, die hatten noch nicht gesprochen. Danach können wir gerne in die offene Diskussion wieder gehen. Danke, ich habe nur eine kurze Frage. Wenn du sagst, dass Israel es nicht erlaubt hätte, dass die Leute in Gaza Bunker hätten bauen können, warum lassen die ihre Leute nicht in die Tunnel? Ich meine, die Tunnel wären ja auch ein sicherer Weg, im Prinzip die eigenen Zivilisten zu schützen, aber leider nützt die Hamas halt diese Tunnel, um Hostages gefangen zu nehmen. Also ich denke jetzt nicht, dass die Hamas 1, oder 2,12, wie groß auch die Zahl ist, Menschen in den Tunnel unterbringen kann. Aber Kinder, Kinder, Frauen, teilweise sind die Theorie, das ist ja nicht deren Ziel. Einer der Hamas-Führer hat selbst in einem Interview erklärt, dass er nicht sieht, dass die Hamas überhaupt Also ich glaube, wenn unsere Zivilisten danach fragen würden, würden sie es tun, aber unsere Zivilisten wollen das nicht. Nein, unsere Zivilisten wollen keine Bunker, unsere Zivilisten sind Männer, unsere Zivilisten haben Speier in der Hose, unsere Zivilisten sagen in den Kameras, wir bleiben zu Hause, mein Zuhause ist kein Raketenabwerfpunkt und wenn es zerstört ist, dann ist es so, dann ist es von Gott gewollt, aber zu behaupten... Du kannst mir nicht sagen, dass Frauen mit Kindern und Säuglingen und Babys sich nicht in Schutz bringen wollen, das kannst du mir nicht sagen. Die sind schon daran gewöhnt, du weißt, die sind schon daran gewöhnt. Aber was hat das mit gewöhnt zu tun? Also ich muss jetzt einmal kurz hier was sagen, ich lebe in Israel. Es hat daran gewöhnt sein zu tun, das hat mit Ideologie zu tun. Nein, nein. Also wenn du das mit Ideologie vermischst, dann hast du vielleicht ein falsches... Nee, natürlich, das mach es selber, es ist doch eine rein ideologische Organisation, wie gesagt, wenn man sich die Charte anschaut, dann ist das ein... Ja, ich könnte die Charte aber nicht auf die Menschen übertragen. Die Menschen in Gaza haben nichts mit dieser scheiß Charta zu tun. Die stecken sich die Charta hinten rein, die wissen... Da muss ich dich kurz unterbrechen. Es gibt Videos von Kindern, die an den Schulen ausgebildet werden. Und die rufen, wie gesagt, Millionen Märtyrer marschieren Richtung Israel oder tot den Juden, was da alles gerufen wird. Also das wird denen von klein an in den Schulen beigebracht. Das ist sogar im Schulmaterial. Da hat der Bundestag sogar hier eine Anfrage gestellt und da ist klar geworden, dass über das Geld, was über die UNVRA darüber geht, dass darüber solche Schulmaterialien auch produziert werden, wo drinsteht, tot den Juden. Das ist eine Lüge. Ich war an der Schule in Gaza bis 2008. Ich kann dir das über eine offizielle Quelle im Bundestag bestätigen, wo ganz klar gefragt worden ist, wie das drin ist. Und dann hat der Bundestag gesagt, ja, sie können nicht kontrollieren, in was das Geld geht, aber das Material, das ist nachweisbar, über den Bundestag, das existiert. Also wenn du das jetzt sagst, dann sprichst du gegen die Quellen des Bundestags, gegen den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Also erstens denke ich nicht, dass es faktisch, ja, und ich werde das auch bewusst jetzt so aussprechen, ich bin mir 100% sicher, dass es kein Buch in unserer Schulzeit gab, wo ich ihn aufgeschlagen habe und das erste oder zweite Seite oder 50. Seite stand da tot den Juden. Alle Juden müssen... ...dann mal schon, wenn du jetzt wirst, das ist, das ist... Was ich nicht verneinen will, was ich nicht verneinen will, was ich nicht verneinen will, ist, dass ich auf meiner Schule beigebracht bekomme, in welcher Situation ich lebe und wer uns bekämpft und was hier passiert. Das ist ein Unterschied zu... Sie sagen uns, dass die Juden... Und ja, vielleicht tun sich die Kinder mit der Aussprache nicht richtig aussprechen, aber sie sagen uns in den Schulen, die Juden in Israel besetzen uns. die Al-Aqsa-Moschee könnt ihr nicht besuchen wegen den Juden in Israel. Und das ist nun mal ein Fakt. Wenn das für andere als das... Aber nicht wegen den Juden. Das ist ein Gewiss, mal bei der Aussprache. Und für Voice, dann hätte ich mal auch eine Gegenfrage, weil ihr das ja mit Gaza erwähnt, und ich war bis 2008 in der Schule in Gaza, also bis zur sechsten, fünften Klasse ungefähr, müsste das gewesen sein. Und ich kann euch sagen, ich persönlich, hätte ich so ein Material gehabt, dann hätte ich bestimmt eine andere Ideologie und hätte jetzt mit dem besten Freund... Aber du hast es ja gerade selber gesagt. Du hast es ja selber gesagt, dass das... Nein, wir haben uns Fakten, wie ihr euch beigebracht habt. Ja, aber den Juden... Die Juden bringen uns um in Israel. Die IDF... Und das ist genau das Rassistische, was du nicht verstehst. Du kannst nicht... Du kannst nicht... Meine Religion ist gestorben, meine Kunde. Mit einer Staatsbürgerschaft. Kann ich bitte einmal sprechen? Kann ich bitte einmal sprechen? Ja, aber ich habe aber nicht zu Ende gesprochen, du Voice. Du kannst... Du hast mich vorher nicht ausreden lassen und der Host hat gesagt, dass ich jetzt kurz sprechen darf. Nein, der Host hat mich gerade angesprochen und ich wollte auch... Die Antwort hat ihren Punkt auch nicht zu Ende gebracht. Lass ihren Punkt zu Ende machen, dann darfst du und dann würde ich gerne noch was dazu sagen. Okay, bitte. Sobald Schulen Kindern beibringen, dass die Juden oder auch... Man kann das auch genauso sagen mit den Muslimen, wegen dem Muslimen oder wegen den Juden, das ist schon komplett falsch. Also ich meine, dass das für dich... Dass sich das richtig für dich anhört, macht mir halt auch schon Sorgen. Also dass man eine Religion damit einbezieht und wegen den Juden könnt ihr XYZ nicht machen. Das geht nicht. Du kannst nicht von Juden reden in diesem Zusammenhang. Das geht so nicht. Du kannst von Israel sprechen. Ist Israel ein christlicher Staat oder was? Ist Israel ein christlicher Staat? Nein, aber was hat... Okay, sind es Juden oder nicht? Ich frage dich. Das ist eine Überleidigung, wenn ich sage Juden Israel. Ist es eine Überleidigung, wenn ich sage Juden Israel? Wenn ich sage Juden und Juden. Es ist wichtig, das zu unterscheiden, weil sobald du... Okay, was muss ich denn sagen, damit das für dich richtig ist, du weißt? Nicht die Juden. Weil dann liest du ganz schnell in diese rassistische Scheiß-Schiene. Und du kannst nicht Juden werden. Wer besetzt uns? Niemand besetzt euch. Wie? Seit 2005 könnt ihr machen und tun, was ihr wollt. Und die Age-Group, die Hamas, macht einfach alles, um den Zivilisten nicht ein schönes Leben zu bereiten. Du wohnst doch in Israel, oder nicht? Oder lebst oder wie auch immer. Ja, genau. Wenn du jetzt in die Schule kommst, oder wenn du jetzt Geschichtsunterricht hast, und ihr die Karte von Israel repräsentiert bekommst, existiert da Gaza und steht, da wohnen Araber? Oder zeigt man euch die Karte und ihr seht nur euch selbst? Mal eine Frage. Wenn du jetzt ehrlich bist, dann würde ich das wirklich respektieren. Natürlich zeigen die Gaza und natürlich zeigen die auch die Westen. Das ist eine Lüge. Warum kannst du sagen, es ist eine Lüge? Es ist auch gar keine Ahnung. Weil du in Gaza groß geworden bist, aber nicht in Israel. Ich bin in Israel groß geworden. Ich kann dir genau sagen. Ich kann dir auch sagen, du musst einfach nur bei Google Maps schauen und bei Waze, die ganzen Apps, die bei israelischen Startups kreiert worden sind. Natürlich siehst du da Gaza separat und natürlich siehst du Westbank da separat. Und natürlich weiß auch jeder, dass ich zum Beispiel nicht in Gaza einreißen kann. Wird euch nicht in den Schulen erzählt, dass die Al-Aqsa Moschee bald kaputt gemacht wird? Nein, absolut. Wenn ich jetzt hier ein Video, wenn ich jetzt hier ein Video anmache, nichts Schlimmes. Nur ein Schulunterricht von der jüdischen Schule, wo sie sagen, der Maschiach und die Al-Aqsa Moschee gibt es bald nicht mehr. Und wie fühlst du dich, wenn du einen Araber siehst in der Westbank oder in Jerusalem? Helen will. Wenn cylindern zu Hause Connect kela anmache, hält du das aus? Warum so still auf einmal the voice? Ich hör nichts. Was willst du von mir hören? Ich will. Ich? Ich? Zeig mir. Zeig mir. Was du willst? Ich bin großgeworden und ich weiß, was du sagen. Boi, Glaubst du hast mir, dass du mit einem soулярigen Video erzählen kannst? Das ist kein aprendzeuer Film. Dass es ein riesen Raum, das aufgenommen wurde. Von die von den Medien, man hat es veröffentlicht. Da sind extra Lehrer, also Lehrer zusammen mit diesen, vom Fernseher umgelaufen und haben Klassen ausgefragt, wie sie ihre Meinung, also wie sie zur Palästina stehen. Und da haben sie öffentlich gesagt, Kinder, ich zitiere Kinder und nicht irgendwas anderes. Sie haben gesagt, die Al-Aqsa Moschee, also die Frage von der Dame war, was wird mit der Al-Aqsa Moschee passieren? Dann haben die Kinder daraufhin geantwortet, sie wird bald zerstört. Und dann hat sie wieder die Frage gestellt und gesagt, was wird danach kommen? Und dann haben sie gesagt, der Maschiach, der Maschiach. Also The Voice, ich bitte dich, dass du deine eigene Schule nicht kennst, dass du behauptest, ich zitiere Freunde, The Voice hat behauptet, dass wenn sie ihr Schulmaterial in der Schule bekommen, Gaza und Westbank angezeigt wird. Ich meine, so eine Lüge muss man sich erstmal auf die Zunge zergehen lassen. So ein Quatsch muss man erstmal auf die Zunge zergehen lassen. Aber warte, show, 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 show. Bitte Freunde, dass man sagt, die zeigen eine Karte in Israel mit Palästina drauf. Das zeigen sie. Ich habe Videos von mir, wie kleine Kinder tatsächlich so indoktriniert werden, dass sie so eine Kindersendung, so eine palästinensische Kindersendung anscheinend, und da wird ganz klar gezeigt, dass man Israel vernichten soll. Auch kleine Kinder, wie sie da dazu gebracht werden. Okay, okay, sagen sie mal, es stimmt was, Mann. Sagen sie mal, es stimmt was. Die Kinder anschlagen auf israelische Soldaten und denen den Kehle durchschneiden. Sagst du, das ist alles eine Lüge, oder was? Ja, ist eine Lüge. Woher kommen diese Videos, woher sind diese Kinder? Diese Kinder richten also, ihr seht immer ein Video und reißt es völlig aus dem Kontext. Das sind nicht nur eine, das sind mehrere Videos, und das ist weit bekannt. Okay, The Voice, aber du hast, ey, ich wollte vom Thema ablenken, ich habe gerade auf meine Sicht geantwortet. The Voice hat behauptet, wenn sie Schulmaterial in der Schule bekommt, sieht sie, wenn sie die Palästina-Karte sieht, Gaza so leicht eingekreist, und auch die West Bank. Also, dass wir mitberechnet werden in ihren Plänen angeblich. Ich frage The Voice nochmal, werden wir berücksichtigt in israelischem Unterricht, also im Schulunterricht, gibt es Palästina auf der Karte mit dazu, oder steht da Israel quer zwischendurch, und da sind schöne Fotos von den Gebieten, Blumen. Also, ich kann das auch gerne einblenden, The Voice. Ich werde die Frage jetzt nicht nochmal beantworten, ich finde das total bescheuert, die Frage. Ich habe das jetzt einmal beantwortet. Du kannst du jetzt nicht von der Frage wegrennen, wenn ich gerade dir etwas, du hast gerade gesagt, es gibt sowas nicht. Ich habe dir gerade einen Beweis genannt, ich kann es auch gerne hier einblenden, ich kann auch gerne das Video anmachen. Mann, du erzählst dir einfach nur einen riesengroßen Haufen mit, und verstreue ich mit Informationen. Ich glaube, wenn du jetzt den Chat fragst, wisst ihr, welches Video ich meine, wir werden mindestens 15 Mann schreiben, ja. Das ist mir scheißegal, was der Chat sagt. Ich weiß, was ich gelernt habe, und was Sache ist. Fertig. Aber du kannst... Nur kurz, nur kurz, ich muss wieder sagen, Shalom, Salam Aleikum, Post drauf, wenn die wollen, ich wünsche euch alles Gute, lasst euch nicht streichen, wir sind nur Menschen, und muss man gerecht für jeden Mensch, für jedes Kind, wo die Gestorbenen dieser Krieg, beten und Ruhe geben. Also Leute, hast du gut gesagt. Tschau, tschau. Dankeschön für das reinlassen, mach weiter so, und schau mal weiter. Tschau, tschau. Ja, wie gesagt, also die Hamas selber hat in ihrer Charter ja auch drin gestehen, dass es elementar ist, die Kinder mit deren Grundsätzen reinzubringen, dass die Kinder... Freunde, Freunde, was die Hamas will, ist mir so egal, was wichtig ist. Ja, die Hamas will Groß-Israel. Aber Israel will Groß-Israel. Schau mal scheiße auf, was die Regierung hier teilweise macht, das ist für mich nicht in Ordnung so. Aber faktisch regiert diese Regierung hier Deutschland so. Und als solches muss man diese Regierung dann auch bewerten. Und die Hamas, die regiert da unten faktisch den Gaza-Streifen. Und als solches muss man das dann auch leider bewerten, was sie dann den Kindern leider beibringt. Und wenn die den Kindern beibringt, hier... Das ist bei beiden Seiten nicht gut, Moritz. Beide Seiten bringen ihren Kindern nicht schöne Sachen. Aber wenn man sich... Man kann jetzt nicht hier in einem Stream sagen, ja, die Palästinenser, die sagen, Juden alle tot, und das ist deren Unterrichtsstoff. Ja, das ist so. Okay, aber schon warst du in dem Geschäft, du sagst, du bist in Gaza. Aber dann, wenn man mit ihren Unterrichtsstoff kommt, dann heißt es auf einmal, nö, das habe ich nicht beigebracht bekommen. Ganz ehrlich, nehme ich so hin, The Voice, du hast es nicht beigebracht bekommen. So wie ich nicht beigebracht bekommen habe, Juden umzubringen. So. Okay, schon, aber... Wie kann es sein, dass es in Gaza dann ein Geschäft gibt, was Hitler II heißt? Und die sind stolz drauf. Da gibt es auf Euronews eine Reportage darüber, einen Bericht, und die sagen, ja, die fühlen sich daran erinnert, das ist gut, dass man das so nennt, das nennt sich Hitler II, das ist ein Geschäft. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Also da gibt es... Also die sympathisieren sehr stark dort mit dem damaligen Führer. Ist das auch eine Lüge? Superfahren teilweise. Ich habe kurz einen Anruf bekommen. Ich würde gerne The Voice eine Frage stellen. The Voice, du kennst die israelische Währung Agora, oder nicht? Shackle, ja, kenne ich. Ah, genau. Und du kennst auch den kleinen, den halben. Was ist da für eine Karte drauf gezeichnet? Den halben meinst du Agarot? Ja, ja, genau. Was ist da für eine Karte drauf gezeichnet? Was für eine Karte auf dem Geldstück aufgezeichnet ist? Da ist eine Karte drauf. Oder weißt du das nicht? Ob ich das nicht weiß, was für eine Karte auf dem Geldstück drauf ist? Um ehrlich zu sein, habe ich kein Bargeld mehr zu Hause. Ich zahle alles mit meinem Handy, mit meiner Kreditkarte. Aber wahrscheinlich die israelische Karte, richtig? Aber weißt du auch, welche israelische Karte? Oder denkst du, das ist die israelische Karte jetzt wie... Also nur Palästina, wie sie... Wann wurde die Münze denn geprägt? Weil der Gazastreifen war doch früher noch israelisch im Territorium. Ja, deswegen. Ich habe keine Ahnung und ich finde, das ist auch vollkommen unrelevant, weil wie gesagt, dieses Bargeld halt von zu einer anderen Zeit zu einer anderen Zeit hergestellt worden ist. Wir haben Angst, nicht mehr zu existieren. Und ich sage dir auch, warum. Auf der israelischen Münze sieht man Groß-Israel. Ähm, das ist Nummer eins. Aber warte mal. Weißt du denn, wann diese Münze entworfen worden ist? Weißt du, ob Gaza da noch zu Israel gehört hat oder nicht? Was, was, was? Die Münze ist... Als die Münze designt worden ist, als die Münze designt worden ist, war Israel da noch anders zum Thema Gaza und Westbank. Ich meine, die Karte hat sich ja verändert in den letzten 70 Jahren. So, nochmal. Die Karte auf euren kleinen Welt... Ich hab mal gerade geschaut. Ich bin gerade im Internet am Schauen, israelische Münze, und da sehe ich keine Karte drauf. Vielleicht kannst du noch präziser werden, auf welcher das draufstellen soll. Wenn ihr möchtet, blende ich das kurz gleich ein. Ich suche das gleich in meinen Fotos, dann blende ich das kurz ein. Ich kann auch gerne schauen. Ich sage dir gerne, was da drauf gezeichnet ist. Auf dieser Münze ist Groß-Israel drauf gezeichnet. Heißt, diese Karte zeigt, das Großreich Israels in der damaligen Zeit. Und es ist ein Fakt, dass sich viele Siedler... Warte, ich such mal kurz das raus. Eine Sekunde. So. Zack. Ach. So. Die Karte... Diese schöne Karte. Kennst du oder nicht? Oh, diese Karte ist so schön. Das würden sich die Juden wünschen in Israel. Oh. Das wäre so schön. So viel Land. Meinst du den Hintergrund von der... Das ist nicht der Hintergrund. Also einfach die Karte. Das ist eine Karte. Für die, die es nicht wissen, das ist nicht einfach dick gedruckt und in Fehlproduktion. Das ist eine Karte. Die hat eine Bedeutung. Die führt durch mehrere Grenzen. Und unten, dieser Halbdreieck, das ist Palästina. Das ist nur ein Teil. Nur ein kleiner Teil. Ein Futz. Kennt ihr die Karte oder nicht? Wenn es so sein sollte, warum hat Israel... Moritz, Moritz. Wenn es so sein sollte, warum haben sie dann in der Vergangenheit Territorium abgegeben, wenn sie es doch eigentlich erweitern wollen? Sag ich dir. Das ist eine schöne Frage, Moritz. Schöne Frage. Kannst du es dir leisten, mit mehreren gleichzeitigem Krieg zu sein? Auch jemand wie Ägypten. Ägypten ist ja auch nicht so schwach. Viele wissen, dass auch Ägypten sich nie... Die Lüge wird ja erzählt, Israel hat es zurückgegeben. Stimmt nicht. Es gibt eine Doku. Es gibt sehr viele Beweise, die beweisen, dass Ägypten sich selbst dieses Territorium zurückerobert hat. Aber wir tun das mal so hin. Sie können nicht gegen alle arabischen Länder gleichzeitig Krieg führen. Sie müssen das langsam machen. Ich meine, wir sehen auf dieser Karte den Irak. Wir sehen den Libanon komplett. Wir sehen einen Teil von Jordanien. Nee, Jordanien komplett. Wir sehen einen Teil von Saudi-Arabien. Wir sehen einen Teil von Türkei sogar ein bisschen. Und jetzt meine Frage. Soll ich keine Existenzrechte haben? Ich habe Angst. Ja, wir haben Angst, dass wir bald... Lass mich bitte ausreden. Ich sage, Sie können in den 1,8 Millionen die die Arabischen Länder leben. Wie bitte? 1,8 Millionen muslimische Araber leben in Israel friedlich mit den Israelis zusammen. Mann, ey, das ist wie wenn ein Nazi kommt und mir sagt, ich habe muslimische Freunde, ich bin doch gar kein Nazi. Bitte, bitte, hä? Nein, ich wollte dir damit nur sagen, schau mal, die Israelis leben mit den Muslimen da friedlich zusammen. Ich bin so ein bisschen, die wir erknüpfen sind. Wir wollen unser eigenes Land, wir wollen unsere eigenen... Aber wie gesagt, lass mich mal das zu Ende führen. Schau mal, wenn die Regierung das gewollt hätte, dann wäre es bereits möglich gewesen, ein Teil von Ägypten gewesen. Damit hätte man... Moritz, du musst dir mal eine Doku angucken, eine schöne Doku von der... Wie hießen die Dame, die etwas übergewichtig war und gestorben ist? Sie hat immer schöne Reden gehalten. Wie hießen die Dame? Sie ist gestorben. Das ist eine deutsche Frau, eine sehr kluge Frau. Freunde... Ich weiß, welche du meinst, ich weiß schon. Bitte, Freunde, kennt ihr die Dame, wie sie heißt? Warum ist Donald Trump da oben? Nein, diese Münze hat nichts damit zu... Ich habe übrigens in dem Chat mal die Geschichte zu dieser Münze reingepostet. Dann kannst du das auch mal durchlesen, warum diese Groß Israel dort abgezeichnet ist. Okay, okay. Wieso soll ich mir etwas durchlesen, wenn diese Karte mir eindeutig eine Karte zeigt? Also ich muss nichts dazu... Um sich weiterzubilden, um einfach auch die andere Seite zu verstehen und den Kontext zu verstehen von dieser Münze. Levois, ich will wissen, warum sie diese Karte haben, weil wenn wir mit der Münze bezahlen in Gaza, diese Karte sehen, dann sehen wir einfach nur, wir werden nicht mitberechnet. Jetzt frage ich das Levois noch nicht. Ich habe eine Frage, habt ihr auch Shekel in Gaza? Ja, natürlich, wir bezahlen noch Shekel. Okay, aber es ist doch schön, dass wir alle zusammen die gleiche Währung haben und die Karte gemeinsam alle anderen Territorien auch mit inbegriffen ist. Also es ist doch gut. Levois, bist du eigentlich wirklich in Israel? Ich glaube dir das... Also bist du jetzt gerade in Israel? Ja. Wenn du in Israel bist, wieso... Warte mal, warte mal. Du bist jetzt doch hier seit fast zwei Stunden drin, oder nicht? Nein, ich bin hier nicht seit zwei Stunden drin. Oder eine Stunde. Wo wohnst du? Nein, also darf ich... Ich sage dir jetzt nicht, wo ich wohne. Nein, du sollst jetzt nicht die Straße nennen, Mann. Ich sage doch auch, ich komme aus Berlin. Heißt jetzt, keiner kann wissen, wo aber aus Berlin. Du kannst ja ungefähr sagen, Tel Aviv, Westbank, Ramallah, was weiß ich, Aschdott, Aschkelon. Neukölln. Nein, nicht Aschdott, nicht Aschkelon. In der Charon Area. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Charon Area. Ist es mehr da, wo man die Flugzeuge parkt und so weiter und so fort? Oder ist es mehr Richtung Libanon? Es ist immer noch im Center. Du kannst es gerne googlen, die Charon-Gegend. Es ist auch in der Nähe von Tel Aviv, aber es ist nicht Tel Aviv. Okay. Revois, kann ich dir eine schöne Frage stellen, vielleicht auf der wir versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden? Erlaubst du mir das, die Dame? Ey, wir brauchst nicht ein Erlaubnis zu fragen. Okay. So, jetzt ich als Palästinenser aus Gaza und du als Jüdin aus Israel. Wenn ich diese Karte sehe, wenn ich diese Karte sehe, gleichzeitig sehe ich aber auch, dass es schon bevor es bewaffnete Kriege von unserer Seite aus gab, man versucht, uns aus Gegenden zu drängen. Verstehe mich jetzt auch nicht falsch, ich kann dir hier sofort fünf Massaker nennen und glaube mir, The Voice, ich will niemanden exposen, aber wenn jemand mit mir auf Grundlage von Geschichte diskutieren will, da verliert er ganz schnell. Ganz schnell. Ist auch nicht ein Front oder so, aber einfach zu verstehen, worauf ich hinaus möchte, weil man darf sich und kann sich nicht immer in die Opferrolle begeben. Irgendwo muss der Fehler bei beiden liegen. Und damit du jetzt eine konkrete Frage für hast, ich sehe diese Münze in Gaza, bin dort geboren. Jetzt sehe ich, während ich diese Münze sehe, jeden Tag, Tag für Tag, es sterben Menschen. Jetzt ist es wegen dem 7. Oktober, 2014 war es wegen was anderem, da hat man wegen was anderem uns umgebracht, 2021 wegen was anderem, 2020 wegen was anderem. Jedes Jahr gibt es eine neue Ausredner. Äh, Jasper oder was? Eine Ausrede zu dem 7. Oktober ist eine Ausrede. Jasper, du schreibst peinlich durch die Show, komm hoch, dann zeige ich dir, was peinlich ist. Ich zerlege dich, egal in welcher Geschichte, ich zerlege dich. Wenn es um Palästina und Israel geht, ich zerlege dich. Also du siehst eine Münze und willst den Hintergrund nicht wissen. Wieso soll ich den Hintergrund wissen? Ihr seht die Charta und wollt den Hintergrund nicht wissen. Ihr seht nur die Hamas am 7. Oktober und wollt den Hintergrund nicht wissen. Sag mir jetzt nicht, dass ich irgendwas hier nicht sehen will. Ja, ihr seid, also nicht ihr, sorry, nicht hier oben. Du bist verblendet da unten und tust nur deine Seite verstehen. Ich will doch auch nur unsere Seite zu verstehen geben. Ich will nicht nur deine, meine eigene Seite sehen. Das stimmt. Das war nicht an dich, du weißt, das war an jemanden im Chat. Das war nicht an dich, Schwester. Also nicht falsch verstehen. Das war, weil jemand da unten was Blödes geschrieben hat. So, meine Frage ist, ich sehe, dass Tag für Tag Familie von mir stirbt. Tag für Tag werden wir immer weniger. Egal ob, ich hasse das, was wir machen in Gaza. Ich hasse es. Egal was, egal was für eine Operation. Show hat eine selektive Wahrnehmung. Ja, okay, Freund. So, egal was für, was für Dings. Jetzt frage ich dich, du weißt. Wenn ich diese Flagge sehe, schon in die Geschichte dann zurückschaue, 48 vertrieben, über 20 Massaker in verschiedenen Dörfern. Was soll ich verstehen? Ich durfte nicht bleiben, meine Familie durfte nicht bleiben in Hebron damals. Wir sind dann vertrieben worden aus Hebron vor 48, meine Vorfahren und mein Vater ist nach Gaza sozusagen gezogen oder geflüchtet, besser gesagt und hat dort dann gesiedelt, nenne ich das mal jetzt. Wie sollen wir das verstehen, wenn wir schon damals vertrieben worden sind, einer wie mein Vater, also mein Vater nicht, sondern seine Großeltern? Wie sollen wir das verstehen, Lavoise? Sollen wir sagen, ach nee, wir wurden nur vertrieben, weil es jetzt Krieg war und wir haben nichts damit zu tun und wir dürfen irgendwann vielleicht wieder zurück oder ah nee, also wie sollen wir das auffassen? Wenn du in Gaza groß geworden bist, dann weißt du bestimmt auch, dass Israelis, also Juden und Muslime zusammen in Gaza gelebt haben, richtig? Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Ja, aber weißt du jetzt, du sprichst diese Zeit an und glaub mir, in dieser Zeit bin ich am stärksten geschichtlich bewandert. Ja, aber dann weißt du ja auch, dann weißt du ja auch, dass dann nach einem bestimmten Zeitpunkt die israelische Armee gesagt hat, okay, alle israelischen Juden müssen jetzt aus Gaza raus, das heißt, ganz viele Leute haben dort auch die Häuser aufgegeben und seit dem Zeitpunkt, lass mich bitte ausreden, und seit dem Zeitpunkt gibt es diese Grenze und alle israelischen Juden mussten aus Gaza auch ausziehen. Jetzt möchte ich dir gerne auch nochmal sagen, vielleicht so ein bisschen Hintergrund, was ich hier mache, warum ich hier bin und auch, wie ich so zu der Politik stehe. Was in Gaza gerade abgeht und wie viele Tausende von Menschen gerade umkommen, jeden Tag, ist schrecklich. Und auch von israelischer Seite, wir fühlen wirklich mit allen Leuten in Gaza mit, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, sich das anzuschauen. Und seit Januar gehen wir auch auf die Straße, um gegen Netanjahu zu demonstrieren. Also bist du gegen Netanjahu? Dass ich keine Sympathie mit Netanjahu habe und auch gegen die Settlements in der Westbank bin. Okay, Schwester, dann tut mir leid für alles, was ich dir vorgeworfen habe. Dann habe ich da falsche Sichtweise von dir gehabt. Aber ich muss dich geschichtlich ein bisschen, also was heißt belehren, 2000er, ja, es gab Siedlungen in Gaza, Juden haben in Gaza gelebt. Aber was nicht erwähnt wird, dass es gezwungene Siedlungen waren, dass es ein ähnliches System gab wie in der Westbank. Dass man jetzt nicht irgendwie zu Hamas oder wer auch damals die regierende Partei war, Hamas gab es noch nicht noch damals. Wie bitte? Hamas gab es damals in dem Umfang. Genau, stimmt. Die PLO. Man ist ja damals nicht zur PLO gegangen und hat gesagt, ey, können wir Wohnungen kaufen in Gaza? Ja, ihr dürft hier, genau, diese Gegend dürft ihr haben. Genau, danke. Ne, so war es nicht, leider The Voice. Die Wahrheit ist, diese Siedlung, deshalb auch das Ausziehen, wir sind, ey, ich muss auch wir sagen, weil es damals wir waren. Wir lassen uns in Gaza und deswegen, es gibt viele Sprüche, die man aus Gaza kennt, aber bei uns sagt man auch, die Westbank selbst sagt, echte Männer kommen aus Gaza, hat auch einen Grund, weil die Westbank leider sozusagen geschwächt wurde. Man hat die Settlements gebaut, The Voice, ja, man hat sie gebaut und keiner von unserer Zivilbevölkerung in der Westbank hatte die Macht, das zu verhindern. Heißt, wir konnten nicht dagegen vorgehen, sondern in der Westbank musste man da zugucken. Jetzt kommt das Aber. In Gaza, das war anders. Da haben wir, da sind alle, ja, alle sind auf die Straße gegangen, haben gesehen, dass das israelische Militär, ich kann auch dazu gerne eine Karte einblenden gleich, ich habe wirklich für alles Quellen, die Karte von den 2000er, man hat entlang der Nazirim und andere Gebiete in Gaza Siedlungen bauen wollen. Mein Vater hat gegen diese Siedlungen mitdemonstriert, Steine, Molotows, alles auf die geschmissen, gesagt, ihr könnt hier nicht unsere Häuser klauen wie in der Westbank und deshalb, weil man gemerkt hat, hm, das ist doch nicht wie die Westbank, nicht einfach hier ein Panzer hinstellen oder ein Militärfahrzeug und dann sind wir sicher, nein, hier wird es ein bisschen schwieriger und die Israelis, und das glaube ich, hätten sich damals gewünscht, bei uns zu siedeln, weil Gaza sehr schön ist, wie Tel Aviv und andere Städte am Meer entlang, aber es gab eine Fehlsiedlung dort, ja, man hat, verstehe mich nicht falsch, diese Settlements, die waren nicht freiwillig, die wollten wir nicht, die waren nicht mit uns abgesprochen, die hat man militärisch erzwungen und dagegen sind wir vorgegangen und waren erfolgreich, wir haben alle israelischen Juden mit rechtsextremen Gedankengut vertrieben und auch erfolgreich aus Gaza rausgeschmissen, indem man die israelische Armee gezwungen hat, dann zurückzuziehen. Und wieso? Und wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr die, wie du gerade gesagt hast, erzwungen? Naja, wir haben das erzwungen, indem man gegen diese Militärfahrzeuge jeden Tag Steine, Molotovs, man hat sie terrorisiert, bis zum geht nicht mehr, man hat verliebt. Ja, da muss ich auch leider was hinzufügen, also das war nicht nur gegen das Militär, es waren auch Selbstmordanschläge, die wöchentlich auch in Tel Aviv passiert sind, wo Terroristen Busse gesprengt haben und ich Angst hatte, ich Angst hatte mit meiner Mutter in die Shopping Mall zu fahren, weil es so viele Selbstmordanschläge dort gab. Und das ist wichtig, und das ist wichtig, dass man das erwähnt, das war nicht nur eine Resistance against the Army, das war gegen Zivilisten und das waren ganz ekelhafte Anschläge. Richtig ekelhafte Anschläge. Wir reden gerade über Gaza, nicht über Tel Aviv. Tu nicht zwei getrennte Schuhe an. Ich war noch nie in Gaza, ich war noch nie in Gaza und ich kann dir sagen, dass die Selbstmordanschläge nicht nur in Gaza waren, das waren gegen Zivilisten in Tel Aviv. The Voice, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, lass mal versuchen, bitte vielleicht, weil wir gerade über Gaza-Siedlungen gesprochen haben, auch beim Thema zu bleiben, weil du bist auch dann zu Tel Aviv. Es ist wichtig zu sagen, wenn du angefangen hast, also zu als... Lass sie doch mal bitte ausreden. Bitte. Ich finde es einfach wichtig, dass wenn man sich den ganzen Kontext anguckt, warum dann hinter Gaza abgegrenzt von Israel wurde, dass man sich das anschaut, wie das genau passiert ist und warum. Das war nicht nur wegen Settlern, wie du die nennst, in Gaza oder wegen Resistance-Fighter gegen das Militär. Das waren Anschläge, die in Clubs passiert sind, wo Jugendliche gestorben sind. Das waren richtig heftige Anschläge, die wöchentlich passiert sind, wo dann Israel irgendwann gesagt hat, okay, Leute, nehmt Gaza, uns ist das egal, aber wir haben Ruhe. Und dann haben wir diese Grenze gebaut. Und seitdem gibt es keine Selbstmordanschläge mehr in Israel. Und jetzt halt vermehrt seit dem 7. Oktober und auch davor hat die Situation sich wieder zugespitzt. Und wir hatten halt Shootings oder wie im 7. Oktober, ja, halt Terrorattacken. Wie, nach dem 7. Oktober gab es in Israel Selbstmordanschläge? Also, wir hatten jetzt in Jerusalem vor zwei Wochen, wir hatten in Jerusalem vor zwei Wochen einen Terroranschlag. Zwei Terroristen haben Leute erschossen an der Bushaltestelle. Du hast gerade über Gaza geredet, du weißt, ich zeige dir mal, dass du Unrecht hast. Tut mir leid, dass ich das so direkt sage. Das ist eine Karte von Gaza im Jahre 2000. Siehst du Jabalia oben stehen? Jabalia, Shati, Al-Atara, Beitlahia, Gaza. Also siehst du diese Gegende? Siehst du die? Ja. Da, wo Jabalia steht und Gaza, mittig von den beiden Punkten wohne ich. So. Siehst du jetzt, da steht ja unten rechts, Israeli Settlement. Siehst du das? Nee, ich kann nicht so nennen. Unten rechts mit diesen Farben, da ist ein Kästchen und da sind Faden. Ah, ja. Genau. Links sieht man bei Hasani, bei Katif, bei Hanunis, Kisofim, Karni, bei Nazarim, bei Aley Sinai, bei Dugid, bei Nizanid. Das sind alles Bezirke. Ja, das sind alles Bezirke, die man militärisch erzwungen eingenommen hat. Schau mal bei Karni Crossing. Das ist bewusste Einnahme. Man hat diesen Strich so durchgeführt, sodass man da ein Konvoi hat, bis mit Zerim, ja, und dort Siedlung hat man in Bord. Dann unten bei Kisofim, man hat wieder einen Punkt, ein Strich. Ist es noch da? Ist es irgendwie gerade verschwunden? Hört ihr mich? Man sieht es noch. Genau, okay. Ich dachte gerade, ist es weggegangen. So, und diese Siedlung, ich bin zwei Jahre davor geboren, ja, ich bin zwei Jahre davor geboren, ja. Das heißt, ich war ein Kind, als ich das mitbekommen habe. Und jetzt stell dir mal vor, du sagst, ja, deswegen hat man die Grenzen gebaut, deswegen Bombenanschläge, stimmt nicht, Bombenanschläge und Terrorattacken gibt es immer noch. Nein, aber nicht in dem Ausmaß. Es sprengt sich hier niemand mehr in die Luft. Vor einem Jahr gab es noch eine Attacke mit einer Kalaschnikow. Ja, aber ich rede, ich rede von Suicide Attacks. Ich rede von Leuten, die eine Selbstmordweste anhatten und sich in die Luft gesprengt haben. Das stimmt, das ist ein bisschen weniger geworden. Das stimmt. Krank, krank, das ist nicht weniger geworden, das gibt es, es gibt es hier nicht mehr. Seitdem Gaza zugemacht worden ist, gibt es Suicide Attacks nicht mehr. Das ist wichtig zu sagen. Das ist wichtig zu sagen. Also ich gebe dir recht, aber du kannst jetzt trotzdem, möchte ich nur ganz kurz über das Jahr 2000 reden, Gaza Strip, die Settlements, wir sehen links die Westbank, da waren ja die Settlements schon am Arbeiten, ja, The Voice links, im Bild siehst du ja, da man das so eingekreist hat, die Westbank, aber Gaza war so ein, ist nicht nur ein Freiluftgefängnis mal gewesen, da ist die Politik, die man in der Westbank angewendet hat, gescheitert im Gazastreifen, ja, und, verstehe mich nicht falsch, für uns, für uns, für uns, ach, freiwillig geben wir Wohnungen weg. Das war freiwillig, nachdem die gesehen haben, dass es so viele Anschläge gibt, hat Israel gesagt, okay, die ganzen Settlements, guys, let's go out, alle sind nach Israel wieder gegangen und die ganzen Settlements wurden ausgegeben. Aber wie sind denn die Settlements entstanden? Darüber redest du nicht. Wie sind sie entstanden? Denn die sind doch nicht einfach von Gott, Halla, 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 Hashem, Hashem runtergespawnt und da auf einmal aufgetaucht. The Voice. Wie sind die Settlements im Gazastreifen entstanden? Radikal oder demokratisch neutral? Jetzt ist auf einmal die Stimme weg. Hört ihr sie? Ich, ich, ich verstehe dich. Ich weiß nicht, was ich dir dazu erzählen soll. Nochmal, die Frage, falls du sie nicht verstanden hast. Ich habe deine Frage verstanden, aber ich, ich, ich bin mir nicht sicher, was du jetzt von mir hören möchtest. Warum? Also es ist doch klar, dass bevor die Grenze dort war, bevor die Grenze dort war, haben Muslime und Juden miteinander gelebt. Nee, da war keine Grenze. Die Grenze ist neu. Und Israel hat gesagt, wir nehmen unsere Settlements jetzt da raus oder wir nehmen, wir sagen, unseren ganzen Mitbürgern und den ganzen Juden geht aus Gaza raus. Gaza wird jetzt seit jemand unten sind gekauft. Ich hau gleich meinen Kopf gegen die Wand. Gekauft? Gekauft? Bitte, was für gekauft? So, The Voice, bitte. Ich hab dir doch eine Frage gestellt. Wenn du das nicht weißt, kannst du gerne googeln. Du kannst mir gerne, weil ich mochte deine Einstellung schon bezüglich Netanyahu und bezüglich dem Krieg und du warst auch ehrlich und hast gesagt, es sterben Kinder in Gaza. Ich habe Riesenrespekt davor, dass du das als Israelin gesagt hast. Ich habe Riesenrespekt vor dir, vor dir, vor dich, sagt man das so? Keine Ahnung, ich rede schon wieder zu viel. Na, na. Aber, ja, The Voice, bitte, weil mein Kopf ist langsam, wo ist Schuko-Seng? Wo ist Schuko-Seng? So. The Voice, The Voice, bitte, Schwester, nochmal, diese Settlements, denkst du, sie sind freiwillig entstanden oder denkst du, sie wurden radikal hingepflanzt? Was denkst du? Nur was du denkst. Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass sie radikal dorthin gepflanzt worden sind. Nein. Okay, was denkst du, wie es passiert ist? Ist man von Kisofim und von Karni Crossing mit Friedenslautsprechern vorbeigefahren und hat gesagt, wir Juden möchten jetzt in Gaza siedeln, wir wollen Frieden oder denkst du nicht? Ich habe davor schon Juden in Gaza und Leute, ich kann dir sagen, dass meine Oma zum Beispiel mir immer erzählt, dass die früher in Gaza auf dem Markt war, jeden Freitag. Das war nicht so getrennt, wie es jetzt ist. Wie kann es sein, dass deine, warte nochmal, deine was? Meine Oma. Deine Oma. Und wer hat da regiert, also zu welcher Zeit, von welcher Zeit sprichst du genau? Das müsste vor 2000 auf jeden Fall, weit vor 2000. Ich denke, so in den 80ern müsste das gewesen sein. 80ern, 70ern, so ungefähr. Boah, ey, krass, ne? Also wenn das stimmt, The Voice, dann würde ich mich echt freuen, dich kennenzulernen. Also solche Menschen, wenn es wirklich stimmt, dass deine Oma von da kommt, dann mein Respekt. Also dann ist es für mich dennoch so schöner, mit dir zu sprechen. Also die kommt nicht von da her, aber die hat ja erzählt, dass sie zum Markt gegangen ist dort. Also dass die das Auto genommen hat und die hat halt im Süden gewohnt und dann halt zu diesem Markt gefahren ist, nach Gaza. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dir unsere Sicht sagen. Also du hast gerade gesagt, du denkst nicht, dass sie radikal passiert sind. Du hast recht, die Juden haben damals in Gaza gelebt. Ja, damit hast du recht. Damals haben sie aber nicht siedeln wollen, so wie sie es da auf diesem Abbild getan haben, sondern damals, weil du hast ja selbst exakt über die 80er, 70er Jahre gesprochen, damals haben sie so oder so mit uns zusammen gelebt, weil es Juden in ganz Palästina gab. Ja, und mein Vater selbst hat jüdische Freunde, mein Onkel hat jüdische Freunde in Israel, mit denen er regelmäßig telefoniert. Also manche Freundschaften halten bis heute sogar noch an. Aber diese Siedlung exakt in Nizirim, also wirklich entlang der Strandstraße, das war eine Systemie, also das hat ein System dahinter, so wie du das so siehst. Man wollte erst mal unseren Strand einnehmen, sodass man sich da reinarbeiten kann. Und deswegen sage ich dir auch, ja, du hast recht, es ist nicht, also man muss schon wirklich, du merkst ja auch seit wie lange wir schon reden hier, man muss wirklich sich hinsetzen, Quellen aufschlagen. Ja, schon, nur eine Frage bitte, nur eine Frage. Ja, bitte. Das würde mich echt interessieren. Gab es vor der Zeit, bevor Israel entstanden ist, arabische Länder, die, oder auch vielleicht nach Israel entstanden ist, arabische Länder, die auch für ein eigenes Land, für Palästina waren? Ich habe die Frage verstanden, nein, sonst hätte ich sie beantwortet. Ich habe die Frage nicht. Kann man sagen nochmal, gibt es arabische Länder oder gab es in der Vergangenheit arabische Länder? Vor 48 meinst du jetzt? Genau, genau, genau. Die auch für ein eigenes palästinensisches Land waren. Ich sage mal so, gute Frage. Ganz ehrlich, ganz kurz, weil ich, ich frage das, weil ich ja immer wieder lese und höre, Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine und dann denke ich mir aber, es gibt ja so viele islamische Länder, muslimische Länder drumherum. Gibt es, war eines dieser Länder auch mal bereit, dafür sich auszusprechen, euch ein Land zuzusprechen? Ja, also Morsi, kennst du Morsi aus Ägypten, den damaligen Präsidenten? Der Muslimbruder ist ein Islamist, ein Schöner. Nein, 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 Morsi, Morsi. Morsi, war es nicht der Muslimbruder, der gestorben ist? Ich weiß nicht, ob war er Moritz, weißt du das? Ich weiß nicht. Moritz war Morsi, weißt du das, Moritz? Natürlich, Morsi ist ein radikaler Islamist aus Ägypten, das war einer von dem Muslimbruder, selbst in Gefängnis gestorben. Moritz, war er, hat er irgendwas mit? Das lässt sich ja ganz schnell nachschauen. Ja, schaut mal, ich weiß es nicht. Ich kann, ich weiß nur, also ich weiß nur, dass der Morsi gesagt hatte, ich habe mir das gestern angeguckt. Jetzt mal den Muslimbruder Schafka Morsi bereits 1977 wird, Studium an der Universität in Kairo. Okay, dann, ja, ich wusste das nicht. 1979 war. Auf jeden Fall, wie spricht man deinen Namen aus? War man? War man, normal, ja. War man? Ja, war man auf jeden Fall. Ich weiß, dass der Morsi sich sehr, sehr stark für uns eingesetzt hat, so stark, dass er mal eine Aussage getätigt hat vor seinem Parlament, wenn man das so sagen darf, und gesagt hat, das, was Gaza geschieht, das geschieht auch uns. Gaza ist ein Teil von uns und wir werden niemals hier in Ruhe, also du weißt schon, wie die ganzen Präsidenten sind. Naja, aber man muss da sagen, Morsi gehört eine Terrororganisation der Muslimbruderschaft an, die nicht ohne sind. Das ist nachweislich, offiziell, die Muslimbruderschaft ist eine Terrororganisation. Aber ich kann von Morsi nicht reden, weil ich Morsi nicht kenne, weil ich weiß aber nur, dass er sich immer pro Palästina, pro Gaza immer gesagt hat, ey, egal was im Gaza passiert, das ist auch, als ob es mit uns passiert. Dann Jordanien, hat sich sehr oft, klar, also auch die Zivilbevölkerung, ich kann jetzt nicht was über die Dings sagen, über die Herrschaft dort, aber rein, wenn du mich fragst, ob sie jetzt alle dafür sind, wenn wir jetzt nur von den Politikern reden, sagen, also ihr müsst euch ja richtig im Stich gelassen fühlen, auch von den ganzen anderen, oder nicht? Ja, ja, war man, bei uns sagt man auch, dass alle Araber uns vergessen haben und uns im Stich gelassen haben, verstehe mich nicht falsch, das ist leider, man muss es sagen, alle Araber können mir am lecken, richtig aber, so richtig, jeder einzelne von denen, mit Erdogan, es muss leider gehen, noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch, ich hoffe, ich folge dir mal und würde mich wirklich mal freuen, wenn wir, wann anders reden, The Voice. Ja, klar, gerne, kein Problem. Okay, war man, wo waren wir stehen geblieben? Dass die Araber dich am Arsch lecken können. Genau, und auch an jedem hier drinnen, der pro Erdogan ist, Erdogan auf eine Flasche, Erdogan auf 50 Flaschen, weil auch solche Menschen wie er sind Marionetten, solche Menschen wie er und andere Menschen in Saudi-Arabien, in Katar, für mich sind es alles Marionetten. Wenn du, wenn du es genauer so haben willst, Moritz sagt auch oft, ja, die Hamas rechnet mit zivilen Öpfern, kann sein, soll es so sein, eins ist Fakt, alle Araber und alle Politiker in arabischen Ländern, diese ganze Gipfeltreffen der Araber, die können sich das sonst wo hinschieben, weil wie viele Gipfeltreffen hatten sie? Hat sich bis jetzt ein Präsident mal runtergetraut, hat ein Präsident mal die Eier in der Hose gehabt und sich gedacht, boah, ich nehme jetzt mein Privatjet, ich lande in Al-Aarish, dann bin ich eine halbe Stunde entfernt von Gaza und schaue mir mal die Situation an. Nein. Was zeugt es? Dass keiner sich für uns interessiert. Natürlich aber auch, weil man Angst vor Israel hat. Das muss man auch mal so sagen. Also jeder, der mal für uns eingestanden ist, hat man gesehen, was mit ihm passiert ist. Guck, Irak, man hat ihn sein Land zerstört. Guck, also es gibt viele Beispiele. Okay, okay. Es ist natürlich so eine schwierige Situation, wenn man sich dann auch im Stich gelassen fühlt, von den eigenen Glaubensbrüdern, sagen wir jetzt mal so. Weil das heißt, wir sind ja nur Oma, Free-Panis, und so weiter, und dann aber letzten Endes, unterm Strich, ist aber keiner für euch da. Oder ich fühle mich so im Stich gelassen. Ich fühle mich so im Stich gelassen. Meine Cousine ist tot. Mein Cousin ist blind. Die so viel aus meiner Familie sind. Ganz ehrlich. Das Einzige, was ich mir wünsche, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass es eines Tages aufhört, dass es eines Tages mal Frieden findet. Es ist mir egal wie, es ist mir egal, ob der Islam böse ist, es ist mir egal, ob das Judentum böse ist. Für mich soll es irgendwann einfach enden. Weil guck mal, ab dem Moment, wo ich, ich rede jetzt nicht für andere Palästinenser, ich als Palästinenser aus Raza einen Familienmitglied verliere, der nichts mit der Hamas zu tun hat, dann, ab dem Moment, war bei mir Schluss. Schluss. Da braucht keiner mehr kommen und mir sagen, Israel, Israel hat nicht, Israel trifft nur dies, Israel trifft nur das. Weil jeder weiß, dass Israel die Stärksten sind in dieser Region. Wenn Israel will, aus einem 15. aus einem Haus, das 15 Stockwerke hoch ist, sie können nur einen Apartment, ohne dass das da drunter und das da drüber zu verletzen. Ja, schau, aber die Frage ist jetzt halt, warte mal, die Frage ist jetzt halt, warum muss Israel denn in dem Bereich da unten so stark sein? Eben weil sie seit dem Tag ihrer Gründung angegriffen werden, werden seit ihrer Gründung, dass Israel von den islamischen Ländern drumherum vernichtet werden. Und wie gesagt, deswegen kam es ja zu den ganzen Konflikten. Deswegen brauchen sie ja den Iron Dome, weil wenn du mal siehst, wie viele Raketen da hingeschossen werden Richtung Israel. Aber Moritz, 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 du tust das verurteilen. Warum verurteilst du nicht das, was in Tantora passiert ist, in Deryazin, in anderen Dörfern? Warum verurteilst du das nicht, Moritz? Das ist noch lange, das ist noch lange bevor, das ist noch lange bevor. Lass mich doch darauf antworten. Bitte. Alles, was völkerrechtswidrig begangen worden ist, alles, was auf den, auf den Schultern von unschuldigen Zivilisten gegangen ist, wenn es so gewesen sein sollte, verurteile ich ganz klar. Wie gesagt, ich habe mich mit der Sache jetzt nicht explizit beschäftigt, da müsste ich mich nochmal genauer einlesen. Aber wie gesagt, das ist bei mir immer so. Alles, was auf den Nacken von unschuldigen Zivilisten geht, verurteile ich ganz klar. Okay, aber du sagst gerade, wegen der Hamas, wegen Iron Dome, wegen Raketen, aber wegen was machen die das überhaupt mit den Raketen? Natürlich, jetzt kann jemand wiederkommen und sagen, nichts verrechtfertigt, irgendetwas. Die Frage bleibt trotzdem, was, weswegen sind über 200, 300 Menschen voll, also komplett getötet worden in Dediacin, in Tantura und nochmal die Frage an dich, Moritz, wenn du in der Geschichte hörst, dass es von dir Dörfer von deinem Land gab, weil, ihr tut doch immer sagen, ja, aber die Muslime damals, die haben dieses ganze Dorf vertrieben, alle rausgeschmissen, das ist der Islam, das ist der Islam. Was ist denn das Judentum, wenn sie uns aus Dörfern vertreiben und rausschmeißen und töten und uns nicht zurückkommen lassen? Ich meine, ich kann auch die Liste gerne einblenden, Moritz, wenn du magst, also von den ganzen Dörfern. Wir können da gerne kurz drauf eingehen, wie gesagt, ich habe mich, muss ich ehrlich gesagt sein, damit noch nicht beschäftigt, ich werde mich aber die Tage damit beschäftigen und mich da mal einlesen. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, alles, was auf den Nacken von unschuldigen Zivilisten geht, wo unschuldige Zivilisten getötet wurden, Du kannst mich gerne groß machen, um das zu verurteilen. Ja, warte mal, ich werde mich da mal auch einlesen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, alles, alles, wo unschuldige Zivilisten getötet wurden, wo überhaupt keine Akkosum vor der Gründung von Hamas, alles Massaker, außer zwei vielleicht. Und ich kann dir noch 50 weitere holen. Ja, wie gesagt, es gab aber auch, muss man auch sagen, Massaker an Israelis vor der Gründung des israelischen Staates an sich. Also es ist jetzt nicht so, als wenn vor der Gründung des israelischen Staates es keine Massaker an der Bevölkerung gegeben hätte. Ich weiß, das ist auch in Genie, ja, das weiß ich auch, aber du kannst jetzt nicht kommen und sagen, ja, weil die palästinensische Zivilisation damals in V48 Juden massakriert hat, was ich nicht abschreite, aber was beide Seiten getan haben, es war jetzt nicht nur wieder Palästinenser, deswegen hat die Haganer und Ergunzweiler und palästinensische Dörfer eliminiert. Das ergibt irgendwie in meinem Kopf keinen Sinn. Das ist trotzdem keine Rechtfertigung dafür, dass so viele Dörfer nicht mehr existieren und keiner über unsere Holocaust redet, auch wenn er jetzt nicht so riesengroß ist wie der Kassus bitte aussprechen. Frage einlesen, ich werde mich die Tage darüber mal einlesen und dann werde ich dir eine Antwort darauf geben. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht zu einem Thema äußern. Nur noch eine letzte Frage schon, nur noch eine letzte, bitte. Ganz kurz, ich wollte nur Moritz nochmal was sagen. Moritz, mich würde es freuen, kannst du irgendwie dann mein Stream kommen oder ich komme in deinem. Ich folge dir auch jetzt so, aber Freunde, ich will mit euch auf dieser Grundlage diskutieren, dass wir beide Seiten hinblättern, geschichtlich, faktisch, mit Quellen und ja. Genau, weil du gemeint hast, du bist geschichtlich sehr bewandert, hast du gemeint, im Nahen Osten, ich tue mich jetzt nicht auf die ganze Welt beziehen. aber es geht um Palästina und da würde ich, genau, genau und da nur noch eine letzte Frage, weil da muss ich auch weg, aber ich würde mich wirklich freuen, mich bedanken, wenn du das. Ne, ne, gerne, gerne, stell. Wie, was hat der Marxismus dort für eine Rolle, weil ich sehe, ich habe nämlich auch immer wieder mitbekommen, dass zum Beispiel die Kommunisten sehr, sehr stark für Palästina sind, sehr Linksextreme für Palästina sind. Wie heißen die, Bruder, ich habe das gerade nicht verstanden, wie heißen die, die Max, was? Die Marxisten. Genau, die Marxisten. Okay, dann hast du mich jetzt mit irgendwas erwischt, was ich nicht kenne. Was sind die Marxisten? das sind die Kommunisten, Linksextreme Kommunisten. Ich kann, ich kann, hallo, ich kann dazu was erzählen. Ja, bitte. Aber kurz, also, wie du weißt, war man, es gab die zwei Pole im Kalten Krieg, während des Kalten Krieges und es gab die ehemalige Sowjetunion und es gab auch die Amerikaner, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich will jetzt nicht zur Gründung des Staates Israel, warum der Staat Israel gegründet wurde. Also ist es, hat es wirklich, dass man einfach die Judenlösung einfach erzielen wollte oder gab es Hintergründe? Da will ich nicht, aber ich will dir was sagen, zum Beispiel aus eigener Erfahrung. Die damalige Sowjetunion hat viele Palästinenser Ausbildungsplätze in der ehemaligen Sowjetunion und auch in der ehemaligen DDR Ausbildungsplätze angeboten. Also viele Ingenieure ausgebildet, im Gegensatz zum Beispiel zum amerikanischen Regime, der schon mehr eigentlich anderer Art und Weise, die diese Länder leider nicht unterstützt hat, sondern einfach Waffen beliefert hat. Zum Beispiel der Krieg zwischen Iran und Irak hat acht Jahre lang gedauert und wurde von den Amerikanern damals finanziert. Zwei islamische Länder lassen sich gegenseitig bombardieren und man hat sie mit Waffen beliefert. Aber damals hat man diese kommunistischen Werte in den Palästinensern und in manchen arabischen Ländern schon irgendwie ernährt und wollte diese sozusagen dritten Weltländer auf ihrer Seite gewinnen. Okay, das ist sehr interessant. Ich kann aus selber Erfahrung dir sagen, dass meine Geschwister, die 15, 16 Jahre alt waren und im Westblank gelebt haben, die waren oder leben, also die leben noch. Aber damals waren sie schon marxistisch eingestellt. Also nochmal, dieses Land, Palästina, war nicht mal islamisch geprägt. Es war sehr kommunistisch geprägt. Also es gibt diese, auch diese Befreiungsorganisationen, die damals waren, waren alle liberale Befreiungsorganisationen und keine extremistischen Organisationen. Und wie kam dann dieser islamistische Extremismus dann dorthin? Teilweise zum Beispiel, jetzt zum Beispiel, wenn man die PLO-Historie sieht, Israel wollte nicht mit der PLO handeln und man wollte für die PLO eine andere Seite gründen und unterstützen. Und Israel hat damals Hamas unterstützt. Das ist in Wikipedia, das ist nicht von mir. Und das ist, glaube ich, das war 1986. Man hat diese Islamisten finanziert, unterstützt, weil man genau die PLO kompensieren wollte. Also man wollte die PLO, dass die PLO keine Rolle mehr im Leben der Palästinenser spielt und man wollte, dass die Leute mehr zur Moschee gehen. Und deswegen... genau die Hamas und Hamas hat damals soziale Rolle gespielt und sich um die Menschen gekümmert. Und genau da kommen wir auch dazu. Zum Beispiel die Taliban gegründet wurde. Taliban wurden auch unterstützt bei den Amerikanern gegen die Russen. Und die wurden auch im Weißen Haus auch empfangen. und die waren keine Terroristen. Und dann sind Terroristen und dann konnte man nicht mehr die aufhalten. Aber diese ganzen Systeme, die aufgebaut wurden in der Region, wurden leider unterstützt und die haben den Krieg im Auftrag weiter durchgeführt. Deswegen auch in Ägypten zum Beispiel die Islamischen Bruder, weil dort, wo es Armut gibt, hilft die Spiritualität diesen Armut zu akzeptieren. Also wenn du an Gott glaubst, du bist virtuell und so weiter. Noch etwas, ich will noch etwas dazu sagen. So allgemein, ich komme aus dem Westpark, ich komme aus Ramallah und ich wollte etwas erzählen und zwar persönlich, wir haben ein eigenes Land und unser eigenes Land ist in der Nähe Entschuldigung, ganz kurz, ich möchte dich auch nicht stören. Ich wollte erstmal Gottes Segen sagen und dem Show möchte ich vom Herzen wirklich Bedauern geben, wegen den Verlusten in seiner Familie. Das ist mir sehr wichtig, nicht nur auch Show, sondern auch insgesamt den ganzen Opfern, die in diesen Kriegen und seit 1945 ums Leben gekommen sind. aber besonders, weil ich merke, dass der Show Familienmitglieder verloren hat und das tut mir auch in der Seele leid. Ja, ich danke dir, Johnny, also wirklich sehr lieb von dir, ich schätze sowas auch richtig wert und ich hoffe, dass, ja, also wirklich danke dir, ich hoffe, dass jeder, der Familie verloren hat, wirklich, ja, wie man das auch sagen mag auf Deutsch, manchmal fehlen mir auch die Worte. Okay, danke dir, Techno, auch danke für die Erklärung, was gut erklärt. Bitte, danke. Nee, also bei all den, bei mir hat sich das jetzt ja übrig, danke für die Antwort nochmal, ich werde jetzt auch gehen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, auch von mir nochmal beim Ballad Show, ja, ist wirklich. Ja, ich mache mich auch auf dem Weg, vielen Dank und auch, Entschuldigung, ich habe Show the World auch mein Beileid nicht ausgedrückt, ja, jene, allah ja, allah in shallah in shallah in shallah in shallah Und bleibt gesund, dieser Schatz, Corona ist wieder überall. Ja, bei all den Konflikten, die man vielleicht miteinander hat, sollte man wie gesagt nicht vergessen, da unten sterben Menschen auf beiden Seiten. Und wie gesagt, jeder, der dort unschuldig stirbt, beziehungsweise jeder, der dort als leider Kollateralschaden oder so getötet wird, das ist wirklich zu bedauern, dass dort unten Zivilisten sterben. Wie gesagt, es ist leider so, dass kein Krieg geführt werden kann, ohne dass Zivilisten dadurch sterben. Aber es ist wirklich sehr, sehr traurig, was da unten passiert. Aber ich meine, man muss ja auch schauen, was ist denn eine Lösung? Weil wir haben ja, ich meine, weder mit der Hamas oder noch mit der PLO ist aktuell leider wirklich von Israel an in Frieden zu denken. Deswegen ist halt die Frage, was ist denn die Lösung? Das ist eben der entscheidende Punkt. Weil wenn man das so belässt wie vorher, dann wird es immer und immer wieder eskalieren. Moritz, ich bin in einer Minute wieder da, ja, ich muss nur kurz telefonieren. Ja, okay. So, guten Abend, Apion. Apion, bitte. Und ja, grüß dich Moritz slash Samanta. Grüß euch. Ja, Moritz. Und alle Anhänger, die uns hier zuhören. Das ist denn deine Meinung zum Thema? Sag mir bitte ganz genau, was du meinst mit dieser Frage. Welches Thema ganz genau? Ja, du bist hier doch sicher mit einer Absicht reingekommen, über irgendwas zu reden, was hier das Thema ist. Ich bin mir sicher, dass es um den Nahostkonflikt geht, aber sag mir ganz genau, welches Thema du jetzt meinst. Ja, also habe ich ja geschrieben. Wir reden über den Terror des 7. Oktober, dass das ein Perch-Massaker der Hamas war, wo die zügelos wirklich gemordet haben, ohne irgendwie irgendwelche Grundlagen, beziehungsweise dass es absolut zu verabscheuen ist und was jetzt daraus dann auch entstanden ist, beziehungsweise die Bekämpfung der Hamas, dass Israel jetzt das Ziel hat, die Hamas vollkommen auszuschalten und ja, alles, was damit jetzt in dem Bereich zu tun hat. Und dass das halt alles eine politische Indoktrination ist, die Hamas selber indoktriniert, die Bevölkerung von Gaza und bildet sie leider auch, muss man sagen, an Schulen, wie gesagt, zu Märtyrern aus. Es gibt diese Videos auch auf dem eigenen Fernsehen des Gazastreifens. Da kann man auf Pellwatch oder MemriTV, da gibt es sehr, sehr viele Nachweise dazu. Okay, und du wolltest jetzt meine Meinung dazu hören? Ja, also du bist ja hochgekommen. Du musst auch eine Intention haben, hochgekommen zu sein. Okay, dann nenne ich dir meine Meinung. Also ich finde das ungerecht, dass die Soldaten aus Israel unschuldige Menschen bombardieren und so. Aber ich sage, diese Religionsbücher und ich fange mal an mit dem Koran, obwohl das nicht das Erste ist. Natürlich wissen wir, dass das die Tora ist und erst später der Koran kam. Die halten sich daran, an diesen geschriebenen Gesetzen, diese Worte und die wehren sich und die wollen halt, dass es ihr Land ist. Und also das ist in meinen Augen ein Handbuch zur Kriegsführung. Und jetzt haben wir sozusagen diesen Krieg. Und jetzt müssen sich halt die Palästinenser dagegen wehren oder daran teilnehmen, an diesem Krieg. Was ich scheiße finde, weil die Unschuldigen sind immer diejenigen, die als Erste sterben. Und deshalb finde ich das sehr, sehr widerwärtig, was alles abläuft. Weil die unschuldige Bevölkerung, die Unschuldigen müssen Leid tragen. Also ich, vielleicht, da wo wir uns unterscheiden, ich sehe das, was die Hamas macht, nicht als Verteidigung insofern. Also es wäre schon möglich gewesen, früher, dass man Verträge miteinander macht, dass es zu Frieden kommt. Aber die Hamas selber hat von Anfang an gesagt, sie ist nicht dazu da, Friedensverträge zu machen, nicht dazu da, in Israel mit denen in Verhandlungen zu treten, sondern die Hamas selber hat den einzigen Zweck, Israel auszulöschen. Die sind nur zum Angriff da, weder zur Verteidigung der Bevölkerung von Gaza, sondern wirklich nur zum Angriff auf Israel. Und wie willst du mit so jemandem machen? Ich möchte nicht so schnell reden. Ja, ich möchte jetzt nicht so schnell reden, wie du es gerade tust. So bei allem Respekt vor dir. Aber ich will dir kurz was dazu sagen. Also die ganzen, ich habe doch eben schon gesagt, dass diese Bücher eine Anleitung zur Kriegsführung sind. Und wenn du das verstanden hast, dann gibt es nichts mehr zu diskutieren. Das ist so wie, als hättest du... Als hättest du im politischen Islam, bei der Tora... Als wärst du im Krieg und jemand gibt dir die Richtung. Was soll jetzt passieren in diesem Krieg? Ja, also die Hamas selber, wie gesagt, die Auslöschung aller Juden dort ist ja das Ziel. Beim Koran weiß ich es, dass die politischen Anweisungen dort eine Anweisung zum Krieg sind. Bei der Tora, muss ich sagen, habe ich mich ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt, weil wir mit der Tora aus meiner Sicht jetzt keine Probleme haben, was das angeht. Also ich weiß, dass es ultraorthodoxe Juden gibt, die Christen anders behandeln. Aber wie gesagt, ich sehe das Hauptproblem eher im politischen Islam und dann im Koran. Yo, ich bin wieder da. Hört ihr mich? Ja. Moritz, erstmal danke an alle, die gerade mir Beileid gewünscht haben. Freunde, ich konnte gerade nicht richtig reden, weil ich auf dem Flur war. Ohne, neben meinen Eltern. Ist irgendwas, ist etwas Schlechtes passiert? Dann wünsche ich dir auch mein herzlichen Beileid. Bruder, Schlechtes passiert ist, kennst du das, wenn du 50 Mal eine Geschichte hättest? Natürlich sind wir live und ich muss immer wieder aufmerksam drauf machen. Aber Bruder, Schlimmes passiert ist leicht gesagt. Ich habe mehr als die Hälfte von meiner Familie verloren und das nur Nahverwandte. Und die Nähersten, die mir weggefallen sind, sind mein Onkel, der letzte Onkel von meinem Vater. Also jetzt nicht von mir. Meine Cousine, Allahamha. Mein Cousin ist blind. Und ja. Also so wie viele andere Menschen. Ich habe auch einen anderen Stream dieses Mal. Nein, danke schon, Bruder. Mehr kann ich nicht sagen, weil wir kennen uns nicht. Also ich sage nur mal. Dankeschön, Dankeschön. Ich finde, ich will euch nur, wieso ich überhaupt das erzähle, weil eigentlich finde ich es falsch zu erzählen. Ich finde, ich finde mich auch immer richtig unangenehm, wenn ich das erwähne, aber warum ich das erwähnen muss, ist, weil ich ja oft diese Aussage höre, ja, die Hamas benutzt ihre Leute als Schutzschilder. Aber ganz ehrlich, meine Familie wurde nicht als Schutzschilder benutzt. Das ist eine Lüge. Das ist so eine Dreckslüge und die kann ich nicht unterstützen. Ja, meine Familie ist bewusst gestorben, man hat sie bewusst getötet. Der Anschlag war bewusst auf uns und ja, mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Schau mal, schau mal, da kann ich ja meine ehrliche Meinung darüber. Ich kann dir nur sagen, was die Hamas selber gesagt hat, dass sie bereit ist, jedem ihrer Zivilbevölkerung zu opfern, bewusst. Und dass sie selber auch kein Problem damit hat. Im Gegenteil, dass sie sagen, jeder Zivilist, der stirbt, ist ein Märtyrer. Das sind Aussagen der Hamas selber. Von daher, die Hamas selber hat überhaupt... Ja, aber du darfst ja nicht verstehen, die Hamas sagt auch nicht, ja, wir wollen die Menschen in Gaza behalten. Ich glaube, dass sehr viele Menschen aus Gaza auch raus wollen. Unter anderem meine Cousine, die hat mich sehr oft hier in Gaza besucht. Sie ist die Einzige, bei der eine Erlaubnis überhaupt durchgekommen ist. Bist du Palästien, ne, in Gaza? Ja, Bruder, ich bin in Gaza geboren. Okay. Werdet ihr hier nicht so oft haben. Vielleicht aus der Westbank, aus Ramallah war gerade hier jemand einer drin. Aber ein aus Gaza. Arbit, kennt ihr ja Arbit Hassan, der in Gaza unten war, der sehr viele Videos aufgenommen hat. Dann gibt es noch ein, zwei, aber ansonsten gibt es nicht so viele in Gaza. Also, du wirst nie wirklich einen drin, der sich auch, der jetzt noch Deutsch kann. Verstehst du, das ist auch nochmal so ein Ding. Na, also ich sag mal so, die Hamas versperrt ja auch leider die Flugkorridore. Also ganz ehrlich, wie gesagt, jedem... Das ist Moritz, Moritz. Ah, Moment, 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 Moment. Ja, das sind eher die israelischen, die Israelis sind diejenigen, die das versperren. Ich glaube nicht, dass das die Palästinenser... Also, die Hamas selber will nicht, dass die Zivilbevölkerung da unten weggeht. Das ist deine Meinung. Aber meine Meinung ist, dass die Israelis ihnen gar nicht erst zur Flucht irgendwo die Möglichkeit bieten. Ja, sie haben doch die Flugkorridore Richtung Süden gemacht. Wie gesagt, und du hast ja auch in Israel 1,8 Millionen muslimische Araber, die dort unten leben. Ganz ehrlich, also wenn da irgendwie von einem Genozid oder so gesprochen wird, dann ist das voll an der Definition vorbei, weil dann müsste Israel... Ein Genozid ist ja, wenn man ein Volk, beziehungsweise... Wenn man die vollkommen, beziehungsweise teilweise strukturell umbringen will und das auch so offen bekundet. Also wenn man sich die Definition anschaut, die Definition sich bei Israel... Es tut mir leid, ich will jetzt nicht unverschämt klingen, aber hast du nicht gesehen, seit 1948 findet das schon statt. Wie viel Land ist noch übrig geblieben, was damals Palästina gehießen hat? Wie heißt es denn heutzutage? Ja, ey Moritz, diese Leitung hier, ich bin in der Tiefgarage gerade angekommen, deswegen... Wo waren wir gerade stehen geblieben? Bei Fluchtkorridoren, ne? Ja, ja. Moritz, weißt du, warum das eine Lüge ist? Kann ich dir bitte auch das ganz kurz aus deinem Mindset, aus deinem Gedächtnis rauslöschen? Meine Mutter ist aus Gaza City geflüchtet nach Rafah. Ja, und sie war einer der ersten Personen, bevor überhaupt ein Sicherheitskorridor eröffnet wurde, war sie schon in Rafah. Und wenn du meine Mutter fragst, wie sie die Hamas behandelt hat, sie haben sie eher beschützt, als... Also ohne sie hätte sie nicht mal rauskommen können. Ja, das heißt, diese Behauptung immer, dass Hamas auf uns schießt, ich würde vor Gericht gehen, ich würde mich 20 Jahre lang einsperren lassen für diese Aussage, dass Hamas noch nie auf einen Palästinenser, der nichts mit Verrat, der nichts mit Israel zu tun hat, ja, indem er uns verrät als Staat, also für die, ich rede gerade so, als ob ich die Hamas wäre, wow. Aber du verstehst schon, worauf ich hin. Also wir haben zum Beispiel, das ist ein Wort auf Al Jazeera ausgestrahlt, da war einer der Berichter im Krankenhaus. Und dann hat einer von denen, die ja zu Patienten waren, ja, warum lässt die Hamas uns nicht frei? Warum müssen wir hier eingesperrt sein? Und dann hat der Reporter ganz schnell das Mikrofon beiseite gezogen, weil er gemerkt hat, oh, da wird ja gerade was gezeigt, was wir gar nicht wollen, und hat dann versucht, ganz normal weiterzumachen. Also es ist... Kannst du mir das schicken? Kannst du mir das schicken? Das wäre toll. Also das habe ich... Ja, gerne, das kannst du dir gerne schicken. Hast du, also ist es auf YouTube, auf TikTok, oder hast du irgendwo das gesehen? Ja, ich kann dir einen Klick dazu schicken. Und wie gesagt, ich sehe das so und ich habe mir ja angeschaut, was hat die Hamas gemacht, beziehungsweise was ist der Sinn, den die Hamas darin sieht, in den Aktionen, die die macht. Und wie gesagt, allein daran, dass die Hamas selber sagt, hier, die UN ist für den Schutz dieser Leute da unten zuständig. Das sind wir gar nicht. Und wie gesagt, man sieht ja, worin sie ihre Mittel reinsetzt. Allein schon dahin, wie viele Raketen sie gegen Israel schießt. Wenn sie wirklich Frieden wollen würde, wenn sie die Zivilbevölkerung beschützen wollen würde, warum würde sie dann nicht sagen, hier, zum Wohle des Volkes von Gaza, wir wollen, wir legen die Waffen nieder, wir wollen, dass nicht nur mehr Schaden entsteht, weil die Prämisse von Israel, dass dieser Krieg aufhört, ist, dass die Hamas... Aber du weißt, dass wenn sie die Waffen niederlegen, dass sie dann wieder wie in den 2000ern Siedlungen bauen würden und man wieder unser Land klauen würde, auf gut Deutsch. Also Moritz, du darfst es immer nicht vergessen. Du darfst eins nicht vergessen, Moritz. Das Verbrechen der Israelis ist noch lange nicht so hart. Also ich sage auch bewusst Israelis, auch jetzt Palästinenser, weil man auch alle jetzt mal langsam in einen Topf packen muss und man über beide Völker reden muss. Das Problem ist, dass das, was die Israelis machen, mit der Hilfe der israelischen Regierung, dieses bewusste Siedeln in der Westbank, das ist ebenfalls das, was halt von der Welt nicht so schlimm dargestellt wird. Ja, das wird nach außen hin so dargeträgt, als ob das ja, die haben einfach keine Miete bezahlt oder, oder, oder. Aber zu verstehen, dass diese Menschen nie wieder dahin dürfen, dass sie selbst diese Straßen nie wieder betreten dürfen, weil jetzt da ein Israeli wohnt, bewusst von der Regierung hingepflanzt, weil sonst würde man ja diese Straßen nicht betreten dürfen. Und das wird nach außen gar nicht so schlimm dargestellt, finde ich. Ja, Moritz, verstehe mich nicht falsch, das Siedeln ist für uns wie umbringend. Du bringst da mit uns um, du nimmst uns Land weg und du sorgst dafür, dass wir kein Existenzrecht mehr haben. Was denkst du, weswegen ich vorhin diese Groß-Israel-Karte gezeigt habe? Was denkst du, warum man jetzt gerade die Westbank einnimmt? Man will Groß-Israel haben. Guck mal, Moritz, die Wahrheit zu sagen, Moritz, die Wahrheit, Moritz, ganz kurz. Dann lass mich doch wenigstens gerade antworten. Erstmal vielen Dank an Elisheber. Das Ding ist halt, schau mal, Israel selber befindet sich doch seit seiner Gründung dauernd in der Situation, dass es schauen muss, dass es sein Existenzrecht verteidigt. Wenn Israel zu dem Standpunkt kommt, wie gesagt, dass die Gebiete, wo es sich dann verteidigen muss, sagt hier, wir kriegen von da Angriffe, da Angriffe. Wir müssen schauen, dass die Leute, die wir auch bei uns im Gebiet haben, sicher sind. Also ich sehe es ehrlich gesagt so. Israel befindet sich in der Situation, dass es von allen Ländern drumherum eingekesselt wird. Und alle Länder drumherum haben, wie gesagt, an dem Gründungstag von Israel, Israel angegriffen, weil allein schon die Existenz dieses Staates... Aber was haben wir Zivilisten in Palästina damit zu tun? Was hat die Westbank mit den Angriffen von Irak, Syrien, Libanon, was hat... oder Hamas selbst? Was haben wir beispielsweise auch die Westbank damit zu tun? Weißt du, dass es in der Westbank ABC-Gebiete gibt? Ich meine, wie das Alphabet, ich meine, das ist ein Witz. Ein ABC-Gebiet. Schau mal, meine Meinung dazu ist, wenn die Zivilbevölkerung, beziehungsweise wenn man ein Abkommen mit der israelischen Regierung schließt, dass man die ehemaligen Grenzen von früher nimmt, dass die Leute dann da in Ruhe siedeln können und dass dann da insofern Frieden wäre, wenn das möglich wäre, politisch gesehen, glaubt mich, ich wäre der Erste, der sagt hier, selbstverständlich, also ganz ehrlich, mich interessiert es ehrlich gesagt nicht, ob man jetzt sagt hier, die Leute sollen in dem Gebiet ja ruhig sein, das ganz ehrlich, wer bin ich, um Leuten irgendwie das Existenzrecht oder so abzusprechen, im Gegenteil, die Leute sollen ihr Gebiet haben, wo die leben wollen, aber da muss man doch erstmal eine Grundlage... Aber tut man das nicht, tut man das nicht, Moritz? Nein, die sind die Handel von der Hamas und abgelehnt, alle Frieden sind... das ist Westbank, wir reden gerade über die Westbank, scheiß mal jetzt auf Gaza ganz kurz, wir reden uns über Westbank, selbst die Westbank lehnt das Ganze ab, die Westbank sagt doch auch hier, Israel hat doch... Die Westbank ist doch besetzt, die Westbank hat doch gar keine Entscheidung, das sind wie... Ich zitiere von einem israelischen Soldat, was er mal gesagt hat, so eine schöne Aussage von ihm, da hat er gesagt zu einem Reporter, was willst du hier aufnehmen, hier sind nur Affengehege, da ist ein Gorillagehege und die sind alle eingesperrt, du, du... Und das ist halt dieser Witz, aber gleichzeitig auch die Realität, zu verstehen, dass die Westbank nichts zu sagen hat, diese Leute dauerhaft kontrolliert werden, und jetzt auch noch eine schlimme Sache, die Westbank gehört ja eigentlich uns, unserem Präsident, sage ich mal, Abbas, die Witzfigur, aber nichtsdestotrotz dürfen sie dort siedeln und er kann nichts dagegen machen, obwohl er ein Militär hat, obwohl er Hubschrauber hat, ich meine, das ist auch ein Witz, der hat ein starkes Militär, das weiß man auch, dass er nicht ein paar Mann nur hinter sich hat und dieser Mann jetzt auch nicht dumm ist, auch wenn er alt ist und am Ende ist, nichtsdestotrotz, es ist ein Fakt, die Westbank ist besetzt von denen und diese Checkpoints da drin, diese, ja, du darfst nicht durch diese Straße, ja, du darfst nicht durch diese Straße, ja, diese Straße ist nur für Juden, diese Straße ist für Araber, diese Einkaufsstraße existiert jetzt nicht mehr, diese Geschäfte werden aufgegeben, darüber redet keiner hier, weißt du, wie viele Menschen einfach ihr Leben verdienen, du, du tust es hier bei fast 130 Zuschauer, gar nicht thematisieren, verstehst du, was ich meine, wir reden die ganze Zeit über die Hamas, aber Moritz, gib uns doch mal einen Moment, nur über diese Seite zu reden, ich meine, wir reden doch die ganze Zeit wirklich nur über Gaza, über die Hamas, ich habe das tausendmal verurteilt, ich habe euch tausendmal gesagt, das Ding ist dafür nichts für mich, dass die Typen drehen genauso durch wie die IDF, die muss man beide mal nehmen und mal in den Hintern treten, Fakt, sei es jetzt, man muss jetzt nicht alle Typen von der IDF verurteilen, aber dennoch muss man, darf man das auch nicht auf der anderen Seite so sehen, weil manche verlieren auch ihre Eltern, haben kein, niemand mehr überleben als einziger von einem Anschlag, hast du dir mal da arabische Geschichten angehört, ich bin ja auch da geboren, da denkst du dir ja nicht, dass ich mal ein paar Geschichten gehört habe, und wie, dass mir die Tränen, du weißt schon, worauf ich hinaus will, und das halt das Ding, Moritz, das ist nicht in die Opferrolle geben, das ist die Realität, Bro, das sind tausende Menschen, also das sind nicht 1, 2, 3, 4, wir reden hier nicht von, ja, die Typen, die regen sich auf, aber haben nur 2, 3 Tote, nein, wir reden hier von, in jedem Krieg fallen immer, anstatt 1 zu 70, 1 zu 100 mittlerweile, ja, es ist ein Fakt, 1 zu 100, ich bitte dich, wofür? 1 zu 100 Zahl, das hat Mohamed Hijab reingebracht, das ist ein Fakt, guck doch mal, wie viele ist Tote, die andere, schau mal, Mohamed Hijab selber, hat sich auf die 1 zu 100 Ratio bezogen, 1 zu 100 Rate, so, aber da wurde gesagt, hier, die Hamas selber, wurden 60 Hamas Leute ausgelöscht, so, aber es ging um, Offiziere, es ging nicht um normale Hamas Kämpfer, das heißt, diese 100 zu 1 Ratio, das ist schon mal, in dem Sinn, aus dem Kontext, komplett aus dem Kontext gerissen, weil es ja nur die Offiziere gewesen sind, was da an Hamas Kämpfer noch unten drunter, und da hat ja auch einer, ein Lieutenant, der IDF gesagt, hier, wir haben tausende, tausende Hamas Kämpfer bereits ausgeschaltet. Haben sie definitiv nicht, also, die Namen sind ja auch alle bekannt, jeder hat eine ID Card, alle Namen werden gelistet, jeder Tote wird registriert, der gefunden wird, da kann man ja direkt nachvollziehen, von wo der Tote stammt, und das wird auch veröffentlicht. Assalamu alaikum, hallo Moritz. Und Hamas Kämpfer, mein Zoom. Ja genau, also, wenn das, wenn das Hamas Kämpfer wären, dann, dann könnten die die nachvollziehen, und würden auch die Namen von denen veröffentlichen, tun sie aber nicht. Das Ding ist, woher hast du eigentlich deine Information, also, in Bezug auf, du sagst, alle Friedensangebote werden seitens, von Palästina abgelehnt, beziehungsweise von der Westbank, und von Hamas, hast du gesagt. Der politische Charter der Hamas, also ihr Grundsatzprogramm. Ja, aber das, das ist doch, das ist doch komplett irrelevant, weil alle beziehen sich immer auf den Staatscharter. Der Staatscharter bezieht sich, worauf die Leute sich beziehen, da steht doch, Juden, Christen und Muslime, friedlich, zusammenleben, und der Hadith, der darunter genannt wird, der bezieht sich auf die Endzeit. Der bezieht sich nicht auf jetzt. Das ist ein Endzeit-Hadith, wenn der Antichrist kommt, und so weiter. Aber, warte kurz, warte ganz kurz, aber, guck mal, wir reden immer über die Charter von 87, richtig? Aber seit 97 wurde die Charter umgeschrieben. Und seit den letzten 10 Jahren hat sogar die Hamas 11 Friedensangebote an Israel geschickt, wo alle darauf abgezielt haben, auf die Grenzen von 67 zurückzugehen, und dass es dann kompletten Frieden gibt. Das kannst du nicht so einfach verändern. Ich sag dir auch jetzt warum. Weil vieles, was in der Charter der Hamas drinsteht, sind rein religiös-politische Inhalte, die du gar nicht verändern kannst, die quasi eine Ewigkeitsklausel haben selber. Die Hamas selber spricht bereits in ihrer Eröffnungsklausel Israel komplett das Existenzrecht ab. Sie sagt ja selber, Israel wird existieren und wird weiter existieren, bis der Islam es auslöscht. Und sie akzeptiert in das Existenzrecht von Israel und auch nicht in der neuen Fassung von 2017, in keinster Art und Weise. Also wenn du dir mal die Charter aus 2017 liest, sie haben das im Wortlaut zwar abgeändert, aber der Inhalt ist noch derselbe. Ja, den Hadith, auf den sich alle mal beziehen, sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, versuchst du das hier irgendwie schönzureden? Versuchst du hier Hamas gerade schönzureden? Es geht nicht um schönreden. Es geht um, wenn man über, guck mal, wenn man religiöse Inhalte mit reinbringt, dann muss man auch ein religiöses Verständnis dafür entwickeln. Was ist denn religiöses Verständnis? Klar und deutlich wollen die die Juden töten. Nein, es geht nicht um den Lenden. Oh, warte mal, wurde dir gesagt, geh mal Bäume pflanzen, du weißt was. Ich meine, wurde dir das schon gesagt? Ja, und das ist auf den Jagdmarktraum. Guck mal, die Frage ist, diesen Hadith, auf den sich alle immer beziehen. Das ist keine Frage, wenn die, wenn die, Herr Hamas, das selber sagt, selber wie die, die machen das sagt. Die Frage ist, hat ein Baum zu dir gesprochen? Hat ein Stein zu dir gesprochen? Sö mal. Nein, und zu dir wird auch kein Baum oder ein Stein sprechen. Das steht doch in diesem Hadith, auf den sie sich beziehen. Das steht doch in diesem Hadith, weil dieser Hadith bezieht sich, ihr kennt doch alle die Geschichte vom Antichristen, oder? Der bezieht sich auf die Endzeit, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt. Nein, nein, du brauchst nicht gar nicht, um schön zu reden. Ja, okay, wenn du so kommst, du brauchst nicht, um schön zu reden. Guck dir die Videos an von der Hamas. Die sagen das doch selber. Wo sagen die das denn? Da brauchst du keine Charter, da brauchst du gar nichts. Ein Video von denen reicht, dass du das siehst. Okay, das zeigt mir, wo die das jetzt sagen, in einem Video, dass Israel ausgelöscht werden. Immer, wenn die reden, reden die von Zionia. Dass das zionistische Regime fallen muss und mit den Juden in Frieden leben. Immer davon reden die jetzt. Guck mal, du brauchst jetzt nicht irgendwie zu wechseln zu Zionisten oder so. Bitte, ja? Brauchst du nicht. Ja, wir wissen ganz genau, wer die Zionisten sind. Ja? Also komm jetzt nicht hier mit, ah, die Renivationisten. Ja? Also bitte komm nicht mit diesem Part. Ihr wisst wirklich nicht, wer die Zionisten sind. Ihr wisst nicht, wer die Zionisten sind. Du weißt nicht, wer die Zionisten sind. Der Anführer der Hamas selber, Ghazi Hamad, hat selber gesagt, dass die immer und immer wieder diese Massaker durchführen werden, bis Israel komplett ausgelöscht wird. Das hat der Anführer erst vor kurzem gesagt. Und er hat auch gesagt, dass sie stolz sind, ein Volk von Märtyrern genannt zu werden. Und man wird diesen Preis auch zahlen. Das hat er selber gesagt. Sag mal, hast du geschlafen? Oder so die ganze Zeit? Er hat gesagt, guck mal, die Rede, die du gerade zitiert hast, die stimmt teilweise. Er hat gesagt, es wird immer wieder passieren, bis die Unterdrückung und die Ungerechtigkeit des feministischen Regimes aufhört. Das hat er gesagt. Genau das hat er gesagt. Bitte, nein. Das andere hat er nicht gesagt. Alter, wie kann man denn so? Wie kann man so drauf sein? Sprichst du gut Arabisch? Hast du die Rede verstanden? Hamas sympathisierst. Ich sympathisiere doch gar nicht mit denen. Guck mal, ich distanziere mich sogar von denen. Ich distanziere mich von denen und ich sympathisiere mich mit denen. Aber egal, über wen du redest, auch wenn einer über Israel redet und Lügen verbreitet, dann sage ich, hey, halt, stopp. Das stimmt nicht. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, wenn du sagst, dass die israelische Regime, was gerade da ist, keine Terroristen sind, dann liegt es genauso. Was redest du da, Junge? Wenn du dich von der Hamas distanzierst, musst du dich von dem aktuellen zionistischen Regime distanzieren. Wenn du das nicht tust, wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht, hör mir zu, wenn du dich nicht von der Regierung distanzierst, wenn du dich nicht von einem verurteilten Terroristen, wie wenn du dir distanzierst, der einen Massenmörder an seiner Wand hat, dann sympathisierst du mit Terroristen. Du sympathisierst mit Terroristen, wenn du sagst, ich sympathise. Ich bin da ein Terrorist, deiner Meinung nach. Ja, dann tu das doch. Lass mich jetzt mal zitieren aus der Rede. Also, Israel ist ein Land, das hat keinen Platz in uns. Wir müssen dieses Land removen. Wir müssen sie herausreiben. Because it constitutes a security, military and political catastrophe. Also, es ist eine sicherheitsmilitärische und politische Katastrophe, sagt er. Warte, ich zitiere gerade weiter. Zu den arabischen und islamischen Nationen und muss beseitigt werden, hat er ja gesagt. Und wir sind nicht beschämt, das zu sagen, mit voller Kraft. Wir müssen Israel eine Lektion erteilen und wir werden das wieder und wieder tun. Die Al-Aqsa-Flut ist erst das erste Mal und er wird eine zweite, dritte, vierte, fünfte Zeit sein. Weil wir die Auslöschung, die Antwort und die Ressourcen zum Kämpfen haben. Sagt er selber. Der Junge hier Aboudi oder wie doch immer heißt, du hast keine Ahnung. Die letzte Rede, die ich gesehen habe, war auf Arabisch und die ging ein bisschen anders. Aber wenn du die Rede hast, kannst du, und die auf Englisch oder so ist, kannst du sie mir gerne schicken. Ich gucke sie mir an. Die reden doch direkt auf Englisch. Was redest du eigentlich? Okay, dann schick mir das mal bitte. Ich schicke dir gar nichts an. Das ist deutlich zu sehen. Ich muss dir nicht überweisen. Du brauchst mir sowieso nichts schicken. Du distanzierst dich nicht mal von Ben Gwir. Du unterstützt Terroristen. Ich bin der Terrorist anscheinend. Mit denen braucht man doch nicht reden. Pass auf, wie du redest. Pass auf, wie du redest. Du distanzierst dich doch nicht von Ben Gwir. Ben Gwir ist seit 2007 ein verurteilter Terrorist. Pass auf, wie du redest. Ist er verurteilter Terrorist. Vor was soll ich aufpassen? Ist Ben Gwir ein verurteilter Terrorist? Distanzierst du dich von ihm? Distanzierst du dich von ihm? Das ist eine ganz einfache Ja-oder-Nein-Frage. Du fragst, ob ich mich distanziere. Du fragst doch jedes Mal, distanziert ihr euch von Hamas? Distanziert ihr euch von Hamas? Distanzierst du dich von dem verurteilten Terroristen in Israel? Ja oder nein? Das ist eine einfache Frage. Von wem soll ich mich distanzieren? Ben Gwir, nationaler Minister für Sicherheit. Distanzierst du dich von ihm? Nein, ich distanziere mich von Kfz. Okay, er ist ein verurteilter Terrorist seit 2007. Er durfte nicht mal zum israelischen Militär. Er hat Palästinenser umgebracht und wurde dafür verurteilt. Warte mal, was jetzt? Warte mal, was jetzt? Muss ich mich von dem distanzieren? Wer bist du eigentlich? Ja, natürlich. Ansonsten distanzierst du dich nicht von Terroristen. Nein, nur weil verurteilt ist, muss ich mich distanzieren. Sag mal, wer bist du, dass du mir sagst? Also sagst du, Leute müssen sich von Terroristen distanzieren, aber du selber willst dich nicht distanzieren. Guck mal deine Doppelmoral. Guck mal deine Doppelmoral. Du sympathisierst doch mit Terroristen und willst anderen... So, Junge, jetzt hast du Sendepause. Du redest ein bisschen hier zu viel. Du sympathisierst mit der Hamas. Du sagst mir nicht, mit wem ich hier mich sympathisiere oder nicht, ja? Du wirst mich, du wirst jetzt hier nicht fragen. Wenn du das nicht hinbekommst. Doppelmoral. Was für Doppelmoral. Doppelmoral. Ja, guck mal, wenn du das so feierst mit der Hamas, ja? Feier ich nicht, aber du feierst doch deine Terroristen. Du stehst doch zu denen. Ich hab doch gesagt, ich distanziere mich von denen. Du hast gar nichts gesagt. Ich hab gesagt, ich distanziere mich von Hamas. Ich hab gesagt, ich distanziere mich davon. Du distanzierst dich aber nicht von verurteilten Terroristen. Siehst du den Unterschied zwischen uns beiden? Du stehst zu denen. Sabin Quir ist genauso wie Hamas. Er hat Palästinenser umgebracht und wurde dafür verurteilt, für terroristische Anschläge. Ich hab gesagt, jeder, der irgendjemand getötet hat, ist wie die Hamas. Der ist doch noch schlimmer. Noch schlimmer als die Hamas. Noch schlimmer. Gibt es noch schlimmer? Ja, nee, er könnte Anführer sein von... Hast du dir mal angeboten, was die Hamas macht mit den eigenen... Er hat einen Poster von einem Massenmörder bei sich hängen, weil er ihn feiert. Hast du dir das mal angeguckt? Er hat einen Poster von einem Massenmörder. So, du bist die ganze Zeit nur am gucken, was... Ich verstehe das nicht. Anstatt dass du guckst, was bei deinem Teller losgeht, ja, ist, guckst du auf Teller von Israel. Die ganze Zeit seid ihr mit euren Augen bei Israel. Guck doch mal, was in Gaza passiert. Guck doch mal da, was mit den eigenen Zivilisten passiert. Hast du das verpasst, was die Hamas mit den Zivilisten gemacht hat? Weil die diesen Verdacht hatten, hier, da ist wahrscheinlich ein Spion. Hast du das verpasst? Ja, ich scheiß auf die Hamas. Guck mal, ich scheiß auf die Hamas. Na, ich rede, du bist leise. Ich rede. Hast du das verpasst, dass die gleich da nach irgendwo hängen? Warte mal, so hoch. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Ruhe kriegen. Also, ich habe eine Frage. Hast du eine Ahnung zu den Fluchtkorridoren, die gerade von Israel nach unten geschaffen werden? Hast du ihn rausgeschmissen? Ja, habe ich. Okay. Ne, ich wollte mal mit dir über die Fluchtkorridore sprechen, weil du hast ja aktuelle Informationen. Mit denen kannst du gar nicht reden. Der unterstützt dir die Hamas. Anstatt zu gucken, was da passiert. Die Show meinte, diese Fluchtkorridore da unten gäbe es gar nicht. Ja, die Show, guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, die Show, der kennt meine Meinung. Warte, wann habe ich das gesagt? Warte mal, wann habe ich das gesagt? Also, schau mal, Show, wir hatten eben miteinander diskutiert und du hast gesagt, nein, Israel hindert die Bevölkerung daran. Und die Hamas würde denen helfen. So hattest du das in der Art gesagt. Wie gesagt, ich habe gesagt, dass sie uns helfen, aber ich habe nicht gesagt, dass Israel irgendetwas verhindert. Das habe ich nicht mal, nee, das habe ich nicht ausgesprochen. Guck mal, ich sage, Show, ich sage dir jetzt ganz ehrlich, ich werde mit dir nicht diskutieren. Das weißt du auch. Ich kenne deine Meinung, du kennst meine Meinung. Wenn wir jetzt hier anfangen zu diskutieren, dann haben wir wieder einen Streit oder diskutieren und dann wird das eskalieren. Will ich nicht, okay? Gar keine Lust. Ich habe deine Meinung, ich habe meine Meinung. Deswegen mit dir werde ich nicht darüber reden. Wenn dieser andere noch hochkommt, eigentlich macht das gar keinen Sinn, weil er sagt, ich bin... Könnt ihr ihn bitte hochnehmen, das war auch ein bisschen unfair. Nimm ihn mal bitte hoch. Dass ich ein Terrorist bin, sag mal... Nimm ihn doch einfach hoch, bitte. Er wird nicht mehr das sagen. Ist das dein Freund oder was? Nein, aber ich würde schon gerne, ihn weiter zuhören, weil er hat schon recht teilweise. Er hat gar kein Recht, Alter. Er sagt, ich bin ein Terrorist, aber was ist bei dir so? Darüber, weil du sagst, du bist Zionistin. Das ist nicht so cool. Ich bin Zionistin. Nein, du willst nach Zion, aber nicht Zionistin. Hör mir mal zu, 25% der Juden sind Zionisten, Punkt, okay? Dann egal, was er sagt, das sind die Juden. Dass ihr hier irgendwelche Propaganda habt von Zionisten und denkt irgendwie, wir wollen uns vergrößern oder keine Ahnung, was anderes machen, das ist euer Problem. Das interessiert mich auch nicht, aber er kommt nicht hierher und sagt mir, ich bin ein Terrorist, ganz, ganz bestimmt nicht, ja? Hope, ich habe nicht gesagt, du bist ein Terrorist. Ja, das hast du gesagt. Ich habe gesagt, ich habe dich gefragt, ob du dich vom, guck mal, ich rede jetzt ganz ruhig, ich habe dich deutlich gefragt, wenn du bist ein verurteilter Terrorist, distanzierst du dich von ihm. Was hast du davor gesagt? Du hast gesagt, nein, du hast gesagt, nein, ich stehe zu ihm. Dann habe ich gesagt, du unterstützt Terroristen. Ich habe nicht gesagt, du bist eine Terroristin. Das ist ein deutlicher Unterschied. Zionisten sind Terroristen, ich bin ein Zionist. Ich habe nicht gesagt. Doch, hast du gesagt davor. Du verdrehst meine Worte. Ich habe gesagt, das zionistische Regime, was gerade an der Macht ist, was verurteilte Terroristen in ihren Reihen hat, das ist ein Terrorregime. Ich habe dich gefragt. Ich habe nicht gesagt, jeder Zionist ist ein Terrorist, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dich gefragt, du hast ja gesagt. Nein, ich habe gesagt, das jetzige Regime. Okay, das heißt, also ich als Zionistin bin kein Terrorist. Nein, aber du unterstützt einen Ben Gwirr, weil du dich nicht von ihm distanzieren willst. Ich komme mir mal zu, ich muss mich von keinem distanzieren, außer von der Hamas und von der Hisbollah und dem Terror. Also nach deutschem Gesetz, wenn jemand ein verurteilter Terrorist ist, verurteilt. Wo bitte ist er ein verurteilter Terrorist? Er wurde von einem israelischen Gericht. 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 Er wurde von einem israelischen Gericht wegen Terrorismus verurteilt. Warte mal, Abudi, warte mal kurz, du kannst sofort weiterreden. Hope, ich bin gerade mal fünf Minuten weg. Übernimmst du mal so lange? Ja. Jo, danke. Bis gleich. Zeig mir, woher er ist. Scheiß, guck mal, das kannst du selber googeln. Ben Gwirr, nationale Sicherheit. Weißt du, es ist mir scheißegal, wer diese Person ist. Es ist mir scheißegal. Er ist doch ein aktueller Politiker. Dann ist er aktuell. Das interessiert mich nicht. Du verstehst gerade nicht, dass es mich nicht interessiert, was er gemacht hat oder was er ist. Du weißt, wir reden gerade hier von der Hamas und du wirst mir nicht irgendeinen Menschen bringen und sagen, dass er genauso wie die Hamas ist. Kannst du mir nicht bringen, ja? Du weißt anscheinend nicht, wer die Hamas ist und was die gemacht haben. Guck mal. Ich stelle dir eine Frage. Was hat die West Bank mit der Hamas zu tun? Nein, hör mir mal zu. Du stellst mir hier nicht die ganze Zeit fragen. Ich glaube, du bist verwirrt. Nein, du bist verwirrt. Doch, nein. Du verstehst nicht. Guck mal, das Problem an der Sache, ich hab dich ja aus einem ... Ich bin nicht bei dir. Guck mal, ich rede doch vernünftig mit dir, oder? Na jetzt? Ich schreie dich nicht an. Ich rede vernünftig mit dir. Ich hab dich aus einem bestimmten Grund nach Ben-Wir gefragt. Warum? Weil dieser Typ, er hat eine illegale Siedlung. Er wohnt in der West Bank. Weil das seine Aussage ist. Er selber träumt von Groß Israel. Er bekundet das offen. Er macht kein Geheimnis daraus. Er wohnt in der West Bank, um ein Statement zu setzen. Er ist ein verurteilter Terrorist, der auf der West Bank, auf palästinensischem Land wohnt. Deswegen hab ich dich gefragt, distanzierst du dich von ihm? Du sagst nein. Und jetzt fragst du mich immer noch, ist der nicht so schlimm wie die? Er betreibt doch immer noch diese Sachen. Es ist mir scheißegal, wer dieser Ben ist. Es interessiert mich nicht, okay? Okay, noch einmal. Du bringst mir nicht einen einzelnen Menschen hier und sagst, der ist genauso schlimm wie der Hamas. Das bringst du jetzt nicht hierher. Es ist doch nicht ein einzelner Mensch. Wenn du das nicht hast, dann ist es nicht okay, wenn er was Falsches gemacht hat. Ich weiß nicht, was er genau da gemacht hat. Es interessiert mich gerade nicht, was er gemacht hat. Du brauchst mir jetzt nicht irgendeinen zu bringen, ja? Wir reden hier von der Hamas. Wenn du nicht weißt, wer die Hamas anscheinend ist, dann muss man es dir wahrscheinlich erklären. Oder guck dir die Charter von der Hamas an, ja? Weil sein Ziel ist es, von der Hamas die Juden auszulöschen plus Israel. Ich weiß nicht, was Ziel von Ben Quir war, ja? Ob er das auch als Ziel hatte, ja? Aber er war noch immer alleine und nicht wie die Hamas, wie du so sagst, als Gruppe, ja? Es gibt schon einen Unterschied, wenn man eine Person... Er ist nicht alleine, er hat eine ganze Partei hinter sich. Abudi, du hast eben gerade gefragt, was die Westbank mit Gaza zu tun hat. Ja. Wer ist für die Westbank zuständig? Die Hamas? Die PLO. Und die UNWRE hat dann nichts mehr zu tun? Die PLO ist dafür zuständig. Sie haben einen blutigen Krieg mit der Hamas geführt. Sie sind Gegner der Hamas. Hat die UNWRE nichts mit der Westbank zu tun? Du meinst die URNWA? Die UNWRE, genau. Das ist eine Hilfsorganisation. So, was macht die UNWRE in der Westbank? Wo ist sie zuständig? Das ist eine Hilfsorganisation, habe ich doch schon gesagt. Ja, was macht die da? Was macht die da? Humanitäre Hilfe. So, in ihrer humanitären Hilfe, die sie da leistet, gibt sie auch Schulmaterial an die Westbank aus? Keine Ahnung, habe ich die nicht gefragt. Das solltest du aber vielleicht mal tun. Dann würdest du nämlich feststellen, was dann die Westbank mit der Hamas gemein hat. Und zwar in der Form, dass die UNWRE genau das gleiche Gedankengut verteilt, was die Charter der Hamas besagt, nämlich tötet den Juden. Und das ist das eigentliche Problem. Also du sagst, eine Hilfsorganisation verteilt das. Die UNWRE verteilt Schulmaterial. Dieses Schulmaterial, da kannst du dich auch ganz einfach zu informieren, weil wir unter anderem unterstützen in Form von humanitärer Hilfe auch die UNWRE. Die UNWRE hat dann, und das wurde auch in dem Bundestag diese Anfrage gestellt, wie es da aussieht, was für Schulmaterial sie da vergibt. Daraufhin hat man als Bundesregierung geantwortet, man könne ja nicht vorschreiben, was die UNWRE an Schulmaterial ausgibt. Das ist das eigentliche Problem. In der Form, in deiner Fragestellung, die du da gestellt hast, sieht es ganz einfach so aus, dass die Westbank in Form von dem, was sie da den Kindern schon beibringt, was die Hamas in ihrer Charter stehen hat, da eine eindeutige Verbindung zu sehen ist, nämlich der Judenhass. Der Judenhass, der so weit geht, dass sie die Juden umbringen wollen. Und das ist die Verbindung, die man da auf jeden Fall benennen sollte. Von daher ist das die Antwort auf seine Frage. Also ich habe selber Familie, die von der Westbank kommt. Und ich kenne keinen, der das in der Schule dort gelernt hat. Ich kenne aber diese Videos, ich kenne aber diese Videos, die du meinst mit diesem Schulmaterial. Das ist ein Hack. Ja, ja, ich kenne diese Videos und genauso... Nein, das sind keine Videos, das habe ich selber gesehen. Ich kenne diese Videos und genau die gleichen Videos kenne ich andersrum. Und du kannst die Kinder vor Ort auch fragen. Du kannst die Kinder vor Ort fragen, die werden dir das sagen. Wir brauchen die Kinder vor Ort gar nicht fragen. Es gab die direkte Anfrage, die direkte Anfrage bei uns, weil wir im letzten Jahr knapp eine Milliarde da an humanitäre Hilfe dann nach Palästina geleistet haben. Und diese wurde genutzt, wie zum Beispiel für Wasserleitungen, die die Hamas wieder ausgebuddelt hat, um da Blitzknaller draus zu bauen. Diese Hilfe wurde aber auch geleistet und auch dafür benutzt, um zum Beispiel Schulmaterial auszugeben über die Umbre an die Kinder. Und diese Kinder lernen in der Schule von klein auf an, von klein auf an, lernen sie es. Und dass sie dieses Gedanken gut gleich in den Kopf geballert. Okay, aber... Okay, aber... Ich kenne aber die Videos und ich kenne die Videos auch auf israelischer Seite mit genau der gleichen Sache. Aber deswegen würde ich jetzt nicht losgehen und sagen... Warte doch mal kurz. Warte, erzähl mal bitte. Ich würde das nicht machen wie ihr und sagen, jede israelische Schule lehrt das. Aber ich kenne diese Videos... Warte, erzähl mal bitte das Video von der anderen Seite, erzähl mal, weil ich war ja auf der Schule in Israel. Kann ich dir gerne schicken, wo die den Kindern beibringen. Ja, ich kenne das Video auch. Baut den dritten Tempel, vertreibt die Araber, vertreibt sie rüber in Westjordanland nach Jordanien. Warte mal, hast du gesehen, was für Kinder da sitzen, wie die angezogen sind und so? Die sind doch eine offizielle Schule. Willst du jetzt darauf hinaus, dass das orthodoxe sind? Warte mal, hast du nein, 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 so offiziell, wie du denkst, ist es nicht. Hast du dir angeguckt, was für Kinder da sitzen, wie die angezogen sind? Orthodoxe Juden, ja. Ja, die ganz, ganz harten. Ja, und das sind nicht alle. Das sind nicht die Schulen. Die werden doch geduldet. Aber da werden Schulen und die werden geduldet. nicht die Schulen von Israel. Weil ich dir sagen kann, ich war auf der Schule dort und ich habe sowas nicht gelernt. Wenn die das da in deren Schulen machen, du hast ja gesehen, wie die angezogen sind, das sind normale, ganz normale, die normale dort lernen. Die anderen, sagen wir mal so, die so wie ich sind, die da gar nicht auf diese Schule gehen würden, die lernen sowas nicht. Es gibt einen Unterschied. Aber gut, dass du das sagst. Ich kann was fragen. Warte ganz kurz, schau, ich will nur eine Sache sagen. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich mit Show rede oder mit dir, weil irgendwie redet sie gleich, ja? Ja, wir klingen gleich, ja. Ja, ja, der ist mein Bruder. Ja, hab ich das gemerkt. Gut, dass du das sagst. Nein, ich kenne ihn gar nicht. Nein, ich kenne ihn nicht mal. Also wir sind befreundet, wir kennen uns über TikTok. Ich habe ihn aber noch nie privat irgendwie, ja, nee, so, ich küssere ihn. Ja, ich glaube, wir kommen nicht mehr aus der gleichen Stadt. Auf jeden Fall, gut, dass du das sagst. Auch geil, ja, Walla, ich glaube. Ich glaube, ja, so wie ich verstanden habe, kommt er aus einer anderen Stadt. Ist jetzt egal, woher hier kommt. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall, aber gut, dass du das angesprochen hast, dass das nicht normale sind. Aber Aboudi, warum relativierst du jetzt eine Sache? Warum gehst du dich auf das ein, was ich da eben gesagt habe? Du stellst eine eindeutige Frage. Nein, nein, ich... Ich stelle doch keine eindeutige Frage. Du fragst dich, du schaffst die Frage, du stellst, was kann man da in der Westbank sehen, was zum Beispiel im Gazastreif zu sehen ist. Wo kann man da einen Vergleich setzen? Ich gehe doch kurz daraus ein. Auf jeden Fall, auf beiden Seiten, dass Gedankengut da ist, dass den Kindern beigebracht wird, die auf jeden Fall ein Interesse haben, nämlich den Juden zu töten. Und nun kommst du gleichzeitig um ein Gespräch von einer Person, die vom Großreich Israel träumt. Mal ganz ehrlich, die Träume und die Realität sind erstmal unterschiedlich zu sehen. Nein, nein, das war gut, dass Hoop das angesprochen hat. Weil Hoop hat ja gesagt, dass das in Dings ist, in nicht normale Schulen. Aber gut, dass sie das angesprochen hat. Nicht, dass es nicht normale Schulen, diese Schulen interessieren mich. Ja, genau, die interessieren dich nicht. Die haben einen anderen, die glauben anders, die haben ein Problem mit den anderen Juden. Die sind da ganz, ganz anders im Kopf. Und wie man weiß, gibt es in Israel sehr verschiedene Menschen. Ja, aber wenn er über sowas spricht, was haben dann überhaupt da jüdische Schulen in kleiner Form, wie auch immer, dann in ihren Schulbüchern stehen? Was unterrichten sie dann ihren Kindern? Darf ich, kann ich darauf kurz eingehen? Kann ich dir irgendwas dazu sagen? Ja, ich kann auch gerne was dazu sagen. Nur ganz kurz, weil Roy kam nach mir und hat vor mir gesprochen. Ähm, also ich, mein Cousin ging auch zur Schule in Westbank. Und da wird nichts gegen Judenhasser oder sonst was erzählt in der Schule. Das ist totaler Bullshit. Ganz im Ernst. Nadim, ich kann nicht dafür, dass du zu dusselig bist, dich da richtig zu informieren. Fakt ist auf jeden Fall eins, es wird sogar danach gefragt, über unseren Bundesrat. Ähm, Nadim, diese Anfragen wurden beantwortet. Also Nadim, diese Anfragen wurden beantwortet. Die sind ganz einfach zu prüfen. Ja, lass mich doch mal ausreden. Du redest die ganze Zeit. Aber wieso? Du sattelst doch so scheiße. Warum soll ich mir so ein Mist anhören? Meiner Zeit ist schockbar. Der kam nach Deutschland vor drei Jahren, um zu studieren. Und der hat nichts gegen Juden oder sonst was. Was redest du denn? Sag mal, was dapelst du da für ein Scheißmensch? Und zumal... Er kriegt mir jetzt noch gleich deine Kartoffelsuppe, dein Rezept, was deine Mama da so irgendwann mal gemacht hat. Jetzt mal ohne Scheiß, was hat das mit der Sache zu tun? Zumal, weil du das behauptest, ich sag's dir nur, weißt du eigentlich was, weil ich auch Bekannte und Freunde in Israel haben, die zur Schule gehen, weißt du was da in den Grundschulen... Sag mal, dapelst du eigentlich... Äh, der lügt, der lügt. Nein, weiß ich... Ich war auf der Schule in Israel, das war nicht so. Ja, was gibt's da in der Grundschule? Ich weiß ganz genau... Sag mal, hast du überhaupt zugehört, was ich eben gesagt habe? Dieses ist nicht von der Hand zu weisen. Du musst mal richtig zuhören. Folge dem Wort, folge dem gesprochenen Wort. Es sieht so aus, dass diese Anfrage, weil wir diese humanitäre Hilfe mitunter leisten, im letzten Jahr fast eine Milliarde, ist da, ist dieses Land marschiert. Und es ist an dem, dass da diese Anfrage gestellt wurde, an die Bundesregierung, in ihre Entscheidungsmacht, wie es da aussieht, wofür die Gelder genutzt wurden. Und wenn dann diese Anfrage beantwortet wird und dann auch klargestellt wird, dass es nun mal an dem ist, aber dass man ja dem Land nicht vorschreiben könne, was sie ihren Kindern beibringen, ist die Anfrage damit beantwortet. Kapierst du das? Nein, die kapieren das nicht. Also wie geht's euch? Oh, Fashion. Wunderschönen guten Abend, Hopp. Wie geht's dir? Jetzt geht's mir besser. Ja? Ja. Roy, kennst du das Interview von dem Typen hier, was der gesagt hat, im Fernsehen, im Live, im israelischen Fernsehsender? Roy, bist du noch da? Nee, ich kenne, aber was hat er gesagt? Warte, meine Frau ist gerade gekommen. Warte mal kurz. Kein Problem. Ich kenne sein Gesicht. Ja, das ist schön. Aber was hat er da gesagt? Kann ich ja gleich sagen, wenn Roy zurückkommt. Wer ist das überhaupt? Erzähl mal. Hä? Wer ist das überhaupt, der Mann? Das ist ein Politik-Experte in Israel. Ja, und wenn er was sagt, was hat er zu sagen? Ähm. Warte mal, und jetzt? Egal, was er sagt, ist doch egal, was er sagt. Ist egal, was er sagt. Im Live-Fernsehen. Nur weil er sich Experte nennt. Warte mal, nur weil er sich Experte nennt. Und? Ja, ja, warte, warte, ganz kurz. Guck mal, wenn das, wenn das, was er gesagt hat, einer im deutschen Fernsehen sagen würde, ja, also das, was er gesagt hat, also normalerweise im Deutschen wirst du, wirst du dafür festgenommen. Okay, hast du das auch auf Original? Das habe ich original Video. Ich kann sie also auch schicken. Nee, also original auf Hebräisch? Er redet Hebräisch mit Untertitel Englisch. Okay, dann, ja, ich weiß nicht, kannst du es anmachen? Äh, nee, ich könnte es, hast du zweite Handy? Ja. Äh, nee, wenn ich dir, du zeigst es nicht komplett. Ich zeige es nicht komplett, bitte. Zeigst du es komplett? Die Sache ist, hast du einen Link? Weil ich sehe da TikTok, dann kann man es doch direkt so sehen. Äh, warte, wie mache ich das am besten jetzt? Habe ich das Show the Word geschickt? Warte mal ganz kurz, eine Sekunde. So, Felschen, bin wieder da, erzähl. So, äh, Der sagt hier, ein Politik-Experte, würde irgendwas erzählen. Dieser Typ hier, dieser Typ hier war im Live-Fernsehen in Israel. Das, was er von sich gegeben hat, äh, würdest du das irgendwo, äh, woanders machen, würdest du dafür festgenommen, ja? Okay, aber warte, auch wenn er das macht, was ist das Problem jetzt? Er, er sagte, er sagte im Fernsehen, wir sollten, also, das erste ist ja für viele Israelis nicht schlimm, wir sollten alle Araber auslöschen, das ist ja nicht schlimm, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das will ich jetzt sehen, dass er das gesagt hat. Warte, warte, ganz kurz. Und dann hat er gesagt, jetzt aber bitte. Warte, jetzt kommt's. Ja, aber Moment, wir müssen doch erst mal klären, und das ist erst mal grundlegend wichtig. Warte, ganz kurz, das ist nur den Satz, das ist nur den Satz, damit du verstehst, was er gesagt hat. Ja, wir können ja gleich klären, was er gesagt hat. Im schlimmsten Fall, Felschen, du musst aber vorne anfangen. Und wenn es sein muss, löschen wir die ganze Welt aus. So, Felschen. Nochmal Felschen. Wer ist dieser Typ? Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Das schreie golden. Ja, gut, aber nur weil er ein Experte angeblich ist, ist das irgendein No-Name von irgendeinem Nachrichtensender, ist das eine regierende Person, hat dieser Mensch irgendwas zu sagen? Warte mal, Roy, hast du ein zweiter Handy? Meine Fashion, Alter, ich frage doch dich jetzt. Er hat gesagt, guck mal. Er ist von einem Nachrichtensender, der von Ben Gwiers Partei unterstützt wird, um deine Frage zu beantworten. Er ist, hört mal zu, er ist angeblich ein Experte, ja. Ja, das würden wir ja nicht ins Fernsehen einladen, oder? Du Fashion, guck mal, wir haben hier in Deutschland, jetzt haben wir Nachrichtensprecher, wenn es nicht so wichtig wäre. Wir haben da auch Leute, die ins Fernsehen gelassen werden, die ihre Meinung kundtun, zum Beispiel zu dem Ukraine-Kind. Ja, aber warte mal ganz kurz. Man hat dann unter und unterrichtliche, eine kontroverse Meinung, aber du sprichst hier von einem Nachrichtensprecher, ein Nachrichtensprecher, der irgendwas gesagt hat, was aber am Ende doch nicht maßgeblich für die Politik in Israel ist. Richtig, hast du recht. Warte mal, aber Fashion, der spricht doch nicht für Israel. Richtig, hast du recht. Ja, was willst du denn jetzt hier bitte zeigen? Warte ganz kurz, einen Moment. Einen Moment, ganz kurz, bitte. So, zum Beispiel, diese Frau hier, ja, nimmt nicht dieses Bild, das hat er ja schon mal gesagt, das ist alt, ja, aber die hat auch davor gesagt, dass alle sudanesischen Juden, ja, der größte Scheiß wären auf dieser Welt, ja, alle Juden aus Sudan, weil die schwarz sind und sie ist eine Rassistin gegenüber Schwarzen und sie ist stolz drauf und sie möchte so einen Dreck nicht haben, weiß ich, im Land. Und das ist ja meine Übersetzung von Fashion. Das kommt von Fashion. Weißt du, was hättest du jetzt zu mir gesagt, irgendein Militärsprecher, hättest du jetzt zu mir gesagt, irgendeine Regierende Funktion, irgendjemand, der wirklich was zu sagen hat, dann hätte ich zu dir gesagt, weißt du was Fashion, darüber kann man sich unterhalten. Aber du kommst mit jeglicher Aussagen, die du jetzt bringst, mit unhaltbaren Vorwürfen, Ohne Scheiß. Ich zum Beispiel habe heute zum Beispiel ein Video gesehen von einem israelischen Soldaten. Dieser israelische Soldat, der hat dann zwischen den Hilfsgütern gestanden, hat zwischen den Hilfsgütern gestanden, die über Ägypten da nach Gaza reingehen, hat dann eindeutig darüber gesprochen, dass die Zivilbevölkerung nicht das Ziel der Israelis ist. Dass sie eher im Gegenteil das auch bedauern und sie auch wissen, wie furchtbar Krieg ist und dass sie das wirklich als sehr schlimm empfinden. Aber dass sie nun mal auf dem Wege dahin sind, den Gazastreifen von der Hamas zu befreien, dass sie nicht möchten, dass sie weiter da regieren, dass sie da irgendwas zu sagen haben. Und sie haben auch von der Mosklinischen... Gazastreifen ist schon wegbombardiert. Red nicht mal den Gazastreifen, der ist eh weg. Alter, Fäschchen. Warte mal, Fäschchen, du sagst, der Gazastreifen ist schon weg? Der ist schon halb weggebombt. Wie redest du eigentlich? Warum bist du so respektlos? Da wohnen die Menschen. Ich hatte aber recht, der ist halb komplett... Wie redest du gerade über Gazastreifen? Die Hälfte der Häuser sind zerstört in Gaza. Was ist mit den 2 Millionen, 3 Millionen Menschen? Welche 2,3 Millionen Menschen? Es sind jetzt 2 bis 3 Millionen Menschen. Wie redest du eigentlich über Gaza jetzt? Wo sind von den Menschen die Häuser? Die Hälfte sind weg. Ganz kurz, ganz kurz. Der Nordgazer, guck mal, normalerweise, wenn du die Russen im Krieg siehst, wenn die eine Stadt einnehmen oder sowas in der Art, dann gehen die zum nächsten Dorf und zum nächsten Dorf und lassen dann die Leute wieder versuchen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Im Gegensatz zum Gazastreifen, da wird alles wegbombardiert. Dann wird von wie groß ist der Gazastreifen? Aber warte mal, wenn alles wegbombardiert sind, dann kommen Planierraupen und machen dort alles Platz. Dann sind diese 3 Millionen Leute auch weg, wenn du sagst, alles wegbombardieren? Weil es gibt ein Dokument vom Geheimdienst, das rausgekommen ist, dass der Regierung vorliegt, wo die Leute aus dem Gazastreifen in den Sinai abgeschoben werden sollten oder weggedrängt werden sollten, egal in welcher Form, ob durch Waffengewalt oder sonst wie. Und dann soll ein Korridor entstehen und diese ganzen Leute, die im Gazastreifen leben oder gelebt haben, sollen jetzt in Ägypten leben. Das ist der Plan. Warte mal, eine Frage. Warte mal, mit dem, was du gesagt hast, sagst du damit, dass der russische Krieg weniger, dass die Russen humaner mit den Ukrainern damit umgehen, als die israelische IDF? Also, wie lange geht der Ukraine-Krieg? Was, über zwei Jahre? Nein, nein, darum geht es nicht. Du hast gesagt, schau mal, nein, nein, du hast einen Vergleich gezogen. Warte mal, Fächen, warte. Fächen, warte. Warte, Fächen. Übrigens, Leute, hier im Chat, wenn der Chat ausgeht, denke ich mal, dass der Host von euch was möchte, nämlich liken. Genau. Ja, wie gesagt, Fächen, du hast einen Vergleich gezogen. Und wenn du einen Vergleich gezogen hast, dann musst du sagen, okay, dass der israelische Krieg, wie man sagt, dass der dann schlimmer ist, also dass die Russen humaner mit den Angegriffenen umgehen, als die Israelis, weil so hast du es gerade gesagt. Du hast gesagt, die anderen können wenigstens doch aufbauen im russischen Krieg, aber andersrum, hier in Israel ist es nicht so. Das hast du so gesagt. Das heißt, du hast damit gesagt, dass die Russen in dem Punkt humaner umgehen, als die Israelis. Sie haben definitiv weniger Zivilisten umgebracht und bombardiert und sind zielgenommen, dass 100% unterricht. Dann schau dir doch mal die Bevölkerungsdichte da an. Du kannst die Bevölkerungsdichte in der Ukraine doch nicht mit der in Gaza-Streifen verkleben. Die Bevölkerungsdichte ist das eine. Das andere ist die Fläche. Die Fläche, die du dann nun mal als Gazer im Gaza-Streifen hast. Wie groß ist der Gaza-Streifen? Wenn du es flächentechnisch siehst, ist das vergleichbar mit Hessen oder irgendeinem Bundesland, was gleichwertig auf der Größe sitzt. Das ist nun mal das eigentliche Problem. Aber komm mal, damit relativierst du doch die EU-Auffahrt. Damit relativierst du das? Dann unkontrolliert reinzulassen. Das ist doch völlig verständlich. Das muss man sich mal ausdenken. Takt ist eins. Wie kann es eigentlich sein, dass jetzt überhaupt Israel in Richtung Süden gucken muss, obwohl im Süden die Sicherheit gegeben sein sollte? Wieso ist jetzt auf einmal Süden auch mit dran? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Könnte es vielleicht sein, dass die Hamas auch weiter mit südlich marschiert? Könnte es sein, dass vorher ja auch die Hamas dafür gesorgt hat? Und dass die Fluchtwege in den Süden von der Hamas boykottiert, blockiert wurden, sodass man auch diese dann da angreifen musste? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum ihr Leben immer noch verteidigt. Und warum verteidigt ihr das? Ohne die Hamas, ohne Scheiß. Würdet ihr euch gegen die Hamas stellen? Hätte die Bevölkerung im Gazastreifen, in der Palästina, dann nicht dieses Leid zu ertragen? Wieso kommt ihr nicht mal auf den Trichter, gegen die Hamas zu wettern? Warum nicht? Ich habe gerade gesagt, der Plan ist doch ganz anders, ob die Hamas mitzieht oder nicht. Der Plan ist doch schon festgelegt, was Israel will. Des Weiteren musst du die Verhältnismäßigkeit sehen. Der Plan, den Israel will, ist dann den Gazastreifen von der Hamas zu befreien. Nein, ist er nicht. Der ist veröffentlicht. Guck mal, und das ist der Punkt. Mal ganz ehrlich, Fashion, Alter, warum bist du so fest in diese Ideologie versessen? Okay, warte, 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 wenn es so ist, warte, warte, warte. Warum möchtest du nicht einfach an die Fakten halten, die normal dastehen? Kann ich bitte auch kurz, was du sagen? Fashion, bitte ganz kurz, Fashion, 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 bitte ganz kurz. Fashion, bitte, Bruder. So, Leute. Roy, Roy, bitte. Können wir eine Wette machen? Wieso soll ich mit dir wetten? Weil du hast doch gerade gesagt, dass sie Gaza nur befreien wollen von der Hamas und wir sie uns dann zurücklassen, oder nicht? Nein, 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 nein. Hä, das hat er doch gerade gesagt? Wer sagt, dass Gaza dann so bleibt? Wer sagt das? Wird Gaza dann Israel, oder? Aber wenn die Hamas raus ist, sagen wir mal, das ist jetzt dazu gekommen, dass die Hamas raus ist, dann wird trotzdem, das wird besetzt sein. Israel wird dort drinnen bleiben. Natürlich. Also gibst du eigentlich zu, dass Palästina besetzt ist? Denkst du, Israel wird das Risiko eingehen, dass nochmal sowas passieren kann? Natürlich nicht. Also, nochmal zur Frage, lassen Sie uns dann da, bleiben wir dann da, oder schmeißen wir uns raus? Natürlich, wo sollen denn bitte drei Millionen Menschen ungefähr gehen? Wohin? Na, ich frage jetzt, weil Roy hat gesagt, wir werden uns, warte, 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 warte. Wo sollen drei Millionen Menschen hin? Doch, nochmal, Roy hat gerade gesagt, kapierst du das nicht? Die wollen nur Gaza von der Hamas befreien. Ja, das sagt Israel. Aber sie wollen uns auch vertreiben. Wohin? Das ist totaler Quack, wer erzählt dir so ein Mist? Das war okay, das war okay. Das ist eine große Haare, bestätigte Warte. Wenn das nicht stimmt, warte. Schau, schau mal hier. Mann. Freunde, Mann, lass mich doch mal ausreden. Können wir keine Wette eingehen auf diese Aussage? Schick mit zwei, drei Universums. Oder einen irgendwas. Komm, lass uns eine Wette machen, wenn das nicht passiert. Was hat es mit Wette zu tun, wenn du die Beweis hast? Komm, er will wetten. Schau doch den Frankfurter Rundschaubericht hier, wo draufsteht, dass es drei Millionen gab. Ah, Show the World, hast du eine Spielsucht oder was? Nee, aber ich will dir nur zeigen, dass du... Ja, aber nein, du willst gar nicht, du willst wetten, jetzt mal ohne Scheiß, du wettest jetzt gerade um Menschenleben. Nein, ich wette um deine Aussage, die völliger Quatsch ist. Schau mal, aber nur weil meine Aussage für dich Quatsch ist, heißt es nicht, dass einer von uns beiden am Ende recht hat. Fakt ist eins, was ist passiert, was muss passieren, um dieses Elend da zu beenden. Und das ist doch der springende Punkt. Wenn wir uns anschauen, was ist passiert, dann sieht es ganz einfach so aus, die Hamas hat angegriffen, Israel verteidigt sich und Israel geht jetzt so weit, dass sie sagt, wir befreien den Gaza-Streifen von der Hamas. Und das ist erstmal ein Fakt. Aber in weiterer Endauswegung sieht es so aus, dass wenn die Hamas nicht angegriffen hätte, wir darüber gar nicht debattieren bräuchten, wir bräuchten gar nicht darüber sprechen, wir bräuchten auch nicht die Menschenleben auf beiden Seiten zu beklagen, die wir da nun mal haben. Hätte die Hamas nicht angegriffen. Die Hamas selber als Autonomie-Regierung, die sie da ist, scheint anscheinend ja auch die Hand auf dem Gasfeld vor Gaza zu haben. Würde man das weiter unkontrolliert zulassen, würden sie dann auch profitieren von dieser Sache. Die Ideologie der Hamas, die ist eindeutig zu sehen. Die Ideologie der Hamas ist ganz einfach. Sie wollen den Juden töten. Das ist ihre Intention. Das kann sein. Das kann sein, ja. Pass mal auf Heschen, wenn du diesem Fakt beipflichtest, wieso sieht man dann nicht die weitreichenden Folgen, was wäre eigentlich, wenn die Hamas als Terrororganisation nicht diese Ideologie vertreiben würde, was wäre, wenn dann der Gaza-Streifen von der Hamas befreit werden würde. Könnte es sein, dass der Gaza-Streifen von diesem immensen Gasvorkommen, was davor ist, was erschlossen werden soll, was Netanjahu in der UN-Vollversammlung auch als Pipeline dargestellt hat. Könnte es sein, dass dann die Menschen, die Palästiner im Gaza-Streifen davon profitieren könnten? Wäre das möglich? Mal ganz ehrlich, wie kann das sein, dass wir humanitäre Hilfe in den Gaza-Streifen leisten, die dazu genutzt werden sollen, um Wasserrohre zu legen, um Wasserleitungen zu bauen, um noch tausend andere humanitäre Sachen zu machen? Und sie gehen bei und buddeln diese Leitung aus und wir wissen beide ganz genau, was für eine große Wassernot da herrscht. Wie kann es dann also sein, dass die Wasserleitungen, die so wichtig sind, ausbuddeln, einfach nur Blitzknaller daraus zu bauen? Kann ich alles erklären, kann ich alles erklären, aber du musst ein bisschen kurz zuhören, Roy. Also erstmal, dieses Wasser, von dem du redest, ja, das ist so großzügig von den Israelis, dass man extra noch Wasserbottische oben auf dem Dach anlegen muss, um sich da ungefähr... Wir reden hier von Wasserleitungen fischen. Ja, bevor diese Wasserleitungen überhaupt weggebrannt wurden. Aber wir reden gerade von Wasserleitungen. Dann des weiteren Roy, das weiteren Roy. Wasserleitungen. Die Hamas ist im... Namen zusammen. Die Hamas ist von Anfang an... Die Hamas ist von Anfang an im Kriegszustand mit Israel und Israel mit der Hamas. Das ist nicht schon nur seit dem 7. Oktober so, das ist schon seit mehreren Jahren so. Ja, und seit mehreren Jahren hat die Hamas die gleiche Ideologie. Die gleiche Ideologie, die da sagt, dass man da als Land wohl Angst haben muss um sein eigenes Leben. Weil sie in ihrer Ideologie es gerne sehen würden, wenn der Jude komplett ausgerottet wird. Und mal ohne Scheiß. Und der Jude sagt zum selben Atemzug, ich wäre froh, wenn mir alle Araber auslischen würden. Wer sagt das? Ja, du mal ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel sage, pass auf, pass auf. Wenn ich sage, du, ich hätte es ganz gerne, dass es den Fashion nie wieder geben würde. Den sollte man eigentlich auslöschen. Wenn ich das sagen würde, könnte es dann auch an dem sein, dass du mir nie wieder vertrauen würdest, egal was für Sachen ich dir sage. Ja, weil das Vertraut, guck mal, das Vertraut, guck mal, die Palästinenser, die viele Palästinenser leben ja schon in Israel. Knapp, knapp, glaube ich, fast auch zwei Millionen, oder, Hope, wenn ich mich für Ehre? Was denn? Fast zwei Millionen Palästinenser leben ja schon in Israel. Ich bin reingekommen, siehst mich mal auf. Keine Ahnung, warte mal Fashion, ich weiß nicht, wie viele da leben, wie viele da zahlen. Ungefähr. Ey Löwen, jetzt wären wir jetzt mal dran, hier sage ich dir. Warte ganz kurz. Fashion, es gibt kein Schriftstück. Und ich bin zu viel länger da und habe erst 21 Punkte. Ja, auch wenn es nur eine Million sind, ist ja egal. Fashion, es gibt kein Schriftstück. Es gibt keine Aussage. Leute, geht hier nicht um Punkte. Es gibt keine Aussage, wo steht... Das ist ein Band mit Löwenhäts und mir. Es gibt keine Aussage, wo steht, dass die ausgelöscht werden müssen. Von der anderen Seite gibt es nichts. Lass mich doch ausreden, doch, es gibt sogar in der Schule ausgebildet. Nein, es gibt sowas nicht. Doch, es wird sogar in der Schule ausgebildet. Nein, Fashion, es gibt sowas nicht, Punkt. Diskutier nicht mit mir, es gibt sowas nicht. Löwenhäts, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, Löwenhäts. Willst du mit mir wetten? Fashion, ich bin nicht hier an eine Wette interessiert. Nein, nein, guck mal, guck mal. Wenn ich recht habe, entschuldigst du dich einfach bei mir und sagst, es tut mir leid im Live. Und wenn du gewinnst, schicke ich dir einen Löwen. Fashion, zeig mir, ich brauche keinen Löwenhäts, Leute. Das sind fünf Steine. Sagst du mir, dass Israel sagt, ja, dass Israel spricht, dass die ganzen Menschen oder die Palästinenser geschützt werden müssen. Was sind denn, ich war in der Schule. Ich war in der Schule. Ich war in der Schule. Ich war in der Armee. Was willst du mir da sagen? Du warst nur fünf Jahre dort. Du bist jetzt 27. Ich war in der Schule und da war nichts. Da hast du Hebräisch gelernt, ja. Aber das sagt doch, das habe ich dir doch für den Beleg, das sagt doch die komplette Osma-Jehudit-Partei, wovon der nationale Minister für Sicherheit gerade in der Knesset sitzt. Das ist der Vorsitzende der Osma-Jehudit-Partei. Und die sitzen gerade mit in der Regierung. Und die sagen genau das, was Fashion gesagt hat. Was sagen die? Alle Palästinenser müssen vertrieben werden, notfalls mit Gewalt. Israel darf nur von Juden bewohnen werden, sagen die. Ich habe das nicht gesehen, dass er das gesagt hat. Sagen wir, er sagt vertrieben. Ist es noch immer Auslöschen von den ganzen Muslimen oder von den ganzen Palästinensern? Ja, was bleibt. Ist das das? Ist das das? Kannst du das vergleichen mit der Abenteuerung? Notfalls mit Gewalt heißt, wenn sie nicht gehen, dann mit Gewalt. Kannst du das vergleichen mit der Abenteuerung? Die haben eigentlich die Chancen, dass man es sagen kann. Kannst du das vergleichen mit der Westbank, die das jetzt auch sagt? Nee, ich kann es nicht sagen. Danke, Abdi, du geiles Saui. Alter, sag mal, Patrick, ich hänge bitte her. Wieso gibt es Löwenherz jetzt was? Also vor dem 7. Oktober, vor dem 7. Oktober. Leute, macht jetzt hier bitte keine Pseudo-Matches bei mir. Vor dem 7. Oktober gab es 200 tote Menschen in der Westbank. Vor dem 7. Oktober. Nein, Fashion, du hast meine Antwort nicht. Du hast gerade meine Antwort. So gleich stand Löwenherz, da bist du so sehr zufrieden. Ich möchte nicht beantwortet, ich möchte wissen, ob es irgendwo ein Schriftstück oder irgendwas gibt, wo Israel sagt und redet, genau wie für die Hamas redet, wo die sagen, es müssen die Palästinenser oder Muslime ausgelöscht werden. Wo gibt es, ich will das jetzt sehen. Ich will dieses Schriftstück sehen. Ich will nicht irgendeinen Hampelmann, der das sagt. Ich will ein Schriftstück. Das Problem ist, du bringst dir gar nichts, weil sowas gibt es nicht. Das Problem ist, ich bring dir auch 100 Hampelmänner von dir, ich will das sagen. Nein, du bringst dir gar nichts. Es gibt sowas nicht. Wenn ein Hampelmann so irgendwas sagt, ist Jungen nicht da. Ich war vorerst, wenn ein Hampelmann so was sagt. Oder ein Rabbi oder irgendjemand, das interessiert mich nicht. Ich will nicht, dass du nicht die ganze Zeit hier am Rumpfschreien bist. Wir machen erstmal Bernackel, du musst mal ruhig dauten. Ruhe auf den billigen Plätzen da. Leute, ich schreie so viel ich will. Leute, ich schreie so viel ich will, ich verstehe das nicht. Ey, das ist doch vorerst und da hat die ganze Zeit gewartet, damit ich... Also ich möchte Ben Zemmizerfetzen in Bernackel. Ja, zeig mir jetzt bitte eine Quelle, komm. Zeig mir ein Schriftstück oder irgendwas. Alarm. Gibt es nicht, es gibt es nicht. Es gehört zur israelischen Raison. Nein! Willst du die Kommentare eigentlich auslassen? Drei Stunden? Hör mir mal zu, das sagt nicht die... Das sagt nicht Israel, okay? Es gibt kein Schriftstück. Es gibt sowas nicht. Zeig mir einfach, wenn wir darüber reden. Ich hör nur Hope, ich hör nichts. Sorry. Niki, du geiles Samen. Wenn ich dir jetzt ein Video schicke... Ey, sag mal Niki, Alter. Nun lass doch mal, das wird hier... Leute, bringst du nicht schon rein. Moritz. Showtime, Showtime. Moritz? Nein, keine Showtime. Moritz, bitte. Erlan, Moritz. Moritz, äh, wenn ich... Hast du ein zweiter Handy bei dir? Keine Showtime. Schau mal, was? Worum geht es jetzt? Ich will, ich will kein Hammer mehr. Du springst von einem Thema ins nächste, also wir waren eben noch bei den Wasserleitungen. Ich werde dich jetzt hier an deinen Eiern festhalten, weil du, ich will eine Quelle. Das Ziel ist, ob es, ob es in der Schule ausgebildet wird, dass Kinder dazu propagiert werden, Hass gegenüber Arabern oder Andersgläubigen zu spüren. Was soll Hass denn bitte entstehen, wenn in meiner Klasse ein Araber drinne saß? Ich habe einen Beweis dafür. Erklär mir mal bitte, wenn ich mit Arabern in einer Klasse saß, wenn ich mit Muslimen in einer Klasse gelernt habe, wie bitte soll man dann Hass gegen Araber dann bitte lernen? Erklär mir das bitte. Würdest du mir sagen, dass ein Araber oder ein Moslem oder ein Beduine ein Buch aufmacht und dann das liest oder was? Ey, wo kommt dann dein Hass? Wie hörst du dir das mal an? Ich kann... Es beruht doch auf Gegenseitigkeit. Ich sag doch, aber es beruht auf Gegenseitigkeit. Man soll das nur nicht so verkaufen. Was redest du da? Willst du mir gerade sagen, dass ein Araber in der Schule ein Buch aufmacht, wo steht, der töte mich? Sag mal, geht es dir doch gut? Ist es dir klar? Nein, wir müssen kein Buch aufmachen. Und wir reden hier nicht von den orthodoxen Schulen, was die da privat machen, ja? Irgendwo in einem Zimmer und da irgendwas erzählen, ja? Aber trotzdem habe ich noch keine Bücher gesehen bei den Juden, ja? Oder bei den orthodoxen, wo steht irgendwas mit töten oder was? Immer die orthodoxen. Gibt es nicht. Diese orthodoxen, was sie da in ihrem Zimmer machen. Zeig mir ein Buch, wo das steht. Aussagen, Aussagen oder Bücher. Dieses Lied vom Gazastreifen, was er gesungen hat, tötet sie alle gar, zerstört sie alle gar. Das kam jetzt auch irgendwie nur so, gell? Warte mal, es gibt ein Lied, der sowas sagt und was jetzt? Dieser berühmte Sänger. Und was jetzt? Warte mal, es gibt einen Hampelmann, der ein Lied aufgenommen hat und hat gesagt, tötet alle, was jetzt? Die ganze Staatsliste ist voll. Warte, was jetzt? Er hat doch mit der Armee zusammengefeiert, mit der Armee, mit der israelischen Armee. Was hat es damit zu tun, wenn ein Hampelmann da... Ey, Moritz, das bringt so gar nichts. Einzelmitglieder immer. Die Armee ist doch ein Staatsorgan. Moritz, mach den Chat mal wieder an. Ja, der ist doch an, der Chat. Du hast hier keine Beweise mir zu zeigen, okay? Ich hab genug Beweise. Ich hab genug Beweise gegen die Schraub, leider. Hast du eben... Nein! Du hast keine Beweise. Das ist ja das Ding. Warte mal, der Chat ist doch an. Ich hab den Chat wieder angemacht. Der Chat ist an, ja. Du brauchst mir keine Lieder zu zeigen, es gibt kein Schriftstück, wo steht... Es gibt Schriftstücke, doch. ...müssen ausgelöscht werden. Nein, gibt es nicht. Es gibt, es gibt... Wenn ich diesen Artebericht, wenn ich noch diesen Artebericht finde, diese Doku... Ich brauch keinen Artebericht, ich möchte genau so einen Charter sehen. Und die Charter braucht nicht einen Artebericht sein. Doch, das ist eine Arte-Doku. Eine Arte-Doku. Nein, ich will ein schwarz-weißes Dokument haben, wo das steht. Doch, doch. Ey, das ist doch eine Doku. Die zeigen diese Bücher. Die zeigen diese Bücher. Welche Bücher? Was interessiert mich, was in deinem Buch steht? Das ist die Schulbildung in Israel. Ich war in der Schule. Ich war in Moslems in deiner Klasse. Was denkst du dir, was ein Moslem da gelernt hat? Dass er sich selber töten muss, oder was? Okay, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, ich hab jetzt... Das ist doch nicht normal, was du da gerade überhaupt bist. Also wartet, Leute, wartet, Leute. Ich sage, ich bringe Videos, ich bringe Bilder, ich bringe Doku, ich bringe Bücher. Ich will sehen, dass irgendwo steht, dass man das Ziel hat, die ganzen Palästinenser oder Moslems zu töten, will ich sehen, wie bei der Hamas, will ich jetzt sehen. Das steht in... Guck mal, guck mal. Ich guck mal. Ich gucke nicht. Ich höre, wenn überhaupt. Hör mal zu. Bitte. Schon alleine, dass die Behauptung da ist, dass man 6 Milliarden Menschen, ja, 6 Milliarden Menschen auslöschen muss, weil sie Götzendiener sind. Schon allein, dass man sowas in der Ausbildung hört. Ja. Wie bitte? 6 Milliarden? Von was redest du? 6 Billion Worship Idols. Warte mal, redest du gerade vom Koran oder was? Nein, das sagt ein Rabbi. Das sagt ein Rabbi. Das sagt ein Rabbi. Was sagt ein Rabbi? Und nicht nur dieser Rabbiner, das sagen fast alle Rabbiner. Was sagen die? Und lehren das? Und lehren das alle Jünglinge, dass Christen, Christen vor allem. Jetzt versucht er diese Schiene. Jetzt versucht er diese Schiene. Jetzt versucht er diese Schiene. Sag mal Fashion, was ist bei... Funktioniert da eine Schiene? Wir haben uns nochmal über das Wort Relativieren unterhalten. Hör auf, die du ständig relativieren. ultra-orthodoxe Juden sind, die eine Minderheit in der Minderheit darstellen. Ich scheiße auf diese ultra-orthodoxen Juden, die können mich mal, ja, weil die haben ein Problem mit mir. Moritz, kannst du eine Reihenfolge machen? Und wenn ein Rabi kommt und irgendwas sagt, dann scheiß ich genauso drauf. Zeig mir jetzt Fashion irgendeine Quelle, zeig mir ein Dokument. Aber wir hören nur die Hope, können wir irgendwie eine Reihenfolge oder so festlegen? Weil es gibt gerade ein Problem, der Fashion behauptet was, dann muss er hier mit einer Quelle kommen. Ja, aber er sagt zu dir, das steht in dem Buch und dann sagst du, was ist denn zu dir? Nein, du, aber was ist denn im Buch? Steht es denn bitte? In deinem Schulbuch steht, dass Israel sagt, in einem Schulbuch soll stehen, dass Israel sagt, dass die ganzen Palästinenser ausgelöscht werden müssen? Ist das bitte hier dein Argument oder was Fashion? In einem Schulbuch, wo ich nicht, welchen Schulbuch? Mensch, selbst das israelische Militär spricht da ganz offen drüber und sagt, dass es eben nicht um die Palästiner geht, sondern um die Hamas. Jetzt mal ohne Scheiß, warum sollte man dann überhaupt humanitäre Hilfe durchleihen? Ist die dann für die Hamas oder was? Ey, ist das dein Ernst? Wie viel davon haben sie denn durchgelassen? Ich hab nichts verstanden, ich weiß es dir. Ja, Ben, 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 du brauchst jetzt hier gar nicht zu kommen mit irgendwelchen Zahlen. Nein, natürlich, wir brauchen Zahlen. Ihr redet über Wasser und behauptet, dass die Wasserrohre kaputt gemacht werden. Wenn wir über Wasser reden, warum ist die Hamas denn so durstlich und buddelt die Wasserleitung aus, die für die Wasserversorgung da sind und baut daraus Blitzknalle? Wie traurig, die Distanz von dem Zaun ist normalerweise 58 Kilometer. Guck, jetzt kommt er mit dem Zaun erst mal Wasser. Sag mal, hörst du überhaupt zu, was ich sag? Wir haben den Zaun 63 Kilometer gebaut, um die Wasserquellen extra auszulassen. Alter, wir waren eben an den Wasserleitungen, Mann. Ganz kurz, Leute, glaubt ihr, wenn ihr schreit, habt ihr recht? Natürlich, wir müssen abweichen. Glaubt ihr, wenn ihr schreit, habt ihr recht? Natürlich, mehr könnt ihr nicht. Habt ihr recht? Mehr könnt ihr nicht als Behauptungen hier darzustellen, ohne Quellen, ja? Doch, klar, ich kann euch Quellen liefern. Was für Quellen willst du mir hier liefern? Dass du Hamas die Wasserleitungen auseinandernimmt, daraus Raditzenrausschließen? Nein, nein, es geht um die Wasserquellen, die ausgelassen wurden. Ich rede von der Wasserleitung, warum kann man nicht... Die Wasserleitungen, die dafür zuständig sind, um die Bevölkerung in Palästina mit Wasser zu versorgen, wurden von der Hamas ausgebuddelt und da wurden Blitzknaller draus gebaut. Obwohl es eigentlich für die Bevölkerung da ist. Man gibt da den Leuten humanitäre Hilfe, weil die Hamas alles andere unterbindet. Man muss sogar aufpassen, dass dabei nichts bei der Hamas ankommt. Aber glaubt ihr, wenn ihr schreit, habt ihr recht? Das ist nur das ausgebuddelt, die Raketen, die ganze Zeit Israel da raufwerfen, sind nicht da. Das ist nur ausgebuddelt. Wenn ihr schreit, habt ihr recht? Wir reden doch über das Thema Wasser und was... Wir reden nicht über Wasser, wir reden darüber, dass Fashion sagt, dass Israel sagt, dass die Palästinenser ausgelescht werden muss. Ich rede aber gern zu dem vorherigen Thema. Du sagst, was interessiert mich, was in dem Buch steht, was das für eine Aussage, bitte? Ja, was interessiert mich, was in einem Buch steht? Ja, wo hast du denn dein Wissen her? Nicht Schulbücher oder nicht? Aber ich war in der Schule, ich habe mit Muslimen und anderen gelernt. Muslimen? Ja, Muslimen habe ich gelernt und was? Ich habe nicht sowas gelernt. Maschallah. Ja, aber ich sage doch... Wie willst du denn mit in eine Schule... Du kannst doch nicht aufgrund von deiner Erfahrung einfach das Ganze ausschließen und sagen, weil ich das nicht gesehen habe. Warum relativiert man und haut man dann dieses als Argument raus, wenn es dann eindeutig belegbar ist, dass über die Umfrage den Kindern da dieses Schulmaterial ausgelegt wird, dass da draufsteht, tötet den Juden? Guck mal, es ist doch so viel Propaganda auf beiden Seiten. Das ist keine Propaganda, Leute! Das ist keine Propaganda! Das ist ein Fies, du Dödel! Du Dödel nennst du mich, das zeigt dein Charakter, Roy, aber nicht meinen, weißt du? Das war... Ich war vor Ort. Ich habe es doch gesehen, Leute. Oh, ganz ehrlich, mit euer Propaganda, ganz ehrlich, jetzt! So, jetzt, Alter, wir können mal ein bisschen beruhigen, tief einatmen, dieses Schreien... Abdi! Abdi, Bester, Mann! Ganz ehrlich, mit euer ganzer Propaganda, diese ganze Scheiße, du! Fäschchen, halt deine Mundi! Brudi, geh nicht so weit an diese Kante, so runter von dieser Planete. Halt deine Mundi, du Raspaktlose! Halt deine Mundi! Du bist wieder an der Erdkante, du hast wieder Sauerstoffmangel, Abdi. Fäschchen, geh nicht zum Tierarzt! Fäschchen, geh zum Tierarzt! Geh zum Tierarzt! Was ist mit dem, ja? Ja, ich liebe... Abdi! Abdi! Nee. Roy, bitte beißen! Ich beiße gleich, ich esse gleich auf. Ja, ich geh Kniekehle, Abdi, ich geh Kniekehle. Ich bin schon vorbei, ich esse gleich euch auf. Also, einfach, guck mal, Hop. Ich will doch, ich will doch, dass die Menschen dort einfach nur in Frieden leben. Halt deine Mundi! Verstehst du? Ja, dann solltest du gegen die Hamas sein, dann solltest du endlich verstehen, wenn du das möchtest, dass die Hamas das Problem ist. Jetzt überlege doch mal, Fäschchen, jetzt mal ohne Scheiß, überlege doch einfach mal, streng mal deinen Grips an. Wenn die Hamas nicht da wäre, hätte Israel gar keinen Grund, dann überhaupt da anzugreifen. Dann hätte sie keinen Grund, sich zu verteidigen. Wenn die Hamas nicht wäre, könnte der Gaza-Streifen sogar von all dem profitieren, was da erschlossen werden soll. Roy, 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 gehen wir davon aus, der Gaza-Streifen ist jetzt komplett entmilitarisiert, entwaffnet, ja, und die Menschen können endlich wieder ihre Häuser aufbauen, ja. Gehen wir davon aus, dass dann genau das Verhalten der israelischen Armee oder der Polizisten dort vor Ort genau dasselbe ist, wie das der Siedler mit den Siedlern in der Westbank und so weiter und so fort. Wie würdest du, wie würdest du dann reagieren, aber Fäschchen, von wo kannst du die Zukunft sehen, kannst du gucken, was dann passiert. Roy, wie würdest du dann reagieren, möchte ich gerne von dir wissen. Du Fäschchen, und weißt du, was das Schlimme ist, weißt du, was das Schlimme ist, du gibst noch nicht mal die Möglichkeit, ja, und du willst auch eine Antwort haben. Aber nicht ausweichen. Nein, und das ist ja das Schlimme dabei, ich will gar nicht ausweichen, ich will sogar eher darauf eingehen. Das Schlimme ist, in meiner Antwort sieht es so aus, dass du noch nicht mal sehen möchtest, dass es vielleicht genau auch andersrum laufen könnte. Du möchtest noch nicht mal sehen, dass man da in anderen UN-Vollversammlungen sich auch darüber unterhalten hat. Selbst eine Thunderline hat das schon mal gesagt, dass eigentlich ja auch Palästina, sprich der Gazastreifen, davon profitieren müsste. Auf einmal hat die Hamas wilde Sau gespielt und nun möchte man nicht, dass die Hamas da überhaupt auch nur ansatzweise an irgendwelche Gelder herankommt. Ist dir eigentlich bewusst, dass dieses Gasfeld für, und das hat auch Netanjau gesagt, ein Blessem, ein Segen für dieses Land sein könnte? Und die Hamas in ihrer komischen Ideologie, die sie da vertritt, ist einfach das eigentliche Problem. Die Gazerianer, die Palästiner, die sind einfach nur am Arsch wegen der Hamas. Was, wenn die Hamas nicht wäre, woher willst du wissen, dass es nicht auch genau gegenläufig sein könnte? Mal ohne Scheiß, Bibi Blocksbeck bist du nicht, dafür hast du viel zu kurze Haare. Erstmal das, die Brüste, ja okay, da gehe ich mit, die hast du wahrscheinlich. Fakt ist eins, eins hast du auf jeden Fall nicht, das ist die Glaskugel im Schrank, um irgendwie in die Zukunft voraussehen zu können. Fakt ist eins, wenn du dich an die Fakten hältst, ist es an dem, dass die Hamas in Form ihrer Autonomie-Regierung nur mal die Hand auf diesem Gasfeld abhält. Und wenn das nicht wäre, dann hätten wir, oder hätten die Gazerianer, hätten da auf jeden Fall auch ihre Nutzzwecken von. Sie bräuchten da auch keine humanitäre Hilfe mehr, um dann Wasserleitungen bauen zu müssen, die die Hamas am Ende ausbuddelt, obwohl sie für die Wasserzulieferung da sind, weil sie sowieso mit Wasser zu kämpfen haben. Sie würden böse Mann sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Und hätte, hätte, Fahrradkette. Dafür danke ich dir, Roy. Jetzt hast du gerade selber zugegeben, dass es Israel nur wegen dem Gas macht mit den Menschen. Dankeschön. Nein, Leute. Danke schön, Roy. Im Endeffekt, Leute, ganz kurz, Spanien, warte mal ganz kurz, Roy, entspann dich mal, Brudi. Wenn ihr euch mal dafür die genüssige Sache einsetzen würdet, wenn ihr schreien würdet, Free Hamas from the Hamas, äh, Free Palästina from Hamas, dann wäre das doch der richtige Ansatz. Ihr seht das aber gar nicht, weil eure Ideologie da so verbohrt ist. Wahrscheinlich geht es euch nur darum, es sind ja Moslems. Also ich muss das vom Moslem halten. Und was anderes geht es euch doch gar nicht. Ich will dir nur eine Frage stellen, dann will ich auch gehen. Guck mal, sagen wir, sagen wir, dass alles, was du gesagt hast, alles, was du gesagt hast, stimmt, sagen wir, alles, was macht die Hamas, alles, was ist richtig, sagen wir das. Ja, relativiert das, dass man Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Schulen, etc. bombardiert. Ah, Bubi, das ist schon so engstirnig gedacht, so engstirnig. Selbst wenn Osama bin Laden sich da verstecken würde, dann darfst du das nicht. Nach keinem Kriegsgesetz, darfst du das. Selbst wenn, auf Grundlage seiner Infrastruktur, auf Grundlage der Flächen, die nun mal da sind, nun mal dazu angehalten ist, auch dann aus diesen Gebäuden heraus zu operieren, ist es nicht an dem, dass auch dann die Tunnelsysteme genau so angelegt wurden, dass zum Beispiel sowas, um dann... Es ist scheißegal, du bist in China, du hast kein Recht, ein Krankenhaus zu bombardieren, wenn Osama höchstpersönlich da sitzen würde, du hast kein Recht, dieses zu bombardieren. Nein, du hast nach keinem Kriegsrecht dazu das Recht. Dass es dann gegen die ganze Konvention verstößt, wenn man da zum Beispiel dann da angreift. Ja, das gibt dir aber auch nicht das Recht, dass du dann auch dagegen zu verstoßen. Es gibt dir nicht das Recht, ganz einfach. Du musst was anderes tun. Was willst du denn anderes finden, Bubi? Erzähl mal, wie willst du, dann willst du die Hamas mit Einladung schreiben, an die richtige Stelle locken? Sind die nicht danach in der Boden-Offensive, sind die nicht an Schäfer eingelaufen, in der Boden-Offensive mit Soldaten danach, nachdem sie von oben bombardiert haben? Das genau zeigt, dass die Hamas aus dieser Stellung heraus operiert. Abudi, 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 eine Einladungskarte schreiben, bitte, bitte, liebe Hamas, von vorbei. Wir wollen euch genau an der Stelle umgehen. Abudi, die Armee weiß schon, was die macht. Und wenn die sagen, Ja, Abudi, wir wissen, dass sie Zivilisten töten. Abudi, sei mal kurz leise, du hast gar keine Ahnung, Sag mir nicht, dass ich leise sein kann. Sei mal ganz kurz leise. Doch, ich sage das. Sei nur doch leise. Ich habe irgendwas zu sagen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür und fertig. Nein, natürlich gibt es keine Rechtfertigung. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Doch, du hast keine Ahnung, wie die haben wir amitiert. Die Israel hat das schon mal gemacht. Wir haben schon einmal eine Boden-Offensive gemacht und auf die Fresse bekommen. Jetzt werden die das natürlich nicht noch mal machen. Dann haben die gesagt, wir fangen von oben an zu zerstören, so dass wir nach unten können ja es ist schon realistisch was die gemacht haben du hast keine ahnung man marschiert doch nicht einfach da rein und geht in den tunnels und sagt gucken wir mal was passiert aber ganz gut rief noch mal andere zu wort kommen oder ist das hier nur so eine das ist alles okay wir wollten was klären so wenn willst du was dazu sagen wenn ich darf wenn man gibt ab dann ein löwenherz oder auch die auch mal das muss die uno entscheiden angeklagt wurde werden wir sehen was dabei rauskommt so aber die sache was hier los ist erstmal du sagst angeklagt wurde israel erkennt den internationalen gerichtshof eh nicht an israel sagt die ganze dass die un antisemitisch ist obwohl es die weltgemeinschaft ist ja das problem ist aber guck dir die un an und dann guckst du dir halt mal wie viele jüdische staaten gibt es und wie viel islamische staaten gibt es also naja da muss man halt mal schon sagen da kann man schon dieses kleine plus was israel damit es gibt 57 ist es gibt 57 islamische länder davon 193 länder auf der un das heißt ja aber nicht jedes land nicht jedes land muss ist jüdisch dann die anwarte ganz das sind andere länder es gibt auch islamische länder die dagegen gestimmt haben zum beispiel land wie kosovo das ist ja islamisch geprägt ja und es gibt land wie andere arabischen staaten die sich einfach enthalten haben ja generell generell hat sich die arabische welt gegen gegen palästina entschieden stand auch in der zeitung so haben die arabische welt macht keine sanktionen gegen israel gegen gegen israel die arabische welt wird auch keine politik algerien hat den kriegszustand erklärt gegenüber israel das heißt jegliche jegliche person aus israel zählt als feind algeriens aktuell die gibt ja schön das haben die die haben jetzt den kriegszustand erklärt aber jetzt mal ganz ehrlich wenn die jetzt mal warum gibt es nein jetzt nur ich bin jetzt nicht dafür nein ich wollte nur was fragen jordan 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 hat militär auf militarisiert hat die ganze armee an die grenze gesetzt zu israel ja das hat sie mobilisiert das heißt es wird ein flächenbrand gerade ägypten hat im parlament entschieden vor der kamera zu 100 prozent der stimmen im parlament ja ja dass israel kriegsverbrechen begeht und das ist das ist überlegt nächste schritte einzuleiten dieser flächenbrand der da unten entsteht ist ultra wichtig in der welt weil alles was da passiert ja und das wird europa nicht ankommen nein das wird in europa nicht ankommen die türkei reagiert die ganze zeit auf israel wenn die da unten kämpfen dann kommt das immer noch nicht in europa an das wird in europa ankommen was wie soll das denn in europa ankommen europa ist von der arabischen welt was rohstoffe jetzt bis auf öl aber das regeln die amerikaner immer gut im kriegen da müssen wir uns keine sorgen machen die straße wenn die straße von homos gesperrt wird ja wenn die zu ist ja dann sind wir hier am dort in deutschland richtig am arsch und zwar weißt was richtig bedeutet richtig weil diese straße das ist der da geht der ganze welthandel durch ich weiß so und wenn da der konflikt entsteht ist diese straße erst mal dicht ja auch die straße aber weißt du wer dann wiederum dran gewinnt es geht ja jetzt schon los das huti rebellen aktuell mehrere container schiffe ja festgenagelt haben an ich weiß das heißt die welt ist davon betroffen und es kommt bei uns das soll alles geschehen und diese das soll auch alles geschehen weißt du wer davon profitiert wer profitierten davon nur sagst mir schien die haben eine seitenstraße gebaut die in allen diesen konfliktgebieten ganz gewusst dass china jetzt der weltlenker ist und hat diese ganzen kriege alter jeder jeder hat ich sage nicht dass er der weltlenker ist aber sie haben die pro die werden profitieren weil dann die seitenstraße aktiviert werden kann endlich zu 100 prozent mal ausgelistet werden kann wo man innerhalb 72 stunden bis nach duisburg kommt und dann wird man halt gucken ob dieser weg funktioniert und dann wenn man das weiß dass dieser weg wo eventuell funktioniert dann lässt man diese ganze sache da unten fallen und dann wird die arabische welt noch mehr in armut stürzen weil nämlich dann gar nichts mehr läuft und dann sogar der kanal für ägypten total uninteressant wird für die welt weil kann man ja jetzt über die seitenstraße machen hey die großmächte wissen wie sie ihre wie sie ihre geschäfte leiten so und wenn du mal doppelt auf die landkarte guckst musst du halt mal richtig gucken und man will eh weg vom schiffverkehr so ganz einfach also seine straße ist halt mal da und die ist halt nicht wegzudenken und natürlich ist sie aktuell wegzudenken weil sowieso viele nicht verstehen sie wird in die ist ja nicht mal aktiviert die chinesen warten jetzt darauf dass sie es endlich loslegen können die seitenstraße hat nicht mal zehn prozent auslastung momentan so erst mal abbauen richtig ist die ist eigentlich schon fertig ist nicht fertig ja natürlich ist die fertig heute ja über syrien die seitenstraße machen und syrien nein die haben die oben lang ein bürgerkrieg rein komischerweise 2011 ja die haben die umgelegt und mittlerweile ist sie fertig guck mal glaubt mir einfach sie ist umgelegt warum haben sie das umgelegt ja weil sie wussten dass sie nicht mehr durch mit bürgerkriegs ländern in arabien zusammenarbeiten also wenn überall dort krieg herrscht dann kannst du ja und deswegen haben sie sie umgelegt schon 2016 dieser konflikt ist brandgefährlich die seitenstraße wie sich jetzt ergibt auf der karte und so wie sie jetzt gerade steht geht durch kein bürgerkriegs land aber und das seit 2000 seit 2021 es könnte doch durch diesen konflikt so ein flächenbrand entstehen dass einfach die weltwirtschaft weltwirtschaft kollabiert nein weil die arabische welt nicht zur weltwirtschaft außer öl beiträgt da ist nichts was mehr da kommen außer die straße von homos gut das haben wir jetzt aber geregelt aber es gibt nichts was die noch mehr bringen es gibt nichts was die weltwirtschaft da ist kein facebook da ist kein tik tok da ist kein twitter das sind nicht die multimilliarden diese zeit man silicon valley das ich habe vergessen wie twitter die weltwirtschaft gefördert und und facebook also nein aber das sind die firmen die halt die halt auf geld kosten und das ist die wirtschaft wenn ein mark sugarberg nicht seine 400 milliarden hätte dann wäre dann hätte er wahrscheinlich mit dieser wirtschaft zu tun oder also du redest ja gerade gegen dich selber ich glaube wo sind denn die großen firmen was was wird denn in arabien für die weltwirtschaft jetzt wirklich produziert marokko und algerien und die ganzen nordafrikanischen länder die die ganzen tisch machen kommt auch nichts mehr von afrika ja was soll denn von afrika weiterkommen oh mein gott ich muss erst die ganze feld machen bei den mann direkt was soll von afrika weiterkommen alle rohstoffe fast alle rohstoffe der welt die europa braucht und meinst du afrika ist der einzige kontinent der das gerade bildet in viele sachen ja jungen mann warum warum hat denn südamerika die größte stahlindustrie eigentlich mittlerweile auf dem planeten warum hat südamerika südamerika und mittelamerika seltene erden ich glaube da gibt es ganz andere wege an stahl und alles ranzukommen hast du recht wir haben zahlen ja ähnlich schon genug hier in deutschland da geben das mit amerika und zahlen noch mal extra diese transportkosten und diese extra kosten das ist gar kein problem wenn du in der wenn du in der menge etwas macht wird wird die menge billiger ist ein ganz normales gesetz so der wirtschaft also mehr schiffe nach südamerika keine schiffe mehr nach afrika kann man sich sparen geld wird für südamerika gepumpt ist schon wieder geregelt so hat europa immer noch nicht betroffen ja du würdest das gerne so sehen nein du würdest das gerne so sehen dass es europa betrifft aber in der realität und ich bin da jetzt nicht gegen moslem und gar nichts deutschland in der realität die afrikanische welt abzuschneiden 80 prozent all seine rohstoffe und seine energieträger aus ja das ist jetzt bis jetzt so aber das ist kann aber auch woanders herkommen du hast gar keine antwort wird deutschland ist abhängig von nein nein deutschland ist nicht abhängig ist wie gesagt es gibt andere länder die diese rohstoffe alle auch hervorbringen du hast recht okay aber das mit dem transport kann man halt auch ändern ja man kann es erst mal eine lange landstraße kannst du hoch bis amerika bekannst du das ja brauchst du die matrosen dafür musst du die ausbildung machen da gibt es genug die gibt es ja die fahren ja nicht mehr nach afrika die fahren ja nicht mehr die arabische welt die schiffe die können auch nach südamerika fahren die musst du gar nicht ausbilden die sind schon da in südamerika gibt es natürlich keine kriege da gibt es natürlich keine keine konflikte nein nein ich bin brasilianer ich weiß das sehr genau wann der letzte krieg war der war 1904 aber das ist egal gibt es keine kriege in südamerika hast du schon mal davon gehört es gibt drogengangs aber das ist eine andere geschichte die drogengangs haben nichts mit den rohstoffen zu tun hast du was von kuba gehört kuba war 1968 war eine kubakrise ja aber das sind keine kriege das sind das sind drogenkonflikte hallo immer noch kein krieg da ist kein krieg aber diese oh mein gott oh mein gott oh mein gott und ist doch gut für die dann können sie sogar noch mehr drogen hinschicken nach europa weil noch mehr schiffe fahren das ist doch super da freut sich die drogenmafia wenn die schiffe kommen da haben sie schon geschäft gemacht ja du hast eben gerade was perfekt ist gesagt guck mal ich will mal euren konflikt einer sagt die straße ist zu einer sagt die straße ist offen wenn die straße zu ist bekommen wir das nur in deutschland mit das schon recht du hast das schon richtig analysiert weil wir in deutschland immer noch auf die letzten angewiesen sind also die wir nehmen keine erneuerbaren technologien wir nehmen immer noch veraltete das heißt wenn dazu gemacht wird wird es hier teurer da hast du recht aber nur bedingt teuer es kann sein dass dann die straße zu china aufgemacht wird und china uns dann weiter versorgt so sieht's aus und das wird auch ein langer prozess sein aber für dich ist ja nicht wie soll uns wie soll wie soll wie soll uns china beliefern wenn alle mehr sie könnten uns dann nur noch über die nordkappen beliefern oder kommen nein nein guck mal es werden ja noch handelswege sich dann eröffnen das ist ganz automatisch es ist gefährlich wenn diese straße zugeht dann wird es richtig halligalli gehen bin ich auf deiner seite weil ich habe mir das szenario ja auch schon ausgemacht die straße wird immer enger da werden immer mehr bürgerkriege es werden jetzt schiffe da festgesetzt es ist gefährlich aber es ist nicht so gefährlich dass ich das in die ganze welt auslegen kann weil es werden dann wieder neue handelswege eröffnet das gab es schon immer so einfach ist die geschichte und afrika hast du recht aber afrika schickt schon lange keine rohstoffe mehr in die ganze welt die haben kleine abnehmer die ihre rohstoffe nehmen und die versenden die in die ganze welt guck mal ich kann euch eins sagen 80 prozent der afrikanischen rohstoffe woher kommen denn diese abnehmer guck mal 80 prozent der afrikanischen rohstoffe sind jetzt schon in chinesischer hand wir chinesen werden in ihren ländern kein krieg wo sie rohstoffe beziehen erlauben jeder der in afrika versucht eine revolution oder einen größeren krieg aufzuziehen wo china drin hängt ist am ende damit sagt er selber gerade dass er das gleichgewicht der welt zum erschüttern bringt weil es geht um das gleichgewicht warte mal ganz kurz weil deutschland sich komplett abhängig macht von china und glaubt mir die amerikaner werden darüber nicht sehr amused sein kann ich euch jetzt kommt drauf an solange die amerikaner damit verdienen dürfen ist da die amerikaner und den lmg gas jetzt schon abhängig jetzt gerade ich und du beziehen gerade lmg gas war sehr sehr schädlich für die umwelt ist was co2 belastet ist und dir sagt man ey das ist gut machen wir haben es nie gesagt habe ich habe ich glaube die westliche welt sagt dass alle grünen da sagt ein habe ich sag das ja ja aber am ende des tages ist es ja scheißegal nicht die westliche da sagt ein habe ich sag das wir sind ein kleiner fleck auf dieser erde also ich habe ich sage euch mal wie die welt ich sage euch mal wie die weltpolitik funktionieren sollte am besten am besten wäre erst mal diesen konflikt in der ukrain russland zu klären dass wir endlich mal wieder das ist doch menschen gemacht man da ist nämlich mal dass wir endlich mal dass wir endlich mal gaslieferungen aus russland bekommen ja das wird nicht mehr passieren dass ich möchte ich mir doch das gibt es gibt noch einen einleitern es gibt noch einen pipeline strang der funktioniert da könnte uns russland immer noch damit bin ja aber das wird nicht mehr kommen das ist ein bruder volk deutschlands schon immer gewesen seit katharina der großen und noch früher also man darf die geschichte auch nicht vergessen dass russland eigentlich immer zu deutschland gestanden hat und umgekehrt immer noch die deutschen und russen sind es nicht der russe der russe wird als böser russe medial dargestellt ja medial aber im endeffekt werden trotzdem noch geschäfte abgewickelt man redet immer über das russland völkerrecht in die ukraine einmarschiert ist ja es ist es auch nicht die ukraine hat sich selber angegriffen ich habe vor kurzem gehört ich habe vor kurzem von jemandem gehört vielleicht könnt ihr mir das bestätigen dass das der mond nur eine reflektion ist von der erde das andere thema das höre ich auch nicht so okay aber vielleicht mal ganz kurz mit russland und deutschland da weiß ich schon mit welchen menschen ich rede die denken wirklich dass der mond das mann ist du meinst deswegen seid ihr einfach was würde ich jetzt sagen was für ein bananen du redest von europa ein fleck und sagt das wird die erde sein und ihr glaubt wirklich dass es legt was sie waren das jetzt hier gesagt dass der mond ein hologramm ist ja ich weiß nicht genau hast du gesagt und der andere hat gesagt das ist ein anderes thema ich möchte jetzt rüber was keiner hat was dazu gesagt dass wir aber in einem firmament leben und dann ist im moment ist das habt ihr schon mitbekommen oder seid ihr da auch noch nicht so weil ganz normal firmament definiert eine flache erde für moment eine flache erde mehrere ebenen ich habe mehrere ebenen also wie ein toffifee was heißt denn wie ein toffifee von der seite anschaust ja das geht ja so halb rund unten ich frage mich gerade wer hier wen verarscht nein alles gut jungs aber am endeffekt dieser dieser konflikt der da in dieser straße passieren kann der ist gefährlich hast du hast du schon gut erkannt aber ich würde nie sagen dass das ding das ist die ganze welt betrifft weil vielleicht will man ja auch den konflikt deswegen haben um zu gucken ob es nicht anders geht aber darüber nachgedacht einführen das ist doch junge wer das immer noch nicht checkt von den ganzen die hier drin sind das digitale geld steht kurz vor eurer haustür die ganzen flüchtlinge werden jetzt digitales geld bekommen und dann werdet ihr sehen was für konflikte noch kommen werden und außerdem ist das mal ein bisschen weiterdenken wenn es darum ganz los ich möchte diese aussage mal von dem mann fächten du redest schon die ganze zeit das war geld verschwindet ist ja wohl safe klar aber warum der flüchtlinge warum kriegen nur die flüchtlinge digitales geld haben das mit den ausprobiert fashion wird wem wird es denn das ist meine frist da stimmt nicht die ganzen kann es für einen kollegen von mir die haben alle und anzahlung ich will nicht immer wie die heute so rüberkommen aber dieser schule sehen wir haben ja schon vorhin darüber geredet dass haupt und so ihn auch nicht weiter hochnehmen hast du es nicht mitbekommen oder da war auch ganz dabei oder bei dem bei dem gespräch aber fragen wir mal jungs jetzt mal meine mutter beleidigt und das steht immer noch die kann du versteckst dich doch junge du hast angst sich mit mir zu treffen du tik tok freiheitskämpfer ich bin ich diese sachen hier ja ich habe angst mich mit dir zu treffen schluck aussehen alle wollen sich treten man trefft euch mal kaffee und so hängt darum keine ahnung aber braucht man sich noch mal ich habe angst mich mit dir zu treffen was ist das mit der angst und treten vor allem was ist das was ist denn das ist aber ich frage nur schuko singen du behauptest doch ich habe angst mich mit dir zu treffen trifft euch doch einfach ja einfach zu reden verstehe ich nicht er sagt jedes mal ich habe angst aber ich bin ja man trifft euch noch einfach ich bin doch nicht gut will ich doch aber er will nicht oder zehn prozent das treffen was an zwei stunden nicht mehr geantwortet weil du diese entdecken nicht geantwortet so angst hat es schuko sing ich bin bereit wie gesagt du bist ein tik tok freiheitskämpfer aber es ist doch okay wenn meinungsfreiheit tik tok freiheitskämpfer ist doch mal selber antworten schuko singen woher kommst du bruder ich komme aus berlin du bist ein berliner ein echter berlin er sagt wedding angeblich habibi sei doch einmal ruhig hätte jetzt was anderes gesagt ich habe wedding gesagt und schau weiß das auch der hat aber angst okay wenn er jetzt zu dir nach wedding kommt bist du bist du für ihn ready ja er soll mir schreiben okay das heißt wenn er jetzt nach wedding fahren würde jetzt 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 der wäre glaube ich 20 minuten bei dir ja er soll mir schreiben okay du kommst auch sicher schuko natürlich komm ich schon auf die tue und schau aber du bist ein tiktok freiheitskämpfer wir sehen schuko singen wir sehen schuko singen wir wissen eigentlich dass die spaltung der gesellschaft schon immer stattfindet dann sogar hier in eurem kleinsten innersten kreis ihr merkt das gegen eins das mache ich jeden tag mit leuten ich habe leuten schon alles gebrochen was sie haben was bringt das was hat mir das gebracht außer anzeigen hier gibt es keine anzeige hier haben die gesagt die möchten sport wenn du sagst lass mich im wedding treffen erschliere die schlagen sich anzeigen nein es gibt keine anzeige die wollen das sportlich auch die werden das jetzt sportlich machen die werden draußen jetzt agar machen ja einfach sich gegenseitig oder oder ganz kurz ich werde auch nicht wenig fahren der typ der soll mir seine nummer schicken wenn er sich traut und so punkt aus ich komme sofort zu ihm er soll mir einfach seine nummer schicken dort letztens angst herum herum hat angst kummer aber ich werde ihn auch mit nummer anrufen das ist eine bühne gerade und welchen kann ich nicht einmal bitte zu böse mann der richtet die kämpfe aus kontakte mit bero bass wenn ihr wollt ich kann den kampf anmelden wer das gerade gesagt ein paar bero bass ehrenmann ohne witz ich habe die bastern produziert wie alt ist er überhaupt schucke sehen wie groß bist du wie viel wiegst du bist überhaupt meine gewichtsklasse ich bin 120 kilo das ist auch schon mal gut da kann man mit arbeiten ja ich will mal wissen schucke sehen wie groß bist du du bist 60 170 als kämpfer du bist maximal 160 groß da muss ich leider enttäuschen jetzt wirklich größer 184 ich bin 80 wiege 120 kilo ich habe noch nie einen aus kalt dann von den großen scharbrot da gesehen guck mal er beleidigt schon wieder meine mutter schucke was soll das was soll das er sagt wieder er würde sich nicht mal trauen er würde sich nicht trauen ja schau du bist du krass für mich ich hab Angst vor dir guck mal allein dass du denkst dass ich 1 60 bin wenn ich vor die stehe wir haben noch mal ein bisschen aus kurzen alle ja ich guck mal wie du zittern wirst wenn ich vor dich der löwe ich habe nicht angst vor dir ist deswegen kommst du auch nicht habe die heute schon gesagt kommen und soll an dann kommt er kann man nichts kommst du nichts kommst du du bist ein internet rumbo schreibt mir in den in den kommentaren kann ich nicht meine meinung äußern ohne dass mich jemand unterdrückt 20 sekunden für dich wenn 20 sekunden überhaupt viel sind 10 sekunden was ist los leute er beleidigt schon wieder meine mutter was ist dein problem kommen ich habe kein problem anscheinend schon wenn du die ganze zeit beleidigt beleidigt was willst du mit seiner mutter ich habe ihn nicht beleidigt ich habe ihn nicht beleidigt warte mal ganz kurz warte mal ganz kurz schucke hast du irgendeinen fetisch willst du irgendwas mit seiner mutter machen willst du irgendwelche müttern erzähl mal bitte hast du irgendein problem stehst du auf ältere frauen nein nein anscheinend schon wenn du hier die ganze zeit den belästigt der belästigt doch mich er belästigt dich nicht du willst seine mutter die ganze zeit was ist mit dir los ja ok hob nicht ok was ist dein problem du willst seine mutter warum gehst du da nicht zu ihm er hat angst vor dir nein er hat sich der hat sich heute gesucht ich habe dich auch gesucht du hast dich irgendwo versteckt wo sind denn deine eier kommen wo ich verstecke mich vor euch wo sind deine eier guck mal du wirst erstmal wissen was schucke sing für ein landsmann ist was ist viel wichtiger ist mir egal was für ein landsmann der ist doch doch das wichtig warum was ist der für der steht auf irgendwelche müttern was ist los mit dir lässt mal hob den therapieren das ist schon ganz gut so ob du darfst gib ihm den respekt ich bin müde leid ihr habt mich wieder irgendwas geben schau du tiktok freiheitskämpfer wo ich dir geschrieben hat dass wir uns treffen wollten du hast zwei stunden nicht geantwortet du haben sie mal 20 minuten auf einmal der war draußen die kamera angemacht ja hätte ich gesucht hätte ich nicht gefunden erzähl mal bitte keine scheinen haben das war vor einer woche heute hat er das gezeigt wo bist du heute heute nimm doch mal deine beine in die hand der ist jetzt zu hause der ist jetzt zu hause der gma gma hin ja guck mal hoch ja ich erkläre dir etwas doch mal auch doch solche eier geh jetzt zu ihm erwarte doch mal sag einmal achushar mutter in meiner fresse und guck ich habe mir richtig die hosen geschüssen du hast mir doch zwei stunden auf einmal nicht mehr geantwortet auf einmal war deine stunden so therapiert du ich bin tiktok ich würde immer gerne wissen warum kann wir alle das also was bringt ist also was ist das gefühl wenn man etwas mit gewalt löst ist es ein gefühl der befreiung es ist ein gefühl der herrschaft es geht darum dass der eine sagt ich bin stärker als der andere so ja dass das ist ja schon klar aber was ist das innerlich das kann man ja so innerlich noch mal ganz kurz und es geht ja um ego hier und da geht es darum dass das kämpferisch ausrichten also die ja ja das ist schon klar aber wie ist das gefühl wenn es dann geschehen ist man hat den anderen niedergestreckt die zähne sind kaputt man steht da verschwilzt und wie ist das gefühl ich will es wissen ich bin für einen kampf mit boxen und ringen aber nicht nur dieses reintreten nein 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 ich rede hier nicht vom box haben von so einem richtigen dreckigen straßenkampf weißt du der eine geht bärnackel zack ja ja folge rauf alter was geht aber warte mal heute wollte ich mir erklären dass hier im kampf stattfindet es gibt es wird innerhalb von fünf minuten gelöst wenn er da vor der tür steht innerhalb von fünf minuten ist er platt also bitte wenn du eier hast gehen wir bitte zu ihm ja und klingeln noch am besten geh bitte zu ihm geht zu ihm zeig mal deine eier und dann werden wir sehen leute tippen alle gab es 20.000 ich habe die s-band genannt ich habe die s-band genannt er weiß wo ich bin salam alaikum ja anscheinend hast du keine eier hat er hat die s-band heute mittag genannt ich war dabei mit haupt zusammen hat er die s-band in der mutter schau mit dem langen gemacht was redest du da was ist dein problem hat denn die kamera angemacht dieser tik tok kämpfer er hat die kamera da wo du dich in dieser zeit gesteckt hast da hat er die kamera ich schwörg auf eure mütterschaft also ich gebe hin ich wünsche euch alles gute hoffentlich klärt ihr das das wird geklärt warte ab dass ich klär das mit dem also wo ist schuko senge warum versteckt er sich jetzt wieder schuko senge jetzt mal ehrlich jetzt mal bitte unter uns was hast du was willst du mit seiner mutter was für ein fetiche hast du erklär mir mal bitte überhaupt sogar alleine kommen würde ich glaube der würde wenn schon seine cousins packen irgendwas packen aber alleine kommen einfach sein mann stehen mir das in die fresse zu sagen ohne etwas in der hand zu halten aber auch haben die meisten das wird sehr schwierig darauf haben die meisten alleine zu kommen und ich werde auch alleine kommen aber so viel zu reden ich habe gar nichts mit dem schluchten 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 wir haben ich möchte noch immer verstehen was willst du mit seiner mutter machen erklär mir das bitte leute weiter tippen bis 20.000 das macht er nicht auf warte ist das neue stream ja ja was passiert da hat eine meldung bekommen glaube ich da muss ja ok schuko sein erzähl mir jetzt bitte warum seine mutter er kann nicht antworten zu sein habt ein stabile ticktok kämpfer jetzt wie bitte was stummst du dich die ganze zeit ja weil irgendjemand im hintergrund redet und sagt dem sack so und sagt so kannst du nicht mal reden oder was ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen langsam dass du ihn überhaupt ernst nimmst du bist ja das aber er soll einfach nicht hier hoch kommen das ist das ding ich weiß denn ich weiß denn raus ich will nur wissen was er mit müttern will was willst du mit den müttern machen die bitte was warum willst du seine mutter ich will nicht seine mutter wie kommst du denn auf sowas warum erzählst du so was hast du doch gesagt so was würde ich sowas würde niemals aus meinem mund rauskommen hast du gerade eben gesagt und verschämt was eben hier mir unterstellt man du hast probleme schade was hast du dafür schaden den tiktok kämpfe schämst du dich nicht alter dass du zum untergehen jemand abgeschoben werden muss muss halt abgeschoben werden schieben einfach ab auf bitte ja und und tschüss ob innenministerin wäre wird die abschiebung ganz leicht läuft bringen wir jetzt mal wieder ein bisschen niveau rein ich bin ob bringen jetzt mal wieder ein bisschen niveau in die unterhaltung ein ich bin mal wichtig bei mir entschuldigen wegen meinen eltern weißt du wann wann lass mich kurz überlegen ich glaube gar nicht und tschüss hä was denn jetzt passiert ganz einfach ich rede mit dem typ nicht mehr wenn ich hochkomme und live bin ist er nicht mehr mit mir live oben ich checke ohne mittlerweile ich war eine woche nicht online so richtig und mittlerweile ist der eine mit dem befreundet dann hat der eine mit dem streit ich blicke nicht wieder rein ich weiß nicht wer mit wem hier biefert der hat uns gedroht der hat heute und gestern maßlos übertrieben mit meiner person und ich habe keine lust das ist wirklich 20 vor zwei und ich möchte mich nicht aufregen und moritz hat er gesagt wir sollen niveauvoll bleiben und ein da ist aber kein niveau mit ihm ganz ehrlich gesagt verstehe ich nicht zumindest immer korrekt ja der ist halt ein bisschen angefressten weil er bei manchen menschen mit argumenten und quellen nicht mehr weiterkommt muss er beleidigen drohen und lügen verbreiten wir haben doch jetzt seit dem siebten zehnten haben wir doch jetzt festgestellt dass die meinungen so fest sitzen dass eh kein anderer den anderen überzeugen kann das hat das hat mit überzeugen von einem anderen nichts zu tun ich möchte ihn auch nicht überzeugen oder sonst irgendetwas aber wenn jemand nicht weiter kommt guck mal anti wir haben uns auch schon ein paar mal gehabt sind wir gegenüber sind wir irgendwie respektlos geworden auf unterster schiene siehst du und hast du das gefühl guck mal wir beide haben uns doch in der köpfe gehabt wegen wegen boskurt ja ok hast du das gefühl gehabt dass ich irgendetwas komplett gegen türken habe du hast mich nicht aufreden lassen das fand ich ein bisschen scheiße aber sonst alles genau das mit dem ausreden ist so ein ding das ist halt so ein bisschen sportlich musste nicht gefallen aber persönlich jetzt wirklich mal aber persönlich jetzt wirklich nur hast du das gefühl dass ich jemals irgendetwas gegen türken an sich gesagt habe nein das würde ich ja selber zum rassisten machen genau so und er kommt gestern ins live rein und weil er nicht weitergekommen ist hat behauptet ich hätte was gegen türken er hätte das schon öfters mitgekriegt einfach lügen verbreiten um mich zu diskreditieren und will sich nicht dafür entschuldigen und das das ist nicht sportlich weißt du wie ich meine wir können uns fetzen wir können uns streiten ist alles gar kein problem aber wenn man dann wirklich nicht mehr weiterkommt reinzukommen und sagen ich habe eine liste ihr werdet alles sehen dies das jenes und dann persönlich zu werden zu drohen und zu sagen und dann auch noch dann so lügen zu verbreiten türken gegen mich aufzubringen ja dass die türkei ist meine heimat das ist da komme ich her okay und ich sage immer wieder wenn ich jetzt auf türken böse wäre weil ich aramäer bin für diese geschichte die an dem aramäischen volk passiert ist dann könnte jeder jude heute auf jeden deutschen immer noch sauer sein also was hat die was hat diese generation der deutschen jetzt und sogar die generation davor die väter haben schon nichts mehr damit zu tun wie soll ich denn sauer sein auf auf ein ganzes volk auf eine ganze nation für die für das was vor 100 jahren passiert ist weißt du wie ich meine schon richtig allein schon wie wir uns unterhalten können allein wie wir uns unterhalten können also wir schau mal ich bin hope beats wir kommen alle mega gut miteinander klar und da ist nichts irgendwie aus der vergangenheit oder so weswegen man irgendwie sauer ist nur weil da leute was gemacht haben die zufällig aus dem selben land gekommen sind ganz ehrlich genau 00 stell dir mal vor ich würde jetzt lex verantwortlich machen für diesen für diesen völkermord und sagen du du schwein tik tok sportlich ja also du und dein vater und der vater deines vaters und ich weiß nicht was alles dass das das bringt mir erstmal gar nichts weil ich da die falschen personen angreife die nichts dafür können wo ich sauer werde zum beispiel und wo es auch ein berechtigter grund ist vielleicht sauer zu werden ist wenn jetzt wirklich sich einer hinstellt und sagt diesen völkermord hat es nie gegeben so zum beispiel da kann man sich streiten okay dann fetzt man sich oder sonst irgendetwas da würde ich dann den den menschen tatsächlich persönlich sagen so guck mal pass mal auf setz dich mit deiner geschichte besser auseinander oder sonst irgendwas aber mir würde nicht im traum einfallen ein ganzes volk zu beleidigen ja in geiselhaft zu nehmen und zu sagen ihr seid alle scheiße weil vor 100 jahren euer volk das gemacht hat ja dann dürfte ich doch hier in deutschland gar nicht leben da dürften wir dann mit den anderen nicht reden ja und das machen wir übrigens auch nicht das machen weder ich bin noch hob noch beats machen das irgendwas also ich bin und ich wir sind ja in der islam kritik drin so wir sagen nicht alle muslime handeln so wir sagen es gibt leute die nehmen das und das ernst und handeln da und danach aber wir sagen noch lange nicht dass alle damit so handeln die muslime sind also wie gesagt bei jedem religion stream kann ich eh nicht mitreden weil interessiert mich null ich habe keine ahnung und wenn ich keine ahnung habe sage ich nicht alles gut ich beschäftige mich mit sowas echt nicht alles muss man ja nicht sein jedem da wo seine interessen liegen also dein hauptaugenmerk liegt auf der politik jetzt gerade und unseres liegt also meins liegt auf beidem weil das mit der islam kritik habe ich schon immer und momentan das thema ist halt bewegt glaube ich jeden von uns ja gerade in ich glaube auf der ganzen welt bewegt das thema gerade und ob du da auf der linken seite stehst auf der rechten seite oder ob du in der mitte stehst und neutral bist also jeder hat eine meinung dazu und jeder diskutiert das gerne und das können wir auch gerne machen wenn sportlich ist ihr wisst ganz genau ich bin immer für einen streit zu haben ist alles gut aber aber danach muss man sich guck mal ich habe mich mit lex gehabt mit dem verstehe ich mich gut mit sie boom mit dem verstehe ich mich gut mit wer ist da noch alles mir fallen die namen jetzt gerade ein also nicht ein mit sechs bin ich ja ja meine ich ja anti alles ich habe mich mit ich habe mich mit zwei drei anderen leuten auch öfters aber es ist immer sportlich es ist immer sportlich am ende des tages guck mal mit show auch mit show kam gestern rein und hat gesagt hey du hast das und das und du willst du hast noch ein hühnchen mit mir zu rupfen wer gesagt habe ich gar nicht so und ihr seid heute den ganzen tag haben uns super verstanden super miteinander geredet ohne probleme aber bei ihm bei ihm muss ich ganz ehrlich sagen da sitzt das so tief er ist unsportlich er ist einfach unsportlich es gibt zwei drei typen auf tik tok die sind unsportlicher geht es nicht das ist einmal akki schwitzkasten ja es ist ja super unsportlich und fashion ist auch wirklich mega unsportlich also wenn du aus teils musst du auch einstecken können und er kann einfach nicht einstecken er kann ich nachgeben und wird dann wirklich auf diese er kommt auf diese private ebene ich sage dir ganz ehrlich das ist mal ich habe mit dem noch nie ärger gehabt ich mag den sehr gut sehr gerne leiden also alles gut und muss den ja auch nicht schlecht mit befinden ich finde den eigentlich von allen noch mit am entspanntesten von sage ich jetzt mal von den leuten mit denen nicht so abhängen es gibt da weiter schlimmere aber ich frage mich jetzt mal um jetzt das thema mal kurz zu kappen habt ihr euch jetzt habe ich schon mal gefragt mit dieser liebe zum hadith habt ihr euch mit dem schon unterhalten also mit dem habe ich mich tatsächlich noch nie unterhalten weil er hält das genauso wie ich und ja du schon also ich nicht weil ich gehe ich gehe in muslimische streams grundsätzlich nicht rein und ich glaube er macht das genauso wie ich er geht auch nicht in christliche streams glaube ich rein doch doch ich glaube der war sogar bei löwen jetzt mal drin also wenn er will kann er gerne mal hochkommen also wenn er will kann er gerne hochkommen dann diskutieren wir der hat so eine leichte zu behaupten dass das christen und das jugendtum kinder erlauben und kinder in sehr jungem alter ja ja also das ist wirklich das einzige was er macht also jeden tag aufs neue bild als ich bei dem oben war hat der fashion mir geschrieben sagt auf jeden fall nicht dass du atheist bist dann schmeißt du dich sofort runter also ich ja ja also ich meine ich bin christ der hat jeweils eine passage aus dem talmud und eine passage aus dem neuen testament womit er beweisen also beweist quasi das beischlaf von dreijährigen und die kinder sowohl im christen als auch im youtube erlaubt sind kennst du die passagen weißt du welche welche bibelferse ich kenne die jüdische passage die er meint und dies komplett aus dem kontext gezogen hat nichts damit zu tun einer dreijährigen beischlaf zu leisten oder eine dreijährige eine dreijährige zu verloben es geht um was vollkommen anderes und er hat wirklich nur so einen satz aber wie man daraus genommen und eine neue geschichte draußen erschaffen ja dann tagtäglich und das macht er schon seit monaten jeden tag das selbe thema der hat leute die unterstützen das tagtäglich und er hat mehrere hundert zuschauer unglaublich ich habe den jahre gefragt warum was das macht und seine antwort war dabei andere gegen den islam schießen das heißt er macht er weiß das glaube ich dass das gar nicht das sieht man in seinen augen das sieht man so wie er ist gestikuliert wie er in seiner mimik man sieht mit dem stimmt irgendetwas nicht und der ist einfach nur hart radikal und der ist hart richtig er ist einfach krank also meine meinung nach ich denke mit dem stimmt irgendwas nicht was geht denn da ab der hat auf jeden fall gesagt also während die während der chat mein atatürk bild auseinander genommen hat das hat die so getriggert kam der mit irgendwelchen klugscheißerischen sprüchen an da war noch mal so ein anderer typ ich habe den namen vergessen aber du hast schon an seiner aggressiven art gemerkt das ist eigentlich derjenige der der und seine wirtschaft gar nicht erleben sollte hättest du dir vorstellen können dass ungefähr vor ich sag mal so zwölf dreizehn jahren 14 jahren auch nur ein einziger türke etwas gegen atatürk gesagt hätte also ich sag dir das hat mit erdogan angefangen ja ja das meine ich aber noch bis vor zwölf 13 14 jahren so ungefähr hätte ich mir nie im leben nie im leben vorstellen können dass auch nur sich ein türke auf dieser welt befindet dass wenn du ihn zu atatürk befragst er eine negative meinung zu ihm auf einmal äußert für die leute die es nicht wissen die leute die es nicht wissen atatürk hing in jedem staatlichen gebäude der war überall präsent und wenn er nicht bei denen in staatlichen gebäuden hing der bei ihnen privaten cafés ja überall im klassenzimmer ist ein bild von ihm gewesen also so wie bei uns hier in deutschland damals vor 20 30 jahren noch überall kruzifixe hing in klassenzimmern und sowas alles zumindest in bayern war das war das wirklich gang und gäbe also atatürk das war der präsenteste mensch glaube ich wo man sich vorstellen kann in einem land der war ja wirklich überall auf den geldscheinen öffentlichen gebäuden draußen auf plakaten bei den taktifahrern am rückspiegel überall überall tattoos die leute haben 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 sein konterfei tätowiert den namen ich kenne so ich kenne auch so so viele freunde von mir haben haben seinen namen auf dem unterarm tätowiert und sowas alles und heutzutage habe ich das gefühl dass sich die die kemalisten dafür dafür rechtfertigen müssen dass sie dass sie atatürk anhänger sind soll ich dir mal was sagen ich war in antaglia vor drei jahren ich habe atatürk auf der brust stehen den ganzen rechten arm von der schulter bis zum handgelenk durch tätowiert dann liege ich am strand und diese ganzen dämlichen kommentare ja was machst du eigentlich wenn du später vor allah stehst und du hast die tattoos und dann sehen die meinen brusttattoo sagen die boah wir dachten dein arm ist schlimm aber das auf deiner brust ist ja noch schlimmer der war ja gegen islam weißt du was eigentlich ich weiß das ich möchte er hat einen spruch den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte also er war ja komplett also meiner meinung nach zu 100 prozent gegen den islam das erklärt auch den säkularismus in der türkei dass er staat und religion wirklich strikt voneinander getrennt hat und wie gesagt also ich finde auch auch hier in deutschland ich finde also ich bin christ ja aber ich finde auch tatsächlich dass das der der glaube sollte nicht die politik bestimmen und die politik sollte nicht den glauben bestimmen glaube ist glaube das ist eine sache zwischen mir und gott ja und niemand anderen okay mein glaube ich muss das nicht zeigen ich muss das nicht extra das ist ja auch so in der bibel du sollst es nicht für andere leute tun und du sollst es auch vor allen dingen nicht extra vor anderen leuten tun sondern für dich selber das beste gebet das du als christ halten kannst ist für dich alleine wo du niemandem etwas beweist sondern wirklich alleine mit gott redest ja und ich finde auch tatsächlich also ich finde diese diese viele werden mich jetzt vielleicht dafür aufhängen wollen oder sonst irgendwas ist mir aber auch egal ich finde tatsächlich diese trennung von von kirche und staat sehr sehr wichtig die müssen beide unabhängig voneinander sein weil sonst diktiert der eine dem anderen und der andere wieder dem anderen und ich finde also glaube hat nichts damit zu tun dass die irgendein mensch eine regel aufzwingt okay und ein staat muss neutral bleiben allen bürgern gegenüber wir sind ja nicht nur christen hier in deutschland wir haben ja verschiedene glaubensrichtungen wir haben auch menschen die nicht glauben und deswegen muss ein staat auch immer also nicht religiös gelenkt sein weil wenn eine partei diesen staat lenkt dann also wenn eine 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 religionsgemeinschaft einen staat lenkt dann gehen zwangsläufig äh interessen von anderen unter ja das ist das ist ja völlig normal das ist ja das liegt ja schon in der sache deswegen finde ich dieses bild was er gemacht hat ähm von der türkei also dieses diese diese säkuläre staat das war sehr sehr wichtig das war ein vorzeigestaat okay also ich bin arameer ich habe meine probleme ich will das immer nicht wiederholen und und erzählen damit die leute nicht immer sagen man heult äh jeden tag rum aber ähm man muss auch sachen anerkennen und man muss auch ganz einfach sagen dass die türkei wirklich meiner meinung nach der modernste staat war mit 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 dieser mit also mit dem islam als religion und hatte auch seine fehler wie gesagt ne aber dass er am anfang wo wo christen dezimiert worden sind und äh teilweise auch immer noch ähm ähm dezimiert worden sind bis in die äh 80er 90er jahre und äh vereinzelt noch noch äh in den letzten jahren wo immer wieder zwischenfälle zwischenfälle sind aber ähm die waren auf einem guten weg aber die türkei hat immer seine probleme also wenn es nicht die religion ist dann ist es eine ethnie mit zum beispiel ähm die ganzen faschisten die die alevitischen künstler in dem hotel äh bei lebendigem bleibe haben verbreitet wo das militär noch dabei stand ja ganz genau du weißt welche die gebrüllt haben ähm das war auch hart ne wann war das nochmal boah das ist noch nicht so ultra lange her das war so erschreckend ne wo das in den nachrichten kam in den medien kam das war so erschreckend da hab ich mir auch gedacht ey das gibt's nicht ehrlich ja das ist guck mal ich war in der türkei in zu einer zeit wo du kurdisch nicht auf der straße gehört hast wo irgendwelche äh schläger trupps durch die gassen gezogen sind und ähm politisch verfolgte äh politisch anders denkende verfolgt haben mein vater hat mir immer erzählt und deswegen war ich auch so sauer wo du mir das unterstellt hast ähm dass äh dass äh mein vater war bei der gewerkschaft also er war eher links als alles andere und da sind einfach mal die Personalausweise eingezogen worden von irgendwelchen leuten die eine waffe am gürtel hatten keinen ausweis gar nichts ja mhm und äh das ist äh also das ist noch nicht so lange her ich mein 70er 80er das ist jetzt noch nicht äh 100 jahre ja und ähm ja gab's ja auch noch so diverse andere mafiamethoden von irgendwelchen auftragsmorden und alles möglich ja ja das kennt man ja jetzt hast du in der türkei jetzt hast du diese probleme erstens nicht mehr bei der sich halt der sagt halt ja jeder der moslem ist ne also scheiß egal ob kurd oder wie auch immer der hat dieses nationalistische nicht dafür hast du andere probleme dafür hast du diese ganzen so viel sekten die an jeder ecke aus dem loch kommen wo äh zum beispiel frauen überhaupt nichts mehr zu melden haben und die auch untereinander glaube ich sehr äh er ist ja sehr stark auch geprägt von den muslim von der muslimbruderschaft ne also ähm das darf man auch nicht vergessen ja naja macht ja auch immer schon dieses dieses zeichen ne wie er grüßt und 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 sonstiges das ist ja auch von der muslimbruderschaft und äh da ist er auch schon sehr sehr geprägt aber ich bin echt der meinung dass er sich diesen die ich ich glaube er ist nicht so ein so ein ähm streng gläubiger moslem ich sag dir ganz ehrlich ich 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 bin der meinung er schreibt sich das auf die fahne weil er ähm damit die leute hinter sich weiß wenn man das ganz genau betrachtet guck mal wie viele geschäfte er und geschäftsbeziehungen er alleine mit israel hegt aber jedes mal auf israel schimpft oder mit den amerikanern und was soll der mann machen guck mal was soll der machen der hat sich selber zum sprecher der islamischen welt ausgekochen ja er redet einfach für alle länder mit die anderen länder die an generell nicht so viel zu melden also die saudis die hörst du kaum die machen ihre geschäfte mit öl die machen ihre geschäfte mit dem westen und er dann stellt sich dahin als sprecher sprach hoch für den ganzen islam dabei sitzt der ja in einem prunk schloss die am arsch ja übrigens ganz kurz mal die mark hotel 1993 war das 35 person zu ja und da ist es richtig ekelhaft gewesen also ich habe die die videos kannst du dir ja noch angucken ja wie die ganze meute da vor dem vor dem hotel steht und und zelebriert wie die leute dabei lebendig im leibe verbrennen das ist das einfach nur krank ekelhaft einfach nur krank 1993 da war ich zehn jahre alt das ist nicht mal lange her das ist absolut ekelhaft ja ja aber gut da reden die türkeien kaum noch drüber geht es aber genauso guck mal hier wie mit wie mit dem grubeneinsturz wo die bergleute da verschüttet wurden das war der hammer und wie er und ich werde nie vergessen er hat doch eine frau geohrfeigt oder oder ein kind tochter oder frau von einem dieser bergleute da da war ja so ein kleiner tumult und dann hat er da wirklich jemanden geohrfeigt noch wo ich mir gedacht habe so was ist mit dem denn nicht richtig es ist doch völlig normal dass die leute ausrasten es gibt keine sicherheit im bergbau die haben das jahrelang schon bemängelt man hat nie was dagegen gemacht jetzt passiert ein unglück wovor man gewarnt hat jahrelang er kommt noch zu spät dahin also er ist ja nicht am ersten tag dahin gegangen nicht am zweiten oder so ich glaube es hat zwei wochen gedauert bis er oder eine woche ich will jetzt nicht übertreiben was hat wirklich einige tage gedauert bis er sich dahin getraut hat und dann geht er dahin ist doch klar dass die leute ihn ausbohen und 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 pfiffe und sonst irgendwas was hat er denn gedacht dass die ihn da auf den hinten tragen weil jetzt der 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 erlöser kommt oder was ja vor allem hat er noch jemanden geohrfeigt wo ich mir gedacht habe so das geht zu weit das geile war ja dass diese komischen glühbirnen so nenne ich sie ja immer die ag party leute nach dem erdbeben erst mal erzählt haben das war irgendwie ein amerikanischer angriff und das war kam mit ihren verschwörungstheorien um die ecke weil sie es nicht wahrhaben wollten dass ein erdbeben und naturgewalt so stark sein kann dass die scheiß häuser die er durch korruption teilweise beschissen hat bauen lassen eingestürzt sind also klar es werden leute gestorben auch wenn die häuser bombastisch fest gewesen wären aber es ist ja nachgewiesen dass statiker da waren die gesagt haben guck mal hier das fundament steht auf bröseligen steinen und sowas weil sie geld gespart haben das ist so abartig ekelhaft das ist echt boah und das schlimme ist das baugewerbe liegt ja in seiner hand und von von seinem von seinem sohn oder schwiegersohn die geben die aufträge weiter und je billiger gebaut wird desto mehr können die sich auch noch in die taschen stecken und dass die leute das nicht sehen dass man wirklich noch hingeht und ihn wählt es gibt so viele offentliche offensichtliche sachen ich erinnere mal daran an das telefonat wo er sein sohn angerufen hat und gesagt hat wie viel bargeld ist zu hause und dann sagt er so ja ich glaube ich den schuhkartons etwas über eine million ja du musst das ganz schnell wegbringen also man hat telefon aufnahmen und alles mögliche wo die wirklich öffentlich zugeben dass die korrupt sind dass die geld verschwinden lassen und der typ ist immer noch an der macht das ist lächerlich ja ich würde auch gerne mal wissen was mit diesem einem typen da passiert ist der nach dem erdbeben direkt am flughafen stand und von sich verpissen wollte mit einem koffer voller kohle denn der wurde das war so ein bautyp keine ahnung an der stelle wo wir auch über das erdbeben sprechen ich weiß vielleicht hat sich unbedingt thema aber ich wollte auch nur daran erinnern welches land das erste land war das zur hilfe kam mit mit der idf mit israelischen soldaten und das war israel ja aber beats ich habe doch schon mal gesagt geschichtlich gesehen hatte die türkei mit amerika und israel nie probleme deswegen ist dieses verhalten von dem total indiskutabel populismus ja ja die haben nie kommen wir sind eins der wenigen muslimischen länder was mit israel nie einen konflikt hatte nie nie und nie und nie es waren so viele juden in dem osmanischen reich mit in der armee drin bevor das alles er will sich nur aufspielen er will sich wirklich nur aufspielen das macht er jetzt auf dem rücken von israel aber hintenrum weiß er ganz genau wie sein land verflucht also alles ich habe einen brief gelesen warte mal kurz ich habe einen brief gelesen von einem imam wo wo dazu aufgerufen worden ist nicht nur bei normalen humanitären maßnahmen zu bleiben bei israel ach sorry bei gaza sondern wirklich in den dschihad zu ziehen über verschiedene kampf suche 9 vers 111 und so also da habe ich auch schon aufrufe von imamen gelesen wo es wirklich darum ging wirklich in den krieg in gaza zu ziehen aufrufe an erdogan ich sage dir von elsa beets ist zeuge ich sage von tag 1 die türkei wird sich nie im leben militärisch einmischen nie im leben erstens als nato mitglied haben sie danach noch andere probleme zweitens die hälfte der türkei steht überhaupt nicht hinter dieser sache die einen natürlich aus nationalistischen gründen weil sie sagen die palästinenser das osmanische reich angegriffen die anderen natürlich aus menschlichen aspekten weil ich sage dir ganz ehrlich ne ich verstehe die einige türken nicht die erdogan verstehe ich am wenigsten die sagen ja hamas ist keine terrororganisation bekämpfen seit 40 jahren aber die pkk die mit der haben die mit der hamas zusammen operiert hat in den 80er jahren 1986 zusammen hat den vergleich ich doch auch immer gerne ja ich verstehe das nicht und es geht guck mal ich habe dem jetzt auch schon gesagt wenn israel nicht jüdisch wäre glaubt man das würde irgendeine sau interessieren auf diesem planeten von den muslimischen ländern keine so interessieren das sage ich vom ersten tag an so und ich weiß ja das was ich auch immer sage dass ich sage doch auch immer wieder guck mal als jordanien die macht über palästina hatte hat das keinen menschen interessiert die haben es den palästinensern auch nicht geschenkt die haben den das auch nicht gegeben aber das hat nicht gejuckt weil es jordania waren seitdem die juden dass das da kontrollieren und so wären das jetzt sagen wir mal die türkei wäre das jetzt die engländer hätten das der türkei gegeben da hätte keiner aufstand gemacht nein das ist kein gejuckt es ist alles diese kummer ich habe immer wieder und immer wieder gesagt wir hätte die oder sagen wir mal so die hamas hat über die köpfe eines ganzen volks volks hinweg entschieden das mein standards so die konsequenzen sind ekelhaft ja ich sage nach wie vor dass das ganze hätte anders laufen müssen also nicht also nicht dass sie nicht dass sie zugeguckt hätten aber militärisch gehen jetzt gerade für meiner meinung nach ein weg ein schritt zu weit wobei ich selber sagen muss mittlerweile ich kann keinem mehr was glauben erstens 8000 dann sind 12 dann sind 15 dann sagt der eine 20.000 ich rede nicht von israelis oder palästinenser ich rede von den westlichen medien da hast du selbst da hast du zigtausende von unterschieden weil du keine guck mal dass das kann ich dir ganz easy erklären guck mal die nehmen ja die zahlen die die opferzahlen nehmen die aus den angaben der israelischen armee und aus angaben der hammers so und jetzt hast du irgendwo also da wird eine zahl rausgegeben medien sind ja schnell du musst ja ganz schnell immer up to date sein und eine neue nachricht raushauen so viele sachen werden nicht geprüft die werden dann im nachhinein werden die dann korrigiert du siehst das ja ganz oft wenn du auf auf also online deine medien anguckst da wo du deine nachrichten guckst siehst du ganz oft dann auch unten unter dem artikel den du vor drei tagen gelesen hast du hast du noch gelesen und hast dir gedacht guck mal da dann fällt die ein ich guck das noch mal nach weil ich will das jetzt zum kumpel zeigen oder du zeigst das hier in tik tok und auf einmal steht unten drunter die angaben wurden nachträglich noch mal geändert es war die rede von 200 toten wurde korrigiert auf 100 tote oder vielleicht auf 300 tote oder aber der name wurde geändert oder aber der ort wurde noch mal geändert weil die müssen sich verlassen auf reporter die dort im gaza sind das sind nur arabische reporter das sind keine deutschen reporter stimmt nicht das sind auch britische also genau die andersprachige reporter aber nicht viele tatsächlich die sind drumherum wie zum beispiel ja aber wenn du den mal wenn du dem mal zuhörst wenn du dem mal zuhörst dann bist du erstmal ganz ruhig ich möchte gar nicht darauf hinaus dass die falsche informationen geben sondern ich möchte darauf hinaus das sind nicht viele und die geben die informationen schnell weiter da passieren fehler teilweise es wird schnell in den in den also online eingespeist wenn da wenn da ein zwei britische reporter sind okay lass die da sein okay aber der teil der große teil sind arabische reporter die aus dem gaza stammen genau wie von wo am 7 die angriffe waren haben wir informationen nur bekommen von diesen zwei reportern aus gaza die angeblich angeblich und da habe ich die beiden sogar noch verteidigt es es hieß dass sie sogar noch vorab informiert waren weil die an ort und stelle waren da habe ich sogar noch gesagt das ist bullshit die waren 45 minuten bis eine stunde später erstmal am ort ist geschehen und das ist für einen reporter völlig normal die flitzen dann dahin unter ihrem leben unter einsatz ihres lebens flitzen die dann dahin und machen dann halt ihre ihre berichterstattung okay und selbst da habe ich diese beiden in schutz genommen weil das ein bisschen heftig ist zu sagen die waren eingeweiht weil die sofort an ort und stelle waren die waren nämlich nicht sofort an ort und stelle überwiegend überwiegend sind da nur leute aus dem gaza also leute die darüber berichten arabisch stimmige leute und da sind keine deutschen reporter oder amerikanischen reporter oder sonst irgendwas in gaza unterwegs in gaza mittendrin ist schon mal gar nicht die wahrheit liegt im krieg immer in der mitte guck dir ukraine russland an da sagen die die opferzahlen hier sind so und so hoch damit dass am nächsten tag dementiert dann gibt es irgendeinen kriegshelden wieder das ist in jedem krieg ist das so der einzige die korrigiert die zahlen noch auch extra nach unten also israel muss man sagen die korrigiert die opferzahlen auch nach unten wenn die zu hoch sind das wollte ich deswegen habe ich gesagt mit dem am am 7 oktober hieß es 1500 und jetzt sind wir bei 1200 hey wieso hat er eine handynummer als namen bitte warum hat der typ eine handynummer als namen wo wer der oben ist keine ahnung grüß gott shalom buona sera salam moin moin so darf ich etwas mitwirken also ich bin selber kriegreporter und bin ich schon für verschiedene kriege unterwegs gewesen welchen denn ja bosnia 92 irak 2003 afghanistan und mehrere mal in ukraine welchen sender denn wenn ich fragen darf ich bin freelancer und wir arbeiten für deutsche österreichische italienische fansen sowie für deutsche italienische magazine und ich möchte heute ein bisschen aufklären wie es funktioniert den krieg bei uns reportern wenn wir die zahlen nicht sicher sind von toten zum beispiel man sagt immer man vermutet dass zum beispiel bei den angriffen kiev gesten zehn toten gab wenn den attacken ganz frisch war also gibt eine raketen kommt jeder sagt eine zahl und man versucht mit dieser zahl liegen wie und zu gehen und zu erklären wir wissen ist genau die toten zahlen kommen immer zwei drei drei oder vier fünf tage später und es gibt mehrere reporter oder organisationen die das bestätigen oder nicht egal wie viele toten gibt in gaza jeder toten seine zu viel genauso jeder tote in israel seine zu viel das immer alles geeinigt glaube ich aber was in gaza fällt sind eben diese unabhängige medien und von unabhängige medien meine ich jemanden die keine politische agenda hat und die einfach auf die tatsachen bleiben möchte so funktioniert unser job nicht einfach so jedes eine zahl rauszuholen und eine oder andere propaganda ich weiß dass wir journalisten sehr gehasst sind seit die corona demo jetzt immer blödsinn wir sind immer so propaganda aber es ist es funktioniert nicht so weil die unsere medien sobald wir eine gefälschte informationen rausholen besonderer bei uns freelancer verlieren wir verlieren den job da darf ich mal eine frage stellen an sehr gerne schon du hast gesagt dass es schwierig ist weißt du was mich wundert ihr sagt da kommt also ich wieso gibt es dort keine reporter nimmt die report haben was einfach keine reporter an oder kommen sie einfach nicht rein oder was ist jetzt das problem in gaza dass die reporter da nicht rankommen weil amassig seine diktatur ist amass entscheiden was gesagt werden kann was ist es gibt es gibt es gibt sogar also ich habe ja man kann jetzt wieder auf videos eingehen und sagen ich habe mal gesehen aber fakt ist was denkst du also haben was lässt einfach kein reporter ein ja oder israel egal für welche also kann auch sein dass israel keine unbedingt keine report haben will es ist nicht die fragen wir kennen doch alle die videos wir kennen doch alle die videos von von dem fluchtkorridor ja wo die reporter den fluchtkorridor sehr nah filmen durften kennen wir das oder nicht es gibt verschiedene videos es gibt 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 es einer vor zwei drei wochen rausgekommen hast du das gesehen mit dem fluchtkorridor da haben sie gesagt ja hier und da hat man die menschen in einer sehr langen lange gesehen kassel ja wo wirst du ihn gehen was willst du jetzt mehr sagen wie wird da muss ich fragen will wieso konnten diese reporter nicht zu den menschen gehen und sie ja befragen oder mit denen reden ich ich wundere mich dass also da stand ja halt der hammers nicht zwischen den gaza bürger und zwischen der armee da die armee hat alles abgesichert die reporter hätten mit dem reden können ja wenn sie hätte und ich glaube da war großes interesse daran und dann frage ich mich wieso versucht man also verstehst du worauf ich hinaus will oder ja ja ich kann eine gegen ja ja verstehe ich vollkommen ich kann dir auch eine gegen frage stellen wieso zum bei sie al jazeera stellt fragen bei eben palästinischen flüchtlinge und ein paar palästinische flüchtlinge haben sie die sau raus gelassen jener maß und da wurde das sofort gestoppt die interviews es er kriegt der propaganda auch von ein und die andere seiten muss man nicht sagen also wir sind mit dem anderen zu tun ich rede gerade einfach nur über die ich rede gerade nur darüber warum man die menschen da als man den flucht korridor warum die darüber nicht reden konnten die menschen nicht weil das war ja alles gesichert ich habe ja das video gesehen und ich frage mich die reporter also will israel nicht dass die mit den menschen reden will israel die reporter einfach nur nicht reinlassen weil da gab es die möglichkeit die reporter dann ausgelassen und show ich glaube das hat einen folgenden punkt wenn da westliche reporter in gaza reingehen und die werden von israelischen bomben zerstört das meint was da los ist in den medien ich lese gerade dass die hamaste nicht duldet weil die nur ihre eigenen reporter dulden und es gibt keine britischen reporter in gaza es gibt nur palästinensische die hamas erlaubt nur palästinensische reporter es gibt keine britischen es gibt nicht stimmt nicht ich habe ich nein das ich habe ein video ich habe ein video ganz kurz was du für ein video hast interessiert mich es gibt cnn hat sogar büros in gaza es gibt ja das sind palästinens ja die sind ja haben die und auch türkische medien das sind aber palästinensische reporter die da drin arbeiten im gaza und die arbeiten zusammen mit cnn die arbeiten zusammen mit türkischen nachtendiensten mit al jazeera mit sonst irgendwem sind aber palästinensische reporter ganz einfach das ist nämlich das lese ich nämlich auch gerade hier es sind keine britischen sind keine deutschen briten sind da deutsche sind da aber außenrum auf israelischen boden von da berichten die ganz aus der nähe wie dieser eine wie heißt der noch mal jemand von der bild zeitung dieser komische ihr wisst wer nicht meine der immer auch in den medien rauf und runter kommt dieser ronsdorf oder wie der heißt die sind alle in der nähe die sind aber nicht im gaza drin im gaza arbeiten nur palästinensische palästinensische journalisten die ihre sachen und das ist nämlich das was ich vorhin gesagt habe auch an die anderen medien weitergeben die geben die schnell weiter die sind aber auch angestellt für cnn die sind auch angestellt für für türkisches fernsehen aber wie gesagt noch mal es sind alles palästinensische reporter fertig weil die hamas lässt nur diese zu und keine anderen ich habe eine frage an die israelis oder beziehungsweise ich weiß dass das stimmt aber mir wurde vorhin unterstellt dass ich keine ahnung habe sind eigentlich auch schon israelische soldaten gestorben das ist der eigene sohn eines ich will jetzt nicht lügen eines sehr hohen kommandeurs in israel selbst jetzt vor kurzem also vor zwei tagen in einem einsatz gestorben das zeigt wiederum dass israel was soldaten angeht keine unterschiede zwischen hochrangigen besöhnen oder ganz normalen bevölkerung macht sind alles soldaten die für ihr eigenes land kämpfen die gehen auch mal und die gehen von warte nee das ist was anderes das 2014 einen moment bisher weniger als 40 israelische soldaten getötet das kann nicht sein steht hier also zwei monate 40 israelische soldaten dann haben die ja gar nicht gekämpft das ist ja dann so die haben noch ganz andere waffen die brauchen noch gar nicht immer reingehen um alles kaputt zu machen ja deswegen machen die doch auch diese machen die doch auch die angriffe mit den raketen um halt die das wohl der soldaten auch noch mit zu schützen meine ich auch die gebäude die leer sind naja bei jeder krieg habe die erfahrung gehabt wohl in irak bei die arm ist oder auch in ukraine dass jeweilige steiten die involviert sind in den krieg nicht die info gerne ausgeben wie viele soldaten gestorben sind von ihrer eigenen rein weil sonst die leute fangen an nicht mehr zu kämpfen wenn es gibt orienten zahlen von beispielsweise ukrainische soldaten die sterben die daten kommen sie nicht raus weil ansonsten ukraine werden sie nicht mehr kämpfen denken sie okay da man schon verloren also die 40 israeli die gestorben sind es ist eine zahl die muss man es mit 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 anschuhen nehmen weil es ist auch berechtigt oder unberechtigt bei jeder staat involviert ist in einen krieg lasse ungern raus die zahlen von ihre eigenen soldaten die gestorben sind in die oftigkeit also ich will jetzt keine propaganda machen ja man hört sich nicht hört ihr mich jetzt ja also diese videos die man ja bei al jazeera sieht und so weiter und so fort wenn man das alles mal zusammenzählt die film ja auch wie sie will leute wegsneiden hart gesagt und was auch immer die film des alles und 44 ist sehr sehr untertrieben also allein die videos die ich gesehen habe ich gehe schon von fast mehr als 1000 soldaten also 40 soldaten ist schon krass ich habe glaube ich 200 videos die zahlen von der al jazeera wo sie nur zeigen wie viele panzer sie zerstören mit rpgs wie also ihr wisst ja dass das alles veröffentlicht wird von deren seite also von der hammers aus und man kann jetzt sagen ich habe gesehen ich habe gesehen aber es sind wirklich also allein aufgenommen tag ich habe jetzt heute bei al jazeera gesehen die letzten 72 stunden waren wieder also wie viele panzer man nur aufziehen kann teilweise oder komplett zerstört das passt gar nicht dann mit den zahlen zusammen weil allein panzer bisher sind über 4500 in gas und die zahl ist vom 20 11 das ist auch schon wieder ein paar tage her und da sind wir sogar bei 64 das was ich gerade geguckt habe ich habe nicht aufs das war was ist das hier wo ist das jetzt ein moment das war auf jeden fall vor vor diesem datum vom 20 11 aber nach dem 20 11 was frischeres finde ich tatsächlich nicht muss ich gerade ehrlich sagen hier 13 11 erster 11 was ist das hier das ist vor vier tagen mal gucken ob da eine zahl steht man allein ein video was ich gesehen habe was geisteskrank war da hat die hammers häuser mit dynamit schon vorher sage ich mal beschmückt und dann haben sie die kameras da drin aufgenommen dass dort sich eine battalion ein genöstet haben mit sniper und material und so weiter und so fort und dann haben sie auch von weiten dann aufgenommen wie sie beides weg springen also allein in diesem video sind mehr als 40 gestorben 100 prozent ich meine nur weil die zahlen sind wirklich sehr sehr hoch auf beiden seiten hamas kämpfer habe ich bis jetzt nicht mitbekommen viele gestorben sind davon redet natürlich die hamas nicht aber auch ebenfalls darüber reden wie das ist sagen wir mal israel würde sich komplett um die hamas kümmern sagen wir mal die hamas würde danach nicht mehr existieren wie will man dann weil wie gesagt das ist ja nicht so als wenn wenn es dann alles vorbei wäre weil danach der der die ideologie danach die wird ja leider so weiter existieren um es jetzt mal so zu sagen also ich verstehe jetzt gerade das organisation entstehen wenn wenn da nichts gemacht wird ich verstehe gerade hier nicht diese zusammenführung vielleicht kann mir das einer erklären seit beginn der idf bodenoffensive also das ist jetzt ein bericht von von vor vier tagen und das auf israel heute hier steht seit beginn der idf bodenoffensive im gaza streifen am 7 oktober wurden mindestens 88 idf soldaten im gaza streifen an der libanesischen grenze und in judea und samaria getötet und jetzt geht es weiter seit beginn des krieges am 7 oktober sind 406 israelische soldaten gefallen also das steht irgendwie total widersprüchlich hier steht seit 7 oktober 88 idf und direkt einsatz weiter zwei sätze weiter steht seit beginn des krieges am 7 oktober sind 406 israelische soldaten gefallen also was denn jetzt das verstehe ich jetzt auch nicht hier ich sag nur die zahlen ist vielleicht doppelt so hoch sogar also das weiß ich nicht wie gesagt aber kummer show das ist ja auch viel ich bin dann leid dass ich vorhin gesagt habe dass keine ahnung hast zwar nicht so gemeint ich meinte nur in der hinsicht mit der frage brauchst jetzt nicht umdrehen und so tun als ob du komplett keine ahnung hast wenn du weil wenn du keine ahnung hättest würden wir nicht hier reden nein nein alles gut aber wie gesagt also ich die zahlen sind halt immer mit mit vorsicht zu genießen du siehst es die die geben auch nicht immer unbedingt die richtigen zahlen raus das ist ja guck mal das ist ja Propaganda von beiden seiten muss man das ja verstehen du du wenn du jetzt sagst da sind jetzt schon so und so viele soldaten gefallen ist es ja natürlich bringt das kampflucht kampflust bei den anderen auf der anderen seite genauso wenn die hamas jetzt zugibt da sind so und so viele soldaten gefallen gibt das ja auch wieder kampflust auf der anderen seite das spornt ja an deswegen hält man immer in dem krieg das siehst du in der russ in russland und in der ukraine wenn du die russen fragst ja sind ungefähr zwei soldaten gestorben bisher und wenn du auf ukrainischer seite fragt sind auch ungefähr nur gefühlt zwei soldaten gestorben das ist ja völlig normal man hält die zahlen irgendwo unten um zu beweisen dass man stark ist dass man wenig verluste hat aber maximalen schaden anrichtet auf beiden seiten so und das ist das ist deshalb der krieg ist immer propaganda der krieg wird immer 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 ist immer begleitet von propaganda und von jeder partei ist immer das ist ja völlig normal deswegen sage ich bei den zahlen muss man immer eigentlich wie lex sagte die gesunde mitte wenn die hamas sagt 20.000 wenn wenn israel sagt da sind 5000 opfer dann kannst du ausgehen davon dass wir bei einer zahl von 12 13.000 gegen tatsächlich also im tatsächlichen bereich ja bevor sie wieder irgend einer was sagt jeder tote ist einer zu viel aber wir reden ja hier auch mal über faktische sachen ist schon schlimm genug dass wir überhaupt darüber reden müssen genau aber die richtige zahlen von von opfer von den krieg kommen immer am ende der krieg also bis dato 5000 palästinenser sterben 1000 oder 1000 israeli sterben oder 2000 ähnlich ist irrelevant das das thema ist nicht eine zahl ist kein lotto ein krieg das thema ist welche politische agenda gibt bei die partei die im krieg sind und du mir ist leid von die palästinenser aber immer der maß denen ist es scheiß egal was die palästinenser wie den palästinenser geht die haben seine andere agenda und das hat denn nichts mit palästina zu tun dieser eine islamische organisation ich verstehe immer noch nicht ihr redet den ganzen tag darüber und ihr versteht immer noch nicht dass nicht ein einziger kämpfer hamster ist nicht mal sein zähnagel sieht man auf dem erdboden von gaza jetzt will ich mal fragen was war denn mit dem waffenlager gestern welcher waffenlager wo war die nachrichten dass die all die ersten waffenlager gefunden hat ich habe es nicht gesehen da kann es ist es auf tagesschau oder rtl oder sowas keine ahnung aber ich glaube ja wie gesagt ich bin einer der wenig glaubt und gerne weiß wissen kann kann haben wir es nicht bekämpfen oben man kann sich den ganzen tag bombardieren man kann den ganzen tag bombardieren und das macht man ja selbst fast zweieinhalb monaten aber fakt ist sie haben nicht eine geisel befreit selbstständig sondern immer nur durch geisel austausch sie haben weder einer der vier wichtigsten köpfe dort gefunden sie haben weder einen wichtigen tunnelsystem gesperrt obwohl sie die hauptstraßen in gaza schon theoretisch gesehen in der hand haben sie haben behauptet die kommando zentrale der hammers befindet sich unterm schifferkrankenhaus sie haben es eingenommen und die hammers ist immer noch am start also wenn wenn ihr euch selbst jetzt nicht mal langsam frage stellt dann seid ihr echt lust das ding ist ganz kurz lex warte ganz kurz ich muss hier auf eine sache eingehen weil hier schon wieder behauptet wird ich hätte keine ahnung zeig mir mal bitte die quelle für die toten britischen journalisten im gaza im gaza ok und dann reden wir weiter also ich suche hier und ich finde hier gar nichts der letzte britische journalist der an dieser grenze und das war im libanon an der libanesischen grenze gestorben ist war 2003 dann zeigt mir mal bitte die quelle für deine toten britischen journalisten ja immer dieses aufhören sagen irgendwas raushauen hier findest du gar nichts da kannst du suchen wie ein bescheuerter wie gesagt auch wenn man das nicht hören mag die idf schreibt auch gerade jemand der wird bestimmt jetzt weg weg gestorben die idf wie nennt es kollateralschaden ihr also die sie nennst kollateralschaden ich sag sie töten zivilisten und ich sag bewusst töten weil sie wissen dass das zivilisten sind und auch wenn da sogar 50.000 haben wenn alle auf einem haufen wären daneben aber ein kind ist würde ich darauf verzichten weil ich weiß dass die israelis auch kinder haben und auch nicht wollen würden dass ihr anschlag durch einen anschlag der hamas wenn sie es sehen würden ja durchführen würden und deshalb es ist einfach ein fakt der das ist ich habe selbst leute aus meiner familie verloren und ich würde gerne verstehen wieso so verstehst du ich würde es wirklich gerne mal verstehen weil sie haben sie haben sich versteckt sie haben sich versteckt vor den raketen und die raketen sind aber zu ihnen gekommen und nicht die hamas hat die raketen hingeschickt sondern dass man israelische luft anrufe ja aber die 20.000 tschuldigung die 10.000 raketen die hamas seit 7 oktober schießt nach israel wenn man schon schon habe ich mir sagen entschuldigung die raketen vergleichen ja wobei ja mal einer gestorben ist mit über 20.000 tote ja weil die israeli bessere verteilung und linie haben schon klar schau mal ich habe ein problem damit das habe ich jetzt auch schon öfter gehört dass die leute hier sagen ja dies das israelische militär das geht in der mittagspause rüber nach gaza und schießt aus spaß zivilisten und haben die gesagt ja genau so machen die das ganz ehrlich militärs müssen sich an gewisse regeln halten und gaza und die hamas selber ist eine guerilla terrororganisation die selber sich überhaupt an gar keine maßstäbe oder sowas hält sich an alle maßstäbe sie bauen keine siedlung sie kontrollieren nicht unser wasser ganz ehrlich check nicht mal dass wir die letzten 20 30 jahre ja dieselbe situation haben wir heute dass unsere nachbarn die ein paar kilometer weiter von uns weg wohnt und jetzt könnte wiederkommen und sagen ja aber die hamas die hamas die bauen nicht die bauen nicht stimmt nicht ich will wissen ich weiß doch wie mein wasser dann funktioniert über mein dach und ich weiß wer mein wasser gibt und wer meinen strom liefert und das ist nun mal israel israel gibt uns strom israel gibt deswegen für die leute die sagen ja aber schau mal warum warum macht man keine verträge mit ägypten schau mal die güven liefert doch auch strom warum macht man keine stromverträge mit ägypten dass sie mehr strom liefern genau das würde das würde zu kosten spielig und das würde gar nicht klappen das ist israel muss uns strom geben es geht nicht dass die gibt in diesen viel weiter weg darf ich darf ich etwas ganz kurz in die runde schmeißen und zwar hast du ja gerade eben erwähnt bruder show dass wenn 50.000 hamas kämpfer auf einem haufen wären und neben denen ein baby wäre du würdest nichts machen ich will mal in die runde fragen und zwar du musst ja du musst ja davon ausgehen dass du ein land regierst und wenn du 50.000 menschen auf einem haufen hast die dafür sorgen könnten dass auf der anderen seite 2000 menschen zivilisten sterben könnten bist du dann trotzdem nicht bereit diese 50.000 menschen obwohl sie neben einem baby stehen zu ermorden ganz ehrlich ganz ehrlich ich weiß es gibt gott und ich weiß gott wird es nicht wollen und deswegen nein bruder das ergibt keinen sinn und jeder der sowas sagt ja es wäre okay wegen dem terror lieber terror und gott gestraft die am ende weil wir wissen alle der typ der abdrückt ist am ende der hat die schuld und bruder wer abdrückt und aber die glauben warte mal warte mal die glauben doch dass gott die gar nicht bestraft im gegenteil ich habe videos von hamas leuten gesehen die abgeschossen worden sind und die vor dem tod noch mal die schahada ausgesprochen haben damit damit die genau wissen dass die ihre 72 frau kriegen also ganz ehrlich ich würde auch die schahada aussprechen wenn ich oder aber sterbe gleich oder herz aber genauso die schahada aussprechen was ist daran so schlimm aber du würdest damit du würdest damit wirklich das leben deiner eigenen zivilbevölkerung aufs spiel sind meine leute mein zivilbevölkerung ist nur durchgedreht durch die maßnahmen der letzten 75 jahren punkt meine zivilbevölkerung würde sofort aufhören wenn man zurückziehen da wo man herkommt wenn man direkt sein land einfach wieder bekommt glaubst du aber nicht dass der hamas aufhört hey bro jetzt mal bei einem ok 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 jungs ganz ehrlich okay und ich denke dass die siedler aufhören wer unterstützt sind die siedler wer gibt den waffen das ist doch genau die selbe die frage das ist die selbe politik das ist die ich kann genauso sagen wenn die hamas weggeht wird das mit der siedlung nicht aufhören das ist doch auch ein fakt ja das problem ist das problem ist das ist jetzt nicht das thema das thema ist dass wenn die hamas aufhört dass wenn israel aufhört die hamas trotzdem weitermacht das ist das thema der chef der hamas hat genau das gesagt deswegen verstehe ich nicht dass man und das ist wirklich bei allem respekt jetzt gegenüber show ich kann wirklich was familie du bist emotional bei dieser ganzen sache befangen auch damit und jetzt nicht im negativen sinne dass ich jetzt sache deine meinung ist getrübt oder sonst irgendetwas ich weiß nicht wie ich wäre wenn meine familie jetzt da leiden müsste aber nichtsdestotrotz das das ist das was was lex lex sage ich lex oder lax lex wie du magst wie du magst das was lex sagt ist es ist eine tatsache dass wenn die wenn die wenn die hamas aufhören würde diesen krieg voran zu treiben würde 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 auch dieses leid irgendwann mal aufhören aber wenn wenn israel das aufhört die wollen israel vernichten das ist ja das ziel der hamas war nämlich ich bin ich bin das hat nur eine wichtige rolle die hamas selber hat gesagt dass die jerusalem als hauptstadt für das neue kalifat wollen die wollen jerusalem als hauptstadt für das neue kalifat was die sich da zusammen halluzinieren ja und da muss ich dir kommen da sage ich dir jetzt als christ ich als christ ich möchte das auch nicht weil jerusalem für uns der der wichtigste wichtigste ort ist ich möchte auch nicht dass das in muslimische hand und dann ein kalifat und ich nie nach jerusalem kann ja also wo wo ist da die relation dieses also ein utopisches ziel so ein utopisches ding zu nehmen zu sagen so wir nehmen uns komplett jerusalem ohne rücksicht auf verluste ist uns egal ob ihr dahin hin könnt oder nicht hin könnt so das ist also friedenstaube kann ich dir auch mal antworten gerne oder ich habe eine frage rein menschlich aber antwort mit herz und arroganz beiseite lassen ja geht das also ich finde mich nicht arrogant nein 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 das eine allgemeine aussage nicht an dich persönlich gemeint okay okay findest du als mensch ist das berechtigt auf ein gebäude zu schießen wenn du eine militärkraft bist die zu 99,9 prozent hundert prozent können wir nicht aussagen der meinung ist dass sie nicht wissen ob da der organisation oder sonst was drin ist zu bombardieren ganz leichte frage bitte ist eine ganz leichte frage ich beantworte sie dir aus zwei verschiedenen perspektiven erster ansicht ich bin christ ich möchte gar keine bombe werfen nein rein menschliche frage war genau nein 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 ich sage dir komme deswegen ich muss das immer trennen ich bin christ und ich bin für keine einzige bombe okay okay aber ich bin nicht in der situation das zu entscheiden wenn die israelis warte ganz kurz wenn die israelis der meinung sind dass sie die hamas vernichten müssen auf diese art und weise ich werde den israelis nicht vorschreiben und sagen ob das richtig ist oder falsch ist aber wir wissen auch wir wissen auch dass der gaza ist das engbebauteste fleckchen erde was es gibt und ich sagte es immer wieder da ist nicht irgendwo ein freies feld wo sich die hamas versammelt und wie vor 1500 jahren zwei zwei krieger also stämme sich gegenüber stehen und dann auf einmal aufeinander los rennen wie wie in brave hart und keine zivilisten sondern nur soldaten zu schaden kommen die hamas muss vernichtet werden wir wissen dass die hamas sich in tunneln befindet wir wissen dass die sich unter gebäuden verstecken wo schlecht angegriffen werden kann weil sich da zivil bevölkerung befindet wir wissen aber auch dass die idf flug blätter abwirft und auch genau sagt welche gebäude bombardiert werden ziele bombardiert werden das macht keine armee auf dieser welt nicht an einem krieg erlebst du dass irgendeine armee flug blätter verteilt stunden vorher und sagt dieses gebäude wird zerstört den geht es nicht darum die 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 menschen jetzt da drinnen zu treffen sondern eine kommando zentrale eine vermeintliche kommando zentrale zu treffen und zu zerstören es geht um das gebäude es geht erstmal um die struktur nicht um die menschen deswegen lief man flugzettel ab deswegen warnt man vorher das ist die einzige armee die ich kenne die das macht und die haben auch ein spezielles die machen das nicht nur mit den flug blättern die haben so ein begriff wo die sachen am wo die sagen am dach anklopfen da werden blendgranaten oder so 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 fegranaten auf das dach die dann explodieren die aber nicht schlimm explodieren sondern nur lauten knall weg geben und dann wissen die ganz genau hier wird in der stunde wird bombardiert und dann das ist sehr human das hat mit human nichts zu tun ich denke dann nur guck mal wenn du das nein nein guck mal warte mal lass mich noch mal ausführen lass mich noch mal ausführen guck mal es wird gewarnt es wird gewarnt in keinem anderen krieg wird gewarnt wir befinden uns hier in einer Kriegssituation oder ich habe auch schon mal so einen anruf bekommen ich habe schon mal so einen anruf bekommen guck mal ich kann dir aus erster hand sagen ich kann dir die leute zeigen die gesagt haben wir wurden gar nicht wir wurden gar nicht wir wurden gar nicht eingerufen trotz dessen wo bin jetzt würdest du sagen ja die können doch nicht tausende von leute anrufen hin und der lass nur kurz antworten ich wollte eigentlich folgendes letzter satz oder du hast wirklich super gerät in den ersten satz ich wollte fast sagen ich küsse dein herz aber dieses aber war in widerspruch mit einer ersten frage lass nur kurz was sagen ich möchte dir konkret antworten danke guck mal das mit dem anrufen ich wurde auch schon mal angerufen ich bin und du denkst ihr sieht das voll human das ist das hat nein stopp noch mal sie haben mich angerufen bruder mich als ich ein kind war das hat nichts zu tun es ist ein war krieg krieg ist die human oder aber warte mal leute ich rede nicht jetzt damals schon als kind als ich noch in gaza gelebt habe 2000 ich weiß nicht wie alt ich ungefähr war aber ich konnte auf jeden fall ans telefon rangehen also muss ich mindestens sechs sieben jahre alt gewesen sein ich war aber ganz jung das weiß ich noch und weißt du was sie uns am telefon gesagt haben sie haben uns nicht am telefon gesagt geht weg bei euch wird gleich bombardiert sie haben gesagt packt eure sachen und kommt nicht mehr zurück das hat uns die armee gesagt auf arabisch du verstehst nicht diese anrufe sind nicht human sind nicht wegen dem krieg schon haben schon immer bei uns angerufen und versucht show habe ich gesagt in einem wort dass das human ist nein das war ich das war ich das das war ich ich habe in keinem ich versuche hier nur etwas zu erklären ja wie wie das abläuft aber das erwartet ganz kurz mal als angewandt haben guck mal show show guck mal pass mal auf und ich sage das jetzt noch mal also wir rechtfertigen uns hier seit tagen immer wieder in den diskussionen immer wieder über das was die israelis machen aber keiner von euch keiner von euch diskutiert mal eine halbe dreiviertel stunde oder stunde mit uns um zu sagen was die hamas falsch macht es ist immer wir kommen sofort vom thema weg es wird immer sofort immer auf das was israel macht ihr redet über humanität dann lasst uns doch mal am 7 oktober darüber reden was da passiert ist lasst uns doch mal auseinandernehmen lass uns doch davor reden warum sie ist immer nicht immer nicht dann lassen sie wenn du davor nicht möchtest dann gehen wir 1300 jahre davor dann gucken wir mal an was der islam 1300 jahre lang gemacht hat willst du ganz was haben die kreuz schau mal schau mal schau mal schau mal den kreuz zu gewannen und 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 das bringt gar nichts schau mal die kreuz zu gewinnen das ist ja genau das war ja warte mal wir müssen das eigentlich an den körperlichen jetzt sagen wir müssen jetzt wirklich bleiben moritz bruder herzen siehst du was passiert, wenn man einmal verlangt, dass man auf der Gegenseite redet, schon werden 13.596 Kriege rausgeholt und man will zurückgehen, man will immer zurückgehen. Ihr könnt nicht einmal. Das spricht nicht in meinen Namen. Ich spreche in allen Namen. Das geht ganz schnell. Der erste Kreuzzug wurde 500 Jahre nach der grausamen Islamisierung über die arabische Halbinsel bis kurz vor Europa von Papst Urban ausgerufen, als Verteidigungsmaßnahme, weil ganz ehrlich, ansonsten, wenn die nicht gewesen wären, wäre Deutschland wahrscheinlich heute ein islamisches Land, weil die sich grausam, wie gesagt, nach vorne wirklich... Also willst du sagen, die Kreuzzüge waren gut? Die Kreuzzüge waren also gut. Warte mal, nein, warte mal. Warte mal, dann lass mich auch gerade darauf eingehen. Also, ich glaube nicht, dass das, was bei den Kreuzzügen passiert, so eine andere Beute nehmen und so, dass das in Ordnung gewesen ist. Ich glaube, wenn sie nicht gewesen wären, dann wäre Deutschland heute ein islamisches Land. von daher, sie waren notwendig, aber das heißt nicht, dass ich... Okay, Leute, hört auf, dass es gerade nicht passend ist. Schau, ich sag's euch ehrlich, wenn wir nicht anfangen, jetzt rauszuholen, wer von wo und welche Seiten alles angefangen hat, werdet ihr sehen, dass gar keiner das Recht hat, auf den anderen zu zeigen. Ja, aber schau mal, das Ding ist halt, Sachen, die passiert sind, manche Sachen waren leider notwendig, dass Sachen, die heute sind, so nicht passieren. Also ganz ehrlich, ich sag... Moritz, Show, nein, Show, Show, guck mal, Show, du packst die Kreuzzüge aus. Ich bin... Nein, 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 nein. Nein! Ich habe das nur ausgepackt, ich habe das nur ausgepackt, weil du gesagt hast... Guck mal, ich habe dir gesagt, was... Ich wollte über den 7. Oktober reden und du... ich wollte ich wollte über anfang des jahres reden ich wollte über anfang des jahres mal schauen was ich habe lediglich verlangen ich habe lediglich ist es richtig ich habe lediglich nicht denn oktober so es ist immer das gleiche ihr werdet euch ihr werdet euch darüber zu reden ihr werdet euch jedes mal aber wir müssen stundenlang stundenlang müssen wir uns anhören aber die 300 kinder keine 5 minuten ihr könnt euch keine 5 minuten konzentrieren auf die gräueltaten auf diese schandtaten auf diese ekelhaften und ekelerregenden tatsachen die da am 7 oktober passiert sind wenn das andersrum gewesen wäre die ganze welt würde brennen sie würde brennen ihr würdet alles anzünden okay aber ihr könnt euch nicht mal fünf minuten innehalten und mit uns über den 7 oktober reden über das was passiert ist da kommt falls fleck da muss ich nicht und ich kann nicht mit ihr auch ich kann aber ich kann reden warte ich kann nicht neutral reden über eine sache die amt wenn du über dem 7 oktober reden willst und nicht einfach die sachen davor berücksichtigen willst diese ja ich habe von anfang an gesagt da war es da war ich sogar bei dem stream wer mit so einer abartigen aktion auf zivilisten schießt ja in einem festival ein festival ist überall auf der welt ja es sei denn das nazifestival eigentlich sind es immer irgendwelche linken studenten jugendliche junge leute die tanzen ja wenn du dann so einen angriff darauf startest und die schwächsten der schwachen ja abknallt und dann in wohnviertel reingehst von einem hund bis zu einem alten ehepaar alles niederschießt ja dann ist das was davor passiert ist relativ scheißegal weil du kannst das eine mit dem anderen nicht vergleichen du hast ich hab dir das wissen meine worte von allerersten stunde eine armee kämpft ein hund ein hund ein hund und diese kummer das ist nicht doch mal ausreden mann du kennst doch schon immer eine meinung das haben wir damals auch geklärt du musst jetzt nicht emotional werden eine armee kämpft gegen eine armee das ist aber leider nicht der fall es kämpft eine armee gegen eine terroristen gruppe die ohne mandat und ohne irgendeine abstimmung ein ganzes schicksal über ein ganzes volk gebracht hat die hat die hamas hat die palestinenser in scheiße geritten so und ich habe meine meinung irgendwann im laufe der wochen angepasst wo ich gesagt habe die idf scheißt gerade auch rein wenn man den opferzahlen glauben schenken mag finde ich man sollte vielleicht auch mal irgendwann sagen weil ich bin eine ganz klare meinung du kannst terroristen nicht töten die signale die an die hamas gerichtet werden sollen ja die sollten auch mal nach katar gehen wo die führer der hamas sich verstecken du kannst halt du musst das unkraut bei der wurzel fassen und es sterben aufgrund dessen immer mehr zivilisten und selbst wenn die kämpfer in palästina waren würden okay wir kämpfen nicht mehr wir ergeben uns ja wir gehen freiwillig in den knast die hamas existiert trotzdem noch das ist das schlimme daran die rüsten super lachs ich küsse deinen mund dafür darf ich ganz kurz darf ich ganz kurz darauf eingehen komme ante alles das sagte ganz ehrlich weiß was mich auch ein bisschen emotional werden lässt man will über den 7 oktober reden aber was wir gerade erleben was meine mutter erleben musste wenn sie das nur sagt wenn sie erzählt welche was für unschuldige menschen die nichts damit zu tun hatten vor ihren augen weg weggeflogen sind während sie einkaufen war oder sonst was guck mal man kann das alles glauben wer ist eingeschlafen und atmet so weißt du dass auch zivilisten mitgekommen sind am 7 oktober über die grenze gegangen sind und gräuelt hatten an der israelischen bevölkerung begangen schweiß mal diesen elvedo raus lang lebe deutschland 39 bis 45 wenn ich etwas sagen darf warte ganz kurz 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 aussprechen bitte ok sorry kummer ante alles so kannst du fortreden bei deutscher ante alles ich verstehe euch und ich schwöre euch ich kann ich rechtfertige nichts ich will mit diesen opfern nichts zu tun haben das sind doch für mich durchgeknallte psychopaten die die sehen doch nichts mehr in ihren augen außer diesen krieg zu gewinnen raketen zu bauen produzieren produzieren noch größere tunnel systeme bauen man kann doch da nicht mehr durchblicken man weiß doch dass diese menschen durchgedreht sind das will doch keiner verneinen aber es ist einfach auch ein fakt dass nach dem siebten oktober was auch passiert ist am achten am neunten am zehnten und bis heute seit so vielen tagen ihr versteht das nicht diese menschen haben nichts damit zu tun ihr redet darüber als ob das kollateralschaden ist aber die ist doch nicht kann ablösen kannst du mir erklären okay eine sache erklärt damit ich nicht emotional werden kann was natürlich nie wieder sehr bei mir ja mein kleiner bruder so ich wollte vorher sagen schon schauen wir noch am reden ich will verstehen wieso es ein israelischen luftangriff auf all den häusern von meinen tanken gab sie ihre sie haben eigentumswohnung erklären wir dass sie haben nichts damit zu tun sie sagen sie bekämpfen die hammers wieso sind jede wohnung von meinen tanken zerstört privateigentum diese grundstücke sind gekauft von denen nicht von der israelischen armee nicht von der hammers ist du kannst du jetzt auch nicht sagen ja darunter kann ein tunnel sein sein mein das sind meine familie brot das hast du noch nie gehört aber aber ich will verstehen warum ist sind diese häuser kaputt und nicht nur das und nicht nur das ganz kurz und nicht nur das meine cousine ist tot mein cousin ist blind das erwähne ich jedes mal warum woher wieso gab es neben die sie waren in einem flüchtlingscamp ja solche jetzt nach flüchten soll ich dir jetzt eine antwort geben willst die antwort hören hört sich mit der antwort wirst du nicht zufrieden sein und mit der antwort das hört sich sehr asozial und kalt an aber das ist krieg das ist krieg weil sie etwas fragen ich kann auch nicht mal gerade gehört darf ich reden dass man sich bitte bitte ich bin ich bin zum islam konvertiert ich kann das nicht persönlich kann das nicht so emotional nehmen aber jeder der mich kennt weiß auch ich bin keine person ich würde nie anfangen über etwas zu reden wo ich emotional werden würde so fakt ist aber vor 48 waren ja bereits juden in israel im heutigen israel und haben miteinander zusammen gelebt natürlich gab es immer hin und wieder so wie bei uns ja wo verschiedene religionen oder kulturen sind gibt es meinungsverschiedenheit fakt ist aber alleine 48 habt ihr euch damit beschäftigt wie viele tote es auf welcher seite gab und woher plötzlich genau 48 dann dass dieser dieser terror entstanden ist ich frage euch ehrlich ich bin halt ein bisschen jetzt eine geschichte weil wir waren gerade aber ja egal ich wollte nicht mal beantworten also schau ich sag dir was fakt ist diese wie sagt man zu denen also gewisse gruppierungen entstehen aber faktor nur dort wo hast du es stimmt oder nicht ihr seht jeder von uns ist er mit seinen gleichen das ist fakt warum weil es untereinander beef gibt alle diese ganzen terrororganisationen unter anführungsstrichen kommen doch dort wo hass ist 48 wenn du eine totalitäre ideologie hast und etwas die leute gehören waschen kann dann funktioniert das leider schau mal schau mal warte mal beim damals der is schau mal da sind sehr sehr viele jugendliche hin sehr viele jugendliche haben sich von dieser ideologie hinreißen lassen warum weil sie eben dadurch leider manipulierbar gewesen sind da haben irgendwelche leute im kreis gesagt hier wenn du wirklich 72 jungfrauen willst wenn du wirklich einen guten platz haben willst wenn du 100 stufen im paradies kriegen willst mit diesen sachen haben die die geködert und damit waren die auch leider erfolgreich die sind dann rüber nach syrien und haben jihad gemacht und leider leider wegen der gehirnwäsche die du leider über diese schriften rechtfertigen kannst in totalitären warte mal warum muss jetzt auf die bibel ablenken wir könnten das rein theoretisch jetzt gerne machen und auf die bibel reingehen ich kann jetzt ich kann jetzt schon einen spoiler geben warte mal ich habe schon einen spoiler mit dem neuen testament sag nicht bleiben aber genau darum geht es ich rede nicht über religion ja schau mal aber das problem ist wir haben es mit dem politischen islam nicht mit einer religion in dem sinne zu tun sondern mit einer politischen ideologie die auch weltherrschaft leider aus ist der politische islam ist auf weltherrschaft aus das kann ich dir auch gerne belegen und das ist eben das problem was wir haben klar natürlich ich kann es sich auch belegen ich wollte was anderes sagen und ich verstehe nicht warum ich meine aber das ist doch das problem und das ist auch der grund für den israel palästina konflikt auch da unten ich sage nicht dass israel kein anrecht hat oder das jüdische bevölkerung ein anrecht auf ein eigenes land ich möchte sagen dass es davor auch möglich war dass sie miteinander gelebt haben das war alles was ich gesagt habe und drehen mir nicht meine worte im mund das funktioniert nicht jedes mal wenn die männer es nicht schafft mich mundtot zu machen kicken sie mich ich rede ganz sachlich mit euch hier geht es nicht um irgendeinen antifeministischen scheiß oder so sorry hier geht es um was anderes kollege kannst du sachlich mit respekt bleiben ne kann er nicht das ist eine frau also erstmal guck mal Entschuldigung Entschuldigung wenn sie mir hier jetzt mit Feminismus oder so kommt ich freue mich mit Feminismus ich will auch wenn du sagst hier irgendwelche männer die dich mundtot machen es geht hier nicht darum um männer um frauen hier geht es nicht darum wir reden hier auf einer sachlichen Ja aber dann lass mich ausreden und leg mir keine Worte im Mund Du hast mich auch nicht ausreden lassen ich bin konvertiert für mich ist das keine emotionale Sicht Siegfried ganz ehrlich du unterbrichst die Jungs hier auch gerade die waren hier gerade in der Nee ich habe Badereen er legt mir Sachen in den Mund Habe ich jetzt religiös geredet? Nein du hast auch gerade die Jungs hier unterbrochen und verlangst jetzt dass man dich nicht unterbricht Nein warte ich muss ich frage mich was Habe ich religiös geredet? Habe ich aus religiöser Sicht geredet? Außerdem Ich habe in der Show geredet Ganz kurz das ist der Host Okay und wenn der Host redet solltest du zuhören Gut dann gehe ich weil wenn man mich nicht ausreden lässt dann gebe ich ein Scher Nein nein bleib doch bleib doch bleib mal kurz warte warte Nein komm Mädchen ganz ehrlich Guck mal Kollege lern erstmal mit Respekt zu reden Was heißt hier Mädchen? Soll ich zu dem Buben sagen? Was ist los mit dir? Sehr kann Was? Schön Aber Sigrid hat Entschuldigung Sigrid hat was gesagt was Das haben wir jetzt nochmal unterhalten Finde ich Sigrid hat was gesagt was ja mich positiv in jener Art und Weise beeinflusst hat weil sie meinte letztendlich sie will sicher nicht die Existenz von der Stadt Israel in Fragen stellen Und das war schon ein wichtiger Punkt Alles andere kann man diskutieren Ihr hattet das ein bisschen verpasst in der Diskussion Aber das ist der Punkt Joe hat eine Frage gestellt So und ich habe ihm eine Antwort gegeben Er konnte sich nicht äußern weil dann reingeschissen wurde So und wenn einer unterbrochen wird Und das gerade zufällig eine Frau ist Dann ist das bei derjenige die unterbrochen hat oder den unterbrochen hat Es geht sich hier nicht um Mann und Frau und hasse das und hasse dies Also ich kann das alles noch nicht mehr Ja und vor allen Dingen wenn der Horst redet und was erzählen möchte Und der Moritz ist ja wirklich sehr sehr lange ruhig und sagt sehr sehr lange nichts Und wenn er mal was sagt Dann kann man auch mal den Respekt zeigen dass man zuhört Okay und deswegen habe ich jetzt beide runtergekickt Auf den Serkan Erkan Der hier fast gar nichts beigetragen hat Außer die ganze Zeit jetzt hier so ein bisschen von der Seite Ein paar Sprüche zu drücken Also ich wünsche euch eine gute Nacht und Gottes Segen Und vielleicht probiert ihr es morgen nochmal Aber ich würde jetzt gerne hören was Show als Antwort für Anti hat Und ich würde aber trotzdem auch gerne das was Moritz gerade ansetzen wollte Ich habe schon vergessen was er gesagt hat ganz ehrlich Dann würde ich gerne das was Moritz gerade aussetzen wollte Das ist mit zu viel Salat zu viel Spaghetti Die Antwort wird dir nicht gefallen Warum deine Tante ihr Haus verloren hat Hört sich auch ziemlich dreckig an Aber es ist auf der letzten Welt leider so Und das ist scheiße und das ist ikkhaft Aber das ist Krieg In einem Krieg sterben immer Leute Die nichts mit den Konfliktparteien im direkten Sinne zu tun hat Das ist in Irak gewesen Afghanistan und Syrien Ja es ist nicht zu vermeiden Und das ist dreckig Und deswegen ist Krieg scheiße Und deswegen sind Waffen scheiße Ja und deswegen heißt mein Name auf Deutsch übersetzt Auf Frieden Weil meine Eltern auch so drauf waren Es ist leider aber nicht weg zu retuschieren Es passiert und das ist dreckig Und das ist die Antwort Ich sehe das auch so Muss ich ganz ehrlich sagen Das ist halt so Ja keine Ahnung Ich weiß nicht ob ich das jetzt so hinnehmen kann Dass wir Kollateralschaden genannt werden dürfen Aber die israelischen Tote Viel mehr populär in den Nachrichten Also ich nenne es nicht Falls es sich beruhigt Für mich ist es nicht Für mich ist es so Für mich haben sie ihre Warum der ausschlaggebende Punkt Für mich sind das keine Kollateralschaden Okay Aber ich verstehe auch nicht Schau mal der richtige Kollateralschaden Schau dir mal an was in Essen passiert ist Schau dir mal an was in Dresden passiert ist Das war ein Fächtenbomber dem Orson Die Hamas bekämpfen haben nichts geschafft Ich habe die israelische App zuvor Die täglich anzeigt Wenn Raketen in Israel landen Und ich interessiere mich halt dafür Ich verfolge das Ganze auch von der arabischen Seite Waren bei uns Raketen landen Und ich kann dir sagen Sie haben nichts erreicht Es werden immer noch Raketen geschickt Sie bekämpfen mit Luftangriffen Ohne Ende haben schon alles zerstört Sie kämpfen immer noch Sie sind immer noch da Sie können immer noch verhandeln Und das ist das was mich aufregt Sie sagen sie wollten die Hamas bekämpfen Aber haben nur meine Familie getötet Sie haben sich Guck mal wenn Damit wir das auch hier richtig aussprechen Bis jetzt keine militärischen Ziele erreicht Außer sich gerecht An meine Familie und an anderen Familien Für das was am 7. Oktober passiert ist Lass es beim Kind beim Namen nennen Wirklich Das ist so Das ist nicht das Kind beim Namen Doch Das ist nicht so Nein Das ist ein Fakt So viele Menschen Du tust dir so Nein du tust dir so Als ob die IDF da reingerannt ist Notzivilisten tötet Häuser zerstört Meine Meine Kausine hat mir erzählt Als sie zu Fuß gerandt ist Als sie zu Fuß gerandt ist Lass mich ausreden Hast du mich jetzt ausreden lassen? Du unterbrichst mich auch direkt Ich hab doch noch gar nicht so ein Ich will sagen Ich will meine Freundin Samantha Ihr seid scheißhetzer Ihr fetten Missgeburten Nie wieder komme ich in so hässliche Lives rein Ihr seid hetzer und eine Schande für die Menschheit Und tschüss Gott ist Segen Das was du jetzt hier machst Ich kann dich verstehen Ich kann dich verstehen Du bist betroffen mit deiner Familie Dass du das aus dieser Sicht siehst Werde ich dir nicht gegensprechen Aber das was du jetzt hier sagst Ja also so tust Ein Ziel Haben sie eine wichtige Klammung Was ist denn das Ziel? Hamas zu zerstören Erstmal definieren wir was das Ziel ist Erstmal definieren wir was das Ziel ist Okay die Hamas zu zerstören Wie viele Hamas Wo ist die Hamas? Wo ist die Hamas? Unter der Erde Unter der Erde In der Erde Auf dem Land In Häusern Ne Ne Nein Die sind nur unter der Erde Also die Hamas Die schließen ihre Raketen Und schießen auf IDF Soldaten Unter der Erde Durch Löcher Die Strategie ist Sie kommen rein Die Hamas zu schießen die Hamas zu zerschlagen Der Gaza Das muss ich dir doch nicht erzählen Jetzt haben sie nur meine Familie zerschlagen Und andere Familien Ach ja Und was haben die am 7. Oktober gemacht Israelis getötet Massakriert Kinder in Matratzen Mit Stacheldraht Und angezündet Das ist auch 300 Menschen gestorben in der Westbank Seit Anfang des Jahres Wieso interessieren dich diese Toten nicht? Wieso interessieren dich diese Toten nicht? Sagen wir mal anders Weil keinen die 300 Toten interessieren in der Westbank Wenn die Israelis einfach so in die 300 Toten in der Westbank Nichts rübergekommen wären Und hätten das gemacht mit euch Einfach so An einem Feiertag von euch Was hättet ihr gemacht? Machen sie doch jeden Ramadan Was hättet ihr gemacht? Nein, machen sie nicht Machen sie nicht Nein, da lagsam was Hier wird nicht jeden Ramadan Da machst du mich sauer Da machst du mich wieder sauer Ich mach dich sauer Ich mach dich sauer Du bist ignorant Du siehst nur die Opfer auf deiner Seite Die anderen Opfer auf der anderen Seite sind dir scheißegal Du kannst nicht mal 5 Minuten Nicht mal 5 Minuten über den 7. Oktober reden Und keiner von euch kann das Schau mal Weißt du warum am Ramadan Besonders viele Terroranschläge sind An Ramadan selber Gibt's Tunnel und Al-Achsa-Maschee Schau mal An der Ramad Gibt's Tunnel und Al-Achsa-Maschee Aber Ähm Schau Warte mal Warte mal Meinst du die Verstehungstheorie Dass die Al-Achsa Warte mal kurz Es wird manchmal Also versteht mich nicht Manchmal wird es bisschen heimlich Was sag ich dir ganz ehrlich Meinst du ernsthaft Warte mal Meinst du ernsthaft Dass die Al-Achsa untergraben wird Dass die dann einstürzt Oder was ist das Wieder für eine Verschwörungstheorie Er hat mich erwischt Oh mein Gott Ich bin ein Du kannst nicht mal 5 Minuten Darüber reden Ohne auf die andere Sache zu kommen Und das kann keiner von euch Ich brauche nicht Du hast genau so Darauf einzugehen Ich verwette Weil keiner von euch geht auf irgendetwas Ich verwette da drauf Dass du alle Massaker In den arabischen Dörfern Alle massaker Alle massaker Alle massaker All massaker All massaker All massaker Keiner weiß Dass wir schon immer Schaut werden Du hast was gefeiert Ich habe Komm mal ganz ehrlich Egal Peinlich einfach Ich sage Du bist nur die Schuld Bei einem Und nicht bei euch selber Und die Schuld liegt mit Bei euch selber Und wenn du das nicht reflektieren kannst Und ihr das nicht reflektieren könnt Werden wir nie zu einer Lösung kommen Wir werden das Problem nie lösen Wenn ihr euch immer nur als Opfer seht Immer nur als die Diejenigen Nein aber Dass sich die Israelis Und die Opferrolle begeben Das ist viel einfacher Was hast du denn gedacht Was am 7. da passiert ist Wie Israel regieren wird Ihr habt alle Was hast du denn gedacht Was hast du denn gedacht Ob sich überhaupt Irgendein Palästinenser Was habt ihr denn gedacht Ich rede über jeden Zivilist Und jetzt Was habt ihr denn gedacht Was hast du gedacht Was passiert Egal ey Was hast du gedacht Was passiert Ja egal Ja ganz genau Scheiß Nichts Nichts Also wenn ich jetzt Jetzt wäre ich scheiß wirklich lange ruhig Und jetzt müsste ich schon mal Eine kurze Aussage machen Also schon tut mir Es wirklich leid Also ich mag ungern In einem sehr intensiven Und emotionalen Gespräch Jemanden angreifen Aber indirekt Muss ich Recht geben Der Kollege Der Kollege Die vorher gesagt hat Nie die Verantwortung Übernehme Für ihre eigene Fehler Und das stimmt leider Weil ich hätte mir Am machten Man merkt hier eigentlich Warte mal Ich bin noch nicht fertig Entschuldigung mein Freund Sorry Ich bin noch nicht fertig Sorry 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 Politisch Wie wir Sorry Ich bin noch nicht fertig Entschuldigung Scho Bitte Scho Bitte Lass mich ausreden Scho Entschuldigung Schule Scho Lass mich Bitte Ihr habt Kinder ermordet Ganz genau Am 7 Ich war noch nicht fertig Warte bitte Seid ein bisschen auflich Seid bitte auflich Und um mich zu Nein Ich brauche nicht höflich Nein Dann ist gar nichts Du willst du nicht zustimmen Ich soll dir das jetzt machen Nein Ich bin noch nicht fertig Ich bin noch nicht fertig Danke Okay Also ich Also Ich hätte Clou gefunden Wenn am 8. Oktober Palästineser auf die Straße gegangen wäre In Europa und gesagt Hätte Not in my name Das hätte es viel kluger Kluge gefunden Dann hätte es sogar mehr Sympathie von der Bevölkerung bekommen Nein Die haben das getanzt Und die haben die Süßigkeit in Berlin herumgeführt Und das hatte es ja viel Hass Man hätte es eigentlich so machen müssen Dass man gebeten hätte Hier Wir wollen diese Terrororganisation loswerden Wir wollen uns da einen eigenen Staat aufpassen Dass man auf Kooperation gepocht hätte Und dass man auf Frieden gepocht hätte Aber nein Man hat gefeiert Man hat diese Massaker gefeiert Man hat diese Kräuter hatten gefeiert Und wie gesagt Ich habe diese Videos gesehen Wie die Zivilbevölkerung Warte mal kurz Ich habe gesehen Wie die Zivilbevölkerung In diesen Videos da vorbeigefahren An den verbrannten Leichen Und gesagt Ja die Hunde Die Israelis Endlich tot Und so Die haben das alle gefeiert Die haben da Die haben das zelebriert Bis zum geht nicht mehr Und ohne Quatsch Wer sowas zelebriert Wer solche Massaker Wer solche Gräueltaten Wer wie gesagt Gruppenvergewaltigung Nekrophilie Alles drum und dran Zelebriert Ganz ehrlich Was soll man dazu noch groß sagen Ich meine Das ist eben der Punkt Und nicht nur im Nahosten In der Straße In Berlin Haben sie gefeiert Und dann denke ich mal Wo ist die Menschlichkeit Ihr verlangt Menschlichkeit Und selber gibt keine Menschlichkeit raus Sorry Guten Abend Oder gute Nacht Alles gut Ich gebe es Ihnen in der Reihenfolge Ne alles gut Du kannst sofort reden Ich verabschiede mich Ich bin Es wird nie zu einer Lösung kommen Wir sind Wir reden 24 Stunden über die Hamas 24 Stunden reden wir über unsere Seite Über den Islam Politisch Scharia Dies das Und plötzlich komme ich mal mit der anderen Seite Und dann heißt es Plötzlich kommst du mit der anderen Seite Wir reden über nichts anderes Ja aber in the world Ich sage dir aus ehrlicher Sicht Du kriegst keine 5 Minuten gebacken Keine 5 Minuten gebacken Mal über den 7. Oktober zu reden Nicht mal eine Minute schaffst du Wir landen bei den Kreuzzügen Okay Weil du es nicht ertragen kannst Und ich bleibe dabei Du bist 400 Jahre Ich habe heute versucht Dich normal zu nehmen Ich habe heute versucht Dich normal zu nehmen Du hast das gefeiert Du hast das gefeiert Du hast das gefeiert Hi Nice to hear you Guten Abend Ich habe so ein bisschen Ich will mich kurz fassen Danach könnt ihr stellen Wir werfen Ist mir egal Diese ständige Ja Rumpuscheln In der Geschichte Das habe ich schon Mehrfach gesagt Was wollt ihr damit bezwecken Ich weiß nicht Wir liegen im Jahr 2023 Ihr stellt ständig infrage Die Entscheidung Von politischen Sachen Die vor 75 Jahren Stattgefunden haben Statt sich damit abzufinden Weil das nun mal so war Punkt So war zu dem Zeitpunkt Politisch Bestimmt Und ihr habt keinen Einfluss darauf Es ist schon passiert Und diese ständige Geschichte Mit Nakba Boah Es sind so viele gestorben Es sind so viele vertreten worden Die Nakba ist fake Das ist auch alles durch Quatsch Kann man bitte Warte Kann man bitte Mich aussprechen lassen So Diese ganze Nakba Geschichte wird immer Damit geprallt Und dann Man stellt sich Damals schon Als Opfer Also du relativierst Die Nakba Du relativierst die Nakba Keine Aber so gehört sich das Auf jeden Fall Diese Nachbargeschichte Da wird man auch Über die Zusammenhänge Nicht gesprochen Da wird einfach mal Einfach erzählt Die Leute Vertrieben worden sind Keine macht sich die mühe Zu erklären Wieso Wer da wollen Angefangen hat Wer da nicht wieder Einverstanden war Dann erzähl mal Sag mal Hast du überhaupt Anstand Nee Weil ich will rausgehen Du sollst hier Keine Moral halten Oder eine Geschichte erzählen Ich will schlafen Gehlafen Gehlafen Sie redet auch Vernünftig Rede vernünftig bitte Mit dir Nein Bruder Sie relativiert die Nakba Und will grad sagen Du hast mich nicht zu unterbrechen Ich hab's drum gewesen Ich hab's drum gewesen Sag dann die Runden Also ich finde Meine Meinung nach Hat es auch Den Nakba gegeben So Wunder schön Was? Sie will Erzähl mal Was ich will Du hast zuzuhören Deine Meinung Aber Die Nakba Ist ein propagandistisches Konstrukt Danke Also eigentlich Was ich Worauf hinaus Ich möchte Damals Wo die Nakba Stadtgefunden Nein Ich geh raus Alles von uns Das Propagand Das ist mir langsam Zu peinlich Alles von Nakba Propaganda Das ist Propaganda Also das ist Eigentlich Das Fleisch Bei uns Wiesenschwanz Die solche Masche Wie damals Einfach mal sich Verstehen Das ist nicht Wiesnopfer 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 Tummel Das Mikroabschin Die Opferrolle Ich bin nun kritikfähig Ich bin einfach nicht kritikfähig Du bist du gleich Ich war zu Ende Hören Ja ja Ich bin nicht kritikfähig Wenn ich so ein Schmutz hören Muss Die Wahrheit Schau den Schmutz Müssen wir von dir genauso hören Und ertragen Keiner rastet so aus Also die Wahrheit tut ab und zu mal weh Und das steht alles Man kann das alles nachlesen Ich komme auch irgendwann bei einem Schmuch und holocaust relativieren Ja das ist nun Das wird immer nur benutzt Bei den Juden Genau und dafür kommt man in den Klass Genau und dafür kommt man in den Klass Also auslöser Also auslöser Du kannst nicht kommen und sagen Ich bin Opfer vom heiteren Himmel Sondern dafür Das ist die Gegenreaktion Aber ihr verdreht das immer Das ist eigentlich das was jetzt passiert In Gaza Ist dasselbe was damals passiert ist Und ihr stellt euch wieder wie ein Opfer dar Die selbe Geschichte Absolut Eins zu eins Nichts anderes Weil ihr das nicht anders könnt Außerdem habt ihr absolut nicht darüber zu entscheiden Was vor 75 Jahren passiert ist Weil ihr alle Moslems Müsst einfach begreifen Wenn ihr in einem zivilen Land lebt Gibt es hier eine Verfassung Und eure Koran Und eure Islam Moral Darf nicht über die Verfassung stehen Niemals Dann lebt sie in einem falschen Land Was hat das jetzt mit Palästinien und Israel zu tun Darum merkt man wie durch du im Kopf bist Komma klar was rauchst du Was kommst du jetzt mit Verfassung und Gesetzen Weil ihr erkennt Ihr anerkennt nicht die Gesetze von damals Und möchtet nicht die Gesetze von heute anerkennt So viele Fragezeichen in meinem Kopf Komma bitte klar auf das was du rauchst Bitte was für Verfassung Was für Gaza-Palästina Du tust gerade zu viele Sachen in einen Topf schmeißen Nein, du ich nicht Was hat die Verfassung nicht Aber die gibt es Leider Dann Du musst dich vielleicht das brauchen Du wollte schon vor 10 Minuten gehen Du bist immer noch da Wo ist das Problem Geh doch Hört ihr Ich habe noch so viel Respekt Lärmach zuzuhören Ich hatte noch so viel Respekt Dir zuzuhören Du hast keinen Respekt Du hast mich schon 10 Mal unterbrochen Ja, ich musste Es ist ja immer noch Schmutz Verneiniglich Joe, warte mal ganz kurz Warte mal kurz Zitrone Warte mal kurz Wie lange denkst du brauchst du für deine Erklärung Wenn du die durchziehst Meinst du mich? Ja, ja Wie lange brauchst du? Also ich wäre gleichwertig Eigentlich Nein, 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 alles okay Brauchst du eine Minute, zwei Minuten Minute höchstens Ja gut, dann gebe ich dir die Zeit jetzt Ja Also auf jeden Fall geht es bei mir darum Dass ihr nicht die normale Zivile Rechte erkennt Damals habt ihr das nicht erkannt Und heute möchtet ihr das nicht wahrhaben Was passiert Die Zusammenhänge sind bei euch Einfach so dermaßen kaputt Absolut kaputt Boah, ich habe jetzt eine Minute Was? Wir leben in einem Ja, in einer Welt Wo Gesetze gibt es Und daran muss man sich halten Man kann nicht einfach so Aus weiterem Himmel kommen Und Menschen umbringen Sowas gibt es nicht Sich wie Terroristen zu behalten Gehört nicht in ein normales Leben Und wenn ihr auf die Straße geht Und Free Palestine ruft Steht ihr hinter Hamas Und das ist Da kannst du einfach eine Gleichzeichnung stellen Es ist dasselbe Wann habt ihr denn euren Verstand verloren? Verstehe ich nicht Seit wann sind die für euch Freedom Fighters? Hört auf die Geschichten Zu verdrängen Hört auf die Geschichten Von früher falsch zu erzählen Akzeptiert, dass Israel da ist Und es hat sich nichts beraubt Es hat sich immer verteidigt Und dadurch vergrößert Steht alles in der Geschichte Wenn man liest Ich frage mich gerade Warum auf einmal Nur wenn man Free Israel ruft Die Hamas unterstützt Du meinst Free Palestine Entschuldigung, ja Leute, ihr seid noch immer da Was ist los mit euch? Warte mal Lachs, das kann ich dir gerne erklären Das geht darum Free Palestine heißt ja Palästina befreuen Aber wovon? Und wie gesagt Es geht darum Palästina von Israel Merkst du nicht, wie peinlich diese Schau Warte mal Show, lass mich das jetzt schon mal klären Also Es geht darum Dieses Free Palestine hat unmittelbar mit From the river to the sea zu tun So Und das heißt Vom Jordan bis zum Meer Das heißt Das ganze Gebiet in diesem Soll Palästina sein Und Israel existiert dort nicht mehr Ja, ja Ich meine gerade Ich meine gerade nur Was ist, wenn dir einer sagt Wenn ich jetzt Palästinenser wäre Ja Ich sage jetzt mal so wie Show Und ich hätte Familie dort Und ich würde sagen Free Palestine Da würde ich sagen Free Palestine Von den Soldaten Raus da Und Hamas Ja Ja Kannst du ja sagen Free Palestine from Hamas Und schon ist es klar, was du meinst Nein Die Sache ist, dass der Begriff Free Palestine From Israel Von Israel Von Israel Von Israel Also Free Palestine Von Iran Würde man sagen Und der Ich würde mal sagen Ich würde Schlachtruf Free Palestine From the river to the sea Das ist ein Schlachtruf Der PLO Aus den 60er und 70er Jahren Und der wurde damals Damals explizit Als Schlachtruf Das ist erwendet Das kompletten Land Ihr habt mir so die Augen geöffnet Wir sind so böse Oh mein Gott Jetzt verstehe ich alles Jetzt verstehe ich alles Lass ihn doch mal aussprechen Ich gönne euch ja das Land Aber dieses Land Das muss dann unter friedlichen Bedingungen sein Da müssen beide Da müssen beide Warte mal Nein Schau mal Es gab wie viele Gelegenheiten Aber alle wurden abgelehnt damals Die damals Damals das Land in den Grenzen Mit Israel und dem arabischen Staat Wurde abgelehnt Von der arabischen Seite aus Weil es nicht Ich etwa Ihr hättet das haben können Aber ihr wollt das nicht Ey ganz ehrlich Moritz Ihr sagt Das ist so Die Guck mal Anti alles Bruder Ich finde es auch ein bisschen Heuchlerisch Guck mal wie alle Auf mich drauf gehen Aber es ist ja auch Ich bin Ich sage Jungs Ihr redet darüber Und ich kann das jetzt nicht sagen Und jetzt heißt es gleich Ich habe Ahnung Und ihr nicht Aber schon Was habe ich damit Relativieren Siedlungsbau Ihr tut so Als ob es nur eine Kleinigkeit wäre Das sind fünf Siedler Die uns töten Ich würde jetzt mal gerne Den Poly hören Ich würde jetzt mal gerne Den Poly hören Die redet nur drumherum Nein Ich sage vom Tag eins Ich bin außenstehender Ich sage was ich am 7.10. Aber bis jetzt Ich würde jetzt gerne mal den Poly hören Bitte Dann hallo Ich war eigentlich schon im Halbschlaf Aber das mit der Nacht Da würde ich dann Anschluss Und zwar Schauschow Niemand bestreitet Dass da Menschen ihre Häuser verloren haben Und geflohen sind Oder vertrieben wurden Das ist passiert Oder umgebracht Oder vergewaltigt Oder verbrannt Nein Das stimmt nicht Achso Was ist in Deryasim passiert? Was ist in Deryasim passiert? Guck mal Da gab es nie Was ist in Deryasim passiert? Komm du Geschichtscanner Was ist in Deryasim passiert? Schau 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 Was ist in Deryasim passiert? Leute Was ist in Deryasim passiert? Let's go Ich habe vorhin schon in den Kommentaren Das Deryasim Massaker erwähnt Ich habe vorhin schon Das Deryasim Massaker erwähnt Das ist immer dieses Paradebeispiel Das Deryasim Massaker Das ist Ach vergessen wir die Toten Das ist ein Kollateralschlau Nein Das Deryasim Massaker ist ein reales Massaker Das ist passiert Ich muss schlafen Ich will nur noch ganz kurz mich verabschieden Ich habe den jetzt geschluckt Das Deryasim Massaker ist passiert Es war schrecklich Da wurden 107 Menschen getötet Da war noch ein paar Kämpfer dabei Aber der absolute Großteil 90 80, 90 Menschen waren Zivilisten Auch minderjährige, 17-jährige Mädchen Die anscheinend irgendwie den Kämpfern geholfen haben Deswegen auf offener Straße danach getötet wurden Das ist passiert Aber das Deryasim und diese 80 Opfer Waren ein absoluter Einzelfall in diesem Krieg Einzelfall Also ich kenne 20 Dörfer Massaker Es gab keine vergleichbaren Beispiele für Massaker Ich kann dir über 100 Dörfer 20 jetzt sofort und 100 nachgoogeln Guck mal Darum geht es nicht, dass andere Dörfer verschwunden sind Weil die Leute geflohen sind Auch die Deryasim hatte 1400 Einwohner Die meisten sind rausgegangen Bevor die Kämpfe drin angefangen haben Und es gab Zivilisten, die drin geblieben sind Dann kamen die Kämpfer damals Es wird gesagt, die waren vom Irgun oder von der Lechi Von den Radikaleren Also das sind Kämpfer oder Terroristen, die sehr gut Guck mal, du weißt doch gar nicht Ich sag doch etwas, was sogar in deine Richtung geht Du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen will Ganz kurz, Poli Ganz kurz Guck mal, Show Wenn du dich jetzt noch einmal in den Sturms und ihn unterbrichst Dann gehst du runter und dann kannst du schlafen Wir hören dir auch die ganze Zeit zu Wir haben dir vorhin sehr lange zugehört Keiner hat dich unterbrochen oder sonstiges Also hab auch den Respekt Der Poli ist deswegen extra hochgekommen Ich möchte gerne hören, was er dazu zu sagen hat Und wenn du ständig so unqualifiziert unterbrichst Dann komme ich hier auch aus dem Gedanken raus Was er jetzt hier gerade bringt Okay Und die Haganah hat sich ja damals noch abgetrennt Von den kleinen radikaleren Organisationen Die wurden danach aufgelöst Aber Fakt ist, dass da irgendjemand war Der nicht wirklich drauf geachtet hat, was er macht Und weil die halt Angst hatten, in die Häuser reinzugehen Weil Schüsse aus den Häusern kamen Sind sie davon ausgegangen, dass da überall nur Kämpfer sind Und haben halt überall die Granaten reingeworfen Und die Leute, die dann da rausgerannt sind Haben die einfach erschossen Das ist passiert Das war grausam Diese 80 oder 90 Tote sind nicht zu rechtfertigen Aber da wurde niemand vergewaltigt Und es gibt so ein Video von irgendeinem Typen von 2018 Der schon 70 Jahre alt ist Und plötzlich hat er sich 2018 nach dieser Operation in Israel daran erinnert Dass er mal gesehen hat, wie ein Junge dort verbrannt wurde In einem Ofen Und das wird heute von TikTok ausgeschlachtet Aber es war eine YouTube-Dokumentation Und es gibt nichts dergleichen Dass dort Menschen aber erschossen wurden Ja, das ist wahr Aber da wurden keine Menschen massakriert Oder mit ihren lebendig gehäutet Oder was auch immer das Bullshit Diese 80, 90 zivilen Tote gab es Aber der Großteil der 1300 Zivilisten aus Diriasin ist weggegangen Aber darauf wollte ich eigentlich auch nicht eingehen Sondern auf den generellen Nachbarnarrativ Ja Ich kann mich ganz kurz mal dich was fragen Weil die Frage kam jetzt öfter hoch Und wie gesagt, du scheinst dich da sehr gut auszukennen Was war eigentlich mit diesem Film Tantura Der jetzt hier öfter schon in den Kommentaren hochgebracht worden ist Kannst du da kurz ein paar Worte zu sagen Wie gesagt, ich kenne mich Was das angeht, geht jetzt nicht so aus Aber da du dich auskennst, können wir das jetzt mal klarstellen Tantura sollte auch irgendein riesiges Massaker gewesen sein Aber das wurde schon lange debunkt Dass das überhaupt nicht passiert ist Du streitest Tantura ab? Das war es auch eigentlich Dein Ernst? Ja natürlich Das Tantura Massaker Es gibt Interviews von israelischen Soldaten, die das zugeben Und du streitest das ab Das Tantura Massaker Da sind vereinzelt Leute gestorben Aber das war kein Massaker Und dieses Ausmaß Guck mal, beim Diriasin Massaker It's a fact Werde ich nicht bestreiten Aber Tantura ist einfach nur Bullshit Es ist halt so Aber es geht auch Es geht Man kann zum Beispiel auch entgegenkommen Die Eliassin Massaker ist dokumentiert Es gibt eine File auch in der In der israelischen Armee heute Die wurde schon geöffnet Aber die wird nicht geöffnet Und man weiß ganz genau, was da passiert ist Und das weiß auch jeder Aber diese Diese Übertreibungen dann Die sind nochmal was anderes Aber Fakt ist Da wurden Unschuldige getötet Ja Sie wurden erschossen Das stimmt Da wurde aber niemand vergewaltigt Und niemand massakriert Aber darum geht's auch nicht Unschuldige töten Das Unschuldige töten Und diese Menschen dort haben Definitiv Sie können sagen Unbeabsichtigt Wir haben Es gibt diese Soldaten Diese 80-Jährigen In den Interviews Die sagen Wir haben einfach geschossen Was rauskam Und waren mittendrin Super Ist jedem scheißegal Ihr habt Unschuldige abgeschlachtet Kann man nicht rechtfertigen Ja Tantore Ist aber was ganz anderes Aber ich wollte auch eigentlich Auf den generellen Narrativ Das generelle Narrativ Der Nakba eingehen Und zwar ist es ja folgendes Das Und gib mir diese zwei Minuten Und dann will ich eigentlich auch weiter schlafen Da geht's ja darum Dass Eigentlich wollte Israel Dort alle Friedlich leben lassen Ja Das heißt Die Araber hätten die israelische Staatsbürgerschaft bekommen Wie heute auch Wie es heute auch ist Und alles wäre okay gewesen Aber nach dem Teilungsplan 47 Haben ja sechs arabische Staaten Oder sieben Israel angegriffen Das Ziel dieses Krieges War es ausschließlich Israel und die Juden Dort komplett auszulöschen Und das Land dann einzunehmen So Hast du gerade die Liste gesehen Pulli Ne Ich habe da nicht alles aufgeschaut Mach mal nochmal groß Moritz Mach einen Screenshot Google mal Und beläde ich mich Ja Ich habe mich einmal Du tust gerade nur Der Yassin Der Yassin Aber 48 2 Massaker 53 56 56 72 Guck mal Erstens Ich habe gerade Egal Vergessen Erstens Ich habe Ganz kurz Erstens Ich habe gerade nur über 48 Geredet Und da gibt es diese zwei Beispiele Die Yassin Massaker ist wahr Weil wir haben über die Nakba geredet Und das andere ist auch nicht wahr Wenn wir dann weitergehen Jenin Massaker 2002 Leute das sind keine Massaker Das ist genauso wie Menschen sagen Heute in Gaza Streifen Das ist alles ein Massaker Das sind keine Massaker Sowas nennt man nicht Massaker 2002 Was in Jenin abgeht Kollateralschaden Sorry Lest euch erstmal von welchen die war Ja Entschuldigung Das ist genauso wie mit den 300 Toten in Jenin dieses Jahr Ja Das waren alles Dschihadisten Das waren alles bewaffnete Kämpfer Die wurden getötet Die bösen Araber Die bösen Das sagt doch immer Also schon Jetzt sage ich was Erstens mal Ich kann dir auflisten Natürlich die ganzen Massaker Die die Palästinensen in Europa Gegenüber Juden gemacht haben Die letzten 50 Jahre Attentate in Rom Attentate in Wien Und es wird ständig gegen seine jüdische Jetzt rede ich Entschuldigung Jetzt rede ich Lass mich bitte fertig machen Ich meine Hast du irgendwie was gesagt gegen Assad Die auch tausende von Palästinens in Syria umgebracht hat In den letzten 10 Jahren Hat er das dich genauso aufgeregt? Moritz darf ich nur kurz los mit deinem Akkabat Erzählen Einfach ohne unterbrochen zu werden Ich witte dich auch Ja ich will ihn auch nicht auf andere Sachen eingehen So nur kurz Das kurz und knapp sagen Ähm Also und das Ziel dieser sieben arabischen Staaten Oder sechs Wannes Was auch Wie lange brauchst du denn? Wie lange brauchst du denn? Gib mir eineinhalb Minuten Nö ich geb dir gern zwei Wie gesagt dann stell ich das grad ein Dann hast du die zwei Minuten Achso okay Diese 300 Toten dieses Jahr in Jenin Das waren keine Zivilisten Vielleicht waren da ein, zwei Zivilisten mit dabei Aber in Jenin ist eine Dschihad-Hochburg Und gegen die wird gekämpft Und dort wurde das ganze Jahr gehetzt Das ist auch geplant vom Iran Das war auch geplant Im Nachhinein wissen die das Dass die Israels Armee sich dort in Jenin konzentriert hat Und deswegen auch die Augen ein bisschen von Gaza weg waren Leute das hat alles miteinander zu tun Okay jetzt Showtime Okay also Was ist die Nakba und wie ist sie passiert? 1947 nach dem Teilungsplan Wurde Israel am Tag darauf von sechs arabischen Staaten angegriffen Und das Ziel, das erklärte Ziel dieses Krieges war es Nur Israel zu vernichten und die Juden alle rauszukicken Deswegen haben die arabischen Staaten Alle Araber, die in dem Land gelebt haben Dazu aufgerufen, das Land zu verlassen In die Nachbarländer zu gehen Und dann, nachdem Israel vernichtet wurde Wieder in die Ländereien zurückzukehren Darauf haben die meisten gehört Die Araber haben Propaganda verwendet Wie ihr müsst kommen Weil die Juden werden euch alle abschlachten Wenn ihr nicht zu uns kommt Die haben diese Propaganda verwendet Um die Leute dort rauszubekommen 70% der Leute Wir haben das irgendwann mal mit Beats auch besprochen 70% der Araber damals Haben ihre Sachen gepackt Und sind geflohen Auf die Aufrufe hingegen der Araber 30% wurden entweder vertrieben Oder denen wurde mit Absicht Durch den arabischen Narrativ Von den Juden eingeflößt Also die Israelis haben das teilweise genutzt Dass die Angst hatten Und sind dann auch gekommen Und dann sind die alle gegangen Das waren 20-30% Sind entweder geflohen Oder wurden wegen den Israelis vertrieben Wurden vertrieben Oder wegen den Israelis vertrieben Wie auch immer Wegen der israelischen Propaganda Aber 70% der absolute Mehrheit Die absolute Mehrheit Dieser 600.000 bis 700.000 Palästinenser Sind auf eigene Faust Wegen den arabischen Staaten Da rausgegangen Und konnten dann nicht wiederkommen Weil sie den Krieg verloren haben Das Problem der Nakba ist Dass Israel nicht vernichtet wurde Das ist die Katastrophe Und vielleicht noch kurz um abzuschließen Israel hat danach tatsächlich auch gesagt Die Araber Die geflohen sind Ihr könnt zurückkommen Israelische Staatsbürger mit uns leben Unter den Rechten Danke auf jeden Fall Dass du die Nakba Von meinen Großeltern relativierst Und also Ich hab's doch nicht relativiert Ich hab doch nicht gedacht Dass sie nicht geflohen Oder vertrieben wurden Wurden sie aber umgebracht Oder nicht? Wurden viele umgebracht von denen? Das ist jetzt auch eine Frage Es ist Nein Es wurden nicht viele umgebracht Damit ich jetzt nur verstehe Die Nakba Für die Araber Ist nur Dass die Israelin nicht zerstört wurde Das hab ich jetzt richtig verstanden Ja Im Großen und Ganzen Sind sie geflohen Freunde Ich wünsche euch noch Einen schönen Abend Bella Poli Du hast Du bist wirklich Also alle Ich mag euch alle hier Wir konnten alle schön reden Aber das Das zu hören Das zu hören Ist schon krass Also wenn man nur googelt Wenn man nur googelt Wenn man nur googelt Alle Beat stimmt dir zu Also Poli Stimme dir dort auf jeden Fall zu Und definitiv Wer im Internet nach Dingen sucht Der wird diese Dinge auch finden Irgendwo vergraben In der tiefsten Ecke Aber Wenn man genau hinschaut Kann man auch historische Zusammenhänge nachverfolgen Und ich sage ja nicht Dass es kein Leid gibt Das Leid Deiner Großeltern Das war Sie haben ihre Häuser Im Endeffekt verloren Das stimmt Das bestreite ich ja nicht Ich bestreite nur Diesen kollektiven Narrativ Einzelschicksale Bestreite ich nicht Aber auch Um das kurz abzuschließen Israel hat auch Allen Arabern gesagt 1949 Wenn ihr wollt Wir laden euch ein Ihr könnt zurückkommen Unter israelischer Flagge Mit israelischer Staatsbürgerschaft In Frieden Neben uns leben Und euch werden alle Rechte gewährt Wie in unserer Unabhängigkeitserklärung beschrieben 100.000 Araber Sind tatsächlich zurückgekommen Also 100.000 Vertriebene Araber Sind dann Nach Israel zurückgekommen Aus die Nachbarländer Und deswegen Entschuldigung Jetzt sage ich noch was dazu Und deswegen gibt immer noch Jetzt 30% Von der israelischen Bevölkerung Sind Araber Palästinenser Die damals Nicht den Ruf Von den arabischen Staaten Nachgegangen sind Die Häuser zu verlassen Weil dann nachher Wenn die zurückkommen Bekommen Doppelt so viel Die sind in Israel geblieben Ich glaube nicht so viel Genau Mit gleichen Resten Also die Palästinenser Die in der israelischen Stadt leben Wurden sie nie und nie Mit Hamas und PLO Staaten austauschen Nie in Leben Warum redet man nie Über diese 2 Millionen Palästinenser Die sogar jetzt kämpfen Gegen die Hamas in Gaza Weil die sind auch Araber Die kämpfen in Gaza Nicht nur Israel Geht es eigentlich gut Oder woher hast du deine Oh sicher Ich mag dich Aber tu mir es leid Tu mir leid Ich meine die eigentlich Warte mal kurz Auch Muslime Und andere Nicht nur Juden Und die kämpfen Auch Ich bin ein Nazi Aber hab einen besten Freund Als Ausländer Hab muslimische Freunde Sorry Aber ich bin ein Nazi Wollte ich nur mal so Nein Warte mal kurz bitte Ich hab gerade noch einen Poli Bevor er weg ist Wie gesagt Wir hatten ja eben Über den Über Tantora kurz gesprochen Die Frage ist jetzt halt Was mir da aufdrängt Da wurden ja Soldaten befragt Sind das irgendwelche Schausteller gewesen Die im Film dann gewesen sind Oder wie ist das gewesen Weil ich hatte da Nur mal kurz reingeguckt Wie gesagt Wenn du sagst Das ist erfunden gewesen Was ist denn dann Mit den Soldaten gewesen Das ist ein Schauspieler In Tantora Wurden auch Menschen getötet Aber das war halt nicht In dem Ausmaß Das gerade das relativiert Und gesagt Es gab da kein Massaker Doch ich habe gesagt Da wurden Menschen getötet Aber man kann es nicht Massaker nennen Wie im Stil In dir Nein Wenn einer stirbt Ist kein Massaker Wenn 20 sterben Ist kein Massaker Wenn 100 sterben Ist Man braucht Ab wann ist es ein Massaker Ab 5 oder 6 Ich weiß nicht Es gibt bestimmte Definitionen Für so Komm 6 Menschen sind ein Massaker Oder nicht Ab 6 Menschen Oder muss man Ja genau Show Ab wie viel ist man dann Nicht mehr Friedensweiter Ab 10.000 Menschen Wenn man Israels getötet hat Ab wann will man denn kein Frieden Wenn man Siedlung baut Siedlung baut Und Menschen töten Was war denn am 7. Oktober War das ein Massaker Oder war das keins Warum reden wir Schon wieder nicht darüber Ja was war denn mit den 300 Kindern In der Westbank Anfang des Jahres Das waren keine 300 Kinderkammassaker Es waren 300 Tihadisten In der Westbank Egal wie oft man probiert Oh jetzt sind Kinder Tihadisten Show Egal wie oft man probiert Mein 17-Jährige mit Kralaschenkopf zu reden Du kannst nicht darüber reden Schau mal Show Schau mal Wir interessieren uns ehrlich dafür Was da passiert ist Aber andersrum Merkst du uns diese Ehrlichkeit gar nicht Ich habe mich ehrlich dafür interessiert Was da wie gewesen ist Aber andersrum merkt man leider Dass es nicht so ist Meine Vorfahren wie sie geflüchtet sind Das zu relativieren Ja und die Vorfahren der Israelis Die von euch Ich habe doch mehrmals gesagt Das waren die Schicksalte deiner Großeltern Die nicht so genauer haben wollen Ich habe doch mehrmals gesagt Was habt ihr eigentlich für ein Problem? Sollten die Syrer jetzt hier auch ein Land bekommen in Deutschland? Show Die waren Flüchtlinge Jetzt verlieren wir unser Land peinlich Puh Ciao Ich bin raus hier peinlichen Affen Ekelhafter Typ alter Guck mal Moritz Ich bin ernst Ich bin beleidigend Ich bin ernst Ich weiß Moritz darf ich kurz Ich habe doch mehrmals gerade gesagt Sorry Ich habe doch mehrmals gerade gesagt Alles gut mach Also ich bin zum ersten Mal bei euch Es ist zwar schön Einen Einen Abonnenten zu haben Der Für die andere Seite vertritt Aber das ist ja Gar kein Gespräch gewesen Also von Ich meine Beats und Polly Haben die ständig Argumenten benutzt Also wirklich Das was Das was wir nachlesen können Und mit einem Der nur mit Emotionen Herauch spricht Ist das absolut Chaotisch und sinnlos Ja aber der hat Familie Da und der hat sich auch schon Vernünftig unterhalten Naja Das ist ja auch verständlich Entschuldigung Ich verstehe mir auch Ich habe auch Familie Freunde Und Familie Die dort gestorben Die Zitrone kennt den gar nicht Also ganz kurz Ganz kurz Darf ich nach einer Minute Schwester Ganz kurz Ich hatte meine emotionalen Phasen bei TikTok Aber ich habe mich jetzt wieder beruhigt Ich war länger nicht mehr wirklich on Und ich habe wirklich versucht Sensibel zu sein Ich habe ihm doch mehrmals gesagt Hey Ich will Das persönliche Schicksal Deiner Großeltern Nicht relativieren Für die War die Nakba real Aber der Narrativ Der drumherum Erfunden wurde Das ist halt das Nichtreale Dass die Dass die arabischen Staaten Dieses eine D-Iriassin-Massake Instrumentalisiert haben Und dann verbreitet haben Dass jedes Dorf Ein D-Iriassin sein wird Wenn die Araber dort nicht rausgehen Das wird halt ignoriert Und wenn seine Großeltern Das gehört haben Und dann deswegen geflüchtet sind Ja Das ist ja für die real Das bestreitet keiner Deswegen habe ich mehrmals gesagt Dass ich das Aber dafür gibt es ja auch Gründe Das muss man nicht vergessen Ganz kurz Ganz kurz Warte mal kurz Ich bin gleich wieder raus Davon abgesehen Dass in jedem Krieg Die Menschen verdienen Und zur selben Zeit 900.000 Juden verdienen Das ist echt immer Du kommst immer reingerannt Unterbrichst die Jeden Und willst sofort Ich warte auf die ganze Zeit Nein das muss nicht sein Ich bin Muss wirklich mal kurz sein Entschuldige bitte dafür Ich bin immer am durchswipen gewesen Und Bin auf den Live von LeMar LeMar Choreo Oder weiß ich Aber LeMar Der ist radikal Guck mal bitte was da steht Das ist ein Das ist das Du schüttel Kann man das lesen Ja Aber das ist doch Ey Glaubt ihr Glaubt ihr das Das ist doch Das ist zynisch Er meint das zynisch Das ist eine Provokation So mäßig Wie Muslime wollen jetzt einen Staatskunden und wenn die Deutschen sich wehren dagegen, was ja berechtigt ist, dann werden sie Terroristen, so wie die Palästinenser, gegen Israel als Terroristen bezeichnet werden. Das meint er so. Der kommt einfach nicht klar, dass der von uns zusammengefaltet worden ist, mehrmals argumentativ. Der kann einfach nicht verlieren. Unabhängig davon, ist es nicht für die Leute, die jetzt nicht unbedingt involviert sind, nicht wissen, wie er das meint. Also ich würde ihn sofort melden, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte ihn gemeldet, wenn ich sowas gesehen hätte. Ja, ich kenne den nicht und ich habe sofort gecheckt. Ich weiß ja nicht, ob der zynisch das meint. Ja, ich habe es auch gecheckt. Das ist super easy, wenn man da guckt. Typischer pro Palästina. Also das darf an der Polizeierklärung zum Beispiel, wo wir das gemeint haben. Ja, Zitrone, mein Gott, ey. Das ist ein typischer pro Palästina-Narrativ. Leute, der ist doch wie die Hamas. Die Hamas ist doch für den Freiheitskämpfer. Hat er mehrfach gesagt. Ja, ja, das sind Freiheitskämpfer. Also mehr braucht man nicht sagen. Also ganz kurz, ich möchte nochmal zurück. Ich möchte ganz kurz nochmal zurück. Also der Show darf emotional sein. Okay, er ist derjenige, auch genau wie Hope, die dort Verwandtschaft haben, die dort Freunde haben. Also er darf emotional sein, das ist nicht das Problem. Was er aber nicht darf ist, nur seine Seite sehen. Und das hat er hier die ganze Zeit gemacht. Das passt mir nämlich wirklich gar nicht. Ich habe einfach nur mal verlangt und ich mache das immer wieder. Und Moritz ist mein Zeuge, Hope ist mein Zeuge. Ich frage immer wieder, bringen wir das mal zurück auf den 7. Oktober. Lass uns mal da drüber reden. Da wird nie drüber geredet. Es wird sofort abgelenkt und weit ausgeholt. Ja, dann lass uns doch da drüber reden. Also man weigert sich. Man weigert sich einfach mal länger als 5 Minuten über dieses Thema, über diesen Tag zu reden. Ich weiß auch, warum man sich weigert. Und ich fand das gerade wirklich überhaupt nicht schön von ihm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihm auch Beileid gewünscht. Es tut mir leid, dass er da Familie verloren hat. Und dann ist man emotional. Das ist ja auch völlig normal. Aber es ist ja nicht nur er. Es ist immer wieder, wenn wir das probieren, dann auch mal darüber zu reden, über den 7. Oktober, wird sich strikt geweigert. Und gerade diese Aussage, ja, wir reden immer nur über unsere Seite. Wann? Wann redet ihr immer nur über eure Seite? Ich höre immer nur IDF. Ich höre immer nur Israel. Ich höre immer nur Terrorstaat. Ich höre immer nur Vorwürfe gegen die eine Seite. Aber nie, dass ihr euch hinstellt und sagt, Hamas, was können wir gegen die Hamas tun? Lasst uns doch mal darüber reden, was man gegen die Hamas tun kann. Ich dachte, das ist in euren Augen auch eine Terrororganisation. Ist das nur ein Lippenbekenntnis, zu sagen, ja, die Hamas ist scheiße, aber Israel. Ja, die Hamas ist scheiße, aber so und so. Die Hamas macht das und das, aber so und so. Also ihr sagt, dass das eine Terrororganisation ist, aber sofort kommt dieses Aber und das relativiert euren ersten Satz, den ihr aussprecht. Das liegt halt nur an einer Sache. Der einzige Punkt, der wichtig für sie ist, dass egal wie unmenschlich und egal wie schlimm die Hamas ist, in deren Augen ist Israel halt zehnmal so schlimm. Egal, was die Hamas jemals macht.